Um Allah oder geht es, was im Koran steht? Sag mir das. Guck mal, ich wollte mich eigentlich... Geht es hier um Allah, ob er es gibt? Warte, warte. Nein, nein, deswegen... Ich wollte mich euch nicht einlassen, weißt du, weil das bringt nichts. So, ich wollte für diese Mädchen, ich wollte ihr fragen, weil sie sagt, dass es keinen Gott gibt. Deswegen will ich eigentlich reinkommen. Aber ich habe mich trotzdem mit euch wieder eingelassen und wieder fragen... Ja, aber für mich, guck mal, guck mal, ich glaube, Sonat, Sonat, guck mal. Das war am Ende mit euch. Ja, aber Sonat, das ist meine... Carlo, ganz kurz bitte. Ich wollte darüber gar nicht reden. Ich fand es aber auch unfair, ich habe dir die Fragen beantwortet, nach meiner Logik, ohne irgendwelche Märchenbücher. Ich habe dir eine Frage gestellt, dass du mir Allah logisch beweisen könntest, oder erklären könntest. Ja, aber die anderen sind ja alle dazwischen gekommen. Ja, ich verstehe, das wird hier ein bisschen alle zu viel. Ja, das bringt auch nicht, weißt du. Ja, da bin ich auch mit dir, ehrlich zu sein, verstehe ich auch. Ja, da bin ich auch mit euch darüber zu reden, also das bringt nichts mehr. Genau, lass mich einen Satz noch ausfüllen. Weißt du, was ich sehr, sehr schlimm finde? Ihr Muslime meint ja, der Prophet Mohammed ist ja euer Vorbild, ne? Und er ist der beste Mensch aller Zeiten, ja, war damals und ist heute immer noch, so seht ihr das. Und dann sagst du, er hat Sklaven befreit. Eigentlich sollst du die Frage stellen, wieso hat er überhaupt Sklaven gehabt als Prophet, als auserwählter Gottes? Das musst du, so musst du dies machen. Und nicht, ob er Sklaven befreit hat oder wie er sie behandelt hat, sondern wieso ein Gotteserwählter hat überhaupt Sklaven und erzählt als Prophet. Das stimmt nicht, also er hat aber, das ist nicht so, wie du das denkst, das war gar nicht mal so. So, ich wollte eigentlich, ich bin nur hier reingekommen, um mit dir das zu, das zu bereden. Ja. Deine Antworten, deine Antworten haben mir nicht ausgereicht und ich wollte dir was erklären, die anderen sind dazwischen gekommen. Ich wollte überhaupt gar nicht mich mit euch einlassen eigentlich. Also, mit dir, verstehe ich mich nicht falsch. Mit dir wollte ich reden. Aber die anderen war es nicht. Aber du bist hier in einem Stream, du bist hier in meinem Stream und ich denke mal, ja, Sonne, Sonne, aber schau mal, das ist jetzt auch vielleicht eventuell auch dein Fehler gewesen, weil du bist ja auch hier in einem Stream gekommen, das ist Carlos Stream, das ist nicht mein Stream. Okay, du wolltest mich persönlich was fragen, aber du hättest es auch schreiben können, ja, und wenn du hier hochkommst und du bist dann ein Muslim, dann musst du natürlich auch rechnen, dass hier, ne, du bekommst, komische Gegenargumente und solche Diskussionen. Ja, aber ich wollte eigentlich so gut Angst haben, schon die erste Dinge zu sagen, wollte ich eigentlich schon wieder raus. Weißt du, ich habe gedacht, ich kann noch mal mit dir ins Gespräch kommen. Alles gut, alles gut. Okay, dann ist es in Ordnung, dann haben wir, denke ich mal, alle verstanden, dass du halt nicht so wissend bist in deiner Religion, das heißt, du bist einfach nur ein Mitläufer. Ich gebe dir, ich gebe dir, ganz kurz, das ist nur meine Meinung, da bist du, lass mich doch bitte, wieso seid die Muslime immer so hysterisch, kann man nicht vernünftig mit euch reden? Ich bin ein Kind, das ist auch ziemlich frech, was du da sagst. Das wird doch klingt, genau, also das heißt, ja, also das heißt, Sonne, sorry, das ist jetzt meine Meinung zu dir, du bist einfach ein Mitläufer, ohne dass du Wissen hast. Ich empfehle dir, dass du vielleicht deine Bücher nochmal durchlesen solltest, eventuell dich mit anderen Religionen auch befassen solltest und damit du vielleicht ein bisschen klarer... Sonne, Sonne, hättest du den Koran gelesen, dann hättest du nicht... Sonne, hör mal kurz, hättest du den Koran gelesen, dann hättest du nicht eine öde Frage gestellt. Die Leute würden trotzdem nicht verstehen. Ich habe nichts gehört, lass kurz, was sagst du? Ich sage nur, ich bin unwissend, ich sage nur, ich bin unwissend. Sogar wenn ein Gelehrter, ein Wissener kommen würde, diese Leute würde nicht verstehen. Sie würden das trotzdem nicht verstehen. Guck mal, Sonne, ich habe Hadith gebracht, du sagst, ich nehme kein Hadith, ich nehme Koran. Ich habe dir von Koran einen Vers gezitiert, der beweist, dass Mohammed, alaihissalatu wassalam, war wie ein normaler Mensch, sechssüchtig, ja? Und trotzdem, du verneinst das, ja? Ich will dir noch eine wahre Geschichte kurz über Mohammed, damit du weißt, was für eine Person du, die du als Propheten nimmst, ne? Eines Tages, Mohammed, alaihissalatu wassalam, sitzt mit seinem Freund. Kommt eine hübsche Frau vorbei. Dann steht er auf, geht ins Haus, in sein Zimmer, macht Sikusikum mit seiner Frau und kommt zurück. Das zeigt, er sitzt mit seinen Freunden zusammen, und wahrscheinlich redet über Religion, und gleichzeitig beobachtet die Frauen. Könnt ihr das vorstellen? Und eine Frau hat ihm von Gott abgelenkt, von seinem Gott, und diese Lehre zum Gott, und dass er so, dass er so, dass er so, dass er so viel Lust bekommen, dass er gleich lässt alles, geht rein, macht Sikusikum und kommt wieder raus. Das ist der Prophet Mohammed, alaihissalatu wassalam. Was ist dabei? Also wenn ich das hier, guck mal. Also ich kann den Namen nicht aussprechen, nicht die Abraham, sondern der andere, der ist bis jetzt noch gar nicht zu Wort gekommen, vielleicht lass uns ihn auch irgendwann mal reden. Hallo, hallo, hallo. Nein Ibrahim, du mich mal kurz still, ganz kurz, ganz ruhig, kurz, still benehmen. Du hast mir nicht zu sagen, was zu tun, aber. Ich kann deinen Namen nicht aussprechen, bitte vielleicht du mal zu Wort kommen. Carlo, was sagst du? Oder? Findest du, ist es okay, dass er mal auch zu Wort kommt? Ja, 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 du kennst es. und du sagst dich. Abrahim, du sagst einfach, einfach nicht. Nein, du sagst du das. Abrahim, du sagst du auf Deutsch. Ja, natürlich. Du sagst du auf diese Sprache. Du sagst du auf die Sprache. Du sagst du. Lachz. Lachz. Du sagst du. Du sagst du das. Du sagst du, dass du sagst du. Du sagst du, dass du den Sprache auf die Sprache auf Mohammed. Wenn du sagst, du sagst du. Wir sind alle hier gottloser, nicht nur Sie. Ja, Ibrahim, du bist auch gottlos, aber okay. Bruder, du kannst reden, wirklich, sorry, wirklich. Erste Frage, ist hier gerade jemand vom Islam, sag ich mal? Ist hier gerade ein Moslem hier? Ibrahim gerade hier. Ibrahim, kannst du mir eine Frage beantworten? Achtung dich, Ibrahim. Ja, bitte schön, ja. Glaubst du an den Homo rectus, dass es den gab? Was ist das? Was ist das überhaupt? Ja, okay, dann ist es schwierig. Ja, erklär mir, dass es früher Riesen gab. Boah, also ich sag mal so, es gab ja Dinosaurier, okay, aber dass es Riesen gab, man sagt, man munkelt, dass es den einen oder anderen Riesen gab. So, aber ich frage mich, warum gibt es sowas überhaupt nicht mehr? Weißt du was ich meine? Ich rüsste mich immer. Gleichzeitig gibt es auch die Dinosaurier nicht mehr. Also kann, muss aber nicht sein. Wer hat dir gesagt, gibt es Dinosaurier nicht mehr? Dinosaurier. Ja, gibt es immer noch bis jetzt. Diese Hähnchen, was du isst. Das ist einfach eine Schicklung. Ja, da sind Dinosaurier. Aha, okay. Alles klar. Du sagst Hähnchen, aber du sagst Dinosaurier. Boah. Ja, da sind die Rest, was geblieben von ihnen. Ja, ja, okay. Wir haben denselben Knochenaufbau, deswegen sagt das. Ja, genau. Also das ist so, das sagt sogar der Koran. Also ich habe gestern auch in einem Live von Muslimen, weil ich mich da informieren wollte, und die haben mir das auch erklärt, dass eben Dinosaurier... Von wem, von wem? Von wem? Boah, wie hieß er? Ähm, gib mir eine Sekunde, ich kann das kurz nachschauen. Alles gut. Ne, ich dachte Muslima. Ich dachte, du meinst diese Muslima. Okay. Ja, ja, von Muslima. Ja, ja, von Muslima. Ich glaube, die Menschen hatten auch... Live von Muslima. Nein, meint ihr dieses Mädchen, diese Frau, Muslima? Oder wer? Die war Muslima. Die war Muslima. Nein, sie nennt sich Muslima auf TikTok, aber sie ist meiner Meinung nach keine Muslima. Die ist nur ADHS pur. Komm, sieht mich, ich bete, komm, ich mach dies und jenes für Gott und Allah. Guck mal, mit guten Taten gibt man nicht an, ganz einfach. Okay. Mach das für dich und für Allah und nicht für die Leute, damit die sehen. Fertig. Okay. Ich bin das, ich bin das, ich bin das. Ja, okay, dann, wer bist du? Ja, ich hab das und ich bin das und... Oh, wer bist du? Abraham. Nein, verstehst du? Guck mal, bitte, lass mich mal warte, bitte. Guck mal, die ohne Gott, ja, die sagt, Mohammed hat Sklaven befreit. Warum hat er überhaupt zuhören? Nein, das habe ich gesagt. Okay. Nein, du bist nicht in der Lage, du bist nicht in der Lage zuzuhören. Ich hab das eben nicht gesagt. Noch einmal, ich stelle dir gerne noch mal die Frage, aber bitte zuhören. Das ist sehr, sehr wichtig. Man muss auch zuhören, nicht falsche Sachen hier sagen. Noch einmal, ich habe gesagt, es ist komisch, dass ein auserwählter Gott, der Mohammed, ja, Sklavinnen gehabt hat und dann später der Islam behauptet, dass der Mohammed sie befreit hat. Das komische ist, dass er überhaupt die Sklavinnen hatte. Weißt du was? Soll ich dir was beichten, soll ich dir was beichten vom ganzen Herzen und dir persönlich gegenüber? Genau dir. Bitte schön. Ich wünschte mir, ich wünsche mir vom tiefsten Herzen, dass Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah dich so richtig bestraft, damit du spürst, dass es einen gibt und merkst, dass es einen gibt. Guck mal, wie kannst du einem, warte, 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 wie kannst du einem Allah glauben, der von ihm böse auskommt. Guck mal, ich glaube an Allah, Allah hat mir alles gegeben. Ich bin zwei Meter groß, okay? Das ist schon das Geschenk überhaupt. Lass mich reden. Das Problem ist, das was du gerade gesagt hast, das hat keine Wirkung auf mich, weil ich gesagt habe, Allah ist für mich ein Vaterwesen, eine Fiktion, eine Nicht-Existenz. Das Problem ist, weißt du, was ich hier rausgehört habe von dir? Ich habe halt nur Hass gehört. Das heißt, in Wirklichkeit möchtest du, lass mich reden. Hast du ein Gefühl, warte, hast du ein Gefühl und ein Gefühl hast du nicht verdient. Deswegen, weißt du auch schon mal. Ibrahim, Ibrahim, in Wirklichkeit möchtest du sagen, wenn ich dich erwische, hätte ich schon so gemacht. Deswegen hast du das so als Relief zu sich gewendet. Nein, nein, nein. Es gibt Allah. Es gibt Allah, der dir das beweist. Es gibt Allah, der dir das beweist. Es gibt Allah, der dir das beweist. Ja, also, okay. Ich habe nicht mich gemeint. Ich habe Allah gesagt, ich habe mich gemeint. Du sagst sogar selber eine Dua. Allah, wenn du irgendwo im Himmel bist, oder was weiß ich. Ja, zeig mir, dass es dich gibt. Zeig mir, dass es dich gibt. Zeig mir, dass es dich gibt. Und denk mir bitte an mich, okay? Wenn irgendwas passiert, denk an meine Wörter, dass es Allah gibt, okay? Mehr will ich auch. Hör mal zu. Hör mal zu. Warum was Teufliches? Warum gibst du dir so was Teufliches von dir? Nein, nein. Ich habe nichts mit Teufliches zu tun. Warum wünschst du, dass Allah ohne Gott bestraft? Was stimmt nicht mit dir? Ohne Gott. Was bist du für ein Mensch? Ohne Gott. Was für Gott? Was redest du von Gott? Ohne Gott. Accountnahme ohne Gott. Nicht ohne Gott. Nicht ohne Gott. Du bist die ganze Zeit einfach respektlos. Ich bin ein Mensch. Du bist ein Unmensch. Bist du was? Ehrlich? Du bist ein Unmensch. Du wünschst anderen Menschen was Schlechtes. Ja, natürlich ist es ein Unmensch. Nein, nein. Ich wünsche dir, dass Gott ihr zeigt, dass es ihn gibt. Du hast gesagt, du sollst bestraft werden. Wie sollst du denn bestraft werden? Wie jetzt? So hast du das jetzt gesagt. Sie glaubt doch nicht an ihn. Also da braucht sie sich nicht zu. Dann braucht sie sich nicht zu. Nein, nein. Da hast du recht. Da kannst du recht. Ohne Gott kann entspannt sein. Es gibt ja kein Allah. Du kannst es auch so viel schlechter sein. Natürlich gibt es das nicht. Du musst einfach nur über dein Buch lesen. Ich sehe das anders. Er hat gerade zugegeben, dass Allah ist böse. Und wenn er will, verlangt von Allah, dass er jemandem anderen was... Ganz genau. So kann man das auch sehen. Mir doch egal, wie ihr es aufnimmt. Das interessiert mich doch nicht. Ja, wie willst du das denn? Meine Meinung nach gibt es nicht. Ich habe hier die menschliche Sicht wieder erkannt leider, was wieder meine Aussage immer mehr bestätigt, dass die Muslime halt immer aggressiv unterwegs sind. Ja, ja. Also wie gesagt, ich stehe dazu. Was bist du? Was bist du? Was für ein Hass? Es hat nichts damit zu tun, Lisa. Es hat nichts damit zu tun, ob Gott mich bestraft, was auch immer. Das war lediglich wieder mal dein Hass. Ja, ich weiß zwar nicht, wieso du jetzt hassen möchtest. Ich meine, was habe ich dir angetan, dass du jetzt so aggressiv bist? Kannst du mir mal die Frage beantworten? Was stört dich? Hass ist ein Gefühl, ein Gefühl hast du mich verdient. Ich muss mich verabschieden. Lass ihn doch bitte, ich möchte ihn verstehen. Also er hasst mich und was möchte er damit sagen? Was für mich denn falsches tut er? Du hast nur deine Meinung gesagt und ich habe nur meine Meinung gesagt. Fertig, das ist das. Deine Meinung ist aber gehässig, ihre Meinung. Es ist keine Meinung, jemand anderen etwas Schlechtes zu wissen. Nein, 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 Moment. Sie soll merken und spüren, dass es Allah gibt. Ja, das sagst du jetzt aber... Warte mal, Leute, okay, alles in Ordnung. Ich nehme das auch gar nicht als persönlich auf. Ja, weil du Gottlos bist. Er hat jetzt eine Dua. Okay, du hast jetzt eine Dua gemacht und so. Du glaubst noch nicht an so eine Dua und so Sachen. Wie sagst du das jetzt? Okay, aber wenn Allah mich nicht bestraft, was machst du dann? Ich mache gar nichts. Wer bin ich bitte schön, dass ich was mache? Schau mal, ich mache jeden Tag Streams. Ich rede jeden Tag gegen Allah, gegen den Islam, auch gegen Jesus und so weiter. Ich schieße ja gegen jede Religion. Ich habe alles. Ich habe Glück, ich habe Geld, ich habe einen Freund, ich habe Familie. Ich bin glücklicher denn je. Nein, also das heißt, mein Leben, umso mehr ich Götter kritisiere, umso mehr bekomme ich im Leben. Okay, gut. Freue ich mich für dich. Ja, sehr schön. Aber wenn irgendwann, wenn irgendwas im Leben schief läuft, dann denk an meine Worte. Dann glaub daran, dass es Allah gibt. Brian, ich denke an Brian. Alles klar. Wer redet? Wer redet? Darf ich reden? Wer redet? Der Horst. Okay, bitteschön. Der Horst. Ja, bitteschön. Brian, darfst du ein Dua auf mich machen, bitte? Genau wie bei sie. Aber gib einem bestimmte Zeit, so vor einer Woche. Inshallah. Sag mal, Inshallah, in einer Woche passiert ja so und so und so. Warum sagst du Inshallah, wenn du nicht an Allah glaubst? Ja, das ist dein Allah, weil du sagst das. Du musst das sagen. Ja, es gibt meiner Meinung nach ein Allah. Ich danke ihm für alles. Ja, deswegen sag bitte, mach ein Dua für mich, dass innerhalb einer Woche mir was passiert. Guck mal, guck mal, guck mal. Ob ich Dua mache oder nicht. Früher oder später, derjenige, wo ich an Allah glaubt, der wird es spüren. Ja, aber ich sag dir, warum das nicht Allah gibt. Weil seit 70 Jahren zum Beispiel, ne? Seit 70 Jahren in Palästina, die machen auch Dua, ne? Und dein Allah akzeptiert nicht. Also gibt's kein Allah. Von mich gibt's nicht. Okay, und warum weißt du das nicht? Da lass die ganze, weil ich sag dir, warum. Ne, da lass doch nicht die ganze Kinder, die da sterben, umsonst, ne? Und dann kümmert sie sich um dich, um deine Wünsche. Das ist Quatsch, was du da erzählst. Wirklich. Das ist deine Meinung. Geh mal in Krankenhäuser, geh mal in Krankenhaus, ne? 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 Geh mal in die Kinder, die werden nicht mal zwei Monate oder drei Monate, ne? Beden alt und dann sterben die da dran, ne? In Afrika, geh mal da hin und guck dir da mal an. Geh mal in Afghanistan gerade, was da passiert, ne? Und denkst du wirklich, wenn es Allah gibt, ne? Lass das alles verstehen und kommt auf deine Wünsche. Ist dir klar, dass es auf dieser Welt Böse und Gute gibt? Ist es dir klar? Nein. Nein. Es gibt nur Böse. Nur solche, wirklich. Ja, ja. Ich hab das Erfahrung. Guck mal, seit ich solche Stream mache, ne? Ich sehe nur Böse an euch. Mehr nicht. Okay. Ah, also die Ärzte, die Menschenleben retten, sind böse Menschen, oder was? Ibrahim, darf ich dir eine Frage stellen? Nein, nein. Ich rede über euch. Ich rede über solche Menschen wie du, die hochkommen und einfach, weil ohne Gott steht, ohne Gott ist und weil wir Ex-Motion sind. Da hab ich auch Fragen, dass ihr nur, dass ihr wirklich, dass ihr nur Hass habt. Mehr nicht. Ich hab keinen Hass. Ich besitze keinen Hass. Ich besitze keinen Hass. Ibrahim, warum fühlst du dich überhaupt nicht gehört? Hass ist eklig. Ich besitze keinen Hass. Ich wünsche mir, dass jeder, der wo nicht an Allah glaubt, an Allah glauben wird. Okay, du glaubst doch. Nur auf seine Art und Weise. Okay? Und fertig. Wie bitte? Wie bist du dich so getriggert? Du glaubst nicht. Ich bin ganz kurz, bitte. Das ist sehr, sehr wichtig. Bitte verzeih mir. Bitte verzeih mir. Schau mal. Ich schieße eigentlich gegen jeden Gott. Also ich lehne Zeus ab. Lass mich doch bitte ausführen. Ich lehne Prometheus ab. Ich sage, das sind alle Fiktionen, Fabelwesen. Ich sage auch, Jesus ist so und so. Ich kritisiere alle Götter. Jetzt ist die Frage an dich. Woher möchtest du wissen, falls mir jetzt etwas Schlechtes passiert, dass dies Allah gewesen ist? Vielleicht ist es ja ein anderer Gott gewesen. Woher? Wie bist du sicher, dass das nicht gut gibt? Bei dir steht doch ohne Gott. Bitte? Bei dir steht doch ohne Gott. Du glaubst nicht an Gott. Aber kannst du bitte meine Frage antworten? Das ist sehr, sehr wichtig, um dich zu verstehen. Ja. Hallo erstmal alle zusammen. Ich wollte mir eine Sache klar sagen. Ja? Ibrahim. Warte. Kann ich kurz was sagen? Ich bin kurz kurz hochgekommen. Ich möchte noch etwas sagen. Ja, aber Miss, Miss, ganz kurz. Ich habe Ibrahim eine Frage gestellt. Bitte. Ja? Die Frage interessiert mich doch nicht. Ah, okay. Alles klar. Ich habe die Cheatim unterbrochen. Cheatim, verzeih mir bitte. Jetzt bin ich leise. Ich möchte nur, dass Ibrahim, warum? Du glaubst ja an dich. Du hast ja einen festen Glauben anscheinend. Und warum fühlst du dich durch diese Gespräche so getriggert? Also wenn du einen festen Glauben hast, dürfte dich das doch gar nicht stören, dass wir... Weil ich dankbar bin. Weil ich dankbar bin. Weil, ja, okay, du bist für dich dankbar. Aber es gibt doch auch Menschen, die das kritisieren. Sollen die doch. Sollen die doch. Man denkt, ich habe die beleidigt oder sonstiges, was sie sich betrifft. Ich wünsche mir nur, dass sie spürt, dass es einen Gott gibt. Ein Allah gibt. Lass mal ohne Gott jetzt mal sein. Das kann sogar mein Bruder, meine Mutter und wer sein. Wer so ist, dem wünsche ich das. Fertig. Mir doch egal. Warum? Du glaubst doch fest an dein Glauben. Also dein Glauben ist doch zwischen dir und Gott. Was kümmert dich, was andere glauben oder nicht? Hä? Interessiert mich doch nicht. Ich sag nur meine Meinung. Fertig. Es ist keine Meinung, Hass zu verbreiten. Ganz einfach. Was für Hass? Hass ist ein Gefühl. Hass ist ein Gefühl. Hass ist ein Gefühl. Schlecht behandelt. Aber wieso hältst du es für nötig, jetzt hier deine Zeit zu verschwenden, wenn du doch an Gott glaubst, um uns zu kritisieren oder was ist dein Problem? Okay. Eine andere Frage. Warum ist die so wichtig? Wir haben uns doch jetzt getumpt und diskutieren über ein Thema. Aber warum stört das Problem, dass wir darüber diskutieren? Guck mal, das Problem ist, du glaubst ja fest daran, dass es Allah gibt. Und du wünschst dir ohne Gott, was nicht gut ist. Guck mal, du verwechselst. Er verwechselt. Passt. Doch, doch. Du hast gewünscht, was Schlechtes, was Schlechtes erfährt. Verstehst du? Das ist der Unterschied. Verstehst du? Hattest du gesagt, ich wünsche dir alles Gute, Inshallah. Ich werde Dua machen. Dann hatte ich gesagt, okay. Alles gut, Dankeschön. Okay? Aber nein, das Gegenteil hast du bewiesen. Das Gegenteil hast du bewiesen. Verstehst du? Und das ist der Unterschied. Nein, nein. Soll ich dir mal was sagen? Wenn du wirklich zu 100 Prozent glauben würdest, was du hier von dir gibst, dann würdest du dich gar nicht von uns gestört fühlen. Nein, wie? Nein, wenn du wirklich einen festen Glauben hättest, wenn du an alles bedienungslos glauben würdest, dann würdest du dich hier gar nicht in diesem Stream aufhalten. Die Sache ist die, weil ich dran glaube, reg ich mich auf. Nee, warum regst du dich auf? Das ist doch dein Glaube. Das ist doch dein Glaube. Du glaubst doch. Es ist meiner Meinung nach respektlos gegenüber meines Glaubens. Warum ist das respektlos? Hinterfragen ist doch nicht respektlos. Also sie sagt, es gibt keinen Gott. Ja, das darf sie doch sagen. Lass mich ausreden. Gleich im Nachhinein sagt sie, was wenn ein anderer Gott mir das und das antut. Ja, was jetzt? Glaubst du an einen Gott oder nicht? Nein, ich wollte dich als Gläubiger verstehen. Verstehst du, was ich meine? Zum Beispiel, ich kritisiere auch das Christentum. Ich kritisiere auch das Christentum. Ja, ich hab's schon vorhin erklärt. Warte mal bitte ganz kurz. Ich bin auch richtig direkt betrüglich das Christentum. Aber Christen, ich sag dir den Unterschied zwischen Christen. Natürlich, es gibt auch radikale Christen, da sagst du auch, Mülltonne und so. Diktok sportlich. Aber die meisten unter ihnen, die sagen meistens so, ja, Jesus liebt dich. Oder die können auch mit Kritik umgehen. Die Frage stelle ich mir immer. Ihr Muslime, die meisten Muslime, ihr seid aggressiv. Ihr seid auch depressiv. Ihr könnt keine Kritik zulassen. Ihr fühlt euch immer sofort getriggert. Ihr meint immer Allah zu. Allah irgendwie zu verteidigen. Okay, ihr glaubt doch an Allah subhanahu wa ta'ala. Und ihr glaubt doch an Ahira. Ja, dann überlasst es doch Allah. Allah wird doch über uns richten. Und genau das ist das, was ich meine. Ich überlasse es Allah, damit du es verstehst. Das hast du aber nicht gesagt. Ja, aber das habe ich gemeint. Ibrahim, wieso musst du denn hier so Hass im Herzen... Ey, was für Hass? Das ist so richtig... Ja, meiner Meinung nach ist es ein Hass. Meiner Meinung nach ist das kein Hass. Du hast es jetzt gerade erwähnt. Wieso lässt du es nicht Allah über? Okay? Ich lasse es Allah über. Ja? Ich lasse ihn... Ich lasse ihn dafür sorgen. Du überlässt es den Teufel. Nur Teufel ist böse. Teufel, Teufel. Wer ein Teufel glaubt, der ist selbst böse. Nein. Nein. Teufel, was für Teufel. Du bist ein Mensch. Du entscheidest auch, ob du... Darf ich kurz was sagen, dann gehe ich wieder runter. Ja, klar. Ich will nur eins sagen. Ich möchte nicht, dass man alle Muslime in einer Schublade tut. Es gibt so wie gute Muslime und auch schlechte... Das tun wir niemals. Das selbe gibt es auch mit den Christen. Nein, das tun wir... Wirklich, das tun wir niemals. Genau. Weil vorhin habe ich gehört, dass man sagt, ja, ihr Moslem seid aggressiv. Nein, das sollte man nicht sagen. Nur weil eine Person das jetzt mal sagt, der gerade sauer auf irgendeine Sache ist, kann man nicht alle Moslems in einer Schublade tun. Ich habe gesagt, solche Menschen wie du. Ich habe gesagt, solche Menschen wie du. Ich habe nicht gesagt, alle Moslems. Dasselbe ist ja auch mit dem Christentum. Nur weil ein Christus schlecht ist, kann man nicht sagen, dass alle Christen schlecht sind. Okay, ich habe eine Frage. Es gibt so viele Leute, die sich hier... Das würden wir gerne hören. Hallo, aber das Problem ist, du wirst nie verstehen, wie ich es gemeint habe. Ja, Paco. Du nimmst es so auf, wie du möchtest, aber du wirst nie verstehen, wie ich es gemeint habe. Das ist ja das Problem. Das ist gerade das Hauptproblem. Versteht ihr? Das ist gerade das Hauptproblem. Nein, das Hauptproblem... Ihr nehmt es als Hass auf. Okay, aber es ist kein... Es soll nur ein Zeichen geben. Guck mal, jeder, der wohl nicht an Allah glaubt oder nicht an einen Gott glaubt oder sonstiges, was diese... Ich wünsche, er soll ihnen ein Zeichen geben, dass es ihn wirklich gibt. Okay, in dem guten oder schlechten ist es egal. Aber er soll ihnen ein Zeichen geben. Ja, dann bitte, bitte wünsche mir, dass ich jetzt einen Herzinfarkt kriege, bitte. Jeder Mensch hat das glauben, was er richtig hält. Leute, Leute, bitte, ich will euch nicht wieder alle kicken, bitte. Das Problem ist, ich bin in der Mitte, warte, das Problem ist, ich bin in der Mitte... Drei mal, aber nur die Gott, bitte. Ich will dir, wenn du ein Ziemannsfalt geholfen hast, was er trugt mit dem Leben. Ich will dir, wenn du einen Ziemannsfalt geholfen hast, dass du dich in der Welt verletzt bist, was er nicht? Das ist ein Ziemann. Das ist sehr, das ist ein Ziemann. okay ja aber du hast ihr was schlechtes gewohnt war ich weiß gut versteht warte ok zuallererst ihr was schlechtes gewünscht dass alle sie bestraft und dann hast du deinen satz geändert aber erst hast du sie was schlechtes gewünscht und du kannst du nicht einfach rumlügen und sagen nein das habe ich gar nicht gesagt obwohl du gesagt hast steht zu deinen worten und verteidige nicht irgendeine lüge du hast dir was schlechtes gewünscht ganz einfach okay hallo thema wechsel leute bitte immer wechsel ausgedruckt also ich als ex muss verstehen wir das ganze jahr aber aber abraham 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 wirklich wenn du dann jeder guck mal wir erleben das guck mal ob du glaubst oder nicht ich erlebe das jeden tag wenn ich live stream machen guck mal ich habe sie ich bin wirklich seit fast zehn stunden live ne wirklich ich habe das bis jetzt vielleicht ungefähr ungefähr wirklich durch kommentare so fast 100 leute mich die einfach so grundlos beleidigt habe und guck mal und das gibt mir das beweist warum ich diese live stream mache das ist so ich meine ich weiß niemals ganze muslimen eintorf gibt es muslimisch gehen live streams die muslime sind wirklich nicht da sind so wie mein bruder wirklich aber ich habe gegen solche leute die einfach hochkommen beleidigen ohne grund und dann gehen die runter und am meisten auch die beleidigen ja 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 aber er war so hast du hast du der aus noch nicht gehören nicht gehört sofort vom a bis z nur ohne gott beleidigt habe ich ihn gekickt oder grund ich habe ihm nicht mal da hat nicht mal hallo gesagt und das ist das meine ich und das ist einfach respektlos ich finde das ja ich finde das einfach mit religion hat das nicht zu tun das hat mit mit erziehung zu tun auch wirklich weil religion ist ganz und muslime guck mal ich bin ich bin der einzige der aus und islam getreten meine ganze familie wirklich keine von dem geht mir geht mir so behandelt mich so wirklich keiner und die wissen alle ich bin gottlose aber keiner redet mit mir hat doch keiner sagt mir ja aber keiner sagt mir aber du bist jetzt extra du bist jetzt kein muslim mehr du bist ein hund du bist was weiß ich keine habe ich nie gehört sogar augen gesicht in gesicht habe ich nicht mal erlebt nur hier ja okay aber kurz und knapp gefasst okay ich sag's ich sag's wieder ich wünsche mir dass allah ein zeichen jedem gibt ob in guten oder schlechten das interessiert mich nicht ja ob in guten oder in schlechten nicht ein zeichen gibt dass es ihnen dass es ihnen gibt okay wenn ihr als zeichen sehen wir gerade in gaza sein zeichen sind wir gerade in gaza das ist wenn niemand an gott oder allah glaubt wenn ihn einen anderen gott fertig aber ich glaube an allah ja ja ich glaube auch an allah sein zeichen sieht man deutlich in gaza das ist deine meinung ein bisschen vernunft und intellekt einbläut ja wenn ihr euch gegenteil ich jetzt beleidigt und man beleidigt aber beschuldigt ist gesagt zu mir du bist voll der hässliche weiß auch schmied bringt das nicht dass es keine diskussion letztens nicht gesagt warte warte lass mich mal reden letztens sagt die ohne gott sagte zu mir voll der hässling okay das hat schon gut genug gereicht okay fertig bräuer leben in europa und wir können uns büsten der brei äußerlich ja brei ich sag mir was war du hast du nie gesehen wenn du gesehen wenn du sie siehst nicht ich war ich ich gebe dir mein wort nicht du sagst ja okay ich bin herzlich für sie meiner meinung nach bin ich geschäftlich okay wie es ich weiß ungefähr ich weiß ungefähr okay leute es geht doch gar nicht darum schönheitlich im auge des betrachters niemand soll jetzt hier irgendjemanden äußerlich angreifen aber die frage immer noch nicht beantwortet warum kriegst du dich als gläubiger mensch so getriggert dass du meinst dass du hier in diesem live weil der eine oder andere oder die eine oder andere sind nicht dankbar dafür für das dass sie besitzen aber du kannst doch nicht für andere menschen entscheiden weißt du doch gar nicht das haben sie nicht noch wenn man schon das wort hier schreibt ja dann ist es schon undankbar guck mal nach deinem glauben ist doch alles von allah bestimmt und von allah erschaffen oder nicht ja genau okay dann sind wir aber auch von nach deinem glauben sind wir auch da weil allah das so will ja und warum seid ihr warum ist der ein oder andere nicht dankbar dass wir nicht dankbar sind nur weil man nicht an aller glaubt ist man nicht gleich undankbar meiner meinung nach doch wieso man muss sich an aller glauben es gibt auch jesus für die christen es gibt ja das hat doch nichts damit zu tun widersprechen deinem eigenen glauben wenn alles von gott gesteuert ist und gewollt ist dann will doch gott gerade dass auch das ist so menschen so wie wir gibt ja ja also punkt aufs ende brauchst du doch nicht zu diskutieren das war immer solche leute die nicht an gott geglaubt habe also in jeder zeitraum von menschlichen dann sollen die dann sollen die hoffentlich ein zeichen bekommen dass es einen gibt ja die zeichen steht vor der nase also gott hat seine schöpfung gemacht also wenn du raus gehst da gibt es überall zeichen da braucht er nicht extra gottes zeichen machen also im bibel steht wenn es regnet oder die so wenn so eine scheint scheint viel ungläubig und die gläubig also gott macht nicht so große krasse unterschied gott liebt alle menschen nur halt er in endeffekt muss jeder für sich selber halt denn rechnung bezahlen wir verurteilen wir dürfen nicht der richter spielen auf der auf erde wir sind da um das gottes beziehungsweise die evangelium zu verbreiten ich es eine frage warte mir ist etwas eingefallen mir ist gerade was eingefallen ihr sagt doch ich wünsche mir dies und jenes also ich wünsche mir nichts gutes etc ok warum regt ihr euch so auf wenn eure meinung nach sowas nicht existiert wenn es keinen gott gibt also kann doch sowas nicht existieren sie sich jetzt gerade auf du unterstellst den einfach irgendwann ein wenig folgt ihr sagt das ist voll mies und hast und was war das einfach irgendwas hast und machst das jetzt hier bei denen nein 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 ich will die antwort dafür wie kann sowas existieren weil das thema wechsel bitte das bringt sich gegenseitig zu schießen also wenn ihr argumenten bringt dann bringt es ja bitte argumenten oder rätten mit respekt und nicht persönlich werden weil hinterkammer hat er triggert sich weil er ist ex muslim kann ich das sagen weil das ist stolz das ist wenn ich früher für alle oder für muhamm was gehört habe hat hat sich automatisch bei mir aktiviert 180 grad da habe ich in der schule sogar kreuze abgehakt also quasi weggeführt da war ich stolzer muslim weil wir sind so aufgewachsen ich war nie gläubig deswegen sage ich dir als ex muslim kann ich das in seiner lage das ganze nicht reflektiert er fühlt sich angesprochen normal reagiert dafür er fühlt sich angesprochen und das ist nicht schlimm also also er soll nicht persönlich werden wenn er an sowas nicht glaubt dann muss man sich doch nicht aufregen oder bruder schau ibrahim mich ärgert auch manche sache aber ich darf mich jetzt nicht bei jedem einfach jetzt quasi beleidigen persönlich nicht werden also du kannst gerne fachend du kannst dir du kannst dir wünschen wünschen schau es gibt diese art was du was du dich geäußert hat das ist nicht genau irgendwie in gute richtung gegangen vielleicht wolltest du dich nicht so äußern also ich früher von mir hätte ich sofort gesagt ihr seid alle teufel ihr seid scheitanen ihr seid das und das ich hätte üblich beleidigt also das gott sei dank ist weg ich bin jetzt ein christ seit 15 jahren und ich bin aufgewachsen mein opa war halt dein imam also ich komme von einer muslimischen familie mit sehr viel islamwissen und das ganze habe ich überprüft also früher habe ich mich auch so gefühlt würde ich jetzt wenn ich solche leute aber weißt du was aber weißt du was ich will gar nichts okay egal was machte egal was auf mich zukommt oder sonstiges was diese in sich betrifft egal was auf mich zu mir steht über mir und er hilft mir okay du bist weil dich was betrifft wie bitte du bist in dieser live weil ich was betrifft nein 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 ich möchte eine ich möchte ich möchte wissen warum man so also meiner meinung nach guck mal sie hat ja erwähnt ja dies und jenes und 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 ok ja schon meiner meinung nach soll man schon irgendwie irgendwo dankbar sein natürlich ja aber wenn man gottlos ist okay wenn man gottlos ist dann ist man für mich unmenschlich weiß was meine dann ist man die ganze zeit still dann kannst du mir bitte erklären wieso gläubige in dem fall muslime sprechen da du muslim bist wieso muslime denn so widerliche sachen machen wie auch vergewaltigen frauen missbrauchen kriminell zu sein eine frage eine frage eine frage nein nein stopp ich bin noch nicht fertig und sie beten fünfmal am tag die sind richtig streng religiös gehen täglich in der moschee beten und so weiter selbst in der moschee passieren solche kriminellen sachen was sagst du dazu ok gegenfrage warum gibt warum sind die meisten pädophilen in deutschland deutsche kannst du mir meine frage beantworten was hat ein stadt mit einem glauben zu tun ja ok die sagt doch muslimus im bereich dass der prophet eicher mit sechs geheiratet hat macht ist das keine pädophilie oder pädokriminalität wer heute hier und hat er das gemacht wird der netten klass landen wieso kommt sie immer mit diesem argument las den bruder ibrahim jetzt nein 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 der ist anscheinend wir haben den die ganze zeit geschont wir haben im reden lassen jetzt kommen die richtigen was gesperrt leute leute guck mal das ist unfair guck mal dadurch ist gesperrt das ist unfair wirklich ja das ist ungefähr wirklich jetzt hast du erst hast du erst hast du dual gemacht guck mal dein allah hat reagiert sich so ist ein aller ja es gibt ein aller das ist ja so gut sein dass du jetzt gut sein ich bin nicht glücklich aber das ist nur eine kleinigkeit also warte 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 ibrahim also wirklich wirklich meinst du wirklich ist alles runter gekommen alles extra wegen deinem wunsch im internet in internet in internet reingegangen und hat sich gesperrt aber steuern menschen die dafür sorgen wenn du es genauer das war dein bruder das war dein islam das war dein bruder islam unten und nicht sein aller welcher bruder in die 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 einfach ja hier die ganze die ganze leute wir haben nur 188 leute denkst du wie viel weiß du nicht wie viel wie viele leute sind nur wegen mir hier und damit die versuchen mich einfach so falsches wort zu sagen damit ich mir damit die mich melden denkst du das nicht ja dann muss das machen das ist schlau genug um das zu verhindern also ja jetzt gehen wir gehen wir zurück was hältst du dass der vierten sechsjährige geheirat hat ist etwas fragst du mich und dass alle das erlaubt hat das ein 50 jähriger mann das ein 54 alter schwein ein neunjähriges mädchen besteigt für das gut was fragst du mich antwort war auch der beste mensch deine du kommst hier und wirst die religion beteiligt verteidigen ja für schluss gut ist es gut für dich was fragst du mich warum wir so gut hier und wie ist die rechnen praktisch selbst war der anwalt von gott her nein nein fragt dich mal selbst wie hast du augen nase ohren und mund was hat das damit zu tun fragt dich mal selbst ich sag dir als du als du kamst als du als du direkt kamst und hast ohne gott gefragt kannst du mir beweisen dass gott existiert dann habe ich sofort gemerkt dass du nicht so wie du bist da weil derjenige der bau was behauptet der soll was beweisen und nicht ich sollte weiß gar nichts was aber ich kann nicht beweisen hat nicht existiert aber aber du hast gesagt du hast gesagt über mir und erhältst du mir das zeige ich lange andere meinung direkt am anfang wusste ist dass du so schlau bist und jetzt und jetzt antwortest du nicht ich weiß jetzt nicht warum du jetzt bist ja verstehst du du antwortest nicht du hast du schämst dich für deine religion du schämst dich wie dein prophet ja ich schäme mich für gar nichts okay ja was ich schon hier auf meine religion und auf mein aber ja ja was was denkst du dann antworte mir was denkst du war ein 54 jähriger alte schwein denn neunjähriges mädchen bescheid und das als ein profet der gesandte gottes das ist so nee nee man muss schwein gesagt was gott schwein gesagt das ist ich bin die lager siehst du jetzt habe ich denn allahs sozusagen veräppelt ich bin jetzt die zweiten er kommt was sagst du jetzt okay schön hast gott gesagt also doch nicht deine du angenommen das ist so heuchlerisch jetzt du du sagst die ganze zeit erst mal nicht alles groß alles groß und jetzt weil du schwein gehört hat jetzt auf einmal führst du dich beleidigt aber dass wir haben nein weil ich nicht nur schleif gehe das ist aber nicht respekt gegenüber alle warte mal ganz kurz wir müssen das unterscheiden der pako hat hier eine religiöse figur ja beleidigt sage ich jetzt mal und muslime wie auch christen ihr müsst nun mal wenn ihr wirklich so stark im glauben sein mit solche dinge auch umgehen dann betet doch zu allah dass der der pako eventuell auch bestraft werdet oder was weiß ich noch verurteilt ich meine ja lass mich doch mal bitte dings er aus fünf kurz alles in ordnung ich kann das ein bisschen nachvollziehen ihr fühlt euch vielleicht verletzt oder getriggert aber man muss deshalb unterscheiden können und da müsst ihr jetzt rational logisch denken ja wenn er jetzt wenn pako nach den profeten jetzt beleidigt dann überleicht das doch aber dann müssen die gläubigen oder auch wenn wir jesus beleidigen dann müsst ihr euch doch nicht so aufregen versteht ihr was ich meine ja das ist doch der sinne eines gar nicht und nicht alles so persönlich nehmen wenn jetzt pako gesagt hätte der ibrahim ist so und so okay dann würde ich sagen ibrahim beleidige nicht ich meine pako beleidige nicht das ist nicht korrekt ja aber das ist eine religiöse figur also für mich und für mich wurde hier ein schwein für mich für mich wurde hier ein schwein eigentlich beleidigt muss ganz sehr hallo zusammen alles ok es ist eure entscheidung ja ich finde schon dann können wir das so lassen aber das gute ist man hat gesehen dass die rechtlinien von tik tok sehen was falsch ist und was richtig ist ja tierschutz tierschutz kommt jetzt rein wenn er ich habe gesagt wurde das sind nur kollateralschaden ich bin selber christ aber ich finde nicht dass wir jetzt mutter schwein betitel das ist nicht in ordnung doch wenn wir das ist in ordnung das ist in ordnung wenn du das nicht wenn es vielleicht ist diese aussage in einem muslimischen land gemacht wo ein gesetz gibt würdest du nicht einmal so auf machen wir müssen auch die freiheit nicht misshandeln also quasi ausnutzenvoll und in den falschen richtungen verstehst du kannst genau das mache ich ich nutze die demokratie und wir sind hier fünf leute ex muslime wie hunde wie findest du das wenn christliche oder jüdische gott mir etwas sagt dann ist ist das ja ihre sache aber ich würde ja ich würde nie eine andere glauben beleidigen oder eine eine andere profe aber dann aber dann aber beleidigt mich ja aber auch nicht dafür was kann ich dafür als mensch du folgst die stehst du dafür ich folge das was er mir gebietet oder verbietet aber nicht das was er ja da hat die erlaubt er zu machen da hat die erlaubt kinder zu haben schön gesagt erlaubt aber nicht verpflichtet ja das ist so eine dumme aussage wenn ein gott sagt du darfst das und das machen und dann sagst du nein aber das macht doch kein richtiger mensch was ist das bitte für eine denkweise wieso sollte ein gott das erlauben aber sagen ja ich bin ein guter mensch und deswegen mache ich das nicht warum was ist das dann für ein gott erklär das mal was das dann für ein gott wenn er das erlaubt und du sagst das als mensch nein ich bin ein guter mensch das kann auch eine briefung sein und wir wissen eine der dieb wird der hand abgehackt frau oder mann hand abhaken ja ist das gerecht ist das nicht barbarisch aber in 2024 man da kennst du eine geschichte wenn eine sagen wir eine stadtführer würde diese art missbrauchen und jemand würde brot klauen weil er hunger hat und der stadtführer hat den volk missbraucht der würde der stadtführer der hand abgehackt das weiß ich auch das kenne ich auch was ist denn jetzt nie das handhaben fisch ist gut oder nicht ich finde es gut aber in deutschland der geht in gefängnis und der geht wieder raus ja wieder raus und dann macht es wieder aber ist egal aber im islam ein 16 jähriger wenn ein cloud wird ein hand abgehackt hat er dieser der hunger hat oder nicht es ist egal es steht bei diebstahl hand abhaken wenn du mir wenn du mir vor mir vor mir vor mir vor mir vor mir steht ja aber wenn du mir vor mir vor mir steht guck mal ich sag mir wo es steht dass es gibt ausnahmen zeig mir wo es steht wo es gibt ausnahmen weil allah war und deutlich sogar der prophet gesagt hat auch wenn meine tochter würde etwas machen würde ich nicht ändern das stimmt nicht ja du sagst du stimmt nicht ich glaube das gibt mir der beweis du kannst von deinem kopf erzählen ich rede die von koran ist sehr großartig auf der die meisten leuten hier was ich sehe ist ware christ nur tut der oben tut oder wie da heißt der der sich als wahren christ so wie er seine lehren folgt an sondern die anderen sind alle die meistens die meisten die von arabischen ländern kommen sind meistens monafik sie sind nicht mal kufaren sie wie kennst du dir alle in einen tonne schmeißen bitte wie kennst du das ja wo nie müssen wir das recht das zu sagen hallo nie müssen wir das recht das zu sagen guck mal ihr was gelernt um den islam zu bekämpfen das heißt wenn ihr so rangeht ich rede gar nicht mit euch wenn wir augen auge stehen dann sehen wir halt unten im gesetz sage ich nicht nicht augen auge als drohung nicht falsch verstehen ein gesetz das ist auch die sache das ist so viel zu tun es wird warte 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 ist also wenn ich im augen die sehung kritik kritisiere ich deine religion würdest du mich ein zeigen als als muslim und als dass du als muslim und dass du auch in islamischer familie aufgewachsen bist du weißt dass das heißt wenn ihr dialog führt führte dialog in der art dass ihr respektvoll seid waren wir wollen wir was wollen wir respektlos wenn eine kommt und schwein mein propheten nennt und der andere sagt beleidigende schwein nicht weil der schwein ist besser so dann ist das halt so das ist sein meinung wir sind hier in deutschland das ist sein meinung wenn er das sagt dann dann ist das sein meinung ok karl ja josef 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 karlow dann ist es richtig ich dich ich als mensch dich respektiere ich aber dein prophet oder allah die ziehst durch den schlamm das weißt du gar nicht ich habe gerade angefangen ich weiß die die sind unter mein schul du bist du bist einfach wie eine ameise auf dieser welt genau wie ich einfach nicht das aber ich habe kein kind missbraucht verstehst du wie dein prophet wir alle sind aber ich habe noch nie ein kind angepasst als ich auch verstehst du ich glaube ich habe ich habe nicht leute überfallen ich habe nicht 700 von wie heißen die korreter den kopf kürzer gemacht verstehst du das war dein mit dem schwert ich bin ich bin in deiner meinung in dem sinne obwohl wir nicht detailliert daran gehen können aber können wir etwas ändern was heutzutage passiert und gerechtigkeit ist mir egal steht das ist erlaubt der koran ist für alle zeiten ja da geh mal in jemen und guck mal wie viele kleine kinder verheiratet sind das sind tausende im jahr können wir uns verbinden können wir uns verbinden wie somalia wir verbinden du akzeptierst mich nicht für dich ja ich rede über jetzige zeit können wir uns verbinden dass wir ungerechtigkeit abschaffen können was heutzutage nicht nur nicht erst mal an den anderen menschen dann kann man vielleicht die ungerechtigkeit abschaffen fangen man an dann mit menschen zu glauben aber du glaubst ich habe nie stress gehabt mit meinen mitmenschen in fünf ländern gelebt ich habe nie probleme gehabt wir müssen mal zu ja und das weißt du was dein angeblich bester mensch getan hat alles weißt du eigentlich welche straftaten er gemacht danach er hätte man ihn mindestens viermal mehrmals 80 mal die hände abpacken müssen andere abzahlen angeblich zu bewahren wie man wenn man mit einem anderen dritten als ein christ ich erlaube das nicht ja mit juli sind die alle jetzt sind die alle ex muslimmen können darüber reden wir haben wir Wir hatten diese Religion und wir sind aus dem Islam getreten und das können wir kritisieren. Aber als einer als Christ, ich erlaube das nicht in meinem Livestream, weil ich will keinen, der jetzt schießt gegen das Christentum und das will ich ja nicht in meinem Leib. Bitte. Schießt ja nicht gegen das Christentum. Ich nehme es an, dieses Gespräch mit Andreas. Ist okay so. Wir denken in Denkweise von heute und wir urteilen die Denkweise von damals, von 1500 Jahren. Das geht gar nicht in unseren Kopf rein. Wir müssen schauen, welche Lage, aber unterbrich mich nicht bitte. Welche Lage war damals? Welche Situationen waren damals? Wir können über ein paar Sachen reden, wir können spekulieren, aber detailliert würden wir nie etwas wissen. Nein, jetzt habe ich kurz eine kleine Frage. Welchen Lebensumstand erlaubt es, als ein Erwachsener, also ein richtig alter Mann, ein kleines Kind zu heiraten, bitte? Erklär mir, welchen Lebensumstand es sein muss, dass man das irgendwie in irgendeiner Weise akzeptieren und tolerieren kann. Heutzutage ab wann ist ein Kind? Nein, nein, auch früher, früher. Ich meine, welchen Lebensumstand, du kannst mir doch nicht sagen, dass man mit sechs Jahren eine erwachsene Frau ist. Heute nicht, heute nicht. Aber damals auch nicht. Mit sechs Jahren musst du so als Mädchen in der Mutter helfen, im Zelt, im Hause. Die Jungs sind auch nicht geworden, im Vater auch aufs Feld. Andreas, im Mittelalter war es genauso. Ja, aber Kinder waren Kinder, damals auch schon. Wartet Leute, wartet Leute, ihr vermischt alles. Wartet kurz, Leute. Zehn, zwölf Jahre haben vor 50, vor 50 Jahren geiratet. Wartet, wartet, zehn, zwölf Jahre, ja, ja. Früher war es normal, okay, wartet, wartet, ja, 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 Könige, Christen, ja, ja, wartet, 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 ja, okay, okay, damals war es normal. Ich rede auch nicht von Menschen, ich rede nicht von normalen Menschen, hat der Omar gemacht oder Ali gemacht, ich werde nie von ihm was erzählen, aber dass Allah das erlaubt hat, der Allmächtige und sein Prophet, unser Vorbild, das gemacht hat, das ist das Problem, verstehst du? Die anderen sind mir egal, ich werde gar nicht über Menschen reden, aber ich rede hier über Ideologie und Allah hat es erlaubt. Urteile, das ist heutzutage, was läuft. Nein, 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 nein. Wir können nichts ändern in der Vergangenheit. Ja, Allah weiht alles, vom Anfang bis zum Ende. Ja, er weiht, genau. Und wenn er nicht wusste, dass Kinder beschädigt werden, wenn die das überhaupt überleben werden, ne, und psychische Träume und alles, verstehst du? Würdest du was, du sagst? Wenn er das nicht verboten hat, dann zeigt mir das, dass er nicht Gott ist. Hätte er das verboten, dann hätte ich gedacht, okay, das wusste er schon damals, dass es gefährlich ist für die Kinder, ne, verstehst du? Das ist der Unterschied. Ich rede nie von Menschen, ich rede von Allah und dem Propheten wie heute. Jusuf, aber Jusuf, guck mal, sag mal, schau mal, du denkst, wir sind hier unwissend. Die Sache ist so, ihr nehmt den Islam, wie damals war auch heute, das heißt, der Islam ist nicht beendet. Warte mal, bitte gut. Wenn der Prophet Mohammed ein Kind, Punkt, Punkt, gemacht hat, ich betone es jetzt, Punkt, Punkt, mit heiraten, alles drum und dran, ja, das heißt, für Muslime ist es dann auch erlaubt, das zu machen, weil der euer Vorbild, das euch vorgezeigt hat. Und er hat es ja auch im Namen Allahs gemacht. Das ist ja das Gefährliche daran. Und ja, natürlich, klar, im Christentum, das Christentum ist auch nicht so ein Ding, ne, also da brauchen die Christen eigentlich gar nicht so richtig zu reden, aber okay, das ist jetzt ein anderes Thema. Aber es geht darum, dass die Muslime sagen, dass Christentum, der Islam, wie damals, ist auch heute so anzunehmen. 1 zu 1, darf man nicht verändern. Das ist ja das Problem. Ja, natürlich, aber ich mache einen Unterschied, Erlaubung und Verpflichtung. Ich mache einen Unterschied. Und diese Lehre habe ich begonnen von meinem Lehrer. Ja, richtig, perfekt, perfekt. Alleine dieses Erlauben, Erlauben, das ist doch das Paradoxe. Das heißt, dein Gott, dein Prophet, erlaubt dir, erlaubt dir, mit deinem Kind zu heiraten, erlaubt dir. Das ist doch das Kranke. Ein Gott, ein Gott, erlaubt mir das. Das ist kein Interpret. Das hast du gerade eben selber gesagt, dass dein Gott dir dies erlaubt. Ich weiß, es ist nicht verfindlich, ihr müsst es nicht machen. Ein 15-Jähriger, ein 15-Jähriger ist auch ein Kind. Ein 15-Jähriger ist auch eine Frau in der körperlichen Entwicklung. Ein 15-Jähriger, aber ich würde auch eine 15-Jährige nicht mal anfassen, verstehst du? Jusuf, was sagst du zu diesen, deinen Glaubensbrüdern, die sich da drauf berufen und sagen, ja, es ist zwar keine Pflicht, aber es ist mir erlaubt, ich mache von meinen, ja, ich nehme einfach diese Erlaubnis und mache das. Okay, hätte ich dir gemacht, oder wäre ich der Kalife, würde ich das abschaffen. Okay. Hallo zusammen. Also ich bin, du kannst nicht abschaffen, was Gott erlaubt hat. Ja, aber guck mal, guck mal, es kann sein, dass die Zeit mal kommt, wer weiß, welche Entwicklung die Menschheit hat. Also muss man diese Eier rausreißen, okay. Was hat gehört mit den Menschen zu tun? Wir haben neue Gäste, wir haben neue Gäste, die wollen auch reden. Danke, danke schön. Ich sag mal hallo zusammen. Und zwar, ich habe von unten gerade eben gehört, man hat dann mit Schweine bezeichnet. Also, wenn man so einen Kommentar abgibt, ich bin absolut nicht dafür. Man darf keine Glauben und auch keinen Menschen beleidigen. Man darf ablehnen, aber nicht beleidigen. Dazu ein Punkt. Jetzt darf ich keinen Pädophilen beleidigen? Man darf weder einen Glauben oder einen Menschen beleidigen. Aber man darf sich keine... Du darfst die Kriminalität verurteilen? Ich kann ablehnen seine Denkweise, aber ich muss nicht beschimpfen. Ja, aber wenn du... Bruder, du hörst, ein Mann hat... Bruder, findest du, findest du... Okay, die ganze Rede, alles gut. Sag, warum? Er hat doch, er verurteilt doch die Tat, die Pädophilie. Wenn du jetzt irgendwo in den Nachrichten hörst, ein Mann hat ein kleines Kind, ein 54-Jähriger hat ein kleines Mädchen mit neun, du weißt schon was, gemacht. Würdest du dich sagen, guck mal, was ist das für ein Unmensch, was ist das für ein Schwein? Würdest du... Würdest du... Ich würde das nicht... Oder Würdest du auch, ja, das ist doch seine Sache. Nein, ich würde das auf jeden Fall nicht mit Schweine bezeichnen, aber ich würde sagen, das passt nicht zu unserer Zeit und nicht zu unserer Denkweise. Das ist aber eine Lüge. Das ist aber eine Lüge. Das passt nicht zu unserer Zeit. Die Sache ist, wir denken in heutiger Denkweise, aber wir urteilen oder verurteilen die Denkweise vor 1500 Jahren. Das ist das Komische. Für euch ist Mohammeds Leben das perfekte Leben. Ja, schau mal. Und wenn du sagst, das ist in heutiger Zeit, das ist eine Heuchlerei. Nein, das ist komplett heuchlerisch. Du kannst nicht sagen, das ist der beste Mensch, aber sagen, nee, heutzutage... Die Muslima tun vielleicht nicht mal die Hälfte, was der Prophet macht, gemacht hat. Justo, eigentlich viel wichtiger, viel wichtiger in den Charakter, viel wichtiger in den Vorrenn-Weisen. Was ist schlimmer, was ist schlimmer, zu sagen, Schwein oder die Leute, die kommen hoch in den Live und sagen, ich f-punkte deine Toten. Was ist schlimmer, Tote f-punkten zu sagen oder Schwein? Ich würde sagen, beide, aber Tote auf jeden Fall schlimmer. Ja, danke. Man kann sich noch ausfüllen, dass das unmenschlich ist. Fes und Edi, meinst du, sagt, dass der Glaube, dass er so beschimpft oder wie? Oder der Mensch selber? Der Glaube, der Glaube. Siehst du? Aber du als Christ oder als Ungläubige, wenn du schimpfst, wer sagt dann? Charakter aus deinem Unglauben. Hör mal zu, wenn Allah sagt, arrogante H-Sohn, ist das normal für dich? Allah sagt es. Okay, nehmen wir es an. Wenn eine Dame ein Kind gebärt, wenn eine Dame ein Kind gebärt und man weiß nicht, wer der Vater ist. Ich habe noch nicht mal diese Wörter benutzt, ich habe nur Schwein gesagt. Er sagt arrogante H-Sohn, weil er nicht glauben wollte. Ja, okay. Wenn eine Dame ein Kind gebärt, wie nennen wir halt dieses Kind in Beleidigungen Sachen so? Oder als Abstoss, wenn ein Mensch abstoßt und das findet? Warte, darf ich reden, darf ich reden, Leute? Darf ich reden? Jussef, Jussef, aber das Problem, ja, ja, aber warte, warte, Jussef, da hast du richtig guter Punkt gesagt. Aber das Problem, das Problem, ich als Mensch, kann ich das sagen. Manche sagen das, ich sehe, für mich ist das kein HS-Sohn, kein HS-Sohn, aber dass es ein Gott ihn bezeichnet und er weiß genau, dass er dieses Kind davor nicht kann. Das ist was anderes, verstehst du? Weil wenn ein Kind, nur weil seine Mutter irgendwas gehabt hat mit einem anderen Mann und er wird auf die Welt kommen, dann muss er eigentlich dein Gott wissen, dass er dieses Kind gar nicht davor kann. Verstehst du? Und dann kommst du hier und sagst du, ja, ist ein Kind, wenn er von einem Sinner, von einer Frau bestandet und ohne heiratet, ist er eine HS-Sohn ist. Findest du, findest du, findest du das wirklich, dass es gottlich ist? Findest du wirklich, dass es gottlich ist? Und Gott weiß genau, dass es, dass dieser Kind davon nicht kann. Wurde dieses Kind beleidigt oder die Mama von diesem Kind? Also ganz ehrlich, ganz ehrlich, warte, ganz ehrlich, ganz ehrlich, wenn du jetzt sagst, Carlo, ich bin Yussef und ich weiß nicht, wer meine Mutter ist und sage ich dir genauso, dann ist das beleidigt. Dann bist du beleidigt und nicht deine Mutter, dann bist du beleidigt, weil das ist Beleidigung. In welcher Ausdrucksweise sollen wir setzen halt, Pfeffer, dass die Menschen wirklich wahrlich auch im Gefühl und im Gedanken haben, dass so etwas nicht passiert? Aber dann, aber warte, 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 okay, aber dann Gott kann zu ihm sagen, du bist eine HS-Sohn, ne? Nein, ich kann Gott nicht sagen, weil ich, wenn ich mit Gott rede, dann bete ich ihm an und folge seine Gebote, aber ich kann mit ihm nicht direkt, wie ich jetzt mit dir diskutiere. Das ist, guck mal, nur durch dieser Vers, nur durch dieser Vers, nur durch dieser Vers, nur durch dieser Vers, ne, habe ich erfahren, dass es nicht Gott ist, dass es ein Mensch geschrieben hat. Du bist doch gläubig, Muslim, oder? Vertue ich mich. Ja, 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 ja. So, dann habe ich eine Frage, was ist Kjafir? Was heißt das Kjafir? Kannst du mir das bitte ein bisschen aufmachen? Guck mal, ich bin kein Araber, aber so wie mir erklärt wurde, ist, etwas zu bedecken, eine Glaube zu bedecken, das heißt, du glaubst gar nicht, einfach ein Ungläubiger. So, ein Ungläubiger, aber was beinhaltet dieser, ein Ungläubiger, der wird mit Juden beschimpft, der wird mit Nicht-Vernunft beschimpft, und so weiter und so fort, richtig? Ja, dass dieser, dass ein Mensch den Vernunft nicht benutzt, oder? So, dann stelle ich dir die Frage, wie kann es sein, dass lieber Gott, der uns erschaffen hat, uns alle, uns alle erschaffen hat, mich beschimpfen darf, weil ich nicht so denke, wie dieser, wie geht das? Es ist eine Bezeichnung, dass wir einfach in unserem Verstand können verstehen. Es ist eine Beschimpfung, nicht eine Bezeichnung, es ist eine Beschimpfung, ich werde beschimpft, weil ich nicht glaube, so wie du. Ja, aber du wirst, ja, aber du hast das Problem mit dem Gott, aber nicht mit mir, oder ich nehme das nicht um dir. Entschuldigung, aber der Koran beschimpft mich doch. Es geht auch nur darum, es geht nicht nur um eine Beleidigung, es geht auch darum, dass Allah will, wir sind Allahs Feinde, und ihr sollt uns, ich will das jetzt nicht hier alles so erläutern, aber wer die Islamistik kennt, der weiß, was da alles drinsteht, das hat dann nichts, einfach nur eine, das ist keine Bezeichnung nur, das ist ja ein richtiger Angriff. Er hat uns erschaffen, aber will uns gleichzeitig dann, dass wir gedingst werden. Guck mal, in meinem Freundeskreis oder in der Familie, es gibt viele, die sagen als Ausrede, ja, das ist mein Schicksal. Ja, natürlich ist es ein Schicksal, aber vor dem Schicksal, dich selber zu bezeichnen, gibt es Gebote und Verbote. Hast du die Gebote gefolgt? Wenn du die Gebote gefolgt hast und es ist dir das zugeschrieben oder das erreicht, dann ist dein Schicksal. Aber ohne, dass du etwas, aber ohne, dass jemand, man sagt doch, man sagt doch auch, der liebe Gott ist ein Herrscher und der weiß, was Zukunft, was Vergangenheit, was Jetzigerheit, so, dann, der liebe Gott hat mir das vorgeschrieben, die soll ich nicht denselbe steuern. Nichts Herrscher für uns, wir haben freie Wille, wir haben hier diese Welt, um uns zu prüfen und wir Menschen haben diese Welt in der Hand, nicht Gott. Okay, frei. Keine Natur, die Natur, die Pflanzen, die andere Sachen in der Hand, verstehst du? Darf ich bitte was, darf ich da was sagen? Ja, Leute, Leute, wir haben neue Gäste hier, Bersan hat da noch nicht geredet, bitte, lass uns bitte reden. Danke, 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 vielen Dank, merkt ihr nicht, dass der Yusuf gerade Probleme hat, dass er keinen Ausweg findet? Wir haben das gleiche Problem gehabt, damals waren wir alle Muslimen, das ist wir, also ich merke vor seinem Akzent, der gehört zum Balkangebiet, vor seinem Akzent, klingt das so bei mir, ich hoffe, dass er auch so ist. Ich bin Albaner. Super, deswegen, wenn du das Koran nicht in Arabisch gelesen hast und dieses Hadith von Bukhari, von Muslimen, von Qutubi, von Turmuzi, von allen anderen Arabischen, die Leute, die es hier gemacht haben, wenn du das nicht auskennst, dann musst du immer Ausrede finden. Diese Verteidigungsrolle, was du von deinem Gott übernimmst, auf deine Religion, da sind alle Probleme gemacht haben für uns, dass wir heute darüber diskutieren. Und du hast diese Rolle übernommen, wenn du dieses Wissen nicht hast, dann ist es nicht gut für dich und wir reden einfach Quatsch gerade hier. Ganz einfach, wir haben ein Glauben, das nennt sich Koran. Dieser Koran steht ganz klar und deutlich, jeder Ort und jeder Zeit, das heißt, dieses Koran ist, du bist verpflichtet, genau was da draufsteht, dass du das übernimmst und das machst genau, was gemacht wurde damals. Stell dich vor, da kommt ein Postmann oder der Bruder, er hat einen Brief an der Hand, er sagt, ich darf diese Frauen, diese Frauen, diese Frauen, Punkt, 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 keinen. Was nutzt mir dieser Ayat, wenn Muhammad erlaubt wird, alle Frauen zu heiraten, zu Nikah machen, heute, 2024. Stell dich vor, da sind Ayat, da gibt es Surah drin, das kannst du heute auch überhaupt nicht in Nusser nehmen. Guck mal, Tabba Deda Abi Lahaq, Tabba Ma'aru, der schimpft gerade die Leute. Was nutzt mir diese Schimpferei von dir? Nein, wenn Allah schimpft, wer war Ebuhele? Schauen Sie, das sind keine Fragen an dich. Ich rede nur einfach, ich habe keine Fragen, ich kriege keine Antwort. Das ist schon klar, aber du verstehst anders, ich verstehe andere. Nein, bitte, bitte, bitte. Wenn ein Gott schimpft, wenn der Gott schimpft die Leute, verstehst du das? Er schimpft gerade die Leute, wie vor 1460 Jahren. was nutzt mir diese schimpferei wenn du ein gott bist dann bitte in vernunft mit dem leute umgehen dass ich heute sage dass noch vorbild von ich kann von dieses religion für die menschheit gerade was muss er nehmen aber das was er gemacht hat das nicht mein problem wenn er krank ist wenn er guck mal stell dich vor du hast ein gott er verlangt von dir 49 mal in seinem namen die leute umbringen 49 mal das ist für viel und sechsten mal wegen muhammads saksa punkt ich will das nicht annehmen okay sein gestellte teil das ist für heute nutzen wir dieses eier dieses koran nicht wozu sind das wenn du das nütz schon weil heutzutage gibt auch solche vielleicht vielleicht mal vielleicht vor dich alles muslim aber vor die menschheit das ist pädophilie das ist krankheit das strafbar das ist nicht normal vor dich alles muslimer kannst du akzeptieren wir haben das nicht akzeptiert ich kann doch nicht alles menschen nicht akzeptiert aber alles muslim kannst du machen was du willst dann gehörst du diese gruppe was wir das auch nicht gut nehmen dann so können wir eine meinung gehen dir das dankeschön ich habe ich habe verstanden entschuldigung wir sollten wir sollten nicht viel über diesem thema kinder und so sonst werden viele hippe das sich zum islam konvertieren und soll kein werben sonst kommen wir auch noch vielleicht die kirchen fährt werden muslims dann oder die sind eigentlich schon wenn ihr so rangeht oder wenn ihr mit dem vergleich das wollte ich sagen leute es ist ja es ist ein problem von macht menschen und nicht vor allem problem von mir also ich als atheistin sage ja dass ich überhaupt die echtheit des korans anzweifel und dass bestimmte dinge auch im laufe der jahre einfach geändert wurden der koran wurde ja nicht oder die haditen sind ja nicht damals zusammengefasst worden vor dem tod von mohammed sondern erst danach also niemand kann dafür garantieren dass da nicht irgendwelche leute die ihre eigenen machenschaften ausspielen wollten man sagt doch auch man sagt auch koran ist ein buch der friede herrscht seit über 1400 jahren gibt es koran wann hat es mal seit 1500 jahren mal wieder gehört es gab teilen wo frieden geherrscht hat aber da bin ich moment das da ein punkt wo ich heute worauf ich hinaus will ist worauf hier sich die meisten versteifen auf einzelne versen und so weiter ich denke dass hier immer noch im grunde über religion allgemein reden solltet und dieses denn diese detaillierte in die in diesem vers steht das weil ich kann dir auch jetzt 50 bibel verse rauspicken die genauso problematisch sind wie die kurs und was machen wir denn mit den ganzen pädophilie und kindervergewaltigungen in der katholischen kirche heißt das jetzt dass die katholische kirche deswegen deswegen etwas aktuelles etwas aktuelles ich muss kurz was als christin dazu sagen nur weil sie kirchenväter sind bedeutet das nicht dass sie jesus folgen jesus hat nirgendwo in der bibel gesagt dass man kinder anfassen darf im gegenteil diese kirchenväter leben nicht nach gottes wort und sind sündiger ja genau so kann ich aber auch argumentieren was den islam angeht nein das hat das doch doch haben wenn man auch nein genau so kann man auch argumentieren wo haben wir so islam und lass mich kurz ausreden und haben wird als bester mensch betitelt du sollst nach mohammeds lehre sein leben ist perfekt du musst so leben wie er gelebt hat als christ gibt es das nicht jeder prophet war ein sündiger außer jesus jesus hat niemals eine frau angefasst ganz einfach das kann man nicht vergleichen mit islam und christentum was irgendwelche kinder vergleichen es gibt genau wie ist der jesus auf die welt entstanden moment leute mir war ich ein bisschen aus schiedern du bist muslimer brauchst nicht zu verdecken ja jetzt man zum thema islam direkt direkt spiegel auf die schiehen wenn du vom gericht ist und wegen kindesmissbrauch vom gericht ist da kann schon sagen hier guck mal diese priester hat auch gemacht warum nur ich verstehst du darum geht es doch nicht es ist egal ich mich sprechen über ein koran und das ist mir egal wir reden hier das ist ein ex muslim life das ist kein christleif gehen mal zum christleif es gibt hier neben dran hunderte christleif sagt ihnen warum habt ihr das warum habt ihr das verstehst du es gibt auch ex christen die das kritisieren wir reden über islam aber ist mit unseren gott du bist muslimer du schämst dich das muslimer zu sagen kommt immer gar nichts über mich die muslimer kritisiert bitte muslimer die müssen sich selber entwickeln aber ich habe nur hier auf dinge einstimmt die ich hab's ja auch ich hab's ja auch nicht immer so du kommst das habe ich dir heute vor ein paar stunden auch gesagt jedes mal wenn du in einem live bist immer ist das thema was anders ich verstehe gar nicht warum du jetzt irgendwas es ist genau das gleiche thema ist wir haben über a gesprochen und du kannst mit plötzlich war es ist schlussfolge der unterschied ist der unterschied ist zwischen ja natürlich gibt es die christen die das machen natürlich gibt es keine ahnung wie nennt man diese diese leute die in der kirche sind peter oder peter und so ja alles klar die gibt es ein unterschied es gibt nur einen unterschied nehmen die das aus einem buch und machen das oder machen die das weil das unmenschen krank sind so auch von buch wo steht ihr den buch ist das schlimmste das schlimmste was hier das religion verlangt ist dass das das ist das schlimmste das schlimmste was hier das religion verlangt ist dass die das kinder und schwangere frauen töten das steht im alten testament das islam hat sogar das nicht stell dir vor das hat aber nichts mit christentum zu tun doch doch das ist das damit da steht ganz klar und deutlich drauf du kannst du darfst schwangere frauen und ich erkläre euch erst mal wie die bibel aufgebaut ist weil ihr einfach und das nehmen wir brauchen wir alle leute 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 ich finde es unfair sie ist die einzige christin und sie ist nicht allwissende und das hier zum beispiel alle auf sie geht das ist wirklich unfair das ist wirklich unfair und mein thema ist immer noch islam bei mir bei mir kam noch nie ein christ hat er mir gesagt weil du ungläubiger bist du bist wie ein satan oder ein djent verstehst du bei mir ist das nicht und wenn die ja ich kritisiere das auch aber nicht auf diese art ich kritisiere derjenige der mich beleidigt und das mache ich und das mache ich und ich sehe dass eine christ mich beleidigt dann mache ich das gleich auch ganzen tag aber gläubiger ich kann doch nicht nur weil ich eine ohne gott bin und ein ungläubiger ohne gläubiger bin ich kann doch nicht 4.000 4.600 gotter hier eingreifen nein ich kann das nicht weil keiner greift mich hier an außer 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 keine greift mich hier aus keine greift mich hier mein live ein außer muslime nur weil ich aus diesem islam getreten und das mache ich immer hallo gut dass du das gesagt es ist ein hack es ist ein recht das zu verlangen auch aber du weißt du eine geschichte der eine jude mit einem muslim probleme hatte ja das ist und dann im jungen gerecht ist es wurden ihm ungerechtigkeit passiert und du weißt dass das dass der profet mohammed soll aber es einem gesagt hat der jude hat sein hack von dir zu verlangen er hat seine recht von dir zu verlangen das kennst du diese geschichte oder ja das ja aber deswegen deswegen maschallah deswegen wenn ein muslim darüber redet deswegen maschallah aus dieser aus dieser jude ist nicht mal 20 millionen geblieben ja ich bitte euch das ist ja ja und sogar haben wir können ja ja aber ich nehme ich nehme die verraten hat es steht immer auch wenn man mit menschen dann jesus herunterkommt warte da ja aber bitte ja aber das geht ja nicht darum das geht darum das geht darum nee jeder jeder kommt hier die guck mal wie gesagt ein christentum wenn ihr über mich redet ne zum beispiel ich habe irgendwo gelesen wenn ich an muss das nicht glaube muss man muss mich auch töten ich habe das noch nie gelesen aber wenn jemanden kommt und sagt ja du bist du glaubst am jose sei es auch nicht mehr habe ich ich will sich auch so eine therapie machen mit dir da kritisiere ich aus aber bis jetzt keiner kam zu mir kein christ kein buddhist kein kein jude kam es um mir hat gesagt ja jetzt bist du bist du gottloser jetzt muss ich jetzt muss ich bring dir bei du hund oder so was ich meine ich gebe dir total recht ich gebe dir total recht keine glaube bietet frieden an jeder glaube sagt wir müssen uns vermehren alle müssen so glauben wie wir glauben ja vermehren ja vermehren aber nicht mich dazu zwingen oder nicht mich mich irgendwas in massagen zu machen oder nach massagen machen ja 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 das ist das ja nur weil ich aus aus dieser religion nicht mehr akzeptieren und kritisiere und das geht mir darum aber dann lebt einfach so dahin guck mal es gab so viel so viele reiche bisantische reiche es gab räumische reiche es gab osmanische reich es gab was auch immer weiß nicht wie viele reiche gab es auf dieser welt und heute ist irgendwie diese demokratie da es ist nicht auch für jedem recht aber wir leben hier das heißt das ist ein teil reich und jeder mensch tut ja und das mache ich ja und deswegen aus diesem grund mache ich dieser live nicht dass morgen mein tochter wächst oder mein bruder wächst und macht und nimmt diese religion nimmt diese religion macht das a1a wie der koran steht und das will das mache ich und deswegen mache ich dieser live vor dieser vor dieser ganze kinder der zum beispiel 16 und 17 jährige die kommen hoch die sagen mehr wie werden islam wird siegen islam wird siegen ich erbringe die bei was das religion sagt ja das machen wir tun wird das gleiche war der sagen das gleiche ist christentum sagt ganz klar jesus sagt ganz klein der bibel dass sehr viele vom glauben abfallen werden und am ende werden sehr wenig christen nur noch da sein wir werden uns nicht vermehren werden er baut auf lisa es geht es geht nicht es geht nicht um die mehrheit es geht um den glauben natürlich im islam steht auch der islam wird so schwach sein dass es so dünn wie ein strähne von haar ist jeder moslem wir werden siegen wir nicht der mensch wird siegen wieso zwingt ihr dann menschen wieso ich habe ich habe ich habe nicht beendet ihr wieso sagt ich habe mich nicht unteren glauben folgen alles machen wie wieso steht das dann da drinnen wenn muslime die wenigsten sein werden ja aber wenn ich das vergleiche lisa 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 die tage da ist und herrscht das machen wir ganzen tag für unsere verstand passt nicht karl kann ich dir ein ratschlag geben karl klar ich würde dir empfehlen wenn du natürlich du kannst den stream so machen wie du möchtest ich empfehle dir damit nicht solche diskussionen entstehen wie hier dass wenn du halt den islam kritisiert nicht christen mitnimmst weil ich meine die haben ihre religion ihre ideologie ihre religion ihre ideologie das ist auch unmoralisch hoch 10 meiner meinung nach wenn du sagst du hast kein wissen dann würde ich dir empfehlen damit dich zu befassen weil ansonsten ex ist da so eine diskussion wie hier ist was ich meine dann ich weiß ich sehe das ein bisschen als unfair aber okay das musst du selber wissen natürlich ich verstehe ich respektiere das wieder auch sein aber damit hat nicht so was passiert da kommen muslime und meinen dann ja aber ein christentum so er aber so da kommt halt so eine diskussion nein ich aber ich bitte dich das kann man belegen aber im christentum wo sagt jesus bitte im neuen testament nicht im alten testament weil das alte testament hat was mit den jungen zu tun ich empfehle ich habe den vorschlag vor dir damals war das sehr gut es geht darum es ist mir schon klar dass ihr christen sozusagen das neue testament habt nur da ist auf einmal jesus ein bisschen weicher geworden wie dem auch sei aber du als christin musst du musst das alte testament auch akzeptieren und das akzeptieren und danach zu leben das ist ein riesiger unterschied die vergleichheit zu akzeptieren und das zu verstehen überhaupt wieso jesus auf die welt kam weil die menschen das interessiert mich nicht glaubt wenn du daran nicht glaubst dann ist es deine sache aber bitte sagt dass das kristen hat verbreitet ist das habe ich aber nicht gesagt lisa das habe ich nicht gesagt lisa du musst auch genau zuhören ja du sagst aber dass wir christen auch schlecht nein nein sie ließ die christen aber nicht lisa noch einmal lisa hat es nicht verstanden weil bei gläubigen ist es halt so die höre nicht gerne zu die gläubigen ihr hört einfach nicht zu lisa ich habe nicht gesagt die christen ich habe gesagt deine religion deine ideologie bitte unterscheide das ja das ist sehr wichtig es ist wichtig zuzuhören ja wollt ihr wollt ihr am ende das als debatte haben hier bitteschön ob sie ob sie lass dein herz raus lass alles an die raus bitte alles servus ihr lieben also erst mal ganz großes lob an die carlo du machst es voll gut was geht ab ich hoffe du lebst noch ich habe dich nicht mehr reden hören ich muss meiner glaubung ist da mal kurz bei es geht hier nicht darum schlecht oder nicht schlecht es geht hier um tacheles es ist ein nicht muslimische oder ein ex muslimischer chat und kein christen chat aber wenn ihr mit dem christentum anfängt müsst ihr euch damit auch ein bisschen befasst haben man kann nicht hingehen und sagen dass jesus das gesagt hat oder altes testament es gibt neuen bund es gibt den alten bund lassen wir es mal bei sein aber mohammed mohammed ist der beste der klügste und der schönste gewesen und er hat eine sechsjährige geheiratet und mit er hatte die ehren mit neun jahren verzogen das bedeutet wir reden jetzt über mohammed und moslems die den eddie und den carlo am liebsten nacken therapieren wollen weil sie aus dem glauben raus sind und das ist glaube ich hier das thema lasst alles andere mal links und rechts liegen jesus ist genauso ohne pater auf die welt gekommen und ist dann gott er hat über islam geredet soll ich ihm antworten ich respektiere hier jeden du begrenzt du begrenzt den islam nur an diese zwei was du gesagt hast nein das reicht mir schon wenn wir das reicht dann warte bis diese zeit kommt und dann sehen wir zwei ich will nicht ich will nicht warten bis alle kommen weil alles in der hölle ist alles okay ich sage wartet dass diese zeit kommt und dann sehen wir bis dahin bis ab bis dahin frieden die kinder die kindern die kinder tun mir leid in die die kinder ihnen tun mir leid und die werden immer noch gemacht in afghanistan in pakistan ich möchte hier keine glaube schönreden ich möchte hier keine glaube schönreden aber jesus ist genauso vaterlos auf die welt gekommen und hat sich dann als gott wenn du das nicht verstehst wenn du das verstehen willst müssen wir uns unter die augen dann erkläre ich dir das ich ich mag keine glaube ich habe deswegen gehe ich davon aus eure glaube wäre als muslim ich habe nur angefangen mein glauben zu verteidigen weil eine frau irgendwas von kirchenväter gesagt hat und das mit meinem leben ich respektiere hier jeden ich habe nur angefangen mein glauben zu verteidigen weil mein gott gleichzustellen das habe ich verteidigt und dann fing es an und dann ging es nur noch hin und her ist alles okay lisa wir setzen auch nicht gleich wie gott ich akzeptiere jeden jeden moment ist gott moment ist ganz gut guck mal lisa du bist 20 jahre jung und du hast du bist vielleicht im glauben sagen wir mal fünf bis acht jahre du redest aber hier mit leuten die sind doppelt so alt als du du kannst aus der schrift mit einem ungläubigen der nicht an die bibel und nicht an den evangelium kannst du nicht darüber reden das ist völlig egal wir gehen ja über über karlow das ist sein stream und hier wird über moslems geredet über den islam und nicht über das christentum ich bin jetzt über 42 ich sag mal so um islam richtig richtig zu lesen zu lesen und zu verstehen da braucht man wirklich wirklich fast fünf jahre das alles zu verstehen und nicht das ist nicht ein buch und nicht zwei buch und nicht du musst lesen du musst beten du musst alles und dazu verstehen und derjenige der zum beispiel ich sage ja nicht alles aber muss ich einfach die bibel oder die torah lesen dann verstehe ich nie da werde ich nicht verstehen weil islam so zu lernen einfach ich muss im arme was sie damit meinen ich muss wirklich gelehrten zu hören was sie damit meine und ich finde alle religion ne alle religion wenn ich jetzt zum beispiel christentum ich bin ja gett und gottloser und suche ich mir an eine neue religion und da sage ich ja ok komm ich kaufe mir ich kaufe mir ein buch vom bibel und lese ich mir ja ok ist in meinem kopf gefallen ok dann nehme ich das zu kristen nein ist das nicht so ich werde ich habe ich habe bestimmte fast zehn leute die darüber wissen haben und da werde ich mich wirklich wirklich dann werde ich mich mindestens mindestens ein jahr oder zwei jahre brauchen das ist überhaupt das glauben annehmen und danach werde ich immer noch dazu lernen und das finde ich unfair dass ich einfach nur ein buch lese weil ein buch zu lesen und einfach zu verstehen werde ich nicht verstehen das ist genau so wie der koran ich werde nicht verstehen weil ein koran das war deswegen sage ich immer die koraniten kommen hier die holen ein buch ich bin ich glaube nur an koran wie kann eine religion sein nur mit einem buch geht nicht und das genau wie der bibel wie der bibel da gibt es auch dafür gibt es andere bücher und die muss ich alles lesen um das religion zu verstehen und das bin ich mal mit einem buch mit einem buch werde ich nie herausfinden wie christentum ist niemals ich möchte noch dass ich kann mich ja ja und ich kenne mich mit immer noch mit islam aus und das reicht mir ich will gar nicht wissen was über christentum wenn ich interesse habe dann lese ich lese ich werde nur aus interesse das christentum lese aus anderer grund werde ich nicht lesen ich werde bestimmt nicht lesen was da drin steht ob mit kinder oder nicht weil das mich gar nicht interessiert mich gar nicht interessiert ganz einfach ganz genau kann ich was hinzufügen bitte erlaubt mir bitte also wie zum 100 100.000 mal also das ist ja kein christlicher live hier geht es nicht um das christentum und auch nicht über das judentum hier geht es um den islam wie gerade gesagt hat alle ex muslime wir sprechen über diese kritischen ayahs und hadiths die es im islam gibt so dass erstmal dazu und es ist aber leider immer so dass sobald ein christ irgendwo im live ist als freund jetzt beispielsweise opus der ja den kenne ich ja auch und ist ja ein freund sobald er sobald er im live ist dann springt natürlich ein moslem weil er nicht argumentieren kann natürlich oft das christentum das ist aber auch schon wirklich ein problem das ist wirklich ein problem aber das ist das problem der muslime weil normalerweise müsstet ihr auch ohne christen argumentieren können verstehst du so ein riesen unterschied ist zwischen muslim muslime und christen ich bin kein christ ich könnte jetzt auch zu opus der sagen opus der ich glaube nicht an dein gott was würde opus der würde mir nicht schreiben privat wenn ich dich finde ich mache dich einen kopf kürzer oder mich jetzt hier beleidigen meine toten beleidigen würde er nicht machen aber ein moslem macht das 1a das ist auch ein riesenunterschied aber nein es sind zivilisiert das sind zivilisierte das sind zivilisierte das sind zivilisierte gläubige aber wir sind es nicht die muslime sind eigentlich mal gläubig um alle gekriegt haben sich reformiert meinst du die das gerne ja natürlich auch 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 haben sich auch natürlich reformiert nehmen wir es an nehmen wir es an es würde christentum gleich bleiben wie damals meinst du wärst das widersprüchlich mit dem glaube oder mit dem gottesgesetz und das ist ja genau mein problem warum oder mein problem oder vielleicht auch carlos problem wir wissen es ja nicht was in dem buch steht verstehst du wir wissen es einfach nicht und wenn jemand das christentum kritisieren möchte dann kann er gerne in ein live kind der paco hat das vorhin sehr schön gesagt neben an gibt es gibt es live da reden die über die christen geht mal dahin und und redet mal über die bibel und torah und was weiß ich was es vorweist ist gut wir reden ruhig das ist schön wenn wir über eine religion sprechen gerade wir wissen ganz genau was das islam ist deswegen haben wir davon an abgetreten und wir wollen der islam nicht wenn du hierher kommst du wirst das eine religion das ist der best wenn du mit der religion hierher kommst du willst auch zeigen dass das besser ist als das islam das hilft uns nicht wir brauchen das nicht wir reden gerade über das islam verstehst du wenn du mit 20 jahre ein glaube geerbt hast du verteidigt auf deine glauben behalte es für dich und nicht hier in diesem live ja aber wenn jemand kritisiert wenn jemand irgendwie so gerade islam islam rede darüber mit christen nicht bitte wir reden über das islam aber mit christen nicht schrittweise schrittweise jemandem etwas zu verbieten schrittweise hat man so kenne ich ich bin kein gelernter verstehst du ich bin praktizierter moslem und das ist ein großer unterschied gelernter zu sein der karl ist das ist die rest du hast du hast du hast du hast keine ahnung vor das islam bitte ja aber er will da ich will dazu etwas fügen ich habe in der familie wo mir das erklärt nicht eine fremde person in der familie habe ich und karl hat gesagt man muss man man hat vier fünf jahre etwas zu studieren um eine rosa 1 1 1 sozusagen wie der priester ist eine einige volksleute zu haben lisa bitte 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 unterbrich mich nicht das ist das eine und das ist das kleinste gelernte das heißt es gibt stufenweise die noch gelernte sind die zwischen zehn und 15 jahre sogar studieren und wir sind nichts darin ich bin ein praktizierter moslem wenn ich etwas lese und verstehe dann ist es gut wenn nicht dann gehe ich zu dem lehrer von mir und lasse ich mir erklären erklären aber auch mit denken ich denke mich so wie stehst du als albaner zum islam aber ich bin moslem ich stehe zu islam was soll also das heißt kinder back kinder weg ist für dich einer ein ein ungläubiger ein kuffar er ist ungläubiger aber wenn er für das land gekämpft hat ist mein mein idol hallo 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 dieser mensch dort ist ein absolut ein logo das ist ein extremist hoch drei also alle albaner die ich kenne stehen erst als albaner und albaner gibt es christen katholiken orthodox und moslems und die haben kein problem dieser mensch ist ein extremist bis 100 prozenten salafi salafi 100 pro und der hast bis zwölf habe ich selbst und nach zwölf uhr nach zwölf hast du die ganze welt dieser mensch ist eigentlich gegenstück von einem albaner meine seele nicht mit hass ob sie ob sie ob sie ich kenne ich ganz lieber ganz ehrlich ich muss ich gebe da war da war auch den mein life und da ist wirklich mit allen greift ja auch nicht persönlich was ich liebe hast du kannst seine meinung seine region angreifen da sind da sind da sind gleiche länder und greife auch wenn ein kurde hochkommt und verteidigt der islam ich bin ich bin ich bin ich bin ich gehe auch persönlich sagen ob es das gesagt gegen albaner die atheistische albaner ja die die denken so mit dem kanon und fix die sind nationalistisch sogar sie sie haben auch die andere menschen nicht gern wenn ich das nur kurz bitte aber ich kenne pastor der immer sagt mein glaube ist im vordergrund und dann nationalität oder verstehst du und da hier haben wir haben die die türken wir haben die die türken dass das bei euch das islam verbreitet haben das gemacht natürlich 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 durch handel und wenn das vermehrt nein 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 es gab keine hatte guck mal ihr seid ihr seid die sonne von die türken ihr seid so eine für die türken bist du weißt du das und ihr seid einer von liga ist das war so ein wieder gehst du geht sich unterschwert ein wieder bist du muslimer oder musst du diese bezahlen und du kennst diese geschichten also bei uns haben die das so gemacht warum hat kriegt warum hat griechenland und bulgarien nicht islam übernommen waren die stärke glaubt waren ja waren sie nicht die haben die haben das ich akzeptiert die haben gekämpft nein die wollten nicht waren er sind auto die er sei er sein du bist du bist ein albaner sind alle muslimen in balkan sind türken kinder alle muslimische türken kinder die wir haben unsere geschichte ist das über 6.000 leute wieder wieder politik geht er wieder politik jetzt geht er wieder in die richtung ich bin in europa geboren in albanien geboren und alham ja klar ich habe eine frage ich habe eine frage warum nimmst du dich nach einem schritt mit ihr nicht wenn du mich als sekten bezeichnest am besten haltest du bitte von mir abstand ich will mit dir überhaupt kein wort reden ok entweder entschuldigst du dich oder du lässt es sein ok alles klatschen dann geh weiter geh weiter mit deiner karawade und such den kopftuch dita ja ja nein ich bin die frage sie ist kein muslimo mann übertreib nicht aber warum aber es gibt genauso krasse fundamentalisten wie im islam also wie im christentum wie als auch im islam und warum nennt er sich nach einer wissen die problematisch diese opus de sekte ist die wird sogar von verfassungsstufen in deutschland ich bin in tri auf die schule gegangen fräulein und ich weiß es ist ein bisschen besser als du in den schlaf nach einer fundamentalistischen sekte beantwortet das ist ein fundament wo ist deine quelle her wo ist denn deine quelle her wo zieht du deine wissen deswegen sage ich lass es bis die zeit von mir ist es egal du weißt schon dass der papst dass der papst franziskus bei opus den in buenos aires war weißt du das ach so ja weil der papst so ach ja bitte lass es sein und zieh mit einer karawane weiter red über islam und nicht über opus de google ja dann sollen sie doch googeln ja warum benetzten sich nach einer china von der bild zeitung und weiß schreibt da was rein komm erzähl weiter deine geschichten woanders aber wir reden über den islam warum geschichten ich sag doch nur dass sie das google geschichten erzählerin bitte kommt ihr weiter bitte bitte ich will ich will gar nicht wirklich bitte bitte geht nicht persönlich bitte mir eine oder zwei minuten weil ich muss weg ich möchte nur etwas darstellen und ja klar das ist dein leib bruder das ist ein leibes anfang an ich habe vorher gesprochen wie gehack viele die ex muslim sind das kennen die und die kennen auch die geschichte nehmen wir es das mal so an und sie haben diese schutz immer im islam ich rede jetzt über die christen nicht aber die kennen das nicht aber die ex muslims so wie er die geschichte kennt dazu über schutzgeld nein nein schutzgeld bezahlen doch nein ich habe er hat geredet wenn ihr mann über die gsia reden wie viel gsia muss ich gesagt ich habe doch gesagt ich möchte etwas darstellen und weg gehen verstehst du dann nimm dir das was ich sage ich wollte das ist ja du wirst bestimmt so was ein raum schmeiße und dann gehst du und dann werden wir uns alles darüber streiten weiter nicht aber okay aber du bist in der du bist langsam glaube ich wirklich dass du eine ex muslim bist langsam glaube ich wirklich vielleicht weiß nicht wie stark warst du keine ahnung das liegt an der ist es ist mir eigentlich es steht mir nicht zu etwas zu verurteilen aber du hast eine muslimische familie das ist gut so und über dieser hack kennst du sicher kannst du den anderen vielleicht besser erklären und es geht um den und wenn ein mensch einer anderen gläubiger oder oder ein ungläubiger dieser hack verlangt von einem muslim muss das zurückgeben auf das gleiche weise anbelangt weiß nicht da gibt es fatwa um um zu entscheiden und so habt ihr immer ein schutz natürlich diese andere schutz was er die gesagt hat gibt es auch das ist andere geschichte das funktioniert das funktioniert nur wenn 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 dieser reich da kommt ansonsten funktioniert das nicht und ich nehme den islam so an wie ich da stelle wie ich mich darstelle wenn die anderen anders herangehen dann gehen die anders ran für mich gestern hatte ich ein gespräch mit einer atheistin die hat kritisiert alte testament und vieles gelobt in der neue testament aber mit ein teil dass viele weg genommen wird von der neue testament was anbelangt gewalt und der islam oder ich persönlich für mich ich habe ihn im islam vieles gefunden hoffnung und stärke wenn ich sage hoffnung im liebe wenn ich sage stärke im krieg oder in einem ort wenn jemand mich bekämpfen möchte und so nehme ich den islam ich sage nicht aber bist du sicher dass du den koran gelesen hast und das was du gelesen hast so hast du verstanden oder was genau wie geil sind das ja sehr gut ich fliege ich habe keine flügel habe ich fliege roger an die balkanischen leute und gott segne euch alle liebe freunde sind und 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 da sind gottlose arm vergisst sie nicht ich das macht nichts auch gottlose sind menschen wir leben jeden uneingeschränkt liebe weil jeder von uns ist geschöpft gottes da gibt es keine ausnahmen fertig wir sind alle in adam brüder und geschwister liebe leute ich höre dich immer gerne zu vielen dank ist und du bist immer willkommen ist friede sei auf uns bis ich dich bis ich dich als ein kaffee bis ich dich aus dem islam trete war ja viele sagen wir auch ich bin irgendwie moslem aber seit seit 20 jahren bin ich nicht in solchen orten warte also jusuf jusuf trotzdem ich habe respekt definitiv für jeden von euch liebe freunde natürlich müssen wir oder wir sollten das wort muss ist einfach nicht gut wir sollten diesbezüglich schon die schriften ein bisschen erforschen auch die ideologien und die gesetze von diesen und jenen ländern sollten wir schon durchleuchten und schauen was tatsächlich für die allgemeinheit sinn und zweck des lebens sein sollte und gutes hervorbringen tut und kultur religion trennen ein bisschen schauen wo es widersprüchlich ist ich grüße euch noch einmal friede sei auf der legion das ist eine das ist eine meinung es ist auch das ist auch okay wie gesagt jeder von uns hat eine eigene meinung und eine eigene vorstellung das ist auch richtig das wichtigste meines erachtens nach ich habe euch schon lange zugehört liebe leute das wichtigste ist egal an was man glauben sollte nur darf man es den anderen nicht aufzwingen dann ist es wurscht an was man glaubt sobald man jemanden zwingt seine ideologie anzunehmen anzuerkennen oder zu begreifen mit mit gewalt dann kann es nicht richtig sein dann kann es nicht gut sein dann kann es auch von unserer seite aus von den gläubigen aus definitiv nicht von gott sein absolut nicht denn dann alles was mit zwang ist kommt vom bösen das wollte ich noch mit geben liebe leute sonst gar nicht glaube und kommt aus dem herz und alles anders kommt aus verstand ja gut ich meine mein lieber wird sagen mein lieber band sagen wir dürfen jetzt nicht vergessen wir sind wir sind ein ganzes wir menschen wissen also unser verstand deswegen alles mensch alles mensch du kannst glauben was du willst aber als menschheit wir mussten alles miteinander klark und eine glaubung ist für dich selber zu hause draußen sind wir alle menschen richtig absolut richtig aber wir dürfen wie gesagt eines nicht vergessen wir sind als ganzes zu betrachten also das heißt unser herz unser leib unser seele unser herrn unser ganzer körper muss miteinander kommunizieren und zusammen funktionieren liebe leute das ist sehr wichtig und wie können wir das erreichen es ist ganz einfach liebe leute wirklich es ist nicht schwer liebe aber keine religion keine religion nein 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 die hede hede bisekern die bisekern er die brennen er braucht er braucht er braucht es ist ganz einfach mein lieber bruder du musst ja nicht an einem gott glauben aber wir die gläubigen wenn wir an einem gott glauben und niemanden schädigen dadurch schädigen dann lass uns doch unseren glauben wir tun ja niemanden will ich habe ich habe noch nie ein gott gebraucht wenn du das brauchst behalten dass er braucht nicht weil er existiert nur in unserer verstand und wenn er existiert er schämt sich nicht von uns er hat keine angst vor uns erschüttert uns nicht er kommt einmal runter und er sagt menschheit ich bin euer gotter wenn wir an ihm glauben es ist scheißegal da brauchen wir keine religion dafür verstehst du werden das beziehung geht das ist das einfach bitte lass mich besser das ende dieses 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 ideologie für das menschheit du musst unbedingt eine religion haben um das gott kennenzulernen das finde ich unfair weil wenn er gott den macht hat er braucht einfach uns direkt kennenzulernen und wenn du haufen religion schicks haufen profiten auf dem büscher das nicht mein fehler das ist deine fehler dein prozent das war nicht sein das war nicht sein 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 statement ist solange ich mit meiner religion niemandem schade dann kann ich doch an das glauben was er was ich will das ist richtig und schade das geht das ist ja moment moment und das gilt natürlich auch für die muslime wenn die muslime sein wollt dann seid muslime solange ja niemand was schadet wir sind nicht muslim wir sind nicht muslimer wir sind wir mussten auch eine religion haben wir müssen nicht religion kann sein da vor dich zu hause aber als menschen wir brauchen keine religion wir brauchen keinen gott wir fühlen unsere lieben als mensch wir können besser klarkommen oder religion der religion darf dann musst du auf der regio verteidigen dann schussmechanismus lässt dass meine religion auch gegen dir und das haben wir das problem konflikt ja aber wo ist denn das problem dieser konflikt hat den gott erschaffen ja aber wo ist denn das problem war wenn jetzt ein muslim dir seine religion praktiziert friedliches und dir nichts tut dann ist es doch ist doch ist doch überhaupt nichts schlimmes dran oder ein christ oder jude oder wer auch immer verstehst du das ist doch das ist doch die kernbotschaft auch noch nicht gerne wo mich ist auch immer ja natürlich aber das ist es ja wird auch waren lieber bei sein du musst ein bisschen mehr zuhören mein lieber schon mal das was du jetzt gerade von dir gegeben hat das könnte ich genauso mit mit der muslimischen einstellung vergleichen ganz ehrlich schau hier mein lieber ich sage ja nicht du musst an meinem gott glauben du musst an meine ideologie glauben nein das sage ich nicht ich sage einfach jeder kann an einem gott oder an einem wesen glauben wie er möchte nur darf er dem anderen diesbezüglich nicht schädigen und seine ideologie oder seinen glauben dem anderen aufzwingen dann ist es doch okay du denkst du sagst es gibt keinen gott dann kannst du ja demnach leben ich werde dich diesbezüglich nicht unterdrücken und nicht misshandeln und nicht zwingen dass du an meine ideologie denkst aber im umkehrschluss verlange ich das von dir auch wenn ich dir sage ich glaube einen gott und du kommst du mir sagst nein es gibt keinen gott dann machst du ja schon eigentlich diesen konflikt fertig hat nicht gesagt du darfst keine glauben haben bitte interpretiert das mein wort nicht falsch ich habe gesagt du darfst deine religion zu hause behalten mach was du willst dann ist alles gut nein bitte 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 das ist zwischen dich und gern dein gott verstehst du aber draußen draußen sind wir alle menschen wir brauchen kein moschee kein kirche kein synagog verstehst du das problem wenn du gebäude hast ich muss arbeiten zwei minuten nicht brauchst du nicht lass mich mein miss ich bringe und da kannst du rechnen wie du willst wenn du einer glauben hast das ist deine freiwahl mach was du willst aber draußen da sind wir alle menschen wir müssen genau so sein wie vor alle religionen runter kam verstehst du vor die alle ibrahim ist wir sind menschen wir waren da irgendwo kam diese religion ihr hat konflikte verbreitet zwischen die menschheit behalte der region zu hause direkt mit oben diagonal wie du bist mit dem macht macht eine aber zwischen uns doch kein region da sein wir brauchen das nicht noch einmal gebraucht alles alles gut alles gut pass auf vor ibrahim gab es keine religionen und trotzdem haben sich die menschen bekriegt wir halten das mal schon mal fest also das stimmt absolut nicht dass das nur mit der religion gekommen ist die konflikte mit sicherheit nicht die gab schon vorher erstens zweitens wenn du zu mir sagst du brauchen wir brauchen keine kirche ich brauche meine kirche ob es dir gefällt oder nicht ich brauche meine kirche warum warum stört ich meine kirche tut sie dich diskriminieren tut sie dich foltern tut sie dich irgendetwas aufzwingen nein macht sie nicht also kannst du zu mir nicht sagen wir brauchen keine kirche ich brauche meine kirche lasst doch mir meine kirche warum sagst du jetzt zum beispiel also ich sehe es so du tust jetzt eigentlich uns diskriminieren indem du sagst keiner braucht eine kirche ich brauche sie ich werde sie bauen mit gottes hilfe werde ich sie auch immer aufrecht erhalten und pflegen was stört dich denn daran wenn ich ein gottes hilfer du machst das mit dem geld vor die anderen dazu das geht dich ja nichts an ich glaube daran ich glaube daran ich mache niemanden sind die jude das auch da sagt was an wenn du sagst wenn du sagst die braucht kein menschen wie darfst du nicht bauen dann tust du mich schon diskriminieren und unterdrücken mit einer ideologie in dem so in dem du sie mir aufzwingt lass mich doch mein mein gebäude bauen was geht ich das an ob das jetzt von meinem geld ist oder oder von meinen verwandten oder von meinem gleich oder oder von meinem gleichgesinnten das hatte ich nicht gerne durch den moschee gebaut wird das stört mich genau wer der kirche gebaut wird das geschweb nicht genau wie es in der rücke gebaut wird das ist dann stört es dann stört es mich jetzt pass auf barzahn dann stört es mich dass du ein haus baust und drin und drin wohnst das stört mich auch bitte bitte leute war sein war sein aram mein life ist er kann ein muslim moschee bauen es kann ein kirche bauen der buddhist kann er machen was er will die die sollen glauben was sie wollen aber mich einfach im ruhe lassen ist das einfach so wenn mich im ruhe lassen und nicht hoch ich bin mein gott mein gott ist besser nein mein gott ist besser nein mein gott ist besser nein mein gott ist besser ich will nicht in meinem live stream mehr haben dass jemand ein christ kommt oder zehn muslimer die wollen mich ja die wollen mich die wollen mich einfach hast du deren geglauben glauben und das will ich ja nicht die sollen ja glauben was sie wollen ja wir wollen die sollen glauben nur nein die sollen auch draußen machen von mir aus aber nicht mit gewalt nicht mit zwang verstehst du keine schwingt sich dazu da soll sein leben leben und das war es da sollen da sollen wir von mir aus buddhisten gibt menschen die glauben an kuh ja von mir aus sollen an kuh glauben für mich klingt für mich wirklich klingt realistischer ganz ähnlich die bekommt er bekommt dadurch wirklich mensch was was gibt mir gott die nichts ich kann ganzen tag beten und am ende nichts verstehst du aber das ist deren glauben deren glauben sollen glauben genau wie muslime die sollen glauben aber ich will niemanden konnte ja du bist ex muslim ja du bist so gottloser du bist so und du bist wie ein hund fisch ist das das kritisiere ich den habe ich nichts zu tun zu fügen lieber barzan der denkt ein bisschen über denkweise über deine denkweise nach indem du eigentlich die anderen aufzwingt dieses und jenes nicht zu tun der karl hat alles gesagt jeder kann soll auch machen was er will nur er darf den anderen nicht schädigen fertig nicht mehr und nicht weniger also von daher barzan wünsche ich dir alles gute im leben und euch allen liebe freunde und geschwister genauso gott schütze und segne jeden menschen und sehr wichtig und sehr wichtig liebe leute die liebe macht alles möglich in dem sinne aber keine religion überheblich von die 111 borgos demokratie ist ist mensch ist persönliche freiheit gruppenfreiheit du kannst du kannst du kannst du kannst du kannst du keine moschee zu bauen oder einen moschee zu bauen irgendwann bist du dran und dann wird dir auch dein freiheit verschränkt das ist also für alle du kannst 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 du normal leben bitte wenn du kannst du kannst du das gebieter verstehst du du kannst du kannst du kannst du kannst du zuhause nein wenn dir das nicht gefällt dann gehe in ein land wo das verboten wird aber in deutschland ist Das ist genau gerade was ich erreichen wollte, dass du in deinem Land, dass du das gekehrt hast, es erlaubt. Ayatollah, 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 wie geht's dir Habib? Wie geht's dir? Schlafloser Mann, du. Dankeschön. Leute, bitte, bitte. Seid gegrüßt. Nee, der kommt nie im Wort, nie im Wort, wirklich. Eddie redet gar nicht, Yidem redet nicht, verstehst du, mashallah. Bro, Bro, bitte, bleib mal locker, wirklich. Sag meinen Namen bitte, ayatollah, sag meinen Namen bitte. Obste, obste. Der Carlo ist der geilste. Ich finde den Carlo geil, der ist gut. Obste. So, ihr Lieben, seid gegrüßt alle. Ich hoffe, es euch geht gut. Guck mal Carlo, ich sag nur eins. Ich finde Macht so böse. Ich finde Macht so böse. Guck mal, du hast mir zum Beispiel Moderatorrechte gegeben, ne? Wo es so hitzig anging. Ey, es hat unter meine Fingernägel gejuckt, euch alle runterzuschmeißen. Schau mal wie böse. Also ich denke, normalerweise bin ich so gerecht, aber es hat gekitzelt. Und stell mal vor, keine Ahnung, in irgendein heiliges Buch hast du dann Sonderrechte, um irgendwas böses zu machen. Diese Erlaubnis. Und dann juckt das irgendwann mal, dass du es machst. Jetzt sagst du, okay, ich mach das nicht, ich mach das nicht. Aber wenn du diese Sonderrechte hast, dann könnte es sein, dass du es ausnutzt. Und guck mal, Eddy, gestern bei dir im Live, ne? Es kommt drauf an, also irgendwie verstehe ich. Hallo mein lieber Eddy. Hallo mein lieber Eddy. Guck mal, ich verstehe, was ich jedem ab und zu mal sagen will. Zum Beispiel gestern Abend, ne, bei dem Live, so, wo wir dann halt bisschen Christentum, also da war ein Typ, wo der dann halt Christentum ein bisschen kritisiert hat. Wie die sich dann halt gefühlt haben. Dieses Gefühl haben dann auch die Muslime auch. Es kommt auf die Art und Weise an. Ich hoffe, kein Muslime wird jetzt sauer auf mich oder kein Chris wird jetzt sauer auf mich. Obst du auch nicht, ne, wie sag ich den Namen richtig? Du auch nicht, aber ich sag dir nur ein Beispiel. So, wir machen uns dann, ich weiß nicht, lustig nicht, aber ich finde das witzig, wenn wir dann halt über die Reise von Prophet Mohammed darüber reden, wie der dann halt mit dem Flieger der Esel zu Gott geflogen ist. Das finde ich persönlich so ein bisschen witzig, weil das nicht für mich realistisch ist, ne? Aber wenn ich dann gleichzeitig irgendwie über Samuel lese, äh Salomon, Entschuldigung, Salomon lese, dass er dann mit langen Haaren, keine Ahnung, wie so Berge hochheben konnte oder Palaste hochheben könnte, das ist dann auch für mich so unrealistisch, ne? Also wenn ich mich jetzt darüber lustig machen würde, ich glaube nicht, dass der Opsday, keine Ahnung, sauer wird und dann irgendwie so Hass denkt, dass ich dann irgendwie Hass predige oder keine Ahnung, hetze, sondern der würde mitlachen. Aber leider, leider ist es so bei Muslime, dass sie dann halt aggressiv darauf reagieren. Also wenn diese Aggressivität zur Seite gelegt wurde, wo wir dann halt wirklich einfach einen Dialog führen könnten, das wäre optimal. Mein Wort zum Sonntag. Wahre, wahre Worte, Ayatollah, Khomeini. Okay. Ich grüße euch einmal. Das war stark, das war stark. Ich hätte da ja ein paar Fragen. Erstens, warum habt ihr euch so versteift auf ein Vers oder eine Sache im Buch von denen? Ihr habt sicher nicht entschlossen, jetzt kein Muslim mehr zu sein wegen einer Sache, oder? Nicht wegen einer Sache, ungefähr wegen 20.000 Sachen. Ja, aber ihr habt zu euch vorher sechs Leute gegen ihn verschlossen wegen einer Sache die ganze Zeit. Ihr habt es nicht jetzt da... Kann ich antworten, junger Mann? Und zwar, natürlich gibt es tausend Sachen, aber dieses mit den kleinen Kindern, das ist so ein Aufwachefeiger, dass es anfängt zu... Der Verstand geht los mit Denken, verstehst du? Ja, sicher. Weil ich weiß, dass jeder, der heute lebt, der wird nicht einverstanden sein, weil er hat Moral von heute. Und die Moral von damals ist nicht mehr zeitgemäß. Deswegen rütteln wir hier die Gehirne. Leider sind wir 1400 Jahre eingeschlafen und jetzt geht es los. Und wir haben zigtausend, also tausend Jahre philosophische Diskussion gehabt. Das hat nirgendwo gebracht. Nur durch diese Themen wie Kinderheirat und Sklaverei im Islam und es gibt so wirklich ein paar, drei, vier Sachen. Durch diese Sachen haben wir ein kleines Loch gemacht in diese Wand. Und die wird stürzen. Darf ich da noch kurz einhacken? Und als du sagst, im Islam gerechnet, war das früher in jedem Land so auch. Auch jetzt in den westlichen Ländern, wenn du rechnest, Habsburger Zeit, wenn du rechnest, die Ritter Zeit, da haben die auch früher Jüngere geheiratet. Und das stand jetzt so nicht in einem Buch direkt. Aber nicht der Prophet. Richtig, aber wir reden nicht über Menschen. Ich rede hier von Allah. Aber ihr redet ja davon, dass es ein Prophet war und von Allah das Erlaubnis bekommen hat. Allah hat es erlaubt. Das ist was anderes, als Menschen das machen. Heute dürfen die das nicht machen, Gott sei Dank. Aber noch schlimmer, er dürfte sogar der Frau seiner Sohnes auch heiraten. Er dürfte auch 30 Frauen heiraten. Er dürfte auch mehrer Sachen. Er dürfte auch 20 Prozent vor der Annahme, vor der Rasa, was er gemacht hat, vor der Gaswass. Da sind viele Sachen, da sind viele, viele, viele interessiert sind. Du bist Finkalaschnikow, ehrlich, wenn du loslegst, du brichst dir alle, lass uns kurz, ich mach weiter, neue Gast. Was ich sagen wollte, das steht ja in einem Buch, ihr wisst ja nicht, ob das jetzt wirklich so war, jetzt direkt. Und der Glaube direkt ist ja, es wurscht welcher Glaube, ist ja nicht nur auf diese eine Zeile belegt. Das, was er ja auch vorher sagen wollte, dass er sein Glauben ja so auslebt, aber nicht jetzt, dass da was in dieser einen Zeile stand. Er würde seine Tochter zum Beispiel ja nicht verkaufen und glaubt trotzdem an Allah. Das meinte ich. Aber durch diese Zeile, was steht im Koran, heute noch, 2024, sterben tausende Kinder in Jemen, in Somalia, durch, ja, Heirats, also Kinder, minderjährige Kinder, die geheiratet werden. Sterben tausende Menschen, kleine Kinder, jedes Jahr, durch diese Zeile. Weil 1,7 Milliarden oder 1,6 Milliarden glauben, dass das Wort Allah ist gültig für alle Zeiten. Das ist das Problem. Verstehst du? Es ist gültig. Wenn du es machen willst, es ist gültig. Kannst du es machen. Und keiner hindert dich. Ja, aber es gibt ja bei Religionen viele Sachen, die das gemacht haben. Nicht nur jetzt da. Aber der Koran ist gültig für alle Zeiten. Was war jetzt noch ein Grund? Ich habe jetzt die ganze Zeit nur von dem Vers, die ganze Zeit... Demokratiefeindlich, demokratiefeindlich. Menschenrechte werden mit Füßen getreten und vieles mehr. Was sagst du dazu? Frauen sind behandelt wie Dreck, haben keine Rechte. LGBT, kein Rechte. Die werden alle einen Kopf kleiner gemacht. Aber ich habe auch, weil ihr gesagt habt, ihr schafft keine Konversation mit Muslimen. Also ich habe schon Freundeskreis und ich habe mich eben... Weil ich bin Atheist. Ja, das erklärt alles, was du redest. Dass du befreundet bist, ein Muslim. Ja, ist nicht richtig. Ich bin auch mit Christen befreundet. Das hat nichts mit einem anderen zu tun. Nein, ich glaube, du bist mit Muslimen befreundet. Auch alles. Hör mal zu, wenn du einen Muslim fragst, der hier in Deutschland geboren ist, und du fragst ihn, was bist du? Bist du ein Deutscher als Erster oder ein Moslem? Der sagt dir, ich bin ein Moslem, bevor ich Deutscher bin. Verstehst du? Und jetzt stell dir mal vor, es gibt einen Krieg zwischen Deutschland und Saudi-Arabien. Auf welcher Seite wird er stehen? Ich gebe dir eine Frage. Auf welcher Seite wird er stehen? Obwohl er hier geboren ist... Meinst du jetzt religiös oder meinst du jetzt vom Land? Nein, ein Krieg zwischen Deutschland und Saudi-Arabien. Auf welcher Seite wird er stehen? Auf welcher Seite wird er kämpfen? Kommt, wo seine ganze Familie hier lebt, wo seine ganze Freunde hier lebt. Der wird zu Saudi-Arabien. Und das war alle, alle Moslems. Alle würden dir das sagen. In jeder Heimat sagst du dem, bist du jetzt Afghaner als Erster oder Moslem? Der sagt dir, ich bin ein Moslem. Weil Moslem, es ist supranational. Es geht über die Grenzen hier. Die halten nichts von Grenzen. Die Erde gehört alles an. Allah hat keine Grenzen. Allah hat keine Grenzen. Allah hat keine Grenzen. Gegen Israel und Gaza. Frag mal die Moskille. Frag mal die Moskille. Du hast ganz aktuell. Du hast auch das bewertet. Ja, Paco hat es eben gerade gesagt. Also es gibt, die Muslime halten natürlich zusammen. Allah, also Muslim sein, hat keine Grenzen. Nee, du widersprichst dir. Nein, nein. Wäre es so, dann würden ja die ganzen Muslimen schon Arabischen... Ja, ich sage nicht, dass es in der Praxis so ist. In der Praxis ist es nicht so. In der Theorie aber schon. Frag mal jeden Moskille. Ja, was immer nicht die Theorie, weil wenn das in der Praxis so ist, Also so wie der es gesagt hat, der Afghaner, der Afghaner hält zu den Palästinenser, der Palästinenser hält zu den Afghanen nur aufgrund, weil sie denselben Glauben haben. Nicht, weil sie irgendwie aus der gleichen Familie sind oder Nationalität haben. Ja, und das ist jetzt das, was ich vorher gefragt habe. Ist es jetzt ein Krieg wegen jetzt der Länder oder ist es ein Krieg wegen dem Glauben? Ist es wegen Glaube? Ist es wegen Glaube? Ja, weil Saudi-Arabien, hast du was von dem Arabischen Halbmond gehört? Arabischer Halbmond, ja. Du meinst dieses Sin, diese Zeichen von Sin, diese Huwal, dieser Mondgott oder was? Ja, habe ich gehört. Nein, 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 nein. Schiit-Isaal. Es geht darum, dass die Schiit sind. Hör mal zu, hör mal zu, hör mal zu. Warum interessiert denn niemand Jemen? Jemen sind fast halbe Million Menschen gestorben. Aber warum? Weil es in der Familie war. Muslime haben Muslime umgebracht. Das ist okay. Darüber muss man nicht reden. Aber warum ist Gaza jetzt so wichtig? Weil es Juden sind. Nein, das gar nicht. Also ist es Religion? Nein, es ist nicht Religion. Guck mal, wenn das Religion wäre, dann würde doch Saudi-Arabien jetzt aufstehen und sagen, ihr könnt das nicht mit unseren Brüdern machen. Warum schweigen die? Ja, weil die schlau sind. Weil die schlau sind. Nein, nicht, weil sie schlau sind. Weil alles verhandelt ist. Weil denen ökonomische Interessen viel wichtiger sind als deren Glaube. Und Glaube ist doch nur eine Farce, Leute. Ja, weil der Bilzahnmann weiß genau, dass das Land den Juden gehört. Das weiß der Bilzahnmann. Glaube ist doch einfach nur ein Instrument, um das Volk stillzuhalten. Und damit Monarchen und sonstige Führer das machen können, was sie wollen. Das war doch so gut. Ach, Alter, ich werde aus dir wirklich nie schlau. Was sagst du nicht aus mir schlau? Dass Monarchen Religion missbraucht haben und mit Religion ihre Anwesenheit begründet haben? Ist das falsch? Ja, aber der EDI hat dir gerade gesagt, dass Jemen bombardiert werden, dass sie Millionen sterben, sterben immer noch von Cholera und Pest und was weiß ich was und verdursten. Aber keiner macht den Mund auf, weil die Saudis Sunniten sind, wie du jetzt zum Beispiel. Du bist auch Sunnitin, deswegen macht Sunniten den Mund auf und die anderen Schiiten sind. Die werden nur von Iran unterstützt. Aber die Sunniten kritisiert ja keiner, weil ihr alle Sunniten seid. Genau das gleiche läuft gerade Türkei gegen Afrin und diese kurdischen Städte, die sind alle Muslime. Genau. Ne, ne, warten Sie mal bitte. Wenn das Interesse ist, dann warum reagieren die ganze islamische Welt nicht genau, was sie gerade in Gaza gemacht haben? Es geht nicht um das Macht, was sie gesagt haben. Es geht um das Glauben. Das Glauben ist das Problem, da bitte. Ja, wenn sie schon Sunnis und Schias nicht verstehen und bekriegen seit 1500 Jahren, was glaubst du? Obligens, das ist der Älteste, das ist der Älteste. Sogar die Sympathie ist selektiv. Leute, ihr müsst doch ein bisschen weitergehen. Die Sympathie ist selektiv. Es gilt nicht den Menschen-Sympathie von Mensch zu Mensch. Das ist selektiv. Bist du erstmal Moslem oder nicht? Ein Kumpel von mir ist verstorben in Deutschland. Wir wollten den begraben, haben wir Geld gesammelt im Moschi. Fragen die mich, hat er gebetet oder nicht? Ich habe gesagt, Leute, das ist ein junger Mann, der ist 21. Was für ein Schwein. Dass seine Mutter den sieht, hat er gebetet oder nicht? Du, die ganze Moschee, habe ich nur kleine München gesammelt. Vielleicht, was weiß ich, 8 Euro oder so, Kleingeld. Dann bin ich stinkig geworden, war ich in der Kneipe. In der Kneipe waren auch arabische Muslime, aber alle besoffen. Also nicht richtig praktizierende. Du, ich habe dort 3.000 Euro gesammelt von ein paar Leuten. Verstehst du den Unterschied? Paco, guck mal, ich weiß nicht, in welcher Weise du traumatisiert wurdest, dass du sofort kommst mit irgendwelchen Anschuldigungen von wegen, ich wäre Sunnite. Ich bin ein Mensch, die wegen meiner Herkunft ein Leben lang von Sunniten gemobbt wurde. Darf ich kurz, Paco, sie kommt aus einer Stadt in Türkei, also alle Läste, was sie will, ist Sunnites zu werden, glaub mir. Ja, glaub mir. Weißt du, dass du deine Kraft heimisch ... Ich verstehe immer, jedes Mal, wenn wir über Islam reden oder so, ist sie immer in Schutz und was weiß ich was. Und dann sagt die hier die Christen, wenn du sagst Christen, dann gibst du denen nur einen Notausgang. Wir wollen denen hier festmachen, über was er da gesagt hat. Und du gibst ihm immer einen Notausgang. Kannst du mir nur zwei Minuten zuhören, dann verstehst du meine Sichtweise. Bitte schön. Ich nehme niemanden in Schutz. Ich bin gegen Religionen, prinzipiell. Was jeder für sich selbst privat macht, das ist jedem selbst überlassen. Ich bin aber dagegen, dass man Religion überhaupt mobilisiert, dass man Gotteshäuser braucht, weil da kommt immer nur Mist raus, irgendjemand missbraucht es immer, egal welches Gotteshaus. Auch bei Buddhisten gibt es Fälle, die fragwürdig sind. So, was die friedvollste Art und Weise von Glauben ist, meiner Meinung nach. Egal. Mir geht es darum, ihr müsst doch mal weiterdenken. Ihr habt recht, wenn ihr sagt, das ist ein Problem von Glaube. Aber wer infiltiert dieses Problem? Ja, vorhin hast du aber gesagt, das hat nichts mit Glaube zu tun. Ja, was denn jetzt? Hat das jetzt was damit zu tun oder nicht? Nein, guck mal. Guck mal, das ist ja ... Dein Bildungsgrad ist ... Weiß ich nicht. Was ist das? Dein Bildungsgrad widerspricht das, was du manchmal vorhanden hast. Von dir gibt es. Vorhin sage ich, es ist ein Religionskrieg. Du sagst, nein, es ist nicht. Und jetzt, drei Minuten später, sagst du, es ist eins. Guck mal, es sieht so aus, als wäre es ein Religionskrieg. Es ist aber kein Religionskrieg. Oh Mann. Es ist ein Krieg der Imperialisten. Ihr denkt, guck mal, ihr denkt einfach zu kurz. Ihr denkt nicht weiter. Natürlich ist es ein Problem anscheinend von Glauben. Aber wem nützt dieser Krieg, Leute? Wem nützt ... Ja, die Sunnis lieben die Shias und die Shias lieben auch die Sunnis. Ja, du hast recht. Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber wer pflanzt denn dieses Feindbild ein? Die Saudis sind doch einfach nur eine Monarchenfamilie, die immer mit den USA zusammenhalten, immer auf der Seite der Imperialisten sind. Was haben sie bisher getan, dass sie irgendwie antikapitalistisch gehandelt hätten? Gar nicht. Die haben in den 30ern mit den Amis ausgemacht, wir liefern euch für immer Öl, dafür haben wir für ewig von euch Schutz. Das ist für die primär. Und das ist eine Monarchenfamilie. Warum geben wir überhaupt einen Fick auf deren Meinung? Auch in der religiösen Welt. Es gibt immer mehr Religiöse, die die Saudis kritisieren. Das müsst ihr auch alles beachten. So, das ist mein Standpunkt. Und wenn hier gezielt immer wieder nur eine Religion thematisiert wird, dann instrumentalisiert ihr euch für Faschisten. Und ihr instrumentalisiert dieses Feindbild, was einfach nur den Imperialisten nutzt. Dagegen bin ich. Erkläre bitte Faschismus und Imperialismus, bitte. Du nimmst Wörter in den Mund. Du hast keine Ahnung von der Bedeutung, gute Frau. Du hast null Plan. Ich weiß nicht, was für eine Schule du besucht hast. Aber Faschio bedeutet was bitte? Was bedeutet Faschio? Parialo Italiano? Was für Italiano? Parialo Italiano. Das ist Faschio Italiano. Nein, Faschisten sind Menschen, die Gruppierungen aufgrund ihrer Herkunft ausschließen, eine Ideologie darauf aufbauen und das damit quasi rechtfertigen. Ich habe dir schon mal erklärt. Guck mal, wer kritisiert in Deutschland den Islam heutzutage? Wer kritisiert? Ist das nicht die rechte Ecke? AfDler und so. Die rechte Ecke, ja. In der radikalen Moschee, verstehst du? Der wird dir alle in den Arm nehmen und wird sagen, der wird denen Recht geben. Aber wer ist gut kritisiert? Ja, ihr seid Muslime. Warte, lass mich ausreden. Ihr werdet hier in Deutschland nie akzeptiert. Und so, aber die kennen nichts anderes, verstehst du? Die kennen nur die Rechte und Hassprediger. Und der wird denen sagen, ah ja, der wird die Bestärken deren Glauben. Ihr werdet hier nicht geliebt, obwohl ihr hier in Deutschland seid und geboren seid und habt Deutscher Pass. Ihr werdet nie akzeptiert, euer ganzes Leben. Und wir, was wir jetzt machen, wir sind von der gleichen Kultur. Wir sind in dieser Religion gebadet. Wir kennen uns, ich war mit vier Jahren, weil ich in Koranschule, bevor ich überhaupt in die Schule gegangen bin, verstehst du? Wir beten denen ein Alternativ. Dann sehen die, okay, wir können aussteigen. Da sind hier Muslime, ehemalige Muslime, die sind ausgestiegen und die leben gut in der Demokratie. Und die sind akzeptiert und verstehen alle Leute und die verstehen, die haben keinen Krach mit keiner. Verstehst du? Das wollen wir zeigen, dass es auch geht anders. Und nicht immer dieses Hass, Hass, Hass. Ja, du kennst doch den Spruch, der Weg zur Hölle ist geflastert mit guten Absichten. Ja, Goethe. Ja, so. Deine Absichten sind gut, aber die Methodik ist falsch, weil das radikalisiert die anderen nur ins andere Extrem. Verstehst du? Woher weißt du, wir haben gerade angefangen. Woher weißt du das? Soll ich nur zugucken? Nur zulassen. Das radikalisiert die Jugendlichen einfach in die andere Richtung, weil wir das bestätigen, was diese Hodjas und Imams von uns behaupten. Verstehst du? Die sind radikalisiert, weil keiner sich bewegt. Verstehst du? Die Linke, die sprechen, die lassen kein Wort. Die behalten die wie kleine Kinder. Die vertragen keine Kritik. Aber ich respektiere die Leute und behalten die wie Erwachsenen. Und ich kritisiere die, weil die können Kritik vertragen. Das Christentum ist tausend Jahre kritisiert. Deswegen sind die Leute hier jetzt friedlich und lieb. Verstehst du? Die gehen umgehen mit Kritik. Aber Moslems können nicht mit Kritik umgehen. Ich werde dir zeigen, wie viele Ärmdrucken ich jeden Tag bekomme. Ärmdruck, einer will mein Blut trinken, der andere will was weiß ich was, der andere will mein ganzes, äh, äh, verstehst du? Das glaube ich dir. Das glaube ich dir alles. Ich weiß, ich weiß, ich habe... Jidem, du kannst es nicht beurteilen. Ich erzähle dir mal was, ohne Namen zu nennen. Es gibt genug Leute, die in diese Lives gekommen sind von Carlo oder von anderen und haben gehört, was wir hier gesagt haben. Und haben recherchiert und haben es verstanden und haben Adios gesagt. Verstehst du? Zu der Religion. Das ist unsere Absicht, die Leute aufzuklären. Und die sollen einfach nur selber lesen. Und genau so, wie Paco das gesagt hat, dass er nicht in die Arme rennt von irgendeinem Dschihadi-Imam in irgendeinem Moschee, der die dann nach Syrien und Irak schickt. Verstehst du? Dafür machen wir das. Ich verstehe, warum ihr das macht. Und ich hinterfrage eure Absicht auch nicht dahinter. Ich sage nur, überlegt nochmal, ob eure Methodik wirklich richtig ist oder ob es vielleicht das Gegenteil davon erzeugt, was ihr bezeugen wollt. Das ist perfekt. Carlo, ich möchte mich gerne von dir verabschieden. Eddie, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, du gehst nachher heute Abend wieder on. Oder du, Carlo. Ayatollah, immer wieder gerne den Namen benutzen. Danke, die Obst. Danke, Obst. Und meine Frau Schwestern, was ich sagen kann. Bevor Obst den Stream verlässt, würde ich auch nochmal in seiner Anwesenheit sagen wollen, wie fragwürdig das ist, dass ihr solche Leute mit in die Diskussionsrunde aufnimmt. Weil dieser Mensch instrumentalisiert euch einfach nur. Er ist, er benennt sich hier nach einer christlichen, fundamentalistischen Sekte. Ja, das hat nicht mal was mit... Sag mal, Fräulein, du hast es vorhin nicht verstanden. Du kannst mit deiner Karawane weiterziehen. Diese Leute kennen mich und ich stehe dahinter. Und zieh weiter. Mit deiner Hasspredikten, Ayatollah-Romeni-Tochter, zieh weiter, zieh weiter und nimm deine Gefolgschaft mit. Du kannst mich nicht aus der Reserve locken, du bist einfach nur lächerlich. Du hast keine Barbe. Du bist unterbelichtet und du tut mir leid, mit dir möchtest ich nicht diskutieren. Ciao. Obst, 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 bitte, tschüss. Obst, pass auf dich auf. Obst, 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 obst. Das ist mega, das ist wirklich mega. Aber ganz kurz, ich würde tatsächlich, also mich interessiert, was Cidim jetzt sagt. Also, Carlo, erlaub ihr doch bitte, was er jetzt dazu sagt, bezüglich dieser Sekte, diese christlichen Sekte. Das interessiert mich gerade eben tatsächlich. Was sagst du dazu, Carlo? Also, ja? Also, erstmal, 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 bevor, ich weiß nicht, erstmal gehe ich auf dieses Thema, was auch Eddie gesagt hat. Es gibt Leute, es gibt Leute wirklich, ne, komme ich mit den Quellen, komme ich mit Fakten und die lesen vor und die machen sich Gedanken. Ich kenne auch viele, die sind wirklich raus, raus, die sagen nein. Ich kenne auch Leute, die kommen in meinen Livestream, ne, und die lesen auch vor und die gehen in andere Seiten oder gehen in andere Streams. Ja, Carlo hat so, so, so gesagt, dann gucken die nach, ja stimmt, ja okay, ja, Carlo kommt mit Fakten. Ja, das müssen wir was dagegen machen. Und deswegen kommen solche Leute, zum Beispiel, ich wurde gestern, habe ich gestern zum Beispiel, dreimal habe ich hintereinander, ne, Livestream gemacht, haben die mich sofort geblockt. Sofortmeldung, warum? Weil ich einfach nur ein Hadith, ein Hadith, einfach alles in den Bildschirm reingetan, verstehst du? Und das ist alles, was er gesagt hat. Ja, das war aber nicht die Frage von... Und die sehen das, ja, aber die sehen das, die sehen, ja, aber die sehen das, die sehen das und dann gehen die irgendwo dahin, wieder, ne, und dann kommen die auf einmal, weil du siehst, guck mal, jetzt ist es zum Beispiel 84 einfach. Aber siehst du gleich zum Beispiel 150, das sind 30, 40 Leute von dieser Leute, die melden nur, ne, aber das geht ja nicht darum, das geht ja nicht darum, die, darum, guck dir 2014, guck dir 2014 an, die IS-Leute. Das waren so viele von Europäern, die jetzt auf TikTok, die rumlaufen hier, TikTok, verstehst du? Wirklich, und das sind die Fakten, und die meine ich. Ich weiß, deswegen bin ich auch auf TikTok. Es gibt Leute, es gibt Leute, die kamen vor zwei, drei, vier Wochen hoch und haben Carlo übelst beschimpft, übelst beschimpft. Diese Leute kommen jetzt hoch und sagen, hallo, Bruder, verstehst du? Und dann willst du sagen, die Methode ist falsch, dann kann die Methode gar nicht falsch sein oder die Vorgehensweise falsch sein. Wenn vor vier Wochen, fünf Wochen jemand Moslem gewesen ist und Carlo von A bis Z beleidigt hat und jetzt reinkommt und sagt, hallo, Bruder, dann ist auf jeden Fall was richtig gelaufen. Eddie, eine Frage. Glaubst du nicht, dass es dann auch irgendwas mit Mentalität zu tun hat? Weil ehrlich gesagt, ich habe fast über ein Jahr im persischen Raum dasselbe versucht. Ich habe dann irgendwann, hatte ich keine Kraft mehr. Also ich hatte irgendwie das Gefühl gehabt, die wollen es nicht. Die wollen es nicht verstehen. Und was du gegen die Leute, die das nicht verstehen wollen? Entschuldigung, Eddie, sag. Nein, 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 sorry, ich entschuldige. Also die Leute, die es nicht wollen, du kannst tausend Beweise bringen, du kannst es schwarz auf weiß bringen, die wollen es nicht verstehen, die fühlen sich dann halt eingegriffen, die wollen nur halt das, was sie jahrelang geglaubt haben, verteidigen. Du kannst alles machen, aber wenn das in deren, sagen wir halt so eingeprägt ist und wenn die das nicht akzeptieren wollen. Das ist genauso wie jemand, der, ich sage das immer dazu, wenn jemand, der krank ist und nicht geheilt werden möchte, da kannst du als Arzt nichts machen. Du kannst ihn nicht zwingen. Das ist das Problem. Aber hier ist es, sagen wir, viel, viel besser, weil die Leute dann halt diese europäische Mentalität halt noch in sich haben, dass sie dann halt so, doch am Ende, wenn die auch so, weil es dann halt ein bisschen rauer in Diskussionen vorgeht, am Ende beruhigen die sich und dann denken darüber nach. Aber viele wollen gar nicht darüber nachzudenken. Die sagen, nein, egal was du sagst, du kennst ja auch bei dem Live, da sind ja zwei, drei halt Leute, die dann halt sagen, nee, egal was wir sagen, ist gelogen. Auch wenn du dann aus schwarz auf weiß bringst und leider, leider ist es dann halt aus, sagen wir mal, Orientraum, die dann halt in dieser Ideologie aufgewachsen sind und die dann halt sich daran gefestigt haben, da hast du weniger Chance. Ich sage nicht, dass man keine Chance hat, aber weniger Chance. Ich kann euch wohl nachfühlen, was Eddie meinte, weil ich bin hier nur auf TikTok, weil ich hier Antirassismus quasi wegen diesen ganzen Streams hier bin. Und ich werde die ganze Zeit von grauen Wölfen angegangen. Wir sind selber Ausländer. Wir können gar nicht irgendwie rassistisch sein. Wir haben alle selber Migrationshintergrund. Ihr nicht, ihr nicht, aber ihr werdet instrumentalisiert von Rassisten, weil die nehmen das, was ihr sagt, die nehmen sich dann das Recht daraus zu sagen, guck mal, das sind Ex-Muslime, die sagen das und das. Und deswegen sind alle Muslime so. Versteht ihr, was ich meine? Die nehmen euch dann als Legitimation dafür, für ihre Hass-Ideologie. Wie oft, wenn jemand da ist, wirklich so vielleicht so ein AfDler und wir wirklich auch mit denen reden und die haben auch mittlerweile sehr, sehr viel Wissen durch diese Lives, die die Ex-Muslime machen. Und ich sage immer dazu, bitte nicht alle in eine Schublade stecken, weil ihr könnt, wenn ihr draußen seid, könnt ihr nicht. Wenn du mich auf der Straße siehst, du denkst, ich bin ein Moslem, hundertprozentig. Verstehst du? Aber das sieht der Deutsche auch. Der denkt auch, ich bin ein Moslem, aber der weiß nicht, dass ich Ex-Muslim bin und dass ich nicht so denke, wie er denkt, dass ich denke. Verstehst du? Deswegen ist es schon ganz gut, wenn die sehen, dass es Ex-Muslime gibt, die so eine Arbeit machen und informieren und dann ist das für sie auch ein Beweis. Hey, pass auf, wir können nicht alle in einen Topf schmeißen. Wir können nicht sagen... Davon gehst du aus, aber ich gucke mal. Jeder, der schwarze Haare hat und Bart hat wie ich, dass der jetzt irgendwie ein Moslem ist und so. Du gehst davon aus, dass die so denken, aber ich bin 34 und seitdem ich 15 bin, bin ich in dieser Antirassismus-Schiene drin. Ich bin Kind eines sozialistischen Haushalts, ich bin damit aufgewachsen. Ich habe ein Leben lang mit Faschisten zu tun gehabt und du denkst, dass die so gutgläubig handeln und gutmütig handeln, das ist aber leider nicht der Fakt. Die missbrauchen einfach nur dich für ihre Ideologie, damit sie ihre Hassideologie quasi bestätigt bekommen und durch dich verbreitet bekommen. Damit sage ich jetzt nicht, dass ihr nicht kritisieren sollt. Um Gottes Willen, sprecht über diese Haditen, aber seid euch bewusst, kritisiert das, hinterfragt das, alles schön und gut, aber seid euch bewusst und passt auf, wen ihr in euer Kreis aufnehmt. Wir haben gar nicht in unseren Lives, ob bei mir, Carlo, haben wir wirklich sehr selten, sehr selten. Doch, doch, ey, guck mal, weil hier war ein AfD da mal drin. Ja, zweimal, zweimal sogar. Ja, genau. Wenn die Anfagestellen hochkommen und darüber reden, was soll ich sagen? Nee, weil du AfD bist. Ja, einfach keine Bühne bieten. Einfach keine Bühne bieten. Einfach keine Bühne bieten. Und wie dieser Opus Dei-Typ, vielleicht wisst ihr das nicht, okay? Wie dieser Opus Dei-Typ, das Opus Dei, eine fundamentalistische, ich labere keine Scheiße, ich bin Politologin und Juristin, ich labere keine Scheiße. Googelt das einfach, Opus Dei-Sekte und mal gucken, was dann rauskommt. So, und dann versteht ihr vielleicht, warum diese Menschen, mit welcher Intention sie überhaupt in diesem Stream sind. Lieber Schiedem, ich glaube mir noch einmal, durch diese Arbeit will ich auch zeigen, dass nicht alle Ausländer, nicht alle, die schwarze Haare haben, so sind, wie vielleicht jetzt ein Teil der Gesellschaft jetzt denkt, wenn du weißt, was ich meine, ich will, und das ist auch sehr, sehr wichtig, dass die auch erfahren, hey, pass mal auf, da ist einer wie Carlo, der ist ja selber Ausländer, selber bestimmt Schwarzkopf, aber der ist gar nicht so, verstehst du, oder Paco oder wer auch immer. Und das ist auch ganz wichtig, das ist im Prinzip auch ein Schutz für die Leute, die eben Migrationshintergrund haben. Ja, aber Eddie, guck mal, dazu möchte ich noch sagen, für diese Menschen ist es scheißegal, wie du integriert bist, ja, sie haben nun mal Vorurteile gegenüber uns, ja, gegen Schwarzköpfe mit Bart und so weiter, und das werden sie behalten, egal, sage ich jetzt mal, wie sehr wir schleimen, was auch immer. Wichtig ist, dass wir diesen Menschen einfach keine Bühne geben und uns nicht ausnutzen lassen, natürlich können wir Streams machen und Ideologien der Islam auch kritisieren, mit Quellen wie ihr, das macht immer super, finde ich toll, deswegen bin ich auch gerne in euren Streams, alles kein Ding. Aber nicht diesen Menschen eine Bühne geben, zum Beispiel AfDler, die sind nicht besser als der Islam, nicht besser. Und dann irgendwelche anderen Sekten und so weiter, ja, die sind Schauspieler, die nutzen sozusagen unser Wissen aus, damit sie Bühne haben. Und das ist nicht in Ordnung, aber gut, jeder macht seinen Stream, wie er möchte. Damit es klar ist für alle, jeder, der rassistisch ist, der kann mich mal wirklich wo lecken. Verstehst du, das sage ich hier ganz deutlich. Alles, was rassistisch ist, sage ich, verstehst du, jeder, der rassistisch ist, der kann mich mal lecken. Also ich bin für Meinungsfreiheit, so ein Rassist kann sich auch ausdrücken, weil nur durch Gespräch kann man uns weiterentwickeln. Wenn er seine Meinung da behält im Kopf und stirbt damit, hilft keiner. Wenn wir zusammen reden, dann können wir vielleicht eine Lösung finden und er kann sich auch seine Meinung ändern, weil das ist Meinungsfreiheit. Du hast das Recht, idiotische Aussage zu machen und nur durch Gespräch können wir uns weiterentwickeln, das sind wir als Gesellschaft. Da stimme ich dir zu, Paco, zum Teil. Aber es ist halt auch so, dass die wenigsten Fassisten mit dir diskutieren, damit sie ihre Meinung ändern können oder andere Blickwinkel bekommen, sondern einfach nur ihre eigene Hassideologie bestätigt bekommen wollen und dich dafür ausnutzen. Ja, aber dann ist es doch besser, wenn die zu uns in den Lives kommen und mit uns sprechen, als wenn die ein Live machen unter sich. Verstehst du? Und ich rede hier nicht von AfD, Lermann. AfD ist eine Partei, die sitzt im Bundestag und wir wissen, man wird ja nicht einfach so eine Partei. Und es gibt schon einen demokratischen Prozess, damit eine Partei überhaupt gegründet werden kann, damit eine Partei zugelassen wird und dann im Bundestag kommt. Das ist ja jetzt nicht einfach, die sind ja nicht einfach so aus dem Boden herausgekommen. Also haben die diesen demokratischen Prozess, die notwendig ist, haben die absolviert und deswegen sitzen die im Bundestag. Dass die jetzt vielleicht hier und da mal eine Meinung haben, die ist ein bisschen streng oder sowas, das ist eine andere Sache. Aber man kann jetzt, so wie Paco gesagt hat, man kann ja jetzt nur sagen, okay, wir reden jetzt mit gar keiner Partei oder mit gar keiner Menschen, die eine andere Meinung haben wie ich. Weil sonst kommen wir überhaupt nicht weiter. Und wenn wir dann trotzdem mit denen sprechen, dann erreichen wir, glaube ich, viel mehr, als wenn wir sagen, ja, du hältst jetzt deinen Mund. Und das ist auch deren Land. Wenn die hier hochkommen und sagen, ja, ich finde es nicht gut, dass die Leute hier in Burka laufen, das ist nicht verkehrt, was er sagt. Da bin ich seine Meinung. Ist ja auch nicht verkehrt. Ist ja auch nicht verkehrt, aber mit welcher Motivation? Wenn man sagt, ich will hier nicht die Scharia haben in Deutschland, ein Deutscher, dann bin ich seine Meinung. Also er sagt ja nichts Falsches. Aber welcher Muslim will dann hier die Scharia, Leute? Das ist ja so die nächste Sache. Jida, 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 bitte. Dann musst du die ganze Zeit, wenn wir live machen, musst du die ganze Zeit dabei sein und dann siehst du selber. Das ist wirklich so. Naja. Dann siehst du selber. Jeder, jeder. Also kein Muslim habe ich, ich habe bis jetzt gar keinen Muslim gesehen, der im Livestream kam, nur ein paar Leute, ne? Aber wirklich, zu 90 Prozent wollen die die Scharia haben. Und zu 90 Prozent auch, ne, zu 70 Prozent verlangen die das nach. Ja, wisst ihr auch warum? Weil hier in TikTok sich nur Extremisten tummeln. Ich kenne hier kaum moderate Muslime, die hier aktiv auf TikTok sind. Das sind immer nur diese Missgeburten, wie Peter Vogel und andere Konsorten, die hier versuchen, Jugendliche zu radikalisieren. Ja, heute morgens, guck mal, heute morgens, ne, als du zum erstes Mal eine Frage geschickt hast. Ich habe dich hochgenommen, ne, haben die auch da. Ich habe ihn nicht hochgenommen, weil ich weiß, wohin das führt. Solche Menschen will ich bei mir nicht haben. Genau wie Christen, wenn Christen nicht die Frage stellen und dann fängt er an, mit Hass, ne, oder lustig zu machen über eine Religion. Ich kicke die runter. Ich habe, ich habe kein Geduld dafür. Wirklich. Ich mache mich auch nicht lustig über eine Religion, aber in meinem Laufström, bleib sachlich. Ja. Und mit Respekt, kein Problem. Dann lade ich ihn, dann lade ich ihn, dann lade ich ihn, dann lade ich ihn, dann lade ich Hamdi ein. Kein Problem. Entweder, weil das sind die meisten, die meisten, die zum Beispiel, ich war ja oft bei Lieber im Hadith und so weiter, Lieber im Hadith, heißt er, auch da hat er immer 300 Zuschauer und so. Und die meisten sind so. Die meisten sind da, ne. Und wenn ich mit Hamdi rede, sachlich bleibe, dann, okay, entweder, lass du das, lass du das, dass jeder hier schreibt, Islam wird siegen oder wir wollen hier die Scharia haben oder ich mache mein Life noch schlimmer. Noch schlimmer. Ja, und Chitin bezüglich Piat Vogel und Kur, ne, diese Leute, die gehen ja nach Koran und Sunnah. Sie nehmen ihre Religion ernst und sie versuchen in Deutschland alles Mögliche zu praktizieren nach Koran und Sunnah, so wie die Religion das empfiehlt oder verlangt, ja. Und da sind auch Menschen, die möchten die Scharia und dann haben sie halt gewisse Anhänger, ja, sie verführen die Menschen mit irgendwelchen, ja, emotionalen Predigten und was weiß ich und alle Ungläubige sind gegen uns und der Islam wird siegen und wir müssen wachsen als eine Oma und solche Dinge, ne, diese Manipulation und so weiter und genau gegen solche Leute reden wir. Das heißt, wir sprechen ihre Religion an und wir zeigen auf den Unwissenden, schau mal, das ist der Islam. Bei Edi und Carlo zum Beispiel, also Carlo kann halt Arabisch und Ayatollah auch, Paco auch, das ist perfekt, die verstehen die Religion, die zeigen ihnen das mit Quellen. Guck mal, guck mal, ich bin voll mit Respekt, auch zweimal war Hamdi mit mir, der lädt trotzdem, der lädt trotzdem Videos über mich, obwohl ich ihm nicht angetan habe, wirklich, nichts angetan. Ich habe mit ihm, aber der weiß genau, was ich hier mache, der weiß genau, das ist, das ist genau pur, also für ihn, das ist, das ist sein, sein, da geht Pleite dadurch. Deswegen, er kommt hier, manchmal kommt er her, schickt eine Frage, ne, ich schmeiße irgendwas im Raum und nimmt er auf und dann macht er ein Video, hier, guck mal, ich habe die fertig gemacht. Als sich, äh, stellt er sich als Helder, verstehst du? Deswegen nehme ich immer nicht an, wenn er das nochmal macht, dann einfach, mache ich das nicht mehr, dann hole ich noch eine, dann hole ich noch mehr Ex-Muslime. Angefangen waren wir zwei, drei Leute, jetzt sind wir, sind wir fast 20 Leute, ich, ich kenne über 100 Leute jetzt, äh, die Ex-Muslime, die kommen jetzt mit Stolz darauf, die sagen, ich bin Ex-Muslim. Vorher, vor drei Monaten, keiner hat sich getraut, keiner hat sich getraut, so darüber zu reden. Und Leute jetzt, die kommen darauf, ja, gut, dass du sonst ja live machst, ich kann jetzt darüber reden. Hallo zusammen. Hi. Ich wollte euch mal ein Kompliment aussprechen, ich bin wirklich, ähm, also großen Respekt an Carlo, an Paco und an Edi, die sind der einzigen, die ich jetzt kenne, hier, den ich öfter zuschaue und ich muss euch sagen, das muss man sich erst mal getrauen. Also, das alles wirklich rauszuholen und damit quasi sein Leben zu riskieren, jeden Tag, also davor habe ich als Urdeutscher quasi großen Respekt. Nein, die denken, ich mache, nein, Bruder, die denken, ich mache das auch Spaß. Weißt du, was für Risiko, was für Risiko ich da eingehe? Wisst ihr, was für Risiko ich da eingehe? Ich komme aus dieser Religion. Ich traue mich nicht mehr. Ich traue mich nicht mehr. Ich habe mein, ich habe mein Facebook, mein, alle, mein, alles habe ich gelöscht. Sogar hier Videos, ich traue mich. Auf mein Handy habe ich über alles verklebt, damit nur Kamera nicht angeht. Ja? Ich mache das nicht umsonst. Ich mache das für die Leute, für die Kinder, die die abwachsen, für meine Kinder. Ich bete da. Ja, wie gesagt, du weißt, jeder, der tiefer in der Materie ist, der kennt auch die Gefahren, die damit einhergehen. Und wir haben jetzt, also ich diskutiere selber ab und zu mit Muslimen, ich hatte auch schon, wir haben dieses Vergnügen. Also da bin ich aber raus, weil der ist mir zu extrem. Dann gibt es noch viel extremere, die sprechen hier M-Drohungen aus und so weiter. Das habe ich alles schon erlebt und gesehen, sind auch Videos davon gemacht worden. Und das ist eine Sache, die ist wirklich brandgefährlich. Und es passieren hier Sachen teilweise, passieren Unglücke und hinterher geht es dann auch, ja, das hätte ja keiner wissen können. In dem Fall, wenn es angekündigt wird hier, dass man Leuten Gewalt androht und so weiter. Leute, da hört es für mich wirklich auf. Und ich habe noch keinen Christ gesehen, der jemand anderem das Leben bedroht hat, habe ich noch nicht gesehen. Das tut mir leid, wirklich, das kenne ich nur von einer Sparte. Es reicht eine Israel-Flagge oder eine LGBTQ-Flagge hinter sich zu haben, dann geht es schon los. Da vergessen die alle ihre gute Erziehung. Das ist das, was ich mitkriege, Leute. Tut mir leid, mehr kriege ich nicht mit. Ja, und so nebenbei, selbst die Muslime, danke für deine Worte, Jod. Selbst die Muslime kriegen mit, wenn die Muslime drauf sind. Und das ist auch ganz wichtig und ganz gut zu sagen. Es gibt ja Muslime, die sind ja wirklich spirituell und total entspannt, weißt du. Und wenn die dann sehen, dass Glaubensbrüder auch radikal sein können, das ist auch gut. Ist gut so. Ja, genau. Wie gesagt, Aufklärung ist alles. Man muss das öffentlich machen und man muss die Leute benennen und die Exposung mit dem, was sie tun. Und dann die Leute auch warnen davor und sagen, passt auf, bei denen müsst ihr vorsichtig sein. Weil es besteht eine Gefahr. Da muss man ganz ehrlich sein. Das ist nicht einfach so. Wenn ich das dann höre, dass jemand jemand ein Leben bedroht und am nächsten Tag wird darauf angesprochen, dann sagt er, ey, das war jetzt kein Ausrutscher oder so. Das war ein Versprechen. Ich ziehe das durch. Also das habe ich hier mitgekriegt. Leute, da ist es für mich vorbei. Da gruselt es mich einfach nur. Da frage ich mich, wo ich hier gelandet bin. Ich meine, das ist eine Plattform, wo sich Leute Zeit vertreiben können, wenn sie Langeweile haben. Aber das nimmt ja Ausmaße an. Es ist wirklich gruselig. Und da muss ich sagen, ich finde es krass, dass ihr da so drüber redet. Weil ich weiß, in welche Gefahr ihr euch begebt, weil ich die Leute hier kennengelernt habe. Ich weiß, wie die drauf sind. Und es ist halt einfach nur uneräuscht teilweise. Und stell dir vor, wir sind in Deutschland. Das ist kein islamischer Land. So schlimm das ist. Es ist ein bisschen in Deutschland, Leute. Könnt ihr euch das vorstellen? Da wird einer bedroht, weil er eine Ideologie kritisiert. Ja, wie gesagt, es gibt auch andere Leute. Es gibt auch andere Leute, wo ich angefangen habe. Die haben mich vom A bis Z beleidigt. Die wollten meine Adresse. Und jetzt kommen die MeinLive. Hi, wie geht es dir, Carlo? Ich habe dich vermisst. Es ist gut, dass du solche Lives machst. Mit Respekt und so weiter. Du redest sachlich, mit Respekt und so. Wirklich. Es gibt auch andere Leute. Es gibt viele Leute, die mögen mich. Es gibt viele Leute, die hassen mich. Das ist ein Fakt. Das ist normal. Normal. Hallo, guten Morgen, liebe Leute von heute. Hi, guten Morgen. Eti, wo bist du? Eti, wo bist du? Ich habe dich im Auge. Ich danke jetzt auch. Hi, Nitala. Ich mache Spaß. Wie geht es euch allen? Ganz gut, danke. Ja, sehr schön. Sehr gut. Das ist ja mal sehr interessant. Ich gehe mal immer höher rein und das und das. Ja, warum nicht? Also ich kann sowieso nicht viel sagen. Alles gut. Hi, Bobby. Carlo, auch wenn du jetzt Ex-Muslim bist, sage ich mal, das ist natürlich jeder seine Entscheidung. Und du solltest so ausleben, wie du es möchtest. Das wollte ich sagen. Man soll sich nicht schieben. Aber Nutella, jetzt ehrlich. Nutella, jetzt ehrlich. Ist der nett, ein toller Mensch, der Carlo jetzt, auch wenn er Ex-Muslim ist? Für mich ist er sehr nett, respektvoll auf jeden Fall. Und er beleidigt auf jeden Fall nicht oder sagt irgendwelche Sachen. Man redet einfach über gewisse Dinge, Themen und ja, ohne Stress, ohne Streit, ohne Beleidigungen. Das ist gut. Also ich war vorher, habe ich so einen geguckt. Das ist so ein Vöker und bei ihm geht es ja richtig ab. Mein Gott. Er hat gedacht, die spinnen alle heute. War er oder gemacht? Wie? Da heißt, da ist im, 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 oder so. Ulmen, Ulmen, Ulmen. Ich glaube, der Bruder ist vom anderen Ufer, aber er sagt, ich bin Moslem, richtig? Genau, der ist so richtig krank irgendwie. Ja, der wird doch auch hier. Ja, der sagt, mit der Krone, guck mal, ja, aber Leute, guck mal, solche Livestreams, er macht, guck mal, da sagt, guck mal, geh mal in seinen Livestream, so, sitzen sie doch so 15 Minuten, 20 Minuten und guck dir, die ganzen Kinder, die 12-Jährige, 13-Jährige, die kommen hoch, beleidigen sie vom A bis Z, verstehst du? Das ist, wirklich, wirklich, ich guck mir das an, ich sag mal, Alter, da sind Kinder, da sind Kinder, werden die so erzogen, da sind noch Kinder. Ich will bestimmt nicht, weil diese Religion mir das sagt, ich will bestimmt nicht, dass die Kinder so wachsen, niemals. Niemals, dass sie so ein Wörter benutzen, niemals, egal welche Religion, ob das Christentum oder Muslime, aber niemanden, dass irgendwas, eine Flagge hinter sich zu haben und sagt, ich bin Muslim und dann so zu beleidigen, das finde ich Hammer, wirklich, das ist respektlos. Ich war auch Muslim, aber niemals war es so, also so eine Beleidigung, ja, ich war aggressiv, ja, ich war ein Hass erfüllt, aber so eine Beleidigung, so eine Beleidigung konnte ich nicht. Aber schon hat sich, wie er sich verhaltet in einem Livestream. Ja, 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 aber wie gesagt, ich war auch als Kind, aber ich habe nie solche, solche Wörter mit diesem Alter, konnte ich nicht mal. Ja, klar, da wurde ja auch geschlagen und da wird die ganze Zeit bedroht, mein Gott. Ja, siehst du, ja klar, ja klar, ja klar, bei mir wird noch schlimmer, wenn die mich finden, glaubt mir. Nein, bitte, dritte Weltkrieg ist vorbei oder läuft noch, aber viertes brauchen wir jetzt nicht. Ich habe vorgestern, ich habe vorgestern, ich habe vorgestern so eine Nachricht bekommen, ehrlich, das ist eine Zeitung, Zeitung, ehrlich, eine Zeitung. Ich habe gesagt, Alter, hast du die Mühe, so etwas zu schreiben, alles, dann schreibt mir noch eine Zeitung. Ich habe gesagt, Alter, denkst du, ich lese das vor, Mann? Überleg dir, also, die haben so ein Buch zu schreiben, verstehst du? Nur, da schreibt mir, wie viel bekommst du im Monat, weil du das machst, sag mir Bescheid und so. Bitte, ja, ja, überleg dir so einen Gedanken zu haben, verstehst du? Ich denke, ich sitze hier zu Hause und ich bekomme irgendwer bezahlt, damit ich diesen Livestream mache. Ja, ja. Ja, ja. Das sind alle irgendwie komisch, die Leute. Apropos, ich warte immer noch auf meinen Chat von den Illuminati von Israel. Ich auch, Paco. Ich habe es auch noch nicht bekommen, Sophie, am Ende des Monats fast. Paco, ich werde dich beschneiden noch. Hörst du, alle Christen, die hier sind, bitte ohne Termine nicht. Das war nicht ironisch, ja. Kann Jot, hast du was zu sagen? Weil jemand schickt mir eine Frage. Alles klar, ihr könnt mich gerne untertun, ich geh selber runter. Und ich will nämlich auch nicht schneiden. Warte mal, ich geh runter, ich geh runter. Nee, bleib du da, ich geh jetzt runter, weil ich bin sowieso draußen, im Hintergrund ist laut, wie ihr hören könnt. Bleib du da, ich geh runter. Tschüss, ich bin aber im Chat auf jeden Fall, danke dir auch, Sascha. Bruder, hast du noch nicht geschlafen? Die Frage auf jeden Fall ist weg. Carlo und Paco beide nicht geschlafen? Nein. Ach du Scheiße. Ich und Paco nicht. Wir haben, glaub mir, wie viele Stunden? Wir haben jetzt elf Stunden vor. Ja, elf Stunden sind wir live. Echt jetzt? Oha. Ja. Kam der Hoffnung nochmal rein? Bobby, was geht bei dir? Erzähl mal. Nutella, wie geht's? Alles klar? Sag mal Bescheid, ja. Bei mir alles gut, bei dir auch alles okay? Ah, bei mir läuft immer. Sehr gut. Du bist Muslima, richtig? Ja. Ich finde das schön, dass wir respektvoll miteinander sprechen. Darum. Oh, ich bin mit vielen Leuten aufgewachsen. Oh, für mich ist kein. Das ist schön. Das finde ich wirklich schön, weil wir sind alle Menschen, die sollten miteinander nicht gegeneinander arbeiten. Ich bin ursprünglich aus Bayern und die Menschen aus Bayern sind schon ganz speziell, auch gegenüber Moslems und so. Ich habe schon viel durchmachen müssen, aber trotzdem habe ich immer mein Ding gemacht oder Respekt gehabt. Hast du dich mal gefragt, woher dieser ganze Hass gegen Muslime kommt? Warum das so ist? Also, in Bayern zum Beispiel, ich war, also zu mir wurde immer gesagt, also die Deutschen, ja, ihr nehmt unsere Arbeit weg, ihr scheiß Ausländer und bla bla bla. Und ich habe schon viel geschluckt, aber natürlich, ich bin einfach mein Ding gegangen, ich wollte niemanden beleidigen oder irgendwas sagen. Also, das ist schon schwierige Zeit gewesen für mich damals. Das ist gut, das ist gut. Immer schön in der Liebe bleiben, das ist ganz wichtig. Ja, obwohl die natürlich viel, viel mich runter gemacht haben und ich natürlich immer wieder aufgestanden bin und einfach mein Weg gegangen bin. Egal, was die gesagt haben. Ja gut, jetzt erstmal Mahlzeit in die Runde. Man muss ja auch bedenken, in Bayern leben ja auch viele Enkelkinder vom Herrn Schickelgrub. Von daher braucht es nicht so aus mit der Diskriminierung. Ja, aber ich bin in der Schweiz jetzt, ja, seit ein paar Monaten. Und ich finde, die Schweizer sind noch, noch schlimmer. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, genau, die sind sehr verschlossen, sehr gegenüber, sage ich mal, Ausländer auch sehr, man sieht schon sehr eingebildet auch sehr, also man wird schon anders behandelt. Aber hast du dich mal gefragt, warum die Menschen so sind? Also, woran kann das ja liegen? Ich meine, es gibt ja Menschen, die sind ja sehr tolerant, okay? Aber die meisten sind nicht mehr so tolerant. Woran liegt das? Oh, Bobby, weißt du, okay, durch meine, okay, jetzt sage ich mal, ich spreche ja perfekt Deutsch, obwohl ich jetzt zum Beispiel in der Schweiz und ich habe mich als Altenpflegerin beworben, sage ich mal. Und glaubst du mir, der Schweizer sagt zu mir, machen Sie mal einen Deutschkurs. Kannst du dir mal vorstellen, sagst du mir Deutschkurs. Schweizerdeutsch ist auch ein bisschen anders. Ja, ich verstehe Schweizerdeutsch. Verstoßt du mich, natürlich verstehe ich alles. Weil ich bin ursprünglich aus Bayern und das versteht man sofort. Aber das ist so wie, ich wurde beleidigt oder verarscht, sage ich mal. Ich habe eine Frage an dich. Du als Muslimin, hast du auch schwarze Haare und Vollbart? Nein, also, ich habe hellbraune Haare, aber eine Haare hätte ich vielleicht an meinem Körper. Nee, weil Lara meinte vorhin, also wir Ausländer mit schwarzen Haaren und Vollbart, ich dachte, okay, du hast auch irgendwie schwarze Haare und Vollbart. Nein, also Beine vielleicht im Teambereich. Nee, das will ich gar nicht wissen. Das will ich gar nicht wissen. Ja, du hast mich gefragt. Dann kannst du so ruhig für dich behalten. Bist voll gemein. Ja, also in meinem Gesicht, also für meine 38, ich sehe sehr, sehr jung aus. Ich habe gedacht, du bist 62 von dem Bild. Nein, Schatzi, das gehört nicht. Hallo? Du hirsch, das geht nicht. Ich habe gedacht, du bist bestimmt Rentnerin oder so, deshalb bist du im Altersein. Ach nee, aber die alten Menschen freuen sich. Wenn alte Menschen ihnen helfen, oder? Ja, genau. Die werden schön gepflegt, eingecremt, Intimwaschung, Gesichtswaschung, Körperwaschung. Ich bin 95. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Da werden die überall eingecremt, eingefettet. Jetzt haben wir oben. Machst du das alles mit Nutella? Nee, mit Nutella funktioniert es nicht. Das muss man anders machen. Hallo. Hallo, das hat dir gefallen. 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 Hallo, wie geht's dir? Willkommen. Wie geht's dir, Hallimor? Wie geht's dir? Allahm dir, Bruder, gut. Alles gut. Allahm dir. Danke. Carlo hat es gefallen, wenn ich gesagt habe, mit Nutella waschen. Nein, Nutella kann man anders vernaschen. Hallo, nicht schmieren. Nein, ich weiß es nicht. Ich frage dich. Warte mal, ich frage dich. Wie würdest du Nutella essen? Mit einem Finger oder mit einem Löffel? Oh, mit einer Zunge. Auf jeden Fall mit viel Butter. Nee, mit einer Zunge. Ah. Nein, Gott, sehr. Ich würde sie erst mal hitzen und dann drauf klatschen. Au, au, das tut weh, aber. Nein, das ist doch das Schöne daran. Das tut doch der Frau will, nicht hier. Oh nein, bitte beleidigt mich nicht. Wir machen doch das Ding. Trotzdem steht neben mir Lara, da habe ich sowieso Angst. Nein, diese, Janni, Janni sagt, ich bin keine Muslime. Ja, okay. Ja, ja, ja. Ja, Muslime sind wir. Muslime sind wir. In den Kommentaren darfst du gar nicht achten. Einfach nicht drauf achten. Ich bin Muslime nur im Herzen. Soweit ich was Gutes tue. Alle Menschen liebe. Für mich ist alles egal. Das ist. Ja. Bobby, sollen wir mal auf deine Frage noch mal eingehen, noch mal aufwärmen, wie du gestellt hattest, warum das ja alles so ist? Werde. Werde, deswegen bin ich ja hier. Ja, also meine Meinung wäre dazu, darauf könnte man gar nicht so pauschal antworten, weil du ja so viele Individuen hast. Jeder Mensch ist ja persönlich anders gestrickt. Weißt du, die einigen, einige lassen sich eben halt von Gruppierungen beeinflussen. Aber du hast natürlich auch einige dabei. Da kannst du der aller 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 beste Ausländer sein, der aller 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 beste Nachbar sein. Du kannst den jeden Tag die Einkaufstüten nach Hause tragen, die Tür aufhalten und den grinsend jeden Morgen guten Morgen wünschen. Und trotzdem und trotzdem würden sie nicht von ihrer Meinung abweichen. Du hast eben halt verschiedene Gruppierungen darunter. Das ist das. Deswegen kann man das gar nicht so pauschal beantworten. Okay. Also ich kann dir jetzt von meiner Sicht aus erzählen. Ich sehe aus, ich bin Christ, ich bin aber Arameer. Das bedeutet, ich habe auch schwarze Haare, bin quasi was dunkler als andere Menschen. Ja, Arameer sprechen ja auch Arabisch. Das sind aber alle Christen. Ich spreche auch Arabisch und ich habe auch nochmal meine eigene Muttersprache. Genau, ja. Jetzt geht es halt darum, dass ich ja quasi auch irgendwo in eine Schublade gesteckt werde. Was erstmal so okay ist, weil auf die Meinung der anderen ist jetzt nicht so schlimm. Aber dieses quasi permanente, quasi akzeptiert wird, kommt ja irgendwo her. Und das ist ja, ich bin halt der festen Überzeugung, dass diese Meinung, die die Menschen haben, auch irgendwo her kommt. Und die auch irgendwo gar nicht. Ja, ich glaube, wenn ich da einmal kurz reingeritschen darf. Ich glaube eher, dass das liegt am Schubladendenken und an dem Nicht-Differenzierungsvermögen von einigen Menschen. Verstehst du? Wenn die Menschen nicht lernen zu differenzieren, ja, ein bisschen sensibler nachzudenken, dann wird eben halt vieles pauschalisiert. Und dann hast du eben dieses Problem. Du fällst dann durch das Raster und bist mit in den Topf drin. Das Problem habe ich ja auch schon seit 50 Jahren. Das ist wichtig. Bist du Deutscher? Ich bin Armenier. Armenier. Ah, okay. Du bist auch Christ, richtig? Ja. Okay, wir sehen nämlich genau gleich aus, du und ich. Und das ist halt, das ist etwas, was mir nicht gefällt. Also ich musste meine Heimat verlassen, quasi religionsbedingt, weil ich meine Religion nicht so ausleben konnte, wie ich gerne hätte. Und das Problem ist, ich habe das Gefühl gerade, dass mich meine alte Welt verfolgt bis nach Deutschland. Ja, ja. Ja, ja. Das kann ich so auch bestätigen. Also das Gefühl habe ich... Das muss ja irgendwoher kommen. Und meiner Meinung nach ist, dass es gewisse Aktionen gab in der Vergangenheit, die quasi, die Menschen hat quasi stumpf werden lassen, gewissen Ethen oder Religionsgruppen. Und das ist halt, das ist halt, ja, nichts Schönes. Ne, ich glaube noch nicht einmal, also ich glaube noch nicht einmal, dass das von einer Partei aus unbedingt religionstechnisch dingfest gemacht wird. Das ist einfach, jetzt nehmen wir mal den klassischen Deutschen, der wirklich sich nach den alten Zeiten sehnt, sage ich mal. Dem ist halt egal, ob du Christ, Buddhist oder Muslim oder sonst irgendwie was bist. Du hast einfach schwarze Haare, du hast dunkle Augen, der will dich einfach nicht sehen, Punkt. Der will auch nicht differenzieren, dem ist auch egal, ob du dem jeden Tag guten Morgen wünschst, ob du, keine Ahnung, dem jeden Tag 10 Euro für Kaffee auf der Arbeit schenkst. Das ist ihm egal, der will dich einfach nicht sehen. Das ist ja das Problem. Du hast eben halt diese verschiedenen Gruppierungen. Und eben dann kommt noch dieses Nicht-Dasein vom Differenzierungsvermögen, dass die Leute nicht sagen, okay, der sieht zwar aus so wie der andere, der mir wirklich richtig auf die Nerven geht, aber der ist ja gar nicht so. Er sieht ja nur so aus wie der andere. Dieser Gedankengang ist eben halt meistens nicht da. Das ist das Problem. Es ist alles sehr, sehr traurig, wie sich das in den letzten paar Jahren oder ein paar Jahrhundertjahren entwickelt hat. Und deshalb ist es meiner Meinung nach so wichtig, dass ein Karl, das er hier gerade macht oder Ayatollah oder Paco, dass das Leute sind, die sagen, hey, das Fehlen von Akzeptanz ist irgendwo gerechtfertigt. Das hängt halt einfach damit und damit zusammen. Und deswegen, ich finde es halt traurig, wie sich das alles entwickelt, aber ja, das soll man machen. Du bist aber mehr und wir haben ja ungefähr so fast dieselbe Geschichte. Also, verstehe mich nicht falsch, nur mal offen angesprochen, das ist ein Päckchen. Das wirst du und ich auch nicht mehr los in diesem Leben. Ich sollte nicht so ein bisschen mächtig werden, weil ich lebe auch in Deutschland und auf der Straße sehe ich auch Gruppen von Schülern. Keiner sieht aus wie der andere, einer ist Afrikaner, einer Asiater und der andere blonde Deutsche und alles Mischmasch, Kopftuch und so. Ich glaube, die neue Generation ist anders, weil Deutschland war noch nie so eine Kolonialstadt wie Frankreich oder England oder so. Die haben so ihre Erfahrungen mit Ausländern, aber Deutschland war halt immer unter sich, wie die Japaner jetzt, immer unter sich. Und jetzt langsam wechselt das Bild von Deutschland ist halt so und die sind damit überfordert, halt die ältere Generation. Kann ich verstehen, verstehst du? Es braucht ein bisschen Zeit, aber es wird alles wieder gut. Vielleicht, wie der gesagt hat, wir erleben das nicht, aber ist sie schon Entwicklung. Entwicklung. Aber Entwicklung ist Entwicklung. Ja, wobei bei den Älteren, also bei den Älteren jetzt von meiner persönlichen Warte aus gesehen, bei den Älteren sehe ich die Problematik gar nicht so groß. Also bei mir ist eher die Problematik, was jetzt Deutsche angeht, eher so diese Gruppe zwischen 40 und 55, knapp 60. Aber die ganz Alten zum Beispiel, die jetzt auf die 70 zugehen oder so, also ich habe bis jetzt nur Liberale kennengelernt. Man unterhält sich ja mit den Nachbarn und so. Also Chris hat schon recht, weil zum Beispiel in Pflegeheime, die die Zweiten Weltkrieg erlebt haben, bei mir zum Beispiel hat sie gesagt, der Hitler soll mich vergasen. Diese wirklich Katastrophe. Ja, und die Generation, die ist nicht lang da, verstehst du? Und die neue Generation, die offen auf der Welt und so, das wird sich ändern, das bleibt nicht so. Jetzt sehe ich so Blondine mit einem afrikanischen Freund, damals so Teenager, das hast du früher nie gesehen, verstehst du? Früher, wenn Afrikaner auf der Straße gelaufen sind, die Leute hin und haben seine Haare angefasst. Die haben nicht mal geglaubt, dass es echt ist. Ja, die haben bestimmt auch hart mit Vorurteilen zu kämpfen. Also, die haben dieses Pärchen. Ja, das stimmt. Die werden es nicht einfach haben. Ja, aber egal welche, ich sage Rasse, wir sind zwar alles Menschen, aber welche Herkunft oder so, du hörst nie von Chinesen oder die Vietnamesen. Die sind alle fleißig arbeiten, wenn ein Chineser hier ist mit seinen Kindern, der schickt in die Schule, der nennt den Karl, der hat nicht mehr chinesischen Namen. Die sind richtig integriert, verstehst du? Von denen hörst du nichts. Nur, unsere Gemeinde ist so laut. Paco, ich habe nur eine Frage. Jetzt, damit wir halt ein bisschen noch lachen. Nicht böse gemacht. Aber habt ihr wirklich jemals einen Chinesen oder Japaner bei Tankstelle gesehen? Ich habe noch nie gesehen. Wirklich, guck mal, ich bin seit 30 Jahren hier. Ich habe keinen von den Tanken gesehen. Ist das normal? Ja, ja, die haben immer seine Reserven. Wirklich, ich kann dir sagen, warum. Ich kann dir sagen, warum. Weil die sind den ganzen Tag damit beschäftigt, Nummer 50 von der Karte vorzubereiten. Am Bock. Ne, jetzt nicht Chris jetzt. Das war richtig, Bruder. Das war jetzt ein bisschen zu hart. Na, aber ich meine es ernst. Ich meine es wirklich. Guck mal, ich bin seit 1994 in Deutschland und seit 2000 habe ich meinen Führerschein. Ich habe wirklich gar kein einziges Mal irgendwie die Tanken gesehen. Ich weiß nicht, wo die tanken. Ich will das gerne wissen. Ich meine es ernst. Die fahren eh Autos. Die fahren eh Autos. Aber dich doch nicht seit 2000. Die fahren mehr Fahrrad. Ayatollah, ich kann dich schwören in Paris. Ich bin aus dem Taxi ausgestiegen. Da bin ich aber stehen geblieben, weil ich auf jemanden gewartet habe. Und der Taxifahrer war ein Chinese. Und dann ist er mit mir ausgestiegen, hat der Kofferraum aufgemacht. Ist ein chinesischer Kollege von ihm rausgekommen von der Dings und hat er weitergemacht. Ist er weitergefahren. Die sind wirklich arbeitsamt. Wirklich. Die sind wirklich gut. Die sind schlau. Aber guck mal, die sind halt mit solchen Themen gar nicht. Die beschäftigen sich, glaube ich, gar nicht mit solchen Themen. Die machen die Arbeit. Also ich finde es gut, ehrlich gesagt. Die lassen andere in Ruhe. Die tun was für ihr eigenes Leben. Also guck mal, guck mal, jetzt wo wir beim Thema Chinesen sind. Jetzt können wir mal einen Mythos zerstören. Die meisten schreien ja immer nach Integration. Die sollen Deutsch lernen. Die sollen Deutsch lernen. Jetzt zeig mir mal einen Chinesen, der wirklich vernünftig Deutsch spricht. Die sprechen alle kein vernünftig Deutsch. Und trotzdem machen die den Leuten keinen Ärger. Ja. Weil die wissen, dass irgendwann werden wir alles glauben von denen. Ich war schon mal in der Schule gewesen, Leute. Und da geht echt ein Fock ab. Aber was ich komisch finde bei den Hindus, die Kühe oder Tiere, ich habe keine Ahnung. Das finde ich zum Beispiel noch schlimmer, als wenn ich es ein Christ weiß. Also auch da müssten wir mal mit, glaube ich, das habe ich jetzt ein paar Mal schon gehört, da müssten wir auch mal mit einem Mythos aufräumen. Also so wie ich festgestellt habe, ich lasse mich gerne natürlich eines Besseren belehren. Die Inder, die hier in Deutschland jetzt sind, der größte Teil von denen, die haben mit dieser Kuh-Anbetung überhaupt nichts zu tun. Deren Religion nennt sich Sikh. Und ich habe mich mal mit einem von denen unterhalten. Das sind diese, die die Turbo antragen und mit einem Deutsch rumlaufen. Das ist Kriegerstamm. Und ich habe dir mal gefragt, wie das denn ist mit dieser, bei euch im Land gibt es ja welche, die Kühe anbeten und sowas. Und er hat mir gesagt, das ist nur eine kleine Minderheit bei denen, die das praktiziert. Der größte Teil ist wohl wirklich dieser Turbanträger namens Sikh. Sikh ist eigentlich eine Mischung aus Hinduismus und Islam. Aber guck mal, die beten ja nicht die Kuh an, sondern für die ist die Kuh nur heilig. Das ist was anderes. Ja, das ist was anderes. Das ist was anderes. Ich könnte sagen, dass sein Opa in der Kuh wohnt. Oder vielleicht diese Statue, die beten eigentlich diese Statue an. So. Ja, aber guck mal, Nutella, das tut ja niemand wie. Ich habe ja diesen Beispiel. Nein, aber ich finde das irgendwie komisch. Natürlich. Ja, aber ein Prophet, der auf dem Esel pflegt, sieben Himmel und andere Leute trifft, das ist nicht komisch. Ich finde alle Religionen komisch. Ja. Aber Hauptsache, wir sind menschlich. Ja. Alle, alle sind sehr komisch. Ja. 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 Und die, die als mehr, ich finde Islam sehr komisch. Ja, aber guck mal, Atlas, guck mal, weil du halt selber aus islamischem Land gekommen bist, weil du dich dann halt damit besser ausgänzt. Deswegen finde ich es komisch, wenn wir jetzt sagen wir halt irgendwie in Indien geboren wären oder keine Ahnung. Ich glaube, irgendwo auch in Südostasien muss es sein. Da gibt es auch so, die haben ein Götze gebaut aus dem Geschlechtsteil von einem Mann und die beten das an. Also wenn wir das jetzt so hören, ist so ein bisschen komisch. Aber weil wir halt nicht in diesen Dingen drin sind, befassen wir uns nicht so sehr. Aber du findest jetzt Islam komisch, weil du aus diesem Land gekommen bist. Du hast bestimmt halt irgendwelche Leid gesehen und das kritisierst du jetzt für dich extremer, weil das dann wirklich so tag und täglich erlebt hast. Aber wenn du jetzt ein Ex-Ex-Buddhist gewesen wärst, sagen wir, du hättest an Buddha geglaubt und würdest dann auch das hinterfragen, dann würdest du auch deinen Buddhismus extrem kritisieren. Ja, der hat das kritisiert wie alles, der ist Atheist. Ja, aber der Islam ist nur nicht lustig, auch sehr traurig. Ja, das stimmt. Ich finde das sehr traurig, weil wenn ich Muslim war, täglich fünfmal, ich gehe beten. Namas, das heißt Namas. Und wir verfluchtschicken alle Welt, außer den Muslimen. Und jetzt überlege ich für meine Vergangenheit und ich frage mich, wie ein idiotischer Mann bin ich derseits. Ja, aber damit solltest du keine Zeit verschwenden, Atlas. Das ist alles nur Zeitverschwendung, du musst nach vorne gucken. Was war, ist wahr. Und was war, ist wichtig, weißt du? Homosexuell, also überhaupt generell. Schwule, Lesben, das ist nur eine Krankheit, das kann man behandeln. Was? Bitte. Bitte, Nutella. Nutella, Nutella, musst du auf dein Wortwahl aufpassen machen. Ich will nicht hier gesperrt werden, weil du hier... Nein, nein, Entschuldigung. Weil du hier... Keine Ahnung. Nein, ich Wiener, Wiener, Entschuldigung. Nee, aber Nutella, das ist doch keine Krankheit. Ich bitte dich, ich bitte dich, also so Leute, die dann halt sich da gar nicht damit befasst haben, dass sie diese Aussage tätigen, das ist... Aber man kann das behandeln. Das kann man... Bitte, Nutella, wer hat dir sowas erzählt? Entschuldigung, Karlo, Karlo. Hallo, Karlo. Kann ich dir eine Information geben? Vielleicht hast du Ahnung oder nicht. Wenn du auf den Text schreiben, Karre, Karre, 1, 2, 6, Karre, Karre, und schicken, dann, äh, TikTok sehe ich nicht, äh, wie schlimmer wird. Das ist einfach... Das ist richtig, mein Herr. Ja, das ist richtig. Wurde auch. Kannst du, kannst du einen Namen drücken und löschen und da schreiben Karre, Karre, 1, 2, 6, Karre, Karre und schicken dann, äh, das wird nicht passieren. Ich hab... Ich hab... Ablass nicht, dass wir alle gesperrt werden durch diesen Ersteck. Ja, ich hab... Entschuldigung. Moderatör, Moderatör oder Moderatörin kann machen, oder, äh, kann auch kann machen. Äh, es wird nie... Niemand kann nicht sehen, was du geschrieben hast. Okay. Aber Nutella, ich möchte nur sagen, dass diese Ansichtsweise auch sehr faschistisch ist, äh, und dass Homosexualität nichts ist, was man, äh, was keine Krankheit ist und somit auch nicht bekämpfen sollte und so weiter. Also, ich weiß nicht, warum, wie du zu dieser Ansicht gelangt bist. Nein, aber ich akzeptiere zwar alles, äh, Jidem, aber ich meine, so wie der Gott uns erschaffen hat, eine Frau, ein Mann, weißt du, was ich meine? Gott uns nicht. Wer sagt das? Aber guck mal, selbst in der Tierwelt, selbst in der Tierwelt gibt es Homosexualität. Richtig. So... Also, äh, bezüglich nochmal dem Hinduismus. Das, also, ich wollte mich nur ayat-ayat anschließen. Ich war in Indien und, äh, eine Kuh wird nicht angebetet und ist einfach nur heilig. Aber mittlerweile ist auch in Indien, äh, wird Rindfleisch konsumiert in bestimmten Restaurants. Also, das ist auch schon wieder veraltet, weil immer mehr Jugendliche halt, äh, sich natürlich jetzt nicht, äh, der Religion anpassen. Und, äh, äh, das ist jetzt also nur noch ein Klischee geworden eigentlich, dass, äh, Inder kein, äh, Rotfleisch essen oder, äh, Kühe anbeten oder sowas. Also, das, das existiert nicht. Und, Nuzella, noch was, guck mal. Das ist ja zum Beispiel, äh, Samortier, ne? Also, liebst du Katzen oder Hunde? Also, magst du mir? Ich meine jetzt, ähm, so, wir reden einfach so, ich, ich habe nichts gegen die Leute. Nein, 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 das meine ich nicht, weil du meintest, das ist eine Krankheit. Zum Beispiel, so, ich mag alle Tiere, ne? Ich würde, wenn ich, wenn ich könnte, würde ich eine Farm aufmachen, alle Tiere zu mir, also so irgendwie halt, ne, mich drum kümmern. Aber jetzt, irgendwie, weil ich dann halt selber einen Hund hatte, äh, denke ich mir, Hunde sind mir lieber. So, wenn ich dann halt so Hunde mehr gern habe, ist das dann eine Krankheit, was ich dann weg operieren kann oder behandeln kann, dass ich dann halt Katzen dann noch mehr liebe als Hunde? Das ist dann so eine Vorliebe. Okay, erklär mir mal was. Zum Beispiel, jetzt, äh, jemand, äh, ist jetzt verheiratet, hat eine Frau und Kinder, ja? Und nach dem, nach dem, sag ich mal, nach vielleicht vier, fünf Jahre sagt er, okay, ich stehe auf Männer und so. Aber wie, wie kommt das jetzt? Verstehst du? Ich, ich... Vielleicht hat er das jahrelang unterdrückt. Ja, ich sag dir, warum. Ja, ja, ich sag dir, warum. Ja, ja, ich sag dir, warum. In dieser Mann. Weißt du was schon mal, Karlo? Hat er eine Religion? Hat er eine Religion? Warte, warte, hat er eine Religion hinter sich? Religion hinter sich? Also, wo ich einen kenne, der ist, äh, Türke. Ja. Also, und da ist das, da ist das, die ganze Zeit, die ganze Zeit, ne, wird er unterdrückt und geschämt davor erstmal, bis er irgendwann in der Zeit kam, ne, der Zeit kam, der sagt, ich kenne nicht mehr, ich muss, ich muss. Und das ist keine Krankheit. Das ist wirklich keine Krankheit. Das ist ein Weg, man... Ich weiß nicht. ... damit geboren, verstehst du? Das ist, nein, das ist wirklich keine Krankheit. Aber das ist halt voll komisch. Ich komme, ich komme, ja, ja, ich komme, ich komme auch aus einem Land, ne, und ich konnte viele, die sind verheiratet, die sind verheiratet, haben die Kinder und so weiter. Nur weil das religiöse, das genau, äh, weiß genau, wie, wie jetzt, ich bin Ex-Muslim, ne, zum Beispiel, und, äh, wenn er die Freien sagte, ja, ich stehe nicht mehr auf Frauen, sondern auch Männer, das wird ihnen genauso passieren, ob ich, äh, noch schlimmer sogar. Verstehst du, ich meine? Und das ist der Grund. Das ist der Grund. Okay. Ja, äh... Religion ist der Grund. Carlo, darf ich... Nutella, warum eine erwachsene Menschen entscheidet sich, äh, egal Sexualität, was, äh, egal Schwul oder was? Also, ich rede von meinem menschlichen, sag ich mal, wo ich selber, äh, der liebe Gott hat uns erschaffen, eine Frau und ein Mann, weißt du, was ich meine? Ob sie dann auf Männer oder Frauen stehen, ist es natürlich seine freie Entscheidung, sag ich mal. Ja, ich meine das, es gibt freiwillig oder keine. Aber ich finde es halt irgendwie komisch, weißt du, die Leute haben eine Frau, Kinder und nach ein paar Jahren, äh, stehen die auf Männer. Gibt es auch welche oder vielleicht haben welche das unterdrückt, aber auch welche, die dann später, äh, sagen, okay, ich stehe auf Männer, zum Beispiel. Weißt du, was ich meine? Ja, es gibt ja verschiedene Varianten. Ja, das ist, das ist natürlich normal, ja, dass, äh, Menschen, äh, Menschen können, äh, was möchten, für, 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 nur für seinen Charakter, kann machen. Ja, das meine ich. Es ist halt schon ein bisschen traurig so, weil, äh, ich meine, gibt es nicht Schöneres auf dieser Welt, wie Frauen oder Männer, Männer ohne Frauen geht nicht, Frauen ohne Männer nicht, verstehst du, was ich meine? Und dann plötzlich auf einmal, es ist komisch einfach. Aber guck mal, das ist deine Meinung, für eine Lesbische, das geht nicht so. Guck, guck mal, äh, Nutella, nur, nur, nur damit du dich eventuell vielleicht ein bisschen beschädigt fühlst. Bei den, äh, bei den psychologischen Medizinern gibt es so einen Katalog, einen DSM-Katalog nennt sich das. Und nach diesem Katalog richten sich die Psychiater und Psychologen. Und die haben jetzt mittlerweile Band, äh, vier oder fünf ausgemacht. Und es ist tatsächlich so gewesen, in den 70er Jahren sogar noch, das müsste, glaube ich, entweder Band eins oder Band zwei gewesen sein. Okay. Da stand tatsächlich drin, dass Homosexualität als, äh, Krankheit deklariert wird. Ja, das meine ich, genau. Das haben die dann nachher wieder rausgenommen, natürlich, ne? Ah, okay. Sehr. Das wusste ich nicht. Ja, also die könnten ja die ganze Zeit... Okay, wir haben neue Gast, wir haben neue Gast hier, bitteschön. Ja, äh, also gerade vielleicht mal zu dem Thema gerade. Also die könnten ja die ganze Zeit halt auch bi gewesen sein. Also es ist ja nicht so, dass die entweder das eine oder das andere sind. Die können ja auch bi sein. Das heißt, die können grundsätzlich eine Familie haben und so weiter. Und sich dann irgendwann entscheiden, ja, das andere ist dann gerade irgendwie stärker. Oder das habe ich sozusagen schon immer irgendwie gehabt. Äh, darf ich, Leute? Ich würde mich gerne verabschieden von euch allen. Äh, alle Glückwunsch in Gott und Höhe gehen. Okay, Bobby, dankeschön. Carlo, Bruder, wir sehen uns bestimmt heute Abend. Bobby, dankeschön. Bobby, auf Wiedersehen. Wir sehen uns. Und immer schön in der Liebe bleiben, immer freundlich zueinander sein. Ja, bin ich doch. Dankeschön. Dankeschön. Ich auch in fünf Minuten, in fünf Minuten, zehn Minuten räume ich hier auf, lasse ich nur Paco, wenn er Lust hat, und Ayatollah. Ich will das weitermachen. Danke dir. Bobby, da hilft also wegen Anpassung. Ich habe das jahrelang halt, weil ich mich auch in Deutschland anfassen wollte. Ich habe dann halt gemerkt, okay, Haarfarbe, das hilft. Ich habe die ganze Zeit meine Haare und mein Bart blondiert. Ich habe gemerkt, ich wurde dann halt anders, anders behandelt. integrierter. Bruder, ich habe schon grün-blaue Augen, also ich bin schon aufgeregt als andere, aber ich kann nicht jede Woche meine Haare färben. Bobby, auch wenn du blond bist, das macht nichts. Ja, ja, ich glaube auch. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und ich hoffe, ihr habt eine schöne Diskussion. Macht's gut. Ciao. Ciao. Dankeschön. Ciao, ciao. Wird mich interessieren, wie du das hinkriegt hast, dass die Haare wahrscheinlich schwarz auch blöd gemacht sind. Rechtleitung, deine Stimme, aber können wir etwas lauter reden? Man hört dich wirklich nicht. Okay, noch lauter, okay. Ja, also mich würde da sozusagen jetzt bei Ayata interessieren, wenn er seine Haare gefärbt hat, wie er das hinbekommt. Ich gehe davon aus, es waren schwarz und dass die deine Lücke noch nicht sind. Es geht doch ins Rötliche. Meine Haare waren dunkelbraun. Und deswegen war es ein bisschen leichter. Aber du hast recht, man muss es ein paar Mal machen. Aber wir müssen jetzt hier nicht über Friseurbedarf. Ja, ich gehe voll südländisch aus. Mit mir kann man nichts anstellen. Okay. Dann kann ich nichts färben. Und was bist du für eine Nationalität, Nutella? Albanisch-Türkisch. Oh. Ja. Nutella, du siehst unheimlich aus wie mein... Nutella. Wie mein Kurslinger. Ich habe Angst gekriegt, dass ich dein Bild gesehen habe. Wie mein Kusine. Wie Kopie. Ja? Okay. Ja, ja. Hi. Servus. Eine Frage. Tun die Muslime, die Al-Bukhari annehmen, also was da drin steht? Nicht alles. Wo nur authentisch steht. Nicht alles. Wenn die Sunniten sind, oder? Okay. Ja, wenn die Sunniten auch sind. Aber alles, was authentisch da drauf steht, dann nehmen die an. Und die anderen sind ja unauthentisch, oder als unauthentisch, als Saif zum Beispiel, die nehmen die nicht an. Aber wenn die Taqia benutzen, die können die auch annehmen. Kennt ihr den Vers mit den Juden, der sich hinterm Baum und Stein versteckt? Und dann... Ja, kann ich... Was ist damit? Kann ich dir rausholen. Kann ich dir rausholen. Das ist authentisch. Das ist authentisch? Das ist authentisch. Okay, das ist... Daran glauben die Muslime. Genau. Das ist dann ganz... Deswegen, die glauben immer, wenn... Ja, die glauben immer, wenn der Christ kommt, und werden die Juden... Also da steht, wird die Stunde nicht kommen, bis die alle Juden bekämpft werden. Genau, ja. Sogar, die werden sich hinter Steine und Bäume verstecken, und die Steine und Bäume werden sagen, hier, sind die Juden hinter mir versteckt. Und da steht, das ist alles authentisch. Das ist alles authentisch. Das ist richtig. Das ist Wahrheit. Ja, das ist authentisch. Manche heißt, dich muss man auch verstecken hinter dem Baum jetzt. Ja, ja, und der Baum wird sagen, wir sagen, ihr Muslime, kommt hier, einer hat sich hinter mir versteckt. Also der Baum wird auch reden. Ja, und das ist ein... Ja, und das ist ein... Ja, und das ist ein... bestimmte Sortenbaum. Das ist nicht der aller Bäume. Also kein Olivenbaum. Das ist ein spezielles Baum. Ich weiß nicht, wie der heißt jetzt auf Deutsch. Hallo. Ja, ja. Also wie... Wie hat der Ringer... Wie hat der Ringer... Kannst du dieser Ringer filmen? Ja. Aber guck mal, ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus. Da gibt es sogar ein Vers, nicht nur halt... Das hat ja ein Mensch geschrieben, aber den Koran kommt ja angeblich von Allah. Da gibt es ein Vers, wenn jemand ermordet ist, dann sollst du einen Kuh töten und ihn zerstückeln und zur Leiche bringen und dann wird der Kuh dann aufstehen und... Entschuldigung, der ermordete wird dann aufstehen und die sagen, wer der Mörder war. Da steht den Koran drin. Das steht bei Juden auch. Das ist Gerät Moses. So, ist das realistisch? Also ich meine, was macht dann dann... Ich frage mich jedes Mal, wenn ich mich daran erinnere, was macht dann halt die Polizei falsch, wenn das im Koran steht, wenn das stimmt? Warum machen die das nicht so? Gute Frage. Das stimmt. Einfach eine Kuh schneiden und nehme Fleisch und die Leiche schlagen und sagt, wer dich getötet. Frage. Es sind halt wirklich... Also es ist ja nicht nur... Also wie gesagt, es ist ja... Man muss wirklich alle Religionen hinterfragen. Deswegen, also ich versuche das wie bei Eddie und bei Carlo das zu unterdrücken, weil da gibt es auch so viele Geschichten, wo du dann wirklich extreme Fragen aufstellt. Ich habe ja das mit Salomon gesagt oder halt keine Ahnung, überhaupt Moses oder halt mit dem Stock, wo das dann zu Schlange geworden ist. So, warum hat die Schlange dann irgendwie Pharaons Schlange aufgefressen? Warum hat die Schlange nicht einfach den Pharaon oder den Pharaon nicht getötet, damit er überhaupt der Moses nicht abhauen musste? So, das sind dann so wirklich Geschichten, wo du denkst, ey, das ist ja noch bessere Science-Fiction-Filme, als die heutzutage gemacht wird. Normalerweise gewisse Versen muss man schon ein bisschen... Ich weiß nicht, was alles dahinter steckt, weil wenn ihr schon alles so liest, wie so im Koran alles steht, ich habe da echt keine Ahnung, ich kann halt nichts dazu sagen, was das alles zu bedeuten hat oder was für Hintergründe oder ob das jetzt falsch interpretiert worden ist oder die Leute, ich habe keine Ahnung. Es ist ein super klares Buch, es steht alles ganz genau so da, wie man das verstehen kann. Weil in Arabisch so Schrift ist wieder anders, anderes wieder anders, ich, also ich selber kann nichts sagen, weißt du. Nutella, Rechtleitung, Rechtleitung redetreide. Ja. Darf ich kurz noch was sagen? so näher, du warst ja vorhin schon im Live, da wollte ich eigentlich mit dir reden, aber wurde leider die ganze Zeit unterbrochen. Das steht ja in diesem einen Buch, also das gibt es, diesen Vers und ich hatte gerade nachgefragt, wie das ist, ob der Islam das annimmt oder nicht. Und ich war auch schon bei Muslimen im Chat und habe da das nachgefragt und die haben mir das ebenfalls bestätigt. Also sogar die eigenen Leute sagen das. ich weiß nicht, vielleicht gibt es da verschiedene Spaltungen dann im Islam, aber was ich jetzt nicht vermute da eigentlich. Ja, ja, deswegen, deswegen ja, ist das dieser, dieser Hass da gegen Juten. Deswegen, durch diese Versen im Koran, diese Hadithe, verstehst du was? Ich meine, deswegen ist das. Also ich werde mich da nochmal mehr reinfuchsen, aber soweit ich bestätigt bekommen habe, stimmt es, dass der Islam dann glaubt? Ja, die glauben feste dran. Die glauben feste dran, die glauben feste dran und seit, 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 seit Gaza zum Beispiel, seit Gaza dieser Kriege und so weiter und da kamen viele Imame zum Beispiel im Fernsehen und die haben das wieder, dieser wiederholt, wiederholt, dieser, dieser Hadith, wiederholt, wieder laut im Fernsehen. Jeder hat mich gehört. Okay. Ich denke mit das mit dem Gaza-Streifen, also, wären die Pakistan, also Palästinenser in der Position der Israelis, würden die glaubt dasselbe machen, ist halt das Problem. Aber was die Israelis machen, das ist Kriegsverbrechen und das sollte so nicht stattfinden. Und ich weiß auch nicht, wie Europa ist das schon. Das ist ein Genozid, das ist geisteskrank, dass sowas heutzutage existieren und davon kann. Das ist von beiden Seiten. Ich finde, ja, ja, aber ich finde, ich finde das zum Beispiel ein Fehler, was die da gemacht haben, zum Beispiel Hamas, du bekämpfst diese Leute seit 70 Jahren. Seit 70 Jahren hast du ihnen immer noch nicht gelernt. Also das finde ich, das finde ich einfach psychokrank ist. Weil manchmal gab es, ja, ja, da gab es seit 70 Jahren, manchmal gab es Krieg wegen einer Person oder zwei Personen und jetzt 1400 Personen, und du kannst auch hier nicht sagen, ja, ja, das ist Krieg, das ist kein Krieg. Kinder so ermorden, einfach auch so, die haben auch, die haben, die sind in Wohnungen reingegangen, reingegangen, die Mutter hat auf ihre Kinder gewartet. Ich habe das alles, ich habe das alles auf arabischen Kanäle gesehen, verstehst du, Videos, Videos, die man privat schickt, die nicht mal auf TikTok, auf TikTok oder auf Facebook oder auf Facebook oder auf Facebook postet, einfach private Videos über WhatsApp, ne, solche Videos habe ich gesehen. Man kann nie mal irgendwo posten, verstehst du, die haben einfach in Wohnungen reingegangen, ne, die Frauen einfach so, einfach, Nackentherapie gemacht und die haben da, die haben sich auf die Stühle gesetzt und auf Kinder gewartet, verstehst du, ich meine? Und die wurden einfach abgeschnachtet. Ja, und, ja, und das finde ich, was sie gemacht haben und dann noch und dann noch oder auf ein Auto, die lassen ein Mädchen, ne, beschnitten, nackt und die ganzen Brüste haben die beschnitten, ne, und, ne, die liegt auf dem Auto, die fahren damit und die sagen, die sagen, Allahu Akbar dahinter und das, wenn man das sieht, wenn man das sieht, das ist egal, wie man das sieht, ne, das tut weh, ist egal, ob das, ob das Juden sind, ne, sowas macht man nicht, das ist unmenschlich, das ist unmenschlich. Der ganze Krieg da ist. Und dann kommen die hier, ja, und deswegen ist das der Krieg, verstehst du? Ja, aber wegen so näher noch mal auf dich zurückzukommen, ähm, ich würde von mir behaupten, ich tue den Propheten Mohammed beleidigen, aber ich beleidige ihn nicht, indem ich ihn beschimpfe, sondern indem ich ihn widerlege und deswegen, das darfst du mir nicht wecken. das mache ich auch. Das darfst du, ja, das mache ich auch. Nicht als beleidigungsvolle. es kann, es kann, nein, nein, das mache ich ja nicht, aber, manche, und manche, andere streamen, zum Beispiel, wenn jemand mich beleidigt, dann beleidige ich ihn auch, ganz ehrlich, öffentlich, warum, weil da steht im Koran, beleidige nie ein Gottloser, sonst wird dein Gott und dein Prophet beleidigt und das, zitiere ich ihm auch aus seinem Koran, aus seinem Koran, dein Koran sagt das, warum machst du das? Ich bin Gottloser, warum machst du das? Denn, sobald ich dieser Vers vorlese, dann sind die ruhig, dann sind die ruhig, und würde ich akzeptiert und sagt, ja, okay, 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 alles gut, weil, ein Mutter zu beleidigen, wenn er reinkommt und beleidige meine Mutter, ich beleidige seine Mutter nicht. Wenn ein Muslim ist, seine Mutter wie meine Mutter, seine Schwester wie meine Schwester, aber wenn er meine Mutter beleidigt, dann beleidige ich ihn genauso, wie ich ihm weh tue. Kann ich was fragen, was jetzt ein anderes Thema ist? Ja, klar. Also, ich bin ja jetzt nie religiös gewesen, hab mich auch nicht mehr befasst, ich verstehe das nur nicht inhaltlich. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Es gibt ja vier Glaubensschulen im Sunnitentum. Die Hanifiten, Malikiten, was noch? Aleviten. Nein, Aleviten sind nicht im Sunnitentum. Nein, nein, das ist vier, das ist vier, das ist vier, Hanbaliten, Hanifiten, Ismailten, glaube ich, und noch, und noch, welcher Parko? Und Malikiten noch. Genau, und was ist der Unterschied zum Beispiel? Malikiten, ja. Ich verstehe das nicht. Was ist der Unterschied zu Hanifiten und Malikiten zum Beispiel? Jeder hat, guck mal, jeder hat sein eigenes Gesetz zum Beispiel. Die haben ein Buch zum Beispiel gefunden, was zum Beispiel als Fatwa geschrieben hat. Das sind Gesetze. Gesetze zum Beispiel würden nicht, guck mal, das ist ja, das ist das, das ist das, was ich hier zum Beispiel immer kritisiere. Da sind die Schlimmsten auch, schlimmer als Koran, schlimmer als Hadith. Weil Fatwa-Nummer, da sind solche Gesetze, die haben das in Bücher gefügt, in diese vier Rechtsschulen, und in dieser vier Rechtsschulen, diese ganze Bücher, steht in Universität Al-Azhar in Ägypten. Und die Studenten lesen vor, lesen das, was da alles steht. Und wenn ich dir jetzt, wenn ich dir jetzt zum Beispiel, dieser Fatwa, zum Beispiel diese Gesetze, für die Vorlese, du kriegst den Schock, Schock, du kriegst einen Schock. Zum Beispiel bei Hanifiten, sagen wir. Nein, aber jetzt zum Beispiel, ich habe halt gelesen, bei Hanifiten ist zum Beispiel, die lehnen die Hadith ab, oder habe ich das richtig verstanden? Nein, 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 die sind alle Sunniten, die sind alle Sunniten, und die lehnen kein authentischer Hadith ab. Keiner. Keiner lehnt das ab. Ja, aber warum unterscheiden die sich denn? Das verstehst du? Das sind nur vier Gelehrten, und jeder Volk hat für sich den Entschieden, ich folge denen, die sind alle richtig, aber einer folgt Maliki, also Gelehrte Malik, und der andere Hanifi, und der andere, verstehst du? Aber was sagt zum Beispiel Hanifi, was sagt Maliki, was ist der Unterschied? Jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt über Texte reden, es gibt natürlich Masada, die Legislation, von eins bis zehn, als allererster zählt der Koran, als zweites zählen die Hadith, also Sahih-Hadith, die man annehmen soll, und als dritter das Konzertius, wo alle vier Schulen einverstanden sind, die müssen einverstanden sind, und dann gilt es auch als Beweis jetzt, und danach gibt es die Kias, für Sachen jetzt zum Beispiel, die früher nicht gaben, zum Beispiel rauchen, und dann messen die, das ist so abwiegend, was machen wir jetzt mit dem Rauchen, das ist jetzt neu, damals gab es nicht, okay, wir verbieten es, weil Allah sagt, alles was dem Körper wehtut, soll abgeschafft, oder ist verboten jetzt zum Beispiel, ein Beispiel, das ist jetzt nicht, und dann verbieten die das Rauchen, das ist als vierte Stufe, aber als allererster ist der Koran, du nimmst was denn im Koran, und danach Hadith, und dritte, Also alle verteidigen auf jeden Fall die Hadithen? Auf jeden Fall, hallo. Okay. Ja, also wir, wenn wir was benutzen, benutzen wir nur die authentischen Hadithen, wir nehmen nicht, wie die Muslime, die Taqiyah machen, Ja, das meine ich, gibt es dann andere Gruppen, also die Glaubenskette? Ja, die sind schwach, oder so, die Kette, die Überlieferungskette, ist entweder unterbrochen, oder steht einer in der Mitte, der ein bekannte Lügner ist, oder es gibt so Hadith, wo keine Überlieferungskette haben, und das sind Mordor, das darf man gar nicht annehmen, Geschichten, das sind einfach Geschichten, erfundene Geschichten, und das probieren wir immer zu benutzen, jetzt zum Beispiel, wenn ich denen sage, Aisha hat mit sechs geheiratet, mit neun, das ist eher, ja, und dafür habe ich 21, mindestens, 21 Hadith, hey, authentisch, und dann kommen die, sagen die, nee, nee, aber Aisha hat gesagt, ein Kleinmädchen mit neun, ist eine erwachsene Frau, und die muss dann geheiratet werden, ne, aber das da, wo die sagen, das ist ein Hadith, das ist eigentlich gar kein Hadith, der hat keine Überlieferungskette, aber das sagen die nicht, das ist nur zur Täuschung benutzt, weil, denen fehlen die Beweise, die finden nichts mehr, sogar, die gehen und nehmen Geschichten, die keine Überlieferungskette haben, ne, Okay, und dann noch eine Frage, es gibt ja diese, also, weil ich jetzt aus dem, aus der Türkei komme, äh, kenne ich das ja nur, das gibt es auch bestimmt im arabischen Raum, aber ich kenne das Problem aus der Türkei, äh, es gibt ja massiv viele Sekten in der Türkei, also, es ist wirklich, Türkei ist wirklich ein Land der Sekten, und, äh, die Mensils, und was weiß ich, und teilweise beten sie ja diese, diese Sektenführer regelrecht an, aber im Islam ist es doch eigentlich verboten, äh, außer Gott und den Propheten anzubeten, wie rechtfertigen sie diese, die, die Existenz dieser Sekten, womit, also, ich check, ich check nicht die Logik dahinter. Es ist nicht verboten bei Islam. Türkei ist eine säkulare Stadt, du kannst machen, was du willst, das ist getrennt, Religion, und jeder hat das Rest sein, Religion zu erleben, wie der so ist. Nein, aber mit Sekten meine ich religiöse Sekten, also, äh, die bauen auf den Islam auf, zum Beispiel die Mensil, äh, ich weiß nicht, ob ihr diese Sekte kennt. Ich kenne sehr gut, ja. Bitte? Ich kenne sehr gut Menschen. Ja, genau, zum Beispiel, wo, also, die bezeichnen sich ja als irgendwie, ähm, direkte Nachfolge und so einen Scheiß, und dann, äh, bauen sie halt so, und dann werden diese Sektenführer regelrecht angebetet. Aber, das widerspricht ja komplett, was, äh, im Islam eigentlich gelehrt wird. Womit, oder seid ihr jetzt da auch überfragt? Ich weiß nicht. Aber, ich glaube, die Sunniten sind ja, äh, eine richtige Minderheit. Das ist, das zählt nicht. Nein, nein, das ist keine Minderheit. Die haben eine richtig krasse Gefolgschaft. Ja, aber Sunniten sind trotzdem ungefähr 85%, 90% der, der Muslime. Ja, die gehören auch zum Sunnitentum, die sind nur untergeordnete. nein, ach so, du meinst, ja, es gibt auch so viel, so viel und so, aber, genau, die haben auch kein Gewicht, wir haben kein Gewicht. guck mal, ich gehe mal raus, wenn ich das sagen darf. Danke nochmal, ich wünsche euch noch viel Spaß. Danke, danke, danke für die Unterhaltung. ja, 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 guck mal, das musst du so vergleichen, wenn ich halt mit diskutieren darf, und zwar, wie, wie bei Christentum, also die Zeugen Jehovas, sind die für die Sekten oder sind das halt, gehört, ist eine Sekte, genau, aber die sagen ja auch, dass sie Christen sind. ja, ne, das ist dann halt bei denen genauso, und wenn du jetzt sagst, jetzt irgendwie der Papst, wenn er gewählt wird, wie viele finden den Papst heilig? das ist bei denen genauso, das sind halt für die, so eine Art Imam, die dann halt als heilig gesprochen wird, weil er dann halt, das sozusagen predigt, weißt du, und die sagen ja, guck mal, das was er sagt, ist richtig, und er ist ein, wie Ayatollah in Iran, also das ist ein halt, Gelehrter, der das dann halt irgendwie auch so, Dinge rausbringen kann, also der kann da halt, äh, Sachen rausbringen, wo du dann halt, Carlo, wie heißt das Wort nochmal, äh, wenn du halt irgendwie, äh, also Befehl gibst, sogar jemanden zu töten, wie nennt man das nochmal, also so, äh, ich hab das Wort jetzt vergessen, genau, Tagwahl, genau, der, der ist berechtigt dazu, neue Tagwahl rauszubringen, ne, und, das sind dann bei denen, okay, die, viele denken, okay, Ayatollah ist auch dann heilig, und wir folgen ihm, und egal, was dir gesagt wird, ist als heilig, man muss es annehmen, weil das ist genauso, Hanafi, Hanbali, das sind auch so einfach so Imame gewesen, die dann halt so, Tagwahl ausgesprochen haben, die waren halt Gelehrte, die dann halt so, äh, eigene Tafsir auch gemacht haben, deswegen zum Beispiel, guck mal, Beschneidung der Frau, kein anderer, äh, muslimisches Land, äh, äh, sieht das, äh, also er akzeptiert das, aber es gibt ja eine Sekte in Afrika, wo die das halt als Muslime, das, äh, akzeptieren und das halt durchziehen. Ja. Ne, das Problem ist, die werden ja auch massiv von der Regierung, äh, finanziert und unterstützt, und, äh, das finde ich, also, das, die Zeugen Jehovas existieren ja auch in Deutschland, aber die werden ja nicht staatlich unterstützt, das ist ja so eine andere Sache, aber in der Türkei sieht das ja anders aus, das ist ja auch der Grund, ähm, ähm, Erdorn so krass supportet wird von den Religiösen, weil halt in der Türkei extrem viele, also, also, ich würde sagen, so wirklich extrem Religiöse sind alle in einer Sekte in der Türkei, und, äh, die werden alle finanziert, staatlich finanziert, das ist das. Denkst du nicht, dass es ein Geben und Nehmen ist? Ja, natürlich, das ist ja ein Geben und Nehmen. Ja, genau so, ein Geben und Nehmen, Nehmen, weil, äh, äh, die Sekten, alle, äh, äh, erzeugen die Wähler, nicht? Ja, ja. Erdogan braucht Wähler, und Erdogan auch sehr, sehr religiöse, Erdogan möchte in der Türkei zurückbringen, und, äh, die System, äh, die Regime wechseln. Ja, ich habe ja. So, Bruder, ganz unten, ich erklär dir, ich erklär dir, was Fettwa ist. Fettwa ist, ist Gesetze, was in Fettwa, was in dieser Bücher, in dieser vier Rechtsschulen zum Beispiel, stehen, Gesetze zum Beispiel, äh, was man machen, das ist ja wie Gesetzbuch, wie ein Gesetzbuch, was Allah vergessen hat, den Koran zu nennen, und das ist Fettwa. Ah, okay. Zum Beispiel, ja, zum Beispiel, zum Beispiel, ein Mensch, bei Hanafiten, sage ich, ich rede über Hanafiten, ein Hanafite, wenn er mit einer Frau schläft, der nicht geheiratet hat, zum Beispiel, und diese Frau, dann ist das Sunna, ne, dann ist das Haram, laut Sunna, laut Sunna, laut Islam, ist das Haram. Und wenn diese Frau, morgen ist sie schwanger ist, und dann, hat sie ein Mädchen bekommen, ne, hat sie ein Mädchen bekommen, und sie ist gewachsen, sie ist gewachsen, ist 20 Jahre alt geworden, ne, und der Vater, kann mit sie heiraten. Warum? Ja, ja, der Vater kann mit sie heiraten, warum? Weil er Sunna, das ist ein, das ist eine Tochter vom Sunna. Ja. Man kann sie heiraten, laut Islam, ist sie nicht seine Tochter. Okay. Nein, gehört nicht, äh, ja. Oder, ja, das ist, das gehört, äh, gehört, ja. Entschuldigung, erzählst du eine Entschuldigung, Entschuldigung. nein, alles gut, alles gut. Guck mal, zum Beispiel, die Schiiten, also die haben ja andere Hadithe, oder akzeptieren, also so glauben eher dran, an die andere Hadithe, was Ali geschrieben hat, oder halt was Rumini geschrieben hat, und, äh, ein anderer Buch, also das habe ich jetzt nicht mal im Kopf, wie das genau heißt, und da wird zum Beispiel gesagt, also, Skalot, äh, korrigiere mich, was ist Seyyed? Seyyed, die sind ja Nachkommen von Mohammed, soweit ich weiß, richtig? Ja, ja, genau. Das sind dann halt nach, also das heißt, irgendein Urverfahren von dir muss dann halt nachkommen von Mohammed gewesen sein, deswegen hast du, bevor dein Vorname kommt, noch ein Seyyed dastehen. Das ist okay, genau, kommt von seiner Familie. Ja, aber da wird dann halt in ein Buch, ich muss es dann heute auf jeden Fall raussuchen, weil ich weiß es auf jeden Fall, dass es dann in einem Buch gesagt wird, wenn eine muslimische Witwe am Beten ist, ne, und macht Zutje, also, wenn sie dann halt auf die, mit dem Kopf auf dem Boden ist, und dann halt, ne, hinter, also der verlängerte Rücken nach oben ist, und wenn ein anderer Muslim kommt, und, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, äh, bekommt Lust, so, da muss die Frau äh, einen bestimmten Gebet weiterlesen, darf sich nicht umdrehen und den Mann anschauen, wer das gerade macht, er macht Dukhul, also er macht dann halt, äh, Nikah, äh, dann, wenn das in ein Moschee passiert, wenn es kurz vor Asan ist, also bevor der halt, äh, Gebet, äh, zu Ende ist, wenn es kurz vor Asan ist, und ein Kind erzeugt wird, dann ist das dann auch ein Seyyid. Solche Sachen stehen da drin. So, aber das lehnen dann andere, ne, Muslime da ab, aber es gibt dann eine Gruppierung, die dann daran glauben. Ja. Oder noch ein Beispiel, äh, der Schriftsteller, Selman Rushdi, hat die satanische, äh, satanische Surat, oder sowas, äh, äh, und Ayatollah Khomeini hat ein, äh, äh, ein Fattuah gemacht, rausgebracht, und, äh, hat ein, äh, ein Kopfgeld auf ihm, damals, glaube ich, 100.000 Dollar. Das ist ein Fattuah auch. Nein, mehr, ein Million Dollar. Ein Million Dollar. Ja, siehst du, und das war damals, ja, und deswegen, äh, der Arme, der musste sich sein ganzes Leben verstecken, und letztes Mal hat er auch so, ein paar Dinge im Hals gekriegt, spitze Sachen im Hals gekriegt. Vor sieben Jahren habe ich in Amerika eine Iraner attackiert mit Messer, Selman Rushdi verletzt geworden. Gott sei Dank nicht getötet, aber verletzt geworden. Ja, aber das, das sind ja Verrühmtheiten, also so, weil Selman Rushdi halt, denke ich mal, also fast alle kennen den, aber es wird so oft etwas ausgesprochen. Wir haben einen Sänger, der dann halt in einem Lied, sich dann halt ein bisschen lustig halt über den dritten Imam, Imam Hassan, gemacht hat. Und die haben dann in Iran Fatwas ausgesprochen, obwohl der Junge in Deutschland lebt, und dann gab es Anschläge in die, weil die dann in Iran solche Fatwas dann ausgesprochen haben. Ja, richtig, ja. Islam, Islam ist dann sehr Angreifer, sehr böse. Das heißt, jeder, jeder muss respektieren. Wenn du nicht respektierst, dann bekommst du Acker, du bekommst Anschlag. Ja, und am schlimmsten, jetzt zum Beispiel, als der Prophet zurückkam aus Medina mit einer riesen Armee und hat Mekka gezwungen, da die Waffen runterzulegen, der hat kein ehemaliger Kämpfer angefasst. Die sollten alle also leben, weil er braucht ja später für seine Armee nochmal. die Einzige, die gedüttet hat, waren vier Poetin und eine Frau, die war auch Poetin. Ja. Die hat über den geschrieben. Richtig. Ja. Das war sehr traurig. Sie ist eine alte Frau und sie schlafen mit ihren Kindern, ich glaube elf Kindern. Da hat sie mit zwei Kamellen getrennt. Ja. Also gebunden an zwei Kamellen und getrennt in der Mitte. Ja, Mohammed geschickt wurde ein Blindmann für die Töten und der Blindmann gegenüber vier Uhr morgen waren seine Hause, ihre Hause und wenn sie geschlafen wurden, da mit Messer attackiert und sie getötet und dann kommt mit Mohammed treffen. Wo sind? Keine Ahnung. Ich habe aber noch eine Frage an euch. Kennt jemand von euch Marcel Gras? Ist das ein Begriff für jemanden? Sagt mir ehrlich er sagt nichts. Das ist ein muslimischer Deutscher, glaube ich, der schon mit 18 kommentiert ist und der hat ein Video, das geht glaube ich 47 Minuten gemacht, warum es keine Atheisten geben kann. Ich habe mir 15 Minuten von einem Video angeschaut. Ich würde es euch auch empfehlen und das ist, also ich muss fast weinen vor Dummheit, wo ich mir das angeschaut habe. Das ist, also der argumentiert damit Sachen, die so fern von irgendwelcher Intelligenz sind. Das müsst ihr euch echt mal geben. Wieso es keine Atheisten geben kann. Das ist so, das ist der Übertitel. Du, wir kriegen ständig hier Muslime, die zu uns sagen, ah ja, wenn glaubt ihr, dass wir, wenn wir sagen, Evolutionstheorie, sagen die, glaubt ihr wirklich, dass wir vom Affe stammen? Und da steht irgendwie irgendwo. Verstehst du? Weißt du, dass die das noch nie gelesen haben und irgendwo geschnappt haben und probieren es als, leider, leider ist so, die Leute lesen nicht. Wie soll es dir sagen? Wir haben die selben Vorfahren wie die Affen, aber wir stammen nicht vom Affen ab. Ja, aber die denken wirklich, dass wir die Theorie spricht, dass wir vom Affen abstammen. Das ist ein Beweis, dass die das nicht gelesen haben. Deswegen, beim nächsten Mal, wenn ich da mal eine Diskussion führe, dann frage ich einfach, wisst ihr, was der Homo Erectus ist? Also wenn die, das habe ich mir nicht vorhin versucht zu schreiben, Homo Erectus, man hat ja diese Überreste gefunden, man weiß, wann der Menschheit ist und auch die Leandertate und so. Da frage ich mich, wie die dann noch an den Koran glauben können, wenn das schon so ein großer Beweis ist, dass es eben nicht uns Menschen so, wie wir sind, wir so erschaffen wurden, sondern dass wir uns entwickelt haben. Du, es gibt Ärzte, Ärzte, muslimische Ärzte, die glauben, dass der Koran perfekt ist, obwohl in dem Koran beschrieben ist, wie der Fytos entstanden ist. Und der Fytos entsteht durch Spermien, die in Frau gegossen werden und dann werden Knochen gebildet und die Knochen später werden mit Fleisch bedeckt. Verstehst du? Das sind Ärzte. Jeder Kind, der ein bisschen Biologie hatte, weiß das nicht. Allah hat das Ei von der Frau vergessen, der ist zigmal größer als das Spermien. Das steht nicht im Koran. Und das denken die, das ist ein Wunder, dass Allah das schon gesagt hat, und Fleisch und Knochen wachsen gleichzeitig und nicht, erst mal Knochen und dann das Fleisch. Verstehst du, wenn du das schreibst in deinen Biologietest, dann kriegst du schon Null. Und das ist ein Arzt, der an sowas glaubt? Gottlos, so wie du heisst, ich habe ja gerade erklärt, wir haben dieselben Vorfahren wie die Affen, aber stammen nicht vom Affen ab. Also such mal nur nach Homo erectus und dann was vom Homo erectus war und so, dann wirst du die Menschen in Evolution so nachvollziehen können. Und irgendjemand hatte was wegen Urknall geschrieben, das ist ja eine Theorie, also das kann man nicht beweisen, aber ich glaube zum Beispiel nicht an den Urknall. Also ich glaube er hat was anderes, damit der schon mal Bescheid weiß. Sentinel, du bist Atheist? Ich bin Atheist, ja. Ja, ich bin auch. Ja, ich habe nach Gott gesucht, konnte ihn bis heute nicht finden, aber ich mache mich immer noch so auf die Suche, Beweise zu finden, oder? Ich suche nicht, ich habe schon fertig mit ihm. Ja, dann den Weg muss ich auch noch komplett gehen. Ja, ich bin erst 20. gestern Abend, wie war bei Eddie gesprochen, ich glaube, du bist nicht da. Ich habe mich überrascht vielen da. Ja, einfach eine Frage, ich habe gestellt, wenn Gott kann sich selbst erschaffen, warum die Universe tut es, ohne Gott könnte es nicht, und das Antwort, wenn es gibt einen Gott, der Gott braucht noch einen Gott, noch einen Gott, dass wir eine Kette umenden, wie eine Kette. Oder auch, unsere Erde, die existiert schon so lange, warum ist dann Gott erst mit den Menschen angekommen? Also uns Menschen, wie wir existieren, der moderne Mensch, ich glaube, uns gibt er seit 300.000 bis 700.000 Jahre, warum kommt er vor einmal hier, den Koran gibt es ja erst seit 1400 Jahren, wieso so spät vor einmal, wenn es den Menschen schon so, so viel früher gab? Das frage ich mich halt. als alter Prophet ist Adam, Adam, Adam ist einsam, ich glaube, 9.000 Jahre alt, aber wir wissen, in Deutschland, es gibt ein Museum von Neandertal, ich glaube, in Düsseldorf, kennst du Neandertal Museum? Sentinel. Wie bitte? Ich habe es gar nicht verstanden. Wen? Erinnerst du Neandertal Museum in Düsseldorf, ne? Ja. Ja, und wie alt ist sie? 30.000 Jahre. 30.000 Jahre alt. Also Neandertal sind viel älter, ich glaube, 2 Millionen Jahre bis 1,5 Millionen Jahre. Ich meine, vor 30.000 Jahren sie gelebt in Deutschland. Die Leandertal. und das heißt früher von Adam es gibt Neandertal und ja, seit 2050 Jahre es gibt Homo Sapiens, intelligente Menschen, Homo Sapiens, nach dem Erektus. Sentiner? Er hat Anruf bekommen, glaube ich. Ne, aber ich bin der Meinung, also wofür, also was bringt mir jetzt überhaupt zu wissen, was mein Ur-Ur-Großvater gewesen ist? Bringt mich in meinem jetzigen Leben keinen Schritt weiter oder keinen Schritt nach hinten? So, wofür soll ich denn wissen, ob ich jetzt von Adam komme oder ich denke, es interessiert mich nicht? So, wir müssen dann halt wissen, wer unser jetzige Leben kaputt macht. Das ist wichtiger. Ayatollah, das ist auch sehr wichtig, weil wenn die Leute lernen, wir kommen nicht aus Adam, nicht aus einem Mann oder einer Frau, dann die Religion muss fertig behandelt. Verstehst du, was ich meine? Ja, aber Aslas, Adam ist in Türkei begraben. Es gibt ein Grab, also der liegt natürlich 30 Meter lang und die Leute laufen ringsherum in Türkei. Türkei ist so ein skurriles Land, ehrlich. Und dann holen die seine Sandalen, die sehen aus wie Versace-Sandalen, nagen neu und da sagen die, das ist vom Prophet und dann Kleidchen auch nagen neu, das ist vom Prophet. Das ist schon skurriles Land und da bauen die Museum und die Leute kommen und bezahlen. Ja, ja, richtig. Adam leben in Türkei zwölf Meter, zwölf Meter, ja. Ich habe gesucht, seine, wie heißt, ja, seine Grabe. Der sieht aus wie ein Anaconda, so ganz lang. Ja, wie Anaconda, genau. Guck mal, jetzt hast du, glaube ich, durch Paco die Antwort bekommen eigentlich Atlas. So, wenn die Religionen beiseite gelegt werden, das ist ja, als ob du ein Angler den Angel wegnimmst. So, die verdienen damit. Mit Religion wird Geld gemacht. Mit Religion kannst du Menschen beherrschen. Warum sollen die denn die Religionen zur Seite schaffen? Ja, Ayatollah, neue, neue, ähm, Menschen muss das lernen und neue Menschen muss herausfordern, finden, neue Beruf. Immer wieder Hitler oder Imam oder die anderen. Ja, das geht nicht. Okay, Atlas, wir haben neue Gäste. Wir haben neue Gäste. Hi, Fakir, wie geht's dir? Hi, guten Tag. Guten Tag. Und zwar, ähm, ja, wo fange ich denn an. Die erste Frage war, den Koran gibt es, also das, was ich mitbekommen habe, erst seit 1400 Jahren. Wieso nicht, äh, vorher, ja, wieso nicht zu den früheren Völkern? Äh, aus dem Koran können wir entnehmen, dass wir 124.000 und was erquetschte Propheten hatten. Der Koran sagt uns, erwähnt die Propheten, dass zu jedem Volk, dass kein Volk, befragt wird, ohne dass, ähm, ein Prophet, zu denen geschickt worden ist. Das bedeutet, jedes Volk, äh, hatte ein Prophet. Nur 25 von denen, die besonders, äh, hervorgehoben werden, wie Jesus, Musa, Moses, und Mohammed, Friede auf den allen, äh, werden dann erwähnt, explizit. also noch ein paar andere natürlich, 25 am Stück, aber die Aussage ist nicht korrekt. Und wir sagen auch nicht, dass der Islam erst seit 1400 Jahren, dass es den Islam gibt, sondern wir sagen, das sind alles Religion Gottes, beziehungsweise all diese Religionen kamen von einem Gott, von Adam aus, bis, äh, ähm, dem letzten Propheten, Mohammed, s.a.w. und dann, dass auch noch Jesus runterkommen wird, aber das ist, äh, der war ja schon da. Deshalb, äh, von der Zeit, also von da aus, bis dem letzten Propheten, äh, sind, äh, ist das immer dieselbe Botschaft und zwar, Muslim bedeutet bei Definitionen einfach nur Gottes ergeben. Mehr ist das nicht. Und wenn man, wenn, wenn wir als Muslime in der Zeit von Jesus gelebt hätten, hätten wir Jesus folgen müssen. Und wenn wir in der Zeit von Moses gelebt hätten, hätten wir Moses folgen müssen. Sonst wären wir kein Muslim. Dann darf ich eine Frage? Bitteschön. Ja, okay. Du denkst, äh, im Islam gibt es immer, äh, von Adem, ne? Weiter gelaufen bis Mohammed. Bis heute. Ja. Ja, richtig. Okay. Dann, wenn so ist, um Gottes erschaffen, äh, uns alle von Adem und Hava und, äh, mit einer Inzestbesiehung, okay? Und bis Mohammed so weiter gelaufen und dann ein Tag Gott aufgewacht und sagte, ja, Mohammed, das war sehr eklig, das ekelhaft, sie gemacht hat bis heute, nach dem heute, das ist verboten für Ehre. Was kannst du sagen für dieses Gesetz? Also, wer sagt, dass wir durch Inzest, äh, weißt du ganz genau, was der Koran denn dazu sagt? Wir kommen von Adem und Hava, richtig? Ja, richtig. Richtig. Das heißt, Adem und Hava muss, äh, ihre Kinder, mit ihrer Kinder heiraten muss, richtig? Kabil und Habil heiraten mit seinen Schwestern, richtig? Ähm, also, genau ist es, es ist nicht ganz genau so, es ist so, Kabil und Habil, ja, sind Brüder, sind von, äh, Hava und, äh, Adam, a.l. Die Schwestern waren nämlich so, dass das immer Zwillinge waren, das heißt, also, ich meine, da lassen Sie mich doch ausreden, also, das ist ja keine harte Diskussion. Wenn man jetzt, wenn jetzt, äh, ein Sohn mit einer anderen Schwester, die waren sozusagen in einem Bauch, die nächst getragen, also, der, die nächste Schwangerschaft, sind dann wieder ein Mädchen, ein Junge gewesen und die mussten sich sozusagen, äh, über Kreuz heiraten, also, nicht direkt, die in einem Bauch waren. Das war die Gesetze, die Gott damals eben so erlassen hat, weil er vorgesehen hat, dass wir so, dass die Menschheit so entsteht. Wo ist das Problem? Und dann, Es bleibt Inzest. Dass, dass Inzest, das, egal, Kreuz, äh, oder was, das interessiert mich nicht. Das ist, sie bekommen von ein Eltern, egal, Zwilling oder, äh, das ist kein Thema. Sie ist Schwester und Bruder, das am Ende so. Und, bis, bis Mohammed sagt, ich bin Prophet, bis dieser Tag, die Arabienleute, die Judenleute und die, in Rom auch, die Leute, heiraten oder Beziehungen zu ihrer Schwester, Bruder. Das ist, immer weiter. Aber ein Tag, Gott hat aufgewacht und sagt, ach, das ist sehr, sehr schlechte Dinge, machen Sie nicht weiter, weil das ist verboten. Warum Gott erschaffen nicht viele Adem, viele Hava, zum Beispiel eine Million Adem, eine Million Hava. Warum? Okay, Moment, 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 ganz kurz, damit wir mal ein bisschen was definieren können, hier, damit ich auch mal weiß, wie ich was beantworten kann und mit wenig überhaupt spreche. Seid ihr Gläubige oder seid ihr, also glaubt ihr an Gott oder seid ihr in seiner Religion? Ich bin ein Atheist. Okay, beide Atheisten. Okay, dann ist es ja eigentlich, ich wollte das sowieso vor eigentlich halbe Stunde nur einfach das weiterführen mit Ayatollah und Paco. Ist das okay? Ja, alles gut. Ich habe auch andere Fragen auch, die wollen auch hoch, aber dann wird immer am Ende nicht gut und das will ich ja nicht. Bitte. Ist das okay für euch? Ja, fühle mich gut. Danke, ich danke. Danke, danke schön. Ich habe mich abholen. Nein, ist alles gut. Okay. So. Wir sind alle hier Ex-Muslime. Ja, okay. Wir können uns damit aus, also ja. Sehr gut. Dann, für mich erstmal, wir müssen ja, also, es ist ja so, wir müssen gucken, was rational ist und was ist irrational. Was, was rational wäre, ist erstmal den Gottesbeweis überhaupt zu erbringen, weil es bringt nichts, wenn ich von einer Ideologie spreche, von der ich überzeugt bin und mein Gegenüber davon nicht überzeugt ist, dann wird es immer, einen Punkt geben, wo wir uns nicht einigen. Das heißt, wenn ich glaube, dass der Himmel blau ist und mein Gegenüber glaubt, dass der Himmel rosa ist, dann ist es so, dann ist es in seinem Horizont. Wir müssen erstmal eine Basis erschaffen. das Logischste wäre, wie gesagt, erstmal Gottesbeweis herzuleiten und darüber zu diskutieren. Es bringt nichts, in dem Glauben zu diskutieren, weil das ist dann der nachfolgende Schritt. Das heißt, meine Frage wäre jetzt gewesen, wieso glaubt ihr nicht an Gott? So, Paco, willst du anfangen? Das war, Fahri, erstmal für deine Adam und Eva-Geschichte. Wenn du Biologie hättest, weißt du bestimmt, ein Spezie, um zu überleben, braucht mindestens 150 Paare und nicht vom Inzest, weil 150, 150, nur zu überleben, das geht nicht weiter. Irgendwann, Inzest, alles, nach drei Generationen werden die verschwinden. Nach drei Generationen, mehr nicht, höchstens drei Generationen. Das ist Inzest, das ist die Theorie. Wie werden die Seepferdchen, wie pflanzen sie sich fort? Bitte? Das ist doch etwas, was überhaupt nicht stimmt. Die Seepferdchen, kennst du die? Ich rede von Adam und Eve. Okay, okay, aber du sagst, die sterben aus, die haben Löwen im Zirkus und die sterben alle aus, weil die nicht genug Paare haben. Pass auf, okay, aber wenn du von Biologie redest, ich weiß nicht, was ihr gelernt, studiert oder eben nicht oder welche Erfahrungen ihr da habt oder nicht, aber wenn du jetzt kommst und sagst, wenn du von Biologie Ahnung hättest, dann frage ich dich, wie pflanzen sich Seepferdchen fort? Das wird deine Frage beantworten. Ich habe die jetzt geantwortet und jetzt, warum? Wie werden sich Seepferdchen, du weißt doch, was Seepferdchen sind, ne? Seepferdchen? Das sind Zwitter, die sind Zwitter, die können gleichzeitig halt Männlein sein oder Weiblein und die können sich dann halt also auswählen. Die Frage ist jetzt, wie die Menschen brauchen? Die sind alle Zwitter, also es gibt keinen Männlein oder Weinblein. Das gibt keine Zwitter oder was? Das geht doch, du hast gerade von Biologie geredet, ne? Ja, wann Adam und Eva ist das wieder? Aber fallen Adam und Eva und auch die Seepferdchen unter dem Begriff Biologie oder nicht? Ne, aber wir reden jetzt über Adam und Eva. Waren die jetzt wieder oder was? Das wusste ich nicht, das ist neu. Der versteht mich nicht. Also entweder, entweder, entweder möchtest du dich verstehen. Warum weichst du jetzt auf der Pflanzenwelt und so mit? Ich weiche von nichts ab. Du hast zu mir gesagt, wenn du von Biologie Ahnung hättest, dann hätte es keine Ahnung 150 Paare gebraucht und hier und da und ich habe dir gesagt, dass es keine Paare braucht, um sich biologisch fortzupflanzen. Doch, bei Menschen schon. Okay, gut. Dann brauchen wir nicht so diskutieren. Aber dann kannst du nicht das unter dem Begriff Biologie stellen. Aber meine Frage ist jetzt noch mal. Können wir erst mal über Gott reden und warum ihr nicht an Gott glaubt? Was soll, was ist das Problem? Jetzt zum Beispiel, ein Beispiel, ein Beispiel. Gott hat Kinder erlaubt. Der Prophet hat Eichel mit sechs geheirat, mit neun das Akt vollzogen. Was hat das denn mit Gott zu tun? Gute Moment. Wir legen beide Islam zur Seite. Lass mich ausreden, mein Freund. Ja. Lass mich kurz ausreden. Ich mache das jetzt kurz. Jetzt zum Beispiel. Gott hat Kinder erlaubt und der Prophet hat auch durchzogen. Und jetzt wissen wir, das ist ja okay. Jetzt wissen wir durch Wissenschaft, dass Kinder, also ein kleines Neunjähriger kann kein Baby tragen, wenn die überhaupt überlebt. und meistens kriegen die kleine, also kleine, die ein Kilo wiegen, wenn die überhaupt überleben und die meisten sterben von diesem Akt. Die meisten. Innere Durchblutung, psychische Schäden, alles mögliche. Und deswegen hat man das gesetzt, er hat das gesetzt auf 18 Jahre, weil das Organ ist endlich mal reif, hat sich komplett entwickelt. Vorher hat sich das Ding nicht entwickelt. Ja? Ja? Verstehst du mich? Damals jetzt, damals war es normal. Verstehe mich nicht falsch. Damals war es normal. Haben alle Könige gemacht, was weiß ich was und so. Aber jetzt wissen wir, dass es eine Gefahr ist. Aber jetzt, Gott, der Allwissende, hätte er das verboten, dann hätte ich gedacht, vielleicht, weil er wusste, früher wussten wir die Leute nicht, es waren alle Jahil. Weil er wusste, dass es so eine Gefahr für die Kinder ist und er will die beschützen, dann verbietet er das. Dann hätte ich wirklich überlegt, ah, vielleicht ist es doch Gott, der hat es verboten. Er wusste es schon damals, 1400 Jahre davor. Aber er hat es noch verbietet. Weil, das ist, Sie haben schon verstanden, was du wirst. Das Buch ist von einem Mensch. Die Menschen damals, die Beduinen damals, haben gedacht, Wirst du jetzt einen Vortrag halten oder willst du eine Diskussion fragen? Ja, lass mich jetzt kurz, sag ich mal, das ist ja noch nicht mal eine Minute, jetzt kannst du halt mal eine Minute durchhalten, oder was? Keine Rede, Rede. Aber du stellst dir ja vier, fünf, sechs, sieben, acht Behauptungen irgendwie zusammen. Und jetzt wieder so, ich erkläre es dir, warum. Pass auf, nein, nein, brauchst du mir nicht erklären, pass auf, ich habe schon sofort, nachdem du gesagt hast, habe ich schon verstanden, wohin es gehen soll. Meine Sache ist, oder mein Anliegen ist, ich kann uns, wirst du Ende hinbringen, das weißt du ja. Nein, nein, ich weiß gar nichts, du kannst gar nichts, du kannst irgendwas behaupten, ja, aber ich kann es nirgends hinbringen. Ich bin nicht einer von den Leuten, die keine Ahnung von dem haben, woran sie glauben, das bin ich nicht, da brauchst du dir auch nicht irgendwie Kopf zu machen und du, dass du mich irgendwo hinbringst oder sonst was. Ich weiß ganz genau, wo ich bin und ich weiß auch sehr zu Recht, aus wirklich Verstand, aus Philosophie und aus Logik bin ich an dem Punkt gelangt, wo ich gelangt bin, dass jetzt manche nicht der Meinung sind, das ist eine andere Sache. Gut. Ich werde deine Frage beantworten, ja, ich werde deine Frage beantworten, obwohl es nicht das war, was ich gesagt habe, wo wir diskutieren sollten, weil ihr sagt, ja, ihr sagt, ihr glaubt nicht an Gott. So, einmal, ganz kurz nochmal erklärt, es bringt uns nichts, wenn wir über eine bestimmte Religion oder Ideologie diskutieren, wenn wir nicht die gleiche Basis besitzen. Ihr sagt, ihr glaubt nicht an Gott, ja, wenn ich, ich an Gott glaube, dann glaube ich aus rationaler Sicht, ja, aus einer nachvollziehbaren, logischen Sicht oder aus irgendwelchen Beweisen, die ich mir vorlegen kann. So, aus diesen Gründen glaube ich an Gott. Es bringt nichts, wenn ich an eine Ideologie nicht glaube, dann in den Themen hinein zu gehen und darüber zu diskutieren, weil das einfach zu nichts führt, weil ich dann nichts annehmen kann. Darf ich was fragen? Darf ich was fragen? Ich nehme die gerne an, deine Beweise. Warte, nur kurz. Bist du denk nach? Wie bitte? Bist du denk nach? Wie denk nach, verstehe ich nicht. Bist du denk nach, mit deinem zweiten Account ist das? Wer denk nach? Ja. Wer ist denk nach? Weiß ich nicht, frag dich ja. Ach so, eine Person namens denk nach? Nein, nein. Das ist mein einziges Account. Nein, ich bin das erste Mal bei euch. Okay, gut. Ich geh auf deine Frage. Erstmal. Ich bin Agnostiker, ich schließe ja keinen Gott aus. Nein, aber das Gott, was du behauptest, auch dein Koran, ist ja kein Gott. Okay, du glaubst grundsätzlich, also du glaubst grundsätzlich an einen Gott? Ja, aber schließe ich nicht aus. Ich muss ja nicht glauben, aber schließe ich auch nicht aus. Wenn es gibt, dann gibt, wenn es nicht gibt, dann gibt es nicht. Für mich ist es nicht aus. Aber wenn es Gott gibt, aber wann ist Gott, nur auf deine Frage, wenn es Gott auch gibt, was will er von mir? Sehr gut. Was will er von mir? Sehr, sehr schön. Frage ist jetzt, damit wir das erstmal klären können. Wie bist du hergekommen? Soll ich dir erzählen? Bitte, sag mal. Woran glaubst du? Wie du hergekommen bist? Keine Ahnung. Mein Vater hat einfach, war ein Tag, hat er Kilo Paklaue gekauft und kam nach Hause und da hat er schöne Nacht gehabt und genau an sagt, neun Monate später bin ich gekommen. Und das geht die ganze Zeit weiter. Das geht die ganze Zeit weiter. Verstehe ich. Und wie ist, also du musst doch irgendeinen einen logischen, nachvollziehbaren, ich bin jetzt ein Außerirdischer, ich komme jetzt hierher und frage dich, wie seid ihr entstanden? So, tatsächlich, ich kenne das alles nicht. Eure Fortpflanzung, gar nichts. Ich weiß es von gar nichts. Wie seid ihr entstanden? Wie sind eure Väter und dessen Väter? Und das ist die ganze Zeit. Bitte? Sag ich weiß es nicht. Sag ich weiß es nicht. Weißt du nicht? Nein. Also kennst du auch irgendwie. Hast du Beweis? Ja klar, habe ich. Okay, sag mir. Ja. Also, für mich, wenn ich mir alles angucke, ja, wenn ich mir angucke, wie beispielsweise mein Handy, ich komme zu dir her und erzähle dir irgendwie meine Airpods, die sind irgendwie jetzt vom Himmel gefallen, ein bisschen Plastik irgendwie geschmolzen über die Jahre und so weiter und dann ist es in so eine bestimmte Form gefallen, dann ist es erkältet, dann habe ich jetzt meine Airpods bekommen. Ja, guckst du mich auch und sagst, hey, das hat ein Designer, ja. Wenn ich mir irgendwas angucke, was ein Designer hat, dann sehe ich das sofort. Das heißt, wenn, also es gibt ja, es gibt ja nur drei Möglichkeiten, ja, entweder gibt es, entweder gibt es das durch Zufall, ja, also random, so was zufällig irgendwelche Prozesse, chemische und so weiter passieren, dann muss es entweder einen Schöpfer geben, ja, oder es gibt diese Position, die du hast, du sagst, ich weiß es nicht, dann muss er aber darüber diskutieren oder du kannst auch deine, dann die anderen Möglichkeiten hinzufügen. Für mich ist, ich sage, es gibt einen Schöpfer und ich begründe es damit, dass ich sage, wenn ich mir alles angucke, alles hat im Universum, auf der Welt, alles hat eine Ordnung und alles hat einen Schöpfer, deshalb habe ich mit meiner Komplexität, was mit Abstand das komplizierteste oder die komplizierteste Maschine ist oder bin, muss einen Schöpfer haben. Jetzt hör mal, du Maschine. Du bist Ake, ja. Reden wir Koran, Hadith, fangen nicht hier zu philosophieren, das bringt uns nirgendwo. Du bist ein Affe, ich bin doch kein Affe. Das ist ungeben. Du bist ein Muslim, Koran und Hadith, kombiniert hier mit Existenz und was weiß ich was. Nein, nein, alles gut. Boko, Boko, alles gut, alles gut. Ich beantworte seine Fragen. Ich beantworte seine Fragen. Das ist kein Problem. Also, immer noch. Ich bleibe dabei, dass es nicht gibt. Ich weiß es nicht. Nee, du bleibst da dabei, dass es ein Schöpfer gibt. Es gibt nicht, ich bleibe dabei, ich bleibe dabei. Entweder man diskutiert darüber logisch oder man kommt zu einem Punkt oder man diskutiert nicht darüber. Also, ich sage, dass wir ein Schöpfer haben müssen, weil wir einen Designer haben müssen. Okay. Es gibt ja sonst, oder erst eine andere Abklärung. Wie sind wir denn hergekommen? Guck mal, Farid, damit wir alles verstehen. Es gibt dann Leute, die sagen zum Beispiel, Hühnersuppe schmeckt mir nicht. Das heißt, insgesamt, ich mag überhaupt gar keine Suppe. Aber es gibt dann halt welche, die sagen, ja, weil ich kein Hühnchen vertrage, mag ich die Hühnersuppe nicht. Ja. Ich persönlich sage, ich mag die, also überhaupt allgemein, Suppe gar nicht. So, dann kommen wir auf deine Frage zurück. Das heißt, also du willst erst mal, als von Grund, also wir, weil es gibt ja viele Streams gestartet, wir diskutieren halt über Details, was im Koran, in welchem Vers, was steht und das dann halt unlogisch ist. Aber ich verstehe ganz genau, was du meinst. Also du meinst, erst mal muss man halt grundlegend, wenn wir über Allah, Gott, Jehova, alle drei, abrahamische Religionen, wo die sagen halt, der ist der einzige Schöpfer ist, darüber erstmal in klare kommen, damit wir miteinander diskutieren können. So, warum akzeptiere ich persönlich zum Beispiel Allah oder Jehova oder sowas nicht. So, wenn ich aus drei verschiedenen Büchern, dann halt die Geschichte von Adam und Eva. Mein Freund, wir weichen ab. Guck mal, ich finde sehr gut, sehr gut, was du gesagt hast, zum Teil stimme ich dazu. Das Problem ist, wir weichen ab. pass auf, das, es ist ja so, sagen wir, du redest jetzt die ganze Zeit chinesisch, ja, das Beispiel. Ich rede russisch, Schlaubi, 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 es gibt keinen Allah, es gibt keinen Allah, es gibt keinen Allah, ja, aber du redest hier so richtig schleimig, ja, bitte, du redest schleimig, das ist ein Problem, du redest schleimig, Kindergarten, die Erde ist nicht schlach, du willst uns jetzt hier, du willst jetzt hier uns was sagen, oder was? Sei mal leise. guck mal, geh erstmal deutsch lernen, komm mal hoch. Hallo, 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 Fakir, also pass auf, deine Frage, ich habe das ein bisschen angehört, du, deine Fragen gehen dahin, in die Richtung, dass du uns diese Theorie erklären möchtest, dass auch nichts erschaffen kann, richtig? Nee, meine Theorie geht dahin, das wollte ich gerade eben erklären, aber es ist auch keine Theorie, sondern das ist einfach eine wissenschaftliche Methode, die ich jetzt hier gerade mitteilen wollte, aber dein Kollege hier lässt mich ja nicht mal aussprechen, ich weiß nicht, ob er irgendwie mal in der Schule war, oder irgendwie sowas mit Punkt, aber so habe ich das verstanden, wenn ich das mal aussprechen darf, dann werde ich da mal, werde ich mal sagen, was ich meine, pass auf, ist die Erde flach? Ist die Erde flach? Wenn du, wenn du, sag mal, ich will mal, wenn der jetzt weiterredet, dann gehe ich runter. Ist die Erde flach? Ich gehe selbst gleich runter. Ich gehe selbst gleich runter. Ist die Erde flach? Sag mal. Wenn der jetzt so weiterredet? Nein, die Erde ist nicht flach. Ich weiß nicht, ob die für dich flach ist, aber nein, ist sie nicht. Okay, gut. Ja, was soll das denn? Okay. Okay, Fagy, lass uns mal reden, erzähl mal. Ja, okay. Pass auf, also, wenn jetzt der eine Kollege chinesisch redet und ich russisch redet und der dritte irgendwie französisch redet, dann werden wir uns niemals, niemals verständigen. Geht nicht. Wir müssen eine gleiche Sprache sprechen, damit wir also eine Basis erschaffen, damit wir sagen können, okay, Basis ist deutsch und deshalb unterhalten wir uns in deutsch und damit wir überhaupt verstehen können, was der andere sagt. Also, wenn ich die Ideologie nicht annehmen kann, er meine Ideologie nicht annehmen kann, können wir ja gar nicht diskutieren, das geht doch gar nicht. Okay, ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, wir brauchen irgendwie, erstmal ein ganz kleiner, auch wenn es ein ganz kleiner Nenner ist, brauchen wir einen Nenner zusammen. bis, bis nur kurz, bis nur kurz. Fagy, als erst, als erst, als du hochgekommen bist, hast du gesagt, ich bin Muslim, ne? Ja. Wir sind Ex-Muslime, ne? Du bist überzeugt, dass es Allah gibt, ne? Dann lass uns, lass uns genau reden, was Allah abgesankt hat. Das mache ich, aber, das mache ich, aber, aber, ja, nein, nein, du gehst woanders, du stellst, ich geh nicht woanders, du sagst was, ja, nein, du stellst Fragen, du stellst Fragen, was nicht im Koran steht. Ja, ich weiß, weil, du sagst was, was im Koran nicht steht. Aber Fagy, Fagy, das Problem ist, das Problem ist so, wenn wir jetzt definieren, was Allah ist, was Gott ist, der Barmherzige, der Allwissende, da müssen wir auf den Koran kommen, das geht gar nicht anders. Guck mal mal besser, wir werden auf den Koran kommen, natürlich werden wir. Nein, wir gehen jetzt auf den Koran, ich freue mich auch sehr darauf zu gehen, wenn der Typ jetzt noch einmal redet, dann gehe ich runter, ich meine das ernst, weil, das ist Respekt. Ja, was willst du dann, warum drohst du denn, dann geh, denn glaubst du, du bist für eine Bereicherung oder was? Ich weiß nicht, was er will, er lenkt ab, er lenkt ab, er will nicht auf die Eiers, ich wollte ganz schnell kommen, sorry, sorry, er will nicht auf die Eiers oder suchen gehen, aber das muss dahin gehen, wenn wir über Allah sprechen, dann müssen wir über den Koran sprechen und der ist nur gläubig eben wegen dem Koran. Ganz genau umschwarten. Genau. Und es tut mir leid, der beleidigt hier die Intelligenz von Carlo, Pako, Ayatollah und jeder, der dir, deine Intelligenz beleidigt, damit diese komischen Schlaubi-Fragen, der denkt, der ist ganz intelligent. Geh erstmal, lass uns mal über deinen Koran reden. Wir wollen die Wahrheit wissen, ob es Gott gibt oder nicht gut. Dann lass uns mal im Koran gucken. Ob Allah Gott ist. Mann, kleine Kinder im Kindergarten lernen, malen im Kindergarten die Erde rund und nicht flach. Das ist, ja, deswegen, deswegen am besten, am besten so weit, so tief, will ich ja gehen, gar nicht rein, rein gehen, weil das, was er alles bisher geredet hat, steht nicht im Koran. Ich will über den Koran reden. Ich will über dein Gott reden. Dein Gott behauptet, Sachen im Koran, was gar nicht stimmt. Und das will ich darüber reden. Für mich, ob es Gott gibt oder nicht gibt, für mich ist es sowas vom Scheiß, egal, ob es gibt oder nicht gibt. Aber, ich war fest, ich war fest im Glauben, dass es Allah ist. Und später habe ich herausgefunden, dass es kein Gott ist. Also, wenn ein Muslim kommt, tut mir leid, Carlo, aber ich werde, ich werde nie eine Kalorie verlieren mit solchen Menschen. Der schämt sich für deinen Islam. Es tut mir wirklich leid, wenn ich das jetzt gestört habe. Aber weißt du, was mir auch auf die Nerven ging? Du redest irgendwas, weißt du, was er sagt? So richtig abwerten. Oh, sehr schön, sehr schöne Frage, sehr schöne Frage. Was für eine sehr schöne Frage. Das ist eine Hammerfrage gewesen, darauf kannst du nicht antworten. Aber der wollte so krass ablenken, dieser Typ. Ja, und da kommt auch heute dieses, aber er redet hier mit Kind oder was? Und dieses Theorie mit diesen Seepferdchen, das hört man immer wieder. Also, man muss erst mal eins wissen. Bei den Seepferdchen funktioniert das vielleicht, wenn man zwittert ist, dass die sich fortpflanzen. Beim Menschen geht es einfach nicht. Das ist jetzt kein Beweis. Das geht nicht. Das wird nicht gehen. Und ein Gläubiger, der dann sagt, ja, das muss sein, dann ist es aber so, dann muss er sich die Frage erklären, wenn aus nichts, nichts geschaffen werden kann, wer hat Gott erschaffen? Das ist die letztendlich finale Frage. Das muss er dann beantworten können. Er kann nicht sagen, Allah war immer da. Das geht nicht. Pies, der hat sogar gesagt, dass die, dass die Mädels zwei Megan hatten, also zwei Gebärmutter hatten. Ja, die, weiß ich nicht, das sind Erklärungen, das passt alles nicht. Und die versuchen dann irgendwie mit Seepferdchen und dies und das und Kamelurin ist gesund und das ist gesund und dies, das sind die kommen in Erklärungsnot. Deswegen kommen die, wollen die immer von diesem Koran abkommen. Aber über den Koran muss man, wenn man über Gott spricht, muss man über den Koran sprechen. Das geht nicht anders. Pies, ich glaube, ich glaube, es hätte auf jeden Fall lange gedauert, aber dann wären wir auf jeden Fall dahin gekommen, glaube ich. Also es gibt ja manche, die dann halt direkt, also das auf den Punkt kommen, aber irgendwann, man muss ja wissen, also der sagt ja, der hatte versucht, Allah zu überhaupt zu erklären. Aber woher versucht er das zu erklären? Aus den Büchern, egal ob das Bibel ist oder Dingens. Und da muss er dann halt nachweisen, der hatte sein Wissen von diesen Büchern. Ehrlich, also ich bin bereit, ich bin bereit, dass er nochmal kommt und mit ihm alleine redet, mit seinem ersten, mit seinem zweiten Sura, was im Koran nicht geht, dann sage ich, hier, dein Gott hat keine Ahnung. Mit dem zweiten Sura, das Anfang alleine, dass er keine Ahnung hat. Hallo Leute, aber was hat denn behauptet, eine Frau hat zwei Gebärmüttern? Also die Töchter, aber Eva hatte vier Gebärmütter, da hat er nicht getraut, sich das zu sagen. Aber wir haben ja auch gelernt, dass jetzt der Saben mal der Frau aus dem Rücken jetzt rausgenommen, das haben wir ja auch mittlerweile schon mitgekriegt. Oh mein Gott. Eddie, was sagst du dazu? Ich sag dir, der hat einfach nur Leute hier beleidigt. Fragst du, ob er die Frau ist oder was? Nein, ich sage, ob er, nein, ich dachte, der fragt, was ich über das sage, was er hier von sich gegeben hat. Hast du das? Die Aussagen, Bruder, die Aussagen, die waren ja eine Vollkatastrophe. Die sind dumm, die Aussagen natürlich. Also was denkt ihr, mit wem das zu tun hat? Ja, ja, der hat zu Carlo gesagt, sehr schön, ich hasse, wenn jemand so redet, weißt du, oh, sehr schöne Frage, so richtig, so abwertend ist. Ja, aber Eddie, mit dieser sehr schöne, sehr schöne, ist ja sofort pleite. Ja, ich weiß, aber Bruder, er hat es, ich weiß, wie er das gemeint hat, deswegen ist mir das auf die Nerven gegangen. Aber Carlo, ich habe echt gedacht, das ist denk nach, der hätte nur noch Achtung sagen sollen, dann wüsste ich hundertprozentig, dass das denk nach ist. Ich habe das nämlich auch gedacht, dass das denk nach ist. Ja, er will er wieder hochkommen, es kann wohl dem Fakir, aber bitte, lass uns über Koran reden und nicht über was anderes. Mich interessiert gar nicht, ob das Allah war oder nicht vor Koran. Mich interessiert, was im Koran steht. Und Koran ist, dein Ashoffa ist Allah. Lass uns über Koran reden. Wenn du willst über Koran, kein Problem. So, Fakir. Soll ich die alle runterkicken? Einer hat von euch hier drin auch gesagt, dass wir auf den Koran gekommen wären. Und das war auch sehr richtig. Natürlich kommen wir dahin zu sprechen. Ich schäme mich nicht, ich flüge auch nicht, ich will auch gerne darüber reden. Aber wir brauchen eine Basis. Besteht ihr das? Ja, Fakir. Aber das geht ja nicht darum. Das geht darum, ich will hier keine zwei Stunden mit dir unterhalten, ob es Gott gibt oder nicht. Mich interessiert das nicht, ob es Gott gibt oder nicht. Mich interessiert dein Gott. Aber das Problem ist, ich verstehe nicht, was du meinst. Es ist überhaupt null wissenschaftlich. Null. Null wissenschaftlich. Ihr müsst eine Basis haben. Ihr müsst erstmal eine Basis haben. Ja, aber ist dein Koran? Ja, aber ist dein Koran? Ist dein Koran Wissenschaft oder nicht? Auch. Ja, es sind Regeln für Zusammenlebens. Ja, dann reden wir darüber. Es ist auch eine Wissenschaft. Natürlich ist es hat mit nichts ein Problem. Also es passt zu allem Lebenssituationen. Ja, ist das Problem. Okay. Aber pass auf. Wie gesagt, wir müssen und auch die Frage, ob wer Gott erschaffen hat oder ob der einen Schüpfer hat, auch die werde ich beantworten. Alles wird hier beantwortet. Nur, es geht nicht, wenn wir nicht eine Basis haben. Das geht nicht. Ja, aber guck mal. Okay, Alter. Sorry, Carlo. Basis ist doch der Koran. Wir wollen doch überhaupt Gott beweisen. Also mit diesem Mann möchte ich nicht sprechen. Ja, natürlich. Du bist auch nicht in der Lage, mit mir zu sprechen. Ich habe einfach nur Respekt für alle Gäste hier. Ich habe für jeden Respekt. Ich sage einfach respektvoll zu dir. Ich möchte mit dir nicht sprechen. Aber du kannst nicht mal eine einfache Frage von Carlo, verstehst du nicht und dann willst du Gott hier beweisen. Guck mal, ob ich was verstehe oder nicht verstehe, das Publikum ist hier. Wir sagen nicht Gott, wir sagen Allah. Weil Allah, Mohammed hat Allah erschaffen. So rum können wir auch reden. Okay, alles gut. Pass auf. Guck mal, ich sage, ich habe dich weder beleidigt noch habe ich irgendwie respektlos irgendwie jemanden gegenüber aufgetreten. Ich habe nur gesagt, ich möchte mit dir nicht diskutieren. Warum verstehst du das denn nicht? Das ist nicht mein Recht. Ich will auch nicht mit dir diskutieren, solange du kein Müll von dir gibst. Ich will auch gar nicht mit dir reden. Du hast überhaupt gar keine Ahnung. Wenn jemand glaubt, ich will, du hast als erwachsener Mensch, glaubst du, dass die Erden nach... Okay, bitte nicht. Komm, mach mal ein anderer Mike an und rede mal ein anderer. Fakt ihr, was auch. Erklär uns bitte ganz kurz, in einer Minute. Wer ist Allah? Warum? Was ist Allah? Und warum hat uns Allah erschaffen an den Gott, den du glaubst? Aber wirklich, aber nicht umschweigen, weil wir können bis morgen früh, bis früh noch... Guck mal, diese Frage werde ich dir beantworten. Pardon, ich habe jetzt gerade einen Anruf gekriegt. Wir können... Ja, ja. Okay, aber wirklich... Kein Problem. Wirklich kurz. Ja, pass auf. Ja, ich werde dir das ganz kurz erklären, werde ich beantworten, kein Problem. Aber ihr seid trotzdem, wir haben trotzdem noch keine Basis dann. Wir müssen eine Basis erschaffen. Ich werde diese Frage beantworten. Allah ist, laut Islam, ist der Schöpfer. Der wurde nicht geschaffen, er hat geschaffen. Allah ist unabhängig. Allah ist außerhalb von Zeit, von Raum, Materie. Allah braucht nichts. Allah wurde nicht geboren. Allah gebärt nicht. Allah ist der einzig Unabhängige. Allah ist der, der versorgt. Allah wird nicht versorgt. Allah braucht nichts. Okay, alles klar. Ich akzeptiere alles. Allah ist alles wissend. Okay, okay, ich akzeptiere das alles. Okay, ich verstehe das. Ich weiß noch, was du meinst. Kannst du uns allen die Wahrhaftigkeit, dass es Allah gibt, beweisen? Mach es bitte. Ja, kann ich. Und die wäre? Ja, sage ich doch. Welche, was, durch Logik, durch, ich möchte, durch was möchtest du es bewiesen haben? Egal wie. Okay. Also, wenn wir einfach mal in die Natur reingucken, ja, wenn wir, ist egal, ob wir im Universum oder hier bei uns, nichts, ja, es gibt ja in Wissenschaft, gibt es die Kausalität. das heißt, das heißt, das sozusagen, ja, die Kette der Kausalität, ne, Aktion gleich Reaktion, so. Die Kette, wenn wir zurückgehen, braucht es zwangsläufig einen Schöpfer. Selbst wenn wir die Kette bis zu Big Bang, also diesen Urknall, zurückgehen, braucht es einen Schöpfer, der diesen Big Bang sozusagen getätigt hat. Ja, alleine das ist schon eigentlich eine Erklärung. Bitte? Oh, sorry. Ja, und darüber hinaus, selbst wenn wir das aus der Sicht nicht sehen, sondern nur uns beobachten, unser Herz, was wir für einen Rhythmus haben, was für eine Ordnung wir im Körper haben, unser Kreislauf, Blutsystem, also hier, Blutkreislauf, dann die einzelnen Knochen, die Muskeln, die Farbe, alles, das scheint auf einem Mittel. Okay, darf ich dich bitte, ich muss dich bitte, bitte unter, verzeih mir bitte, weil das ist kein Problem. Ich weiß, ich weiß, worauf du hinaufkommen sollst. Okay, ich bin dabei, ich bin Agnostiker, viele hier auch, okay, wir glauben an einen Schöpfer. Ich nehme das an, okay? Jetzt haben wir den selben Nenner, okay? Ist das okay? Ich nehme es an, da ich ein Agnostiker bin, ich glaube da dran. Ja. Und wie und warum er, jetzt reden wir darüber, dass dieser Schöpfer, was du uns alle erklärt hast, dass dieser Schöpfer, der Schöpfer ist, der den Co, was der Koran beschreibt. So, jetzt sind wir aber im Koran gelandet. Okay? Pass auf, naja, du noch nicht ganz, ich habe nur eine Sache. Nein, 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 doch, wir haben doch jetzt den selben Nenner. Du glaubst an einen Schöpfer, ich auch. So, das ist der kleinste Nenner, den wir jetzt gefunden haben. Wir können, wir können gerne das Spiel so weiterspielen, kein Problem. Nein, aber du weichst ja schon wieder aus. Nein, ich weich nicht aus. Wir können weitermachen. Wir haben doch jetzt, wir haben doch, wir haben doch jetzt den, den gemeinsamen Nenner, den du haben wolltest, haben wir jetzt gefunden. Wir machen auch weiter. Ich sag doch, ich weiche nicht aus. Wir machen auch weiter. Jetzt hast du mich überzeugt, dass es diesen Schöpfer gibt. Jetzt musst du mir aber überzeugen, und da kann ich eben kontern, dass dieser Schöpfer, genau dieser Schöpfer ist, was du geschrieben hast, im Koran ist. Dass das derselbe Schöpfer ist. Pass auf, pass auf. Ja, wir können jetzt weitermachen, aber lass mich bitte einen Kommentar anzufügen. Wenn wir von demselben Schöpfer reden und wir sagen, dass wir an einen Schöpfer glauben, dann glauben wir auch daran, dass er allwissend ist, dass er allmächtig ist, dass er erschaffen hat und dass er nichts braucht und niemandem auch eine Erklärung schuldig ist. Richtig? Okay, okay. Das weißt sich ja. Das weißt sich. Das weißt sich. Wenn du sagst, der braucht niemanden, warum hat er seine Propheten? Um uns zu informieren. Ich denke, du hast da immer gesagt, der braucht nichts. Braucht auch nicht. Wir brauchen die. Pass auf, ich will dich mal was fragen. Wir brauchen die. Okay, darf ich dich was fragen? Du hast uns jetzt diesen Schöpfer so schön beschrieben, so schön. Jetzt frage ich dich mal was. Schlägst du deine Frau? Natürlich nicht. Okay, die nächste Frage wäre, bist du besser oder Gott besser? Weil Gott sagt, schlagt sie. Nein, 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 was auch. Das stimmt doch nicht. Wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr so weitermachen wollt, wir können gerne in die Eier gehen. Nein, wir sind doch jetzt da. Was auch, wir haben doch jetzt da. Wir haben doch das eine jetzt abgearbeitet. Wir haben jetzt den selben Nenner. Jetzt meine Frage ist, bist du besser oder Gott besser? Du sagst, du schlägst deine Frau nicht und Gott sagt, schlagt. Wir können da gerne hin. Wir können da gerne hin. Wir können auch gerne die Eier öffnen. Wir wollen aber dann auch die Tafasir, was die Gelehrten dazu gesagt haben. Was können wir im Kontext haben? Okay, können wir machen. Können wir machen. Kein Problem. Jetzt sind wir da. Okay, wir sind jetzt da, wo wir sehen. Ich gucke, was das heißt. Okay. Also, so Nisa 34 schlägt. Also, ich sag das mal überspitzen. Ich liest jetzt nicht. Wir gehen viel zu weit. Wir gehen viel zu weit. Ja. Wir gehen viel zu weit. Carlo, Carlo, ich bin auf Arbeit. Wir haben den jetzt, wo wir ihn haben wollten. Ich gehe jetzt runter. Ja, nein, nein. Jetzt könnte er weiter machen. Nein, wir gehen viel zu weit. Ich gehe mit erster Sucher. Al-Fatih. Al-Fatih, okay. Oder? Nein, Al-Fatih. Okay. Carlo, ich muss leider runter, weil ich auf Arbeit bin. Ihr habt den jetzt, wo ihr ihn haben wolltet. Kickst du mich bitte raus. Okay. Jo. So, Fakir. Hast du Koran vor dir? Glaubst du jetzt an einen Gott? Bist du derselben Meinung wie der? Ich mache Koran jetzt auch. Mach doch mal Koran jetzt auch. Oh, nee, mit dem rede ich nicht. Nee, wenn der jetzt weiter nochmal seinen Mann kaufmacht, dann gehe ich runter. Ich mache diesmal wirklich. Okay, damit du nicht abhaust, ich gehe runter. damit wir dich schön hier bloß stellen. Ja, ja, komm, komm, sie runter. Komm, ich habe keinen Bock auf dich. Jetzt gehe ich nicht runter. Nein, Adi, du kannst bleiben. Mach dich still. Ich gehe jetzt runter. Ach, komm, ey. Wer von euch hat gerade eine Frage gestellt, warum Allah der Schöpfer sein sollte? Mich. Wisst ihr, warum, also was ich glaube, warum der Koran, also wenn eine der Weltreligionen stimmt, dass es dann der Islam sein muss, ihr fragt ja dauernd, warum sollte ich meine Frau schlagen oder was auch immer. Also erstens denke ich nicht, dass es nicht geht. Nein, nein, nein. Sollen wir über Koran reden vom Anfang bis Ende. Das ist kein Problem. Lass mal, bis wir da hinkommen, das ist kein Problem. Okay, also der Grund, warum ich zum Beispiel glaube, dass der Koran die Wahrheit ist, weil er uns als Menschen beschreibt. Also die Synchronität zwischen dem, wie wir sind und wie Gott mit uns umgeht und unsere Regeln und alles. Das passt einfach. Ach so. Also Tatjana, du bist jetzt ein Koraniter geworden und willst du jetzt Debatte mit mir haben? Wirklich? Ist das dein Ernst? Also es geht mir gar nicht um Debatte. Ich wollte nur, also ich weiß nicht, ob du oder Eddie gerade gefragt habt, warum quasi Allah dieser Schöpfer sein sollte, weil ihr glaubt ja auch an Gott oder einige. Ich halt denke, dass das der Grund ist. Ich wollte das nur dazu geben. Also ich mache keine Debatten irgendwie. Guck mal, Tatjana sei gekreist. Aber hast du jetzt einen Glaube gefunden? Also ich finde jetzt das so, dass ich die Hadithe, weil die so merkwürdig sind, zum größten Teil ablehne und halt nur mehr auf den Koran, wenn ich beziehe. Aber ich bin halt suchend. Deshalb nehme ich auch quasi, ja. Kein Problem. Lass uns über, über welche Vers willst du wissen? Oder fangen wir vom ersten bis Ende? Ist kein Problem. Ich habe die Zeit der Welt heute. Aber Carlo, was hältst du von Koraniten? Vom Koraniten? Mhm. Persönliche Meinung oder was die denken? Ich meine damit so, weil du redest ja auch oft über Hadithe und ob jemand, wenn der Koranit ist, für dich immer noch so verrückt ist oder wie du das siehst, weil du ja auch Arabisch sprichst. Ja. Ja genau. Also ich sage mal, persönlich habe ich gegen die gar nicht. Ehrlich gesagt, persönlich habe ich gegen die gar nicht. Aber, aber, Meinung, da haben wir ganz andere Meinung. Da haben wir ganz, ganz, ganz andere Meinung. Da sind wir in verschiedenen Welten. Aber, akzeptieren, tue ich das. Tue ich das. Aber nicht alle auch. Es gibt welche, die akzeptieren mich nicht. Es gibt welche, die sind friedlich, die leben in ihrem Koran, so wie die verstanden, aber die haben das Koran einfach nicht verstanden. Weil, guck dir das mal an, jetzt hole ich dir auch Koraniter, der Arabisch spricht. Da hast du auch eine andere Meinung. Da hörst du dir das ganz anders an. Hörst du dir das ganz anders an. Und, wenn ich Koraniter bete, dann bestimmt nicht von einem, der nicht mal Arabisch spricht. Niemals im Leben. Wenn ich einen Koraniter folge, dann gehe ich und überlege dir, ich habe das Islam verlassen, ich bin nicht Koraniter geworden und danach habe ich Islam verlassen. Nein, ich habe komplett verlassen. Komplett, weil, wenn ein Vers im Koran sich widerspricht oder hat kein Wissen darüber, dann ist das kein Gott. Wenn ein Vers, wenn ein Vers, weil Gott, wenn du sagst, Gott ist allmächtig und allwissend, dann darf er keinen Fehler machen. Und hier haben wir, hier haben wir ein paar hunderte Fehler. Darf ich was dazu sagen? Ja. Guck mal, Tatjana. Tina bitte. Entschuldigung, Tina, Tina, Entschuldigung. Tina, das ist dann halt bei Koraniten für mich, denke ich so, dass sie dann halt so wie halt, wenn du einfach zu einer Bildergalerie gehst und einfach die Bilder dir anschaust und dann überlegst, ja, der Künstler, der das gezeichnet hat, hat das und das gemeint. Obwohl du gar nicht weißt, was der Künstler wirklich eigentlich mit diesem Bild zeichnen wollte, was er damit sagen wollte, was seine Intention war. Das heißt, die machen eigene Tafsir darauf. Also wenn die jetzt irgendwie so gutherzig sind, dann sagen hier, Allah hat das und das im Koran gemeint, obwohl es gar nicht so drin steht. Weißt du, was ich meine? Die machen dann eigene Welt daraus, eigene Ideologie daraus. Interpretieren das komplett anders, als es da steht. Ja, aber der Koran gibt ja vor, von sich vollständig zu sein. Wisst ihr, was ich meine? Ich verstehe auch nicht, warum wir unbedingt jemand anderen brauchen. Sind die schlauer als wir? Carlo, Carlo, Bruder, ist der Typ noch da? Dann würde ich nämlich runtergehen, dann kannst du ihn hochholen. Dann könnt ihr ihn mal richtig planieren. Nein, der ist nicht da. Der ist nicht da. Sorry. Alles gut. Was hast du darunter verstanden? Das ist vollständig. Dass er halt vollständig ist, dass ich nicht Tafsir brauche oder Hadith, um Muslimin zu sein. Okay. Und dass ich vielleicht das auch selber interpretieren darf, weil Gott hat quasi den Koran entstehen lassen und nicht die Hadith. Wieso sollte er uns abhängig machen von anderen Menschen? Tina, Tina, kannst du die Sohra, wenn er sagt, Du verstehst den nicht, oder? Also, ich höre auf Deutsch. Auf Deutsch? Ok, im Koran kommt vor der Name Seyd. Ja? Wer ist Seyd? Wie kannst du dir das erklären? Also wie die die Hadith gelesen haben und da passiert, wir wissen wer Seyd ist. Das ist der Adoptivsohn von dem Prophet. Aber du wirst nie darauf kommen. Wer ist Abu Lahab? Abu Lahab war der Onkel von dem Prophet. Das wirst du nie erfahren, wenn du nicht die Hadith unter Fasir lest. Verstehst du, warum überhaupt Gesandt ist? Also da steht sicher nicht drin, dass es der Adoptivsohn ist? Da steht nicht drin, dass es Adoptivsohn ist. Ok, dann recherchiere ich heute mal. Ja. Aber wo willst du dann recherchieren? Du glaubst nicht an Hadith und nimmst kein Tafasir an von Ibn Kathir oder Tabara. Du klärst sowieso, wie du es willst. Verstehst du, das ist das Problem. Also was heißt Probleme? Du bist gegen Kinder, nehme ich an, oder? Ja. Siehst du, ich habe damit auch kein Problem mit dir. Uns stören nur die Leute, die daran glauben, was es wirklich da steht. Kinderehe, Sklaverei, dass es dir erlaubt ist, Sklaverei, Frauen zu schlagen und vier Frauen zu heiraten und dass die Frau die Hälfte von ihrem Bruder erbt und dass die LGBT zu vernichten sind und die Leute, die aus dem Islam austreten würden, im Kopf kleiner gemacht werden. Das stört uns. Mit dir habe ich kein Problem. Du kannst es interpretieren, wie du willst, weil du nämlich interpretierst nach deinem Moral, die Moral, die du hier in Deutschland hast von 2024 und die Akten, die damals gemacht waren, waren für unsere Sicht barbarisch. Verstehst du, jetzt zum Beispiel Hand abhaken beim Diebstahl oder besteinigen bei Ebruch oder dies oder so schreckliche Sachen. Die akzeptierst du alle nicht, weil du interpretierst der Koran nach deinem Moral. Und das ist auch richtig so. Es ist okay. Du kannst ruhig von mir aus Muslime bleiben. Du bist ein guter Muslim. Wir brauchen mehr Muslime wie du. Bist du konvertiert, Tina? Nein, also ich bin als Muslimin geboren und bin aber halt nicht so strenggläubig oder so. Bist du Sunnitin oder Shiite? Ja, als Koranite bin ich keins von beiden. Ja, aber du warst doch geboren als Muslimin. Bist du in eine sunnitische oder eine shiitische Familie geboren? Also ich bin so offen geboren, also quasi, ich habe überhaupt keine, ich habe nicht mal gewusst, was ich bin. Das war, wir sind, ich bin Albanerin, okay und bei uns ist das so ein bisschen. Al-Banner, dann musst du Sunnitin sein. Okay, Tina. Ja, kann man so sehen. Okay, Tina. Tina, Tina. Ich habe eine Frage an dich. Suchst du einen Gott oder suchst du ein Buch, wirklich ein Buch, wo du sagst, das ist wirklich von einem Gott? Oder suchst du dir einen Gott gerade? Also ich glaube, hundert... Ja, weil guck mal, nein, ich muss dir dann wirklich sagen, weil wenn du sagst, nein, ich brauche einen Zufluchtsort, ne, wenn ich sterbe und ich bin überzeugt von diesem Koran, ne, dann sag ich nein, du liegst falsch. Aber wenn du sagst, ja lass mich glauben, was ich will, ne, und ist egal, danach ist egal, was mit mir passiert, dann mach das. Aber wenn du in Wirklichkeit suchst nach Gott, ne, dann kommen wir darüber reden. Kommen wir darüber reden, ich kann auch Tage lang mit dir reden, ne, oder soll jemand hochkommen und der sagt, nein, stimmt nicht. Auch Koraniter, aber einer, der Arabisch sprechen kann. Und ich hole jetzt zwei, guck mal, wir sind hier alle Ex-Muslime, kein Christ ist hier, keiner kann widerlegen. Keiner kann was sagen, Arabisch sprechender, ich kann dir auch einen Imam holen, ist kein Problem. Einer, der, der imam, imam war und da war richtiger, richtiger Sunnite. Und der kann sich auch mit Koran aus, wenn du nicht glaubst. Ist kein Problem. Aber wie gesagt, wenn du sagst, ja, das ist mein Gott, der Koran ist mein Gott, dann sag ich dir, nein, falsch, das ist kein Gott. Das ist kein Gott. Aber wenn du rein glauben willst, dann ist das deine Sache. Aber wenn du mir sagst, ja, Allah, dann kommst zu meinen Lauf und sagst du, Allah ist der Richtige, dann sag ich nein, Allah ist nicht der Richtige. Aber wenn du mich damit in Ruhe lässt, dann ist alles gut. Lebe dein Leben. Aber ich kann dir nur sagen, dieser Gott, was im Koran ist, ist kein Gott. Ist kein Gott. Frau Carlo, also wenn wir jetzt sagen, okay, die Bücher sind nicht von Gott, woher sollen wir dann wissen, was mit uns passiert? Also was glaubt ihr dann, was mit uns so... Wenn ich das wusste, dann hatte ich jetzt auch eine Religion. Verstehst du? Wenn du mir sagst, ja, willst du jetzt einen Gott suchen, dann sag ich ja, okay, aber nicht wie ich schlaufe. Verstehst du? Ich werde nicht bestimmt ein Buch lesen, ne, da werde ich ganze Bücher lesen, ganze Taversiere lesen und dann werde ich auch zu Gelehrten gehen, ne, da brauche ich wirklich, ich brauche nicht einen Monat, ich brauche jahrelang dafür. Und dann, wenn das in meinen Kopf kommt, dann sage ich ja, okay, ich akzeptiere. Ich muss dann, dann muss ich richtig überzeugt werden, muss ich richtig überzeugt, ne, aber wenn eine Sache, auch in Christentum, ne, eine Sache, finde ich, dass es nicht stimmt, dann nehme ich es nicht an, ganz einfach. Aber gerade, ich suche keinen Gott, ich suche keine Zuflucht, nichts. Warum? Weil ich bin raus. Ich bin raus. Weil das ist die gleiche Geschichte. Das sind alles ebrahimische, alles ebrahimische Glauben. Und keiner zwingt mich dazu. Keiner sagt mir, komm, hol dir das mal. Aber wenn ich das will, okay, aber ich brauche das nicht. Gerade brauche ich nicht. Aber wenn ich mehr lese, dann lese ich mir bestimmt nicht ein Buch alleine. Niemals. Weil in einem Buch ist das keine Religion. Ein Buch alleine ist gar keine Religion. Und guck dir das mal an, die Koraniten zum Beispiel. Wie viel sind das? Sagen wir 100 Millionen. Also alleine, wenn 100 Millionen ist, dann ist das, dein Gott ist in sein, in seiner Aufgabe ist ausgeschaltet. Warum? Weil wir haben andere 8 Milliarden, die an ihm nicht glauben. Warum nur 100 Millionen? Guck mal, Tina. Stell mal vor, ich würde zu dir sagen, gib mir jetzt 100.000 Euro und wenn du stirbst, dann gebe ich dir eine Milliarde. Würdest du das machen? Nein. Wenn du logisch denken würdest. So. Und guck mal, du wirst auch im Koran Verse finden, wo du Allah Geld geben sollst. So. Wofür braucht dieser Schöpfer, der alles erschaffen hat, sogar sagen wir, wenn wir wirklich daran glauben würden, Geld und alles, Gold und alles mögliche erschaffen hat. Wofür braucht er das? So, damit der dann später dir einen Platz im Paradies dir verschafft. So. Du sollst daran glauben. Das ist, guck mal, die Menschen haben immer Angst vor Tod gehabt. Weil die einfach dieses ewige Leben haben wollten. Und erst dadurch sind Religionen entstanden. Weil die dann halt mit dieser Religion sich halt Ruhe gegeben haben, haben gesagt, okay, wenn ich sterbe, trotzdem werde ich weiterleben, wenn ich an diesen, diesen glaube. So haben sie sich dann ewiges Leben verschaffen. Aber wenn wir dann halt, sag ich mal, guck mal, wenn ich jetzt sterbe und keine Ahnung. Also ich wollte eigentlich, dass ich halt auf jeden Fall verbrannt werde. Auch wenn ich dann halt, äh, und Organe bla bla bla, ne? So denke ich. Aber wenn ich jetzt normal begraben werde, so, dann wird mein Körper zersetzt, kommen dann irgendwie keine neue Blüten, die Würmer ernähren sich. Also gebe ich dieses Leben, was ich hatte, gebe ich dann weiter. Okay. Du siehst es halt so ein bisschen biologisch dann womöglich. Ja. Aber wie meinst du, dass Gott Geld geben? Das wäre ich jetzt zum ersten Mal, wie, inwiefern Gott Geld geben? Carlo, mein Lieber, lies mal vor. Und das steht auch. Koran oder Hadith? Koran. Kein Hadith. Es wird mit dir nur über Koran. Du bist ja Koraniten, also du bist, den Eltern, habe ich ja gehört, irgendwie ist es in Koraniten gewesen. Also Koran, wirklich nichts, nichts, tefziere oder nicht, dass irgendein Mensch das für dich irgendwie so falsch übersetzt hat oder so. Das ist von Gott. Das ist von Gott. Das ist von Gott. Und ja, ich, wie gesagt, äh, ich kenne dich ja. Ich weiß, was du denkst. Und ich finde es sehr gut, dass du das suchst und wirklich, wirklich, wirklich nachsuchst und jedem fragst, ne? Ich finde es sehr gut. Also, würde ich, also, ich würde länger brauchen auch, wirklich dafür, lange brauchen. Nicht einfach sagen, ja, okay, als ein Buch und sowas. Aber wie gesagt, fang richtig nach. Und du musst ein Vers, ein Vers vor und dann richtig mit Verstand. Ich geh dir, ich ich stelle dir vor, du gehst in eine Bibliothek, ne? Und du sagst, okay, ich habe jetzt Urlaub, zwei Wochen, ich leih mir zehn Bücher, ne? Von Menschen, die geschrieben haben. Und dann tue ich dir dieses Buch da rein, ne? Du hast gar keine Ahnung. Du weißt gar nicht, dass es gottlich ist. Weil Leute sagen, dass es gottlich ist. Und ich lese ja diese Bücher alle. Und guck mal, welcher am Ende, ne? Wer ist du da dran? Sagst du, was ist das? Über wem spricht er hier? Was ist das? Ich glaube, das einzige, das einzige Buch, wo du sagst, ja, okay, ich lese das nicht weiter, weil ich verstehe nichts. Dann ist das dieser, dieser Buch. Wirklich, dieser Buch. Weil hat keinen Sinn. Und da gibt es so wieder, gib mir erstmal, such dir erstmal einen Beweis, einen Beweis, dass das gottlich ist. Ein Beweis, dass das gottlich ist. Gibt es nicht. Sogar Hadithe, ne? Hadithe, wenn du ein Hadith, authentische Hadithe schreibst, ne? Die haben ja gesetzt, dass die vier Leute, vier Leute Säuger sein, ne? Vier Säuger müssen sein, damit diese Hadith authentisch sein oder nicht authentisch. Aber im Koran ist das nicht dieser Fall. Im Koran, du brauchst nur eine Person und mit einem Zeuge, dann kannst du dein Vers da rein schreiben. Damals. Als Uthman ibn al-Affan, hat die ganze Korane verbrannt. Dann haben die gesagt, okay, wir sammeln jetzt wieder. Und jeder kam mit einem Vers, mit Zeuge. Und sogar eine, eine von dem, hat Verse geschrieben im Koran. Damals, wo er Prophet gelebt hat. Und weil er nur Prophet ihm gelobt hat. Und er hat gesagt, diese Person, ne? Er braucht keinen Säuger. Er kam alleine und hat einfach, einfach solche Versen da rein geschrieben. Aber er braucht dann nicht mal Säuger. Lies dir das alles vor. Lies dir das alles vor. Du musst dir wirklich lesen. Alles vorlesen. Es gibt's auch, guck mal, alleine Prophet sagt er, diejenigen, die meinen Koran schreiben, sind vier Leute. Und am Ende waren nur zwei. Und diese zwei, ne? Die haben sich so gestritten. Einer sagt 105 Verse, einer sagt 107, 114, verstehst du? Am Ende kommen die auf diese Zahl. Und die haben sich so, das war so eine Kritik wegen dieser ersten Vers. So eine Kritik gab es wegen dieser ersten Sura, Sura al-Fatih. Wenn du dir das liest, ist, sag ihm. Also Gott leitet mich recht. Guck mal, Karl, du hast da mit den vier, vier Leute, die dann halt den Koran für Mohamed geschrieben haben, ne? Der hat ja die AYES gesagt und die haben dann für ihn geschrieben. Einer davon, ich hab seinen Namen wirklich vergessen, äh, schade, äh, hat sogar ein Todesurteil bekommen. Mohamed hat damals gesagt, in dieser Moschee, wo wir beten, darf gar keine Atmen gebracht werden. Der hat sogar, aber weil der dann halt Mohamed hinterfragt hat, weil der war am Schreiben, da gibt's auch ein Hadith dafür, der war am Schreiben und dann hat er hinterfragt, meinte, Mohamed, das stimmt da gar nicht. Also das, was du sagst, ist doch ein bisschen unlogisch, das ist dann irgendwie für deine Vorteile. Dann hat er ein Todesurteil bekommen und er würde in diese Moschee geköpft. Also obwohl Mohamed vorher verboten hatte, in der Moschee überhaupt irgendjemanden zu töten. Ich kenn dir auch, kennst du Englisch, Dina? Kennst du Englisch? Ja, also nicht perfekt, aber schon gut. Okay, ich kenn dir auch ein, ein Video, eine YouTube-Seite da geben. Und da ist ein, da ist ein, richtig, also richtig, hat das Koran studiert, ne? Das sind 17, 17 Folge, guck dir das mal an. Da redet nur über Koran, kein Hadith redet, erzählt dir, da wird dir erzählt, vom ganzen Versen, ne? Die ganzen Versen und warum es geht und warum. Und guck dir das mal an, erstmal. Und wo ich das gesehen hab, ne? Dann hab ich angefangen zu lesen. Das ging nur um Koran, kein Hadith da drin, nix. Guck dir, liest ihr dir, äh, sagt dir, wie die Versen ist, welcher Vers und so weiter. Und erzählt dir die Geschichte, warum kam dieser Vers? Weil so, du kannst kein, ich sag dir, da hat dir ja gesagt, Paco, lies mir Surat al-Kawthar. Wenn du mir das auf Deutsch liest, verstehst du nix. Weil ich auch als Araber verstehe ich nur am Ende, ne? Surat al-Abdahr, Bay al-Abdahr ist. Verstehst du? Al-Abdahr ist derjenige, derjenige, der keine Männer erzeugt. Nur weibliche, nur weibliche. Verstehst du? Das ist als Schumwort und keine Koraniter. Ne, wenn du, wenn du das liest und sagst du, ich will wissen, warum, warum geht es? Verstehst du nix. Als Koraniter verstehst du sowieso nix. Was will dir, ja, was will dir Gott damit sagen? Auch wenn du als Koraniter, was will dir damit Gott sagen? Oder da gibt's über, über 15 Suren, fängt an immer mit Elif Lamin, Elif Lava, Elif Lasa. Was will mir mit dieser drei Buchstaben sagen? Was will er mir damit sagen? Wenn du jemanden fragst, nur Gott weiß das. Nein, das ist kein Antwort. Das ist kein Antwort. Das ist gottliches Buch. Was will er mir damit sagen? Das ist eine Nummer. Vers 1 und dann kommt Vers 2. Da fängt an. Da sind drei Buchstaben. Und das ist ja, das ist ja, das ist nix. Das ist nur einfach, wo immer noch keine Antwort dafür hat. Kein Mensch hat da drauf Antwort. Nur Allah weiß. Warum? Allah gibt mir ein Buch und steht drei Buchstaben überall. Und nur Allah weiß das. Warum? Warum? Will er mich testen? Warum geht es hier? Warum? Was will er mir sagen mit dieser Buchstabe? Nur um es zu schon machen. Das war nur, um das Buch schon zu schreiben. Verstehst du, Elif Lamin? Du musst dir das anhören. Wenn du auf Arabisch dieser ganze Koran anhörst, automatisch. Du verstehst ja nichts. Ich habe ja früher immer gehört, immer wenn ich gefahren habe oder auf Arbeit bin, habe ich nur Koran aufgemacht. Ich war beruhigt. Ich war beruhigt. Und so haben die das daraus gemacht. Aber wenn du als normales Buch liest, sagst du, was ist das? Dann irgendwann habe ich gesagt, okay, ich liess das als normal. Als normaler Mensch ist das als normal, als mit meinem Verstand. Da habe ich gedacht, ich habe nichts verstanden, warum es geht. Nur der Koran. Dann gehe ich mit der Fassil, der klickt. Oh Gott, noch schlimmer. Noch schlimmer. Lass mich auch Lara zum Wort kommen. Ja, Lara ist auch deine Landfrau. Hi Lara. Ich habe eine albanische Kultin mit schwarzen Haaren und Vollbart. Joga, sag mal leise. Ja, hi, hi, so my reader. Ja, was soll ich denn dazu sagen? Tina, Tina. Was soll ich sagen? Ich bin albaner, ja. Tina, Tina, diese Schwester hier, Lara, die war mit, äh, wie heißen sie? Kopftuch, Knischkäpftuch. Was? Was hattest du getragen? Niqab. Niqab, überleg dir. Krass. Sie hatte nur ihr Vollbart versteckt. Ja, genau. Also, ähm, erst mal Tina, äh, wieso bist du eine Muslima? Also, kannst du mir logische Gründe nennen? Also, das allererste ist natürlich, dass ich an einen Gott glaube, 100 Prozent, und dass der Koran in vielerlei Hinsicht für mich am meisten Sinn macht. Ich weiß, es hört sich für euch so verrückt an, aber im Vergleich zu den anderen Religionen zumindest, weil halt es die einzige richtige monotheistische, ähm, Religion ist. Also der Ein-Gott-Glaube. Okay. Aber du weißt schon, dass du auch, äh, ähm, also an einen Gott glauben kannst ohne eine Religion. Äh, die Frage ist jetzt, was, äh, was überzeugt dich, dass der Koran von einem Gott ist? Weil ich lese ja den Koran, ich kenne ja auch den Islam, wir hier alle. Also ich lese nichts von einem Gott. Ich lese von einem Menschen. Also, dass, dass Menschen dieses Buch erfunden haben. Und nicht von einem Gott. Weil, guck mal, denk doch mal logisch. Es kann doch nicht sein, wenn so ein allmächtiges Wesen existieren soll, wie ein Gott, ja, Allah. Dass dieser Allah, äh, nötig hat, eine Religion für die Menschen herabzusandten und uns zu verstehen zu geben, wie wir seinen Weg gehen. Er hat es uns doch an unseren Verstand gegeben. Verstehst du, was ich meine? Da braucht er doch kein Buch. Da braucht er keine Propheten. Hm, ich versteh dich. Aber, also, ich denke halt, wenn es einen Gott gibt, und das ist dann halt der nächste Step, dann muss er uns irgendwas mitgeteilt haben. Weil wir Menschen sind schon auch sehr verwirrt. Weißt, ich mein, du kannst jetzt nicht sagen, dass jeder das checkt. Es gibt Menschen, die, die sind, äh, sehr verwirrt. Die wissen nicht, wie man leben sollte, was der Sinn des Lebens ist. Und ich meine, mein Problem ist immer nur, wenn ich von dem Standpunkt ausgehe, dass es einen Gott gibt, ist für mich automatisch klar, dass dieser Gott uns irgendwas mitteilen muss. Warum? Weil wir einfach sonst irgendwo verloren sind. Verstehst du, was ich meine? Das ist wie, du kannst dir vorstellen, so stelle ich mir das vor, wenn jemand ein Handy erschafft, okay, dann gibt er dir doch die Bedienungsanleitung mit, oder? Damit du verstehst, wie man mit diesem Handy umgeht. Und so sehe ich das halt auch mit uns so. Ich denke mir, wir würden ja gar nicht nach einer Religion suchen oder nach einer Anleitung suchen, wenn wir es nicht nötig hätten. Aber wir sehen es ja irgendwo als nötig, weil wir wissen nicht, was nach unserem Tod ist. Wir wissen nicht, warum das und das auf der Welt geschieht. Verstehst du, wie ich meine? Und das ist so der Grund für mich, der hauptprimäre Grund, warum ich da so verankert bin. Also das heißt dann deine Unwissenheit. Ja. Oder deine Unsicherheit, deine Hoffnung. Weil Religionen haben halt so eine Sache, was zur Manipulation sehr, sehr aktiv ist. Das führt dazu, dass die Menschen religiös sind. Wenn die Religionen, sprich jetzt der Islam, in dem Fall, dass du Muslime bist, deine Religion, der Islam verspricht dir ein Leben nach dem Tod. Und wenn du eine gute Muslime bist und die Gebote und Verbote Allahs einhältst, dann kommst du inshallah in Jannah. Und ich betone inshallah, das heißt, du hast nicht mal hier eine Sicherheit, obwohl du eine Muslime bist. Das sind so Dinge, ich weiß nicht, aber fehlen dir hier keine Beweise? Ich meine, das sind ja im Endeffekt einfach nur Worte in einem Buch geschrieben, was Menschen vor 1400 Jahren quasi das Leben so verstanden haben. Wie kann man das heutzutage 2024 dies noch als Wissen anneigen? Das verstehe ich nicht bei Gläubigen tatsächlich. Weißt du was, also jetzt habe ich vorhin in den Kommentaren reingeschrieben, warum ich das quasi trotzdem als Wahrheit sehe, ist, weil ich mir denke, also ich selber kenne mich zum Teil. Ich habe mich versucht, selber zu verstehen. Ich habe versucht, auch den Menschen zu verstehen. Wie ist der Mensch? Was braucht der Mensch? Wie reagiert der Mensch? Und der Koran arbeitet genau damit. Also irgendjemand muss verstanden haben, wie der Mensch zum größten Teil tickt. Und das ist halt die Sache. Und zu der Frage, dass wir keine Sicherheit haben. Was passiert automatisch mit Menschen, die sehr viel Sicherheit haben? Das sehen wir auch im Christentum. Bitte, also kein Christ soll sich jetzt hier angegriffen fühlen. Aber durch diese Sicherheit mit der Errettung sind, was ist mit den meisten Christen passiert? Die sind extrem träge. Die sind träge, die wollen nichts mehr machen. Wir sind eh sicher, jemand ist für uns am Kreuz gestorben. Beten müssen wir ab und zu. Aber ist auch nicht schlimm, wenn wir es nicht tun. Und was machen die Leute dann automatisch? Sie tun es nicht. Ja, das ist dann quasi ihre Freiheit. Ich meine, die Religion gibt ihnen diese Freiheit. Ja, Religionen allgemein mit Logik und so. Das ist so eine Sache. Aber okay, sorry, ich habe dich unterbrochen. Genau. Und für mich ist der Koran einfach die Wahrheit, weil er den Menschen erkannt hat. Also er erkennt, wie der Mensch funktioniert. Und das ist so eine Frage, die man sich mal stellen muss. Wie funktioniert ein Mensch? Wie reagiert ein Mensch? Und all das ist so komplex im Koran, dass es halt, wie soll ich das erklären, einfach darauf hinausgeht, dass da jemand sein muss. Ich sage jetzt explizit jemand, der sehr, sehr, entweder war, also ich sage immer so, entweder war derjenige, der den Koran geschrieben hat, für mich persönlich sehr intelligent oder es ist von Gott. Krass. Ach so, da siehst du tatsächlich eine Intelligenz dahinter. Heftig. Krass. Also sehe ich zum Beispiel nicht. Wie stehst du bezüglich der islamischen Moralgebung? Was sagt dir das? Also es hört sich für euch auch verrückt an, aber es macht für mich zum Teil auch sehr großen Sinn. Es macht für mich Sinn, dass der Mann über die Frau steht. Es macht für mich alles Sinn. Weil einfach, du musst dir verstehen, wie ist die Natur einer Frau, wie ist die Natur eines Mannes? Wie kann das alles harmonieren zusammen? Und wenn du dieses Bild, dieses Konstrukt mal verstanden hast und dann den Koran so verstehst, dann denkst du dir so, okay, das rastet in, also es passt zusammen. Weil es wird nie, Frau und Mann ist unterschiedlich. Wir werden es nicht, egal wie wir denken, dass wir Neuzeit hier alles, es funktioniert nicht. Okay, kannst du mir dann den Sinn erklären, was ist das für ein Sinn, dass ich zum Beispiel oder du als Frau den Mann horchen soll? Wo ist jetzt hier mein Sinn? Weil es funktionieren muss. Unterwürfigkeit, Unterwürfigkeit, ja. Okay, Unterwürfigkeit. Also wo ist der Sinn? Ich verstehe den Sinn nicht dahinter. Okay, also meine Meinung, wenn ihr sie natürlich hören wollt. Ja klar. Die weibliche Natur ist dafür gemacht und dafür gibt es auch biologische Bestätigungen in jeglicher Hinsicht, dass wir Frauen dazu gemacht sind. Also ich will jetzt nicht zu tief gehen in diese Geschichte, in die Biologie, aber unsere Natur ist so, dass wir quasi uns einem Mann untergeben, uns uns wohlfühlen, weil wir uns gerne leiten wollen. Und du musst dir einfach vorstellen, guck mal, jetzt heutzutage, okay? Du bist eine Traumfrau, wirklich, du bist eine Traumfrau. Tina, Tina, ganz ehrlich, sorry, hier hast du einen Fehler gemacht, stimmt nicht. Stimmt gar nicht. Biologisch, evolutionär hat damit nichts zu tun, dass die Frau den Mann unterordnen soll, sondern das ist irgendwann mal, die Menschen haben dies damals als moralisch legitim angesehen. Deswegen haben sie dies in die Menschheit sozusagen eingefügt, aber das hat mit unserer Natur nichts damit zu tun. Zum Beispiel die Tierwelt. Die Tierwelt funktioniert auch so. Frauen können da sehr gut ein Rudel führen. Sie führen die Familie und so weiter. Also das heißt, wir Menschen können das auch so. Also das heißt, das hat jetzt nicht mit der Natürlichkeit zu tun. Das ist eher so kulturell bedingt. Und so, die Moral, das ist eine Erfindung der Menschen, so quasi die Moral wurde irgendwann mal das uns mit eingegeben. Okay, dann die Gegenfrage. Also ich weiß nicht, natürlich gibt es immer Ausfälle, aber ich rede jetzt für die meisten Frauen, die ich kenne. Jede Frau sehnt sich nach einem dominanten Mann. Was bedeutet Dominanz? Ja, frage ich dich. Also zum Beispiel, ich habe ja einen Partner und bei uns heißt es Geben und Nehmen. Das heißt, er hört auf mich, ich höre auf ihn. Wir sind erwachsen, ich weiß was gut ist, er weiß was gut ist und was böse ist. Das heißt, ich brauche nicht seine Erlaubnis zum Beispiel, ob ich jetzt rausgehen darf. Er muss mir nicht sagen, ob ich mich bedecken darf. Ich bin selber in der Lage, das zu entscheiden. Okay, aber wolltest du, also hattest du das Bedürfnis nach einem starken Mann, der dich beschützt? Okay, jetzt ist die Frage natürlich, was ist jetzt stark und was ist schwach? Für mich ein starker Mann ist der, der intelligent ist, der auch akzeptiert, der auch ein Nein akzeptiert. Das ist zum Beispiel auch ein starker Mann. Und starker Mann heißt nicht so, ja guck mal hier, ich beschütze meine Frau. Das finde ich jetzt nicht unbedingt so stark. Okay, also du wolltest, also guck mal, natürlich, ich habe vorhin gesagt, es gibt immer Ausnahmen, aber der größte Teil der Frauen, das sieht man heutzutage auch sehr, sehr oft, möchte einen Mann, der sie führt. Das ist, das ist einfach so ein, also meiner Meinung nach ist es ein Urinstinkt deiner Frau, es ist einfach beankert in einer Frau. Das ist sehr gut, ja. Wenn jetzt, wenn du jetzt an, wenn du jetzt an so einen Moslem gerätst, so einen richtig krassen Frauen mit einem Moslem und der sagt zu dir und du verliebst dich ihn und der sagt zu dir, du musst dein Hijab tragen, weil ich sehe bei dir zum Beispiel kein Hijab. Machst du das dann? Unterwirfst du dich dann auch? Tina? Also ich habe da nicht so eine Abneigung davon. Ja, aber guck mal, du hast doch gesagt, du stehst auf starke Männer, selbstbewusste Männer und die Männer, die dir sagen, wo es lang geht. Super, du bist wirklich eine Traumfrau. Du bist wirklich eine Traumfrau. So, jetzt erwischst du so einen, der sagt, hier, pass mal auf, zieh dich ordentlich an. Das erste, du musst erstmal einen Hijab tragen. Machst du das? Also wenn ich diesen Mann habe, den ich respektiere und der wirklich gottesfürchtig, also nicht, weil er eigene Interessen so befolgt, sondern weil er gottesfürchtig ist und möchte, dass... Natürlich ist er gottesfürchtig, er ist doch Moslem. Genau, dass mir nichts passiert und der auch einfach diesen... Also ich zum Beispiel mag auch ein Stück weit eifersüchtige Männer. Ich finde, das ist gesund bei einem Mann. Ich mag jetzt keine Männer, denen es scheißegal ist, so was mit ihrer Frau ist. Ja, ja. Und deshalb würde ich das schon, ja, ich denke schon akzeptieren, definitiv. Wenn ich meinen Mann habe, also meinen Mann, könnte ich mir das schon vorstellen. Natürlich wäre das ein großer Schritt für mich, aber ich wäre jetzt nicht komplett abgehoben. Warum tust du es denn jetzt eigentlich jetzt nicht, den Hijab zu tragen? Ja, das ist es halt. Ich gebe ja zu, ich bin da noch nicht so tief drin, dass ich das so... Das ist nicht so Schritt für Schritt diese Sache angeben kann. Ja, ist klar, ist klar, ist klar. Du hast vorhin etwas gesagt, deswegen bin ich eigentlich hochgekommen. Du hast gesagt, du hast im Koran jetzt etwas gefunden, was du woanders nicht gefunden hast in den anderen Büchern. Ist das richtig? Ja. Okay, dann gehe ich davon aus, dann hast du alle Bücher, alle, keine Ahnung, 6000 Religionen hast du dir dann durchgelesen. Lass mal 6000 weg, sagen wir mal die drei großen, Juden, Christen und Islam, ja? Da hast du das, hast du alle Bücher gelesen, verstanden und dann hast du keine offenen Fragen gehabt, dann hast du gesagt, supi, ich entscheide mich für den Islam. So kann ich mir das vorstellen? Also ich habe die primären Lehren, also ich habe quasi die wichtigsten Botschaften und Lehren mir rausgepickt und anhand dessen habe ich das entschieden. Also ich habe mir das Wertesystem, ich habe mir was halt... Wertesystem. Genau, und vor allem was halt die Botschaft dahinter ist. Ich habe mir die wichtigsten Sachen rausgesucht, die wichtigsten Punkte und habe die miteinander verglichen. So habe ich das halt gemacht. Okay, hast du wirklich den Koran gelesen? Ja, aber ich habe ihn auch noch nicht 100% verstanden. Wo bist du denn gerade? Auf welcher Seite bist du? Welche Suche bist du? Boah, ich lese halt immer doppelt und dreifach, weil ich mir schwer tue. Moment. Jetzt ist quasi der Prunk dran. Aber versteht ihr, also guck mal, ich gehe da, also wie soll ich euch das erklären, mir geht es immer um die primären Dinge. Ich bin da nicht so, dass ich jeden einzelnen Satz durchkaue und wegen jeder Kleinigkeit, die ich womöglich fehlinterpretieren könnte, auch die ganze Botschaft, also die primäre Lehre deshalb hinterfrage. Ich finde immer, man sollte die wichtigsten Dinge rausnehmen und da erstmal schauen. Versteht ihr, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst. Ich sehe das natürlich anders. Was du jetzt sagst, ja, also zum Beispiel in unserer Kultur hast du ja auch diese Dominanz, ja, dass die Männer eher führen. Ich meine, hier brauchst du jetzt auch nicht unbedingt eine Religion, das ist jetzt auch nicht unbedingt göttlich, ja. Du weißt ja, in unserer Kultur, bei uns Albanern ist es auch so, dass der Mann im Haus ist, die Frau ist meistens für den Haushalt da, ist jetzt nicht erniedrigend oder so. Zum Beispiel, ich bin eine Person, ich putze gerne, ich koche gerne, also mir macht das nichts aus, ich sehe das gar nicht als eine Erniedrigung, sondern was Schönes, das macht mir auch Spaß. Aber ich mag halt nicht so dieses Befehlen, weißt du, zum Beispiel, der Koran verlangt ja auch, dass der Mann der Frau befiehlt. Das heißt, du darfst nicht und ich darf. Weißt du, was ich meine, und das mag ich gar nicht. Und nicht, ob die Frau das entscheidet, weil wenn die Frau das selbst entscheidet, kein Ding, macht es. Ich meine, wie gesagt, ich sehe das ja nicht als schlecht. Aber wenn ein Buch mir dies befiehlt, ja, und dann schreibt noch einer Miswa, genau, und noch noch befiehlt, dass laut dem Koran, du darfst ja auch die Frau schlagen, wenn sie nicht heucht. Also das sind so Dinge, nee, also ich weiß nicht, wo du da die Göttlichkeit siehst. Ich sehe da nur Männerdominanz tatsächlich. Lara, darf ich ganz was dazu sagen? Gerne. Guck mal, Tina, du hast ja gesagt, irgendwie die Frauen sehen sich danach, irgendwie so einen starken Partner neben sich zu haben. Aber glaubst du nicht, das ist auch was mit der Erziehung, mit der Gesellschaft? Also wir leben halt in so einer Männerwelt, das ist halt so. Durch die Religion, durch die Kulturen ist das halt so. Aber ich denke auch, dass die Frauen dazu erzogen werden, sich so zu verhalten, dass sie dann halt denken, das ist dann richtig so. Weil guck mal, so irgendwie, ich glaub psychologisch, wenn du nachschaust, ne. Du wirst als Mann jemanden suchen, aussuchen, die dann halt so Charakterzüge von deiner Mutter hat. Und als Frau wirst du dann einen Partner suchen, die dann halt so charakterlich ähnlich wie dein Vater sein könnte. Ich weiß, was du meinst. Also du denkst, das ist womöglich einfach nur der Grund, warum Frauen diese Tendenzen haben, weil sie halt so erzogen worden sind oder weil die Eltern denen das vorgemacht haben. Ich weiß, das habe ich auch schon mit einbezogen. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass es das ist, weil von Natur aus sind wir schon das schwächere Geschlecht. Weißt du, wie ich meine? Das bedeutet, wir wurden schon schwächer quasi konstruiert. Und natürlich macht es dann Sinn, dass jemand uns beschützt. So geht es ja weiter. Guck mal, der Vater beschützt quasi die Frau, die Frau die Kinder immer. Es ist wie so eine Reihenfolge. Das Stärkere schützt und steht aber automatisch deshalb auch vor dem Schwächeren. Und deshalb macht diese Reihenfolge quasi einfach einen Sinn. Mhm. Wo siehst du die Stärke des Mannes und die Stärke der Frau? Achso, Paco. Entschuldigung. Mit Stärke meinst du Muskeln, ne? Ja, wollte ich nehmen. Passt ein Bodyguard oder was? Genau, Paco. Was versteht sie jetzt unter Stärke? Weil zum Beispiel, es gibt Frauen, die sind kopfmäßig, psychisch viel viel stärker als die Männer. Die Männer haben mehr Muskelmaße. Klar, körperlich, biologisch sind sie stärker. Klar, definitiv. Aber was Kopfsache angeht, da sind wir Frauen wieder stärker. Also das heißt, was ist jetzt für dich stark und was ist schwach? Das muss man immer definieren. Ja, also für mich ist ein Mann auf jeden Fall körperlich überlegen. Auch schon allein wegen seiner Natur. Das ist grundsätzlich eigentlich im Ideen. Genau, bin ich mit dir. Bin ich auch mit dir richtig. Dann ist das Zweite. Ein Mann kann meiner Meinung nach seine Emotionen besser kontrollieren. Also es kann rationaler handeln als wir Frauen. Wir Frauen sind nicht so gut mit unseren Emotionen. Wir haben zwar sehr viele, aber wir können nicht so gut damit umgehen wie ein Mann. Ein Mann kann sehr gut umswitchen, rational denken und handeln. Das ist quasi unsere Schwäche, aber gleichzeitig auch unsere Stärke. Also das ist quasi der weibliche Part für mich. Eine Frau kann mit Emotionen. Das ist ihre Stärke, aber es ist auch ihre Schwäche. Und deshalb hat der Mann, das ist jetzt ein bisschen schwieriger zu verstehen. Der Mann übernimmt das, was rational geklärt werden muss. Und die Frau übernimmt das, was emotional geklärt werden muss. Ach so, das heißt dann laut deiner Logik bin ich jetzt eigentlich jetzt männlich für dich. Weil ich bin in unserer Partnerschaft tatsächlich, ich bin so der rationale Typ. Mein Freund ist eher der emotionale. Aber auch was das angeht mit, also Männer sind genauso emotional wie Frauen, nur zeigen sie es nicht. Wenn man sich mal die Selbstmordquote von Männern anschaut, die ist deutlich, deutlich höher als die von Frauen. Also weiß ich nicht wirklich, ob die emotional stärker sind. Ja, also Männer können das besser kontrollieren. Es ist nicht so, dass sie, wie soll ich das erklären? Zeigen glaube ich trifft es eher. Genau, zeigen, aber auch damit besser kontrollieren, weil eine Frau wird nie so umswitchen können wie ein Mann. Und die Tatsache, dass es heute so eine große Selbstmordrate gibt bei Männern, es liegt bei mir ganz woanders, also das verstehe ich ganz woanders. Ich glaube nicht, dass Männer früher so waren wie heute. Ich glaube, das ist eher ein Problem von heute, dass Männer das machen quasi so. Wir sind getrimmt von klein aus. Du darfst nicht als Mann weinen, du darfst das nicht, du darfst das nicht, du musst dich so machen. Aber wir sind so getrimmt, dass wir unsere Emotionen verstecken. Und deswegen, wenn es Krieg gibt, dann schicken die Männer und die brauchen sich nicht zu. Die beschicken nicht die Frauen, weil die Männer, das ist scheißegal, komm geh hin. Die töten wenn du kannst und komm wieder zurück und komm klar mit deinem Psyche. Und deswegen sind wir durchtrainiert, dass wir das für uns behalten und nicht nach außen gehen und immer stärker zeigen. Aber ich wollte dir sagen, es gibt auch Völker, wo die Frauen das Sagen haben. Es gibt nicht nur patriarchal, es gibt auch matriarchal, immer noch. Verstehst du? Genau. Wenn du aufgewachsen bist. Es gibt jetzt zum Beispiel die Völker in der Wüste, die Tuareg, da hat die Frau das Sagen. Aber wirklich, der Mann, der holt das Geld, gibt die Frau und die hat das Sagen. Genau. Ja, es gibt auch viele, viele Königinnen, die haben die Herrschaft, kein Name, mir fällt jetzt namentlich keiner ein, aber so laut Geschichte gibt es ja auch viele Frauen, die wir geführt haben. Bitte? Cleopantran ist ja so das größte. Ja, das waren auch mächtige Frauen. Im 16. Jahrhundert gab es auch einige Königinnen. Und wegen der Inzestgeschichte von Fohen, die ganzen Königshäuser haben ja auch Inzestbetrieben damit das in ihrem Kreis bleibt. Und da sind die auch nach drei Generationen alle gestorben, weil Inzest kann nicht funktionieren. Also die waren alle geistig zurückgeblieben, hatten körperliche Defekte und so. Inzest funktioniert nicht. Ganz genau. Und erst recht, wenn ich zum Beispiel Männer sehe, die sich tatsächlich, ich betone es trauen, Tränen zu zeigen, Gefühle zu zeigen, weil das ist meistens immer gesellschaftlich bedingt. Sobald ein Mann Gefühle zeigt, er weint oder er tränt, dann heißt das immer, guck mal, der Schwächling und so. Das ist halt so. Unsere Gesellschaft ist irgendwie, naja, weiß ich nicht, ich sage nur gute Besserung, aber okay. Ich sehe das ganz im Gegenteil. Ich sehe das als Stärke an. Und wenn ein Mann, sage ich jetzt mal, Tränen zeigt, das ist total menschlich. Ich finde es sogar auch süß. Und ich sehe... Aber in der Männerwelt wirst du nicht akzeptiert, da? Ich wollte nur sagen. Bitte? In der Männerwelt wirst du nicht akzeptiert, wenn du holst, als Erwachsene. In der Gesellschaft meinst du? In der Männerwelt, unter uns. In der Männerwelt. Also Männer. Ja, ja klar, ihr Männer gehört ja auch zu unserer Gesellschaft. Also ihr seid ja jetzt keine Dings, aber ich verstehe was du meinst. Ja, und das ist ja das Blöde, das ist immer so gesellschaftlich bedingt. Aber was die Natur angeht, ja klar, selbstverständlich, wir alle haben Gefühle. Wer sagt, ich habe keine Gefühle und ich muss meine Gefühle unterdrücken, ist das ein Roboter oder was? Also klar, also wie gesagt, ich sehe das nicht als schwächer an. Guck mal, es gibt so von der Titanic die letzten Momente, wo das Boot gesunken ist. Es gibt so Schriften, die erzählen, wie es abgelaufen ist. Und zwar, die haben ja die Frauen und die Kinder erstmal in die Rettungsboote. Und du hast keinen Mucks von den Männern gehört. Die haben alle akzeptiert, dass die dort sterben auf dem Schiff oder sinken mit dem Schiff. Keiner hat einen Mucks gemacht, weil wir durchtrainiert sind, das zu ertragen und Klappe halten. Also ich habe auf gar keinen Fall damit gemeint, dass ein Mann nie Emotionen zeigen soll. Natürlich gibt es auch Momente, wo ein Mann Emotionen zeigen sollte und es auch eine Stärke ist. Also ein Mensch, der nie Emotionen zeigt, ist meiner Meinung nach krank. Aber es geht darum, dass ein Mann einen Fokus hat, dass er einfach diesen stärkeren Fokus hat. Das ist quasi das, was ich damit sagen möchte. Es bedeutet nicht, dass er nie Emotionen hat, nur weil er sie besser kontrolliert. Aber ich denke, dass eine Familie, Mann, Frau, Kinder in einer Gesellschaft nicht funktioniert, wenn Frau und Mann komplett gleich sind. Meiner Meinung nach. Das ist so für mich... Ich glaube da einfach nicht daran. Ich glaube, jeder ist anders geschaffen worden, damit er auch anders ist. Und nicht, wir sind alle anders geschaffen. Wir wissen, dass wir nicht gleich sind. Mann und Frau weiß, dass es von Natur aus nicht gleich ist. Da muss man sich wirklich sagen, okay, das sieht man. Das ist eine hundertprozentige Bestätigung. Deshalb müssen wir auch nicht gleich sein. Und das ist das, was aber heutzutage quasi gefordert wird. Wir müssen gleich sein. Nein, wir müssen nicht gleich sein. Wir müssen zueinander passen. Und wir passen viel besser zueinander, wenn wir in gewissen Dingen unterschiedlich sind. Das tut dem Mann gut und das tut der Frau gut. Das ist meine Vorstellung. Ja, ich glaube, sie ist raus, oder? Nein, sie kommt wieder. Okay. Sie kommt wieder. Ja, das ist halt so die Sache. Ich habe halt ein gewisses Bild von allem, wie es am besten funktionieren könnte. Und ich habe halt da halt einfach so diese Bestätigung gefunden. Das ist die Sache. Da schreibt jemand, wie lange Frauen für die Gleichberechtigung gekämpft haben. Ja, und die meisten wollen sie gar nicht jetzt haben. Das ist ja das Interessante. Also viele Frauen. Natürlich willst du, also die Sache ist halt, definiert man Gleichberechtigung. So, natürlich sind beide gleich wichtig. Aber nur weil sie unterschiedliche Aufgaben heißt, heißt es nicht, dass sie nicht gleich viel wert sind. Das verstehen halt die Menschen nicht. Ja. Aber ich habe jetzt eine Frage. Ganz kurz. So einfach nur so reines Interesse. Ist es nur, dass euch eine Frau gefällt, die sich euch ein bisschen anpasst und quasi sich auch ruhiger mit euch redet, gefällt euch mehr? Oder eine Frau, die euch sehr dominant wie ein Mann quasi mit euch streitet, mit euch quasi, ja, auf Augenhöhe versucht, mit euch umzugehen? Wie empfindet ihr das als angenehmer? Oder was denkt ihr, was für euch interessanter ist? Also streiten ist normal. Streiten ist normal. Jeder lügt, der sagt, wir streiten nie. Das ist eine normal, gesunde Beziehung. Wir streiten, das ist kein Problem. Aber ich sehe meine Partnerin als Partnerin. Verstehst du? Teil, Teil, Partnerin. Und nicht ich. Weil wo ich schwach bin, ist die Stärke. Wo ich stark bin, ist die Schwäche. Und wir ergänzen uns als Kollaboration. Zu zweit. Nicht immer ich. Oder das wäre mir zu anstrengend. Wirklich. Manche Sachen übernehme ich, weil die fallen mir leichter. Manche Sachen übernimmt sie, weil das für sie leichter ist. Verstehst du? Das ist eine Zusammenarbeit. Aber das heißt nicht, dass ich der Bessere oder die die Bessere. Nein. Aber ich meine, wenn du das Gefühl hast, dass deine Frau dir gegenüber tritt, wie wenn du mit einem Mann streitest, ob du das attraktiv findest. Verstehst du? Es geht um die Art und Weise, wie. Natürlich nur weil sie jetzt anders ist, kann man auch auf sie hören und alles. Aber ich glaube, es ist einfach schwer zu erklären, was ich meine. Du möchtest keinen zweiten Mann daheim haben. Hast du dich noch nie gestritten mit einer Frau? Natürlich. Aber ich streite mich nicht so mit einem Mann, als wäre ich ein Mann. Ich verstehe nicht, als wäre ich ein Mann. Schreien oft tun die alle. Die schreien alle. Ja, aber ich versuche quasi nicht, einen Mann zu dominieren oder klein zu machen oder sowas. Ich habe da einfach... Nein, Dominieren geht nicht von beiden Seiten. Ja, das ist ein bisschen ein schwieriges Thema. Das ist sehr, sehr, sehr lang. Aber das hat sehr viel auch mit der Biologie des Menschen zu tun und auch Psychologie einer Frau und Mann. Also wenn man sich damit befasst, und das habe ich wirklich, dann... Und das ist auch Wissenschaft, weil ihr sagt ja, wo sind die Beweise, dann versteht man schon ein paar Sachen. Ja, du sagst schon, dass der Koran versteht den Menschen so super und so. Hast du schon mal für Philosophie gelesen? Irgendwas? Oder Psychoanalytiker? Ja, ja. Entschuldigung, danke lieber Karl für die Einladung. Habe ich im Bezug, deswegen kann ich leider nicht online bleiben. Also vielen Dank, ich höre ich gerne zu. Also wie Karl Gustav oder sowas, Psychoanalytiker, obwohl es ist keine richtige Wissenschaft, aber ich finde, der trifft es besser, ein Millionen Mal besser als Allah. Allah, der die Hände abhaken will für Diebstahl oder der Kinder erlaubt oder... Verstehst du das? Der versteht Menschen. Wenn du wirklich Menschen verstehst, dann weißt du, dass ein kleiner Jugendlicher, der klaut, der versucht irgendwas aus Mutprobe oder so. Aber bei einem 15-Jährigen kannst du nicht die Hand abhaken, weil der verändert sich. Der lernt ja davon. Verstehst du? Hier steckt man den in den Jugendknast und dann überlegt er sich nochmal und dann verändert er sich. Aber wenn du... Okay, ähm... Er kann keine Ausbildung machen, er kann nicht arbeiten, er ist sein ganzes Leben am Arsch. Du hast auf jeden Fall damit recht. Verstehst du mich? Wenn du wirklich Menschen... Ja, dann lese mal, was weiß ich, Nietzsche, Karl Gustav Jung, aber wirklich Koran. Ich kann dir ein paar Versen lesen, die machen gar keinen Sinn. Wir haben gar keinen Sinn. Also, Tina, es gibt Versen im Koran, die stehen in ganz andere Bücher. Das hat mit Religion gar nichts zu tun, mit Romanbuch. Gibt es Versen, die würden... Also, diese Geschichten, die im Koran steht, wurden später stattgefunden. Es gibt Versen, die stehen aus Talmud. Da steht nicht mal aus Thorat oder Ingel, aus Talmud. Das hat mit Gott gar nichts zu tun. Da gibt es Versen, du kannst damit gar nicht anfangen. In dieser Zeit kannst du gar nicht damit anfangen. Es gibt Versen, kein Wissen. Null Wissen. Es gibt Versen, du denkst dir, was ist das? Von wem spricht er hier? Ha-Juj-Jum-A-Juj steht da im Koran. Was ist das? Ha-Juj-Jum-A-Juj und Zollok-A-Nen. Der eine große Mann irgendwo zwischen zwei Bergen, da kommt irgendwann... Verstehst du? Und da sind... Also... Da... Diese ganze... Diese ganze Geschichten... Ne? Denk ich mir, was ist das? Das ist so... Wie ein Film. Wie ein Film. Wie ein Film. So sage ich denen, wo... Wo man denkt, es gibt keinen Sinn da. Carlo? Ja? Warte, ich glaube, ich werde langsam doch gläubig zum Islam. Weil ich glaube, du bist kein Mensch. Du bist wirklich ein Jean. 16 Stunden leidend, du kannst immer noch reden. Das ist nicht normal. Das ist krass. 16 Stunden und du bist immer noch aktiv. Hammer. Schalt. Nein, ich bin... Nein, ich bin... Ich bin auch eingeschlafen und wieder wach geworden. Ich sage doch, wenn ich jetzt schlafe, dann gehe ich morgen nicht arbeiten. Bestimmt nicht. Ich bleibe bis sieben, acht Uhr und dann gehe ich schlafen. Alles gut. Ich hätte noch eine Frage mit diesem Hunter-Kacken oder mit dieser Bestrafung. Es ist doch so, dass die Absicht zählt. Also wenn man quasi... So habe ich das verstanden. Wenn man quasi was stehlt, weil man Hunger hat, dann wird es anders bestraft. Und ich glaube, auch nicht beim ersten Klauen. Nein, 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 nein. Klauen wird die Hand abgehackt. Der steht nicht mit Hunger oder... Beim ersten Mal. Wenn du arm bist. Ja. Wenn du irgendwas glaubst, im Wert von einem Ei... Das steht auch nicht beim zweiten Mal. Ja. Beim zweiten Mal kriegst du vieler Schluss ab. Ja. Ja. Das sagt die Sunna zum Beispiel, Wert vom Ei. Aber im Koran steht nicht, wie viele Mal kannst du klauen oder ab welcher, ab das zweite Mal oder so. Nein. Da steht nur einfach, wer glaubt, Hand abhalten. Das verstehe ich halt auch nicht, warum es dieses System nicht gibt mit dem Gefängnis. Dass man einfach jemanden ins Gefängnis... Also so wie wir es halt hier machen, aber... Ja, ja. Weil derjenige, der den Koran geschrieben hat, ist ein Mensch. Und sonst nichts. Ja, ja. Damals gab es kein Gefängnis. Wo soll er Gefängnis? Was soll er tun? In Zelte? Ich sag mal so. Man denkt mal, man denkt nur logisch. Dieser Koran kam auf ein Sahara, nur einfach Sand, ne, Sonne und Dattelbäume und das war's. Wie kannst du einen festhalten in ein Zelt? Der haut ab. Ich sehe, was ich meine. Also, das ist wirklich so. Habt ihr euch eigentlich auch mit dem Christentum und anderen Religionen befasst? Ja. Überleg dir. Überleg dir. Überleg dir. Ein Gott, der Allwissen ist. Ein Gott, der Allwissen ist. Ne? Der weiß nicht, was es in einer anderen Seite gibt. Das sind Tiere. Tiere. Es gibt nur ein paar verschiedene Tiere im ganzen Buch. Überleg dir. Wenn du jetzt, stell dir vor, du gehst irgendwo, Kangua, in Australien und willst du essen. Das steht nicht im Koran. Ob das Haram oder Halal. Das steht nicht. Du weißt jetzt nicht, ob du das essen darfst oder nicht. Das steht nicht. Laut Koran, was er sagt, du darfst essen. Aber mit Verstand sagst du, niemals werde ich essen. Oder Eis. Such mir ein Wort. Such mir ein Wort, was mit Eis oder Schnee. Gibt es nicht. Und ganz so Koran gibt es nicht. Warum? Weil dieser ganze Koran kam in Sahara. Und die wussten gar nicht, was ich nehme, was Eis ist. Wussten nicht. Darf ich... Ja, ist es schwer zu schreiben. Mein Allwissen. Ist es schwer zu schreiben. Ist anderer Seite, gibt es eine andere Seite eine... Keine Ahnung. Irgendwo Eis, Eis, die... Irgendwo gibt es nur Eis. Weißt du, man kann da nicht leben. Gibt es nicht. Weißt du nicht. Ja, oder Fasten in Norwegen, weil sechs Monate lang Tag ist und sechs Monate dunkel ist. Wie viel da Fasten? Ja. Nicht nur Fasten. Wie viel da Fasten? Nicht nur Fasten. Beten. So ein Untergang zum Aufgang. Ja. Sechs Monate lang. Was machst du jetzt? Machst du dann die ganze Nachts Gebet sechs Monate lang? Und nach sechs Monaten nur Tagsgebet? Oder was machst du da? Darf ich auch noch ein paar Fragen stellen, Antina? Klar. Klar. Also die erste Frage ist, glaubst du an Riesen, also dass die existiert haben? Boah, mit dem Thema habe ich mich jetzt noch nie so richtig befasst, aber kann möglich sein. Also ich sehe es nicht als unmöglich. Glaubst du an Adam und Eva, dass die existiert haben? Ja, ich glaube schon. Aber wie sollen die existiert haben, wenn wir unsere Vorfahren bewiesenermaßen schon gefunden haben? Also wer das war und wie wir entstanden sind? Eigentlich belegt das den kompletten Koran, finde ich. Weil man weiß, dass Adam und Eva nicht so existiert haben, dass wir entstanden sind aus anderen Vorfahren, wie den Homo Erectus und Neandertaler und sowas. Also glaubst du daran, dass wir quasi nicht Menschen waren von Anfang an oder wie? Das glaube ich nicht nur nicht, sondern das weiß man. Also das wurde ja bewiesen. Guck mal nach, weißt du was ein Homo Erectus ist? Nein. Und da ist der Fehler. Google das mal und informier dich so über unsere Vorfahren. Also das sind Beweise halt. Das konnte man, also das sind Beweise. Das ist nicht widerlegbar. Und die dritte, ja? Das waren doch, also ich weiß, dass wir anders waren. Also wir haben uns auf jeden Fall verändert mit der Zeit. Aber denkst du, das waren keine Menschen? Also unsere Vorfahren? Denkst du, das waren irgendwie Tiere? Nein, nein. Aber wir sind erst zum modernen Menschen geworden durch diese Entwicklung. Woher weißt du, wie Adam und Eva waren? Ob die nicht vielleicht so waren? Es waren halt Menschen. So viel wissen wir ja gar nicht über die. Die können ja auch, keine Ahnung, anders wie wir gewesen sein, wissen, dass es die ersten Menschen waren. Dann stimme aber die Behauptungen außen gar nicht. Welche? Dass es Menschen waren. So wie sie heute da sind. Die Homo sapiens, die konnten ja nicht mehr, also die haben schon kommuniziert miteinander. Aber so wirklich richtig war das ja nicht, muss ich ehrlich sagen. Da gab es auch noch nicht so große Stämme, so riesige. Und die letzte Frage. Was glaubst du geschieht nach dem Tod? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das das Ende ist. Auf gar keinen Fall. Schon alleine, das ist jetzt wieder ein bisschen Physik. Ich glaube auch so ein bisschen an Frequenzen und Energie. Und ich glaube nicht, dass es möglich ist, Dinge für immer quasi ins Nichts fallen zu lassen. Ich glaube, alles wird auf der Welt nur verändert, nicht irgendwie beendet. Deshalb glaube ich nicht, dass der Tod das Ende ist. Tanja, das mit Energie kannst du nicht benutzen, weil Energie ist klar definiert. Das ist die Kraft, die du brauchst für eine Arbeit zu errichten. Ja? Das ist klar definiert. Das kann man nicht mit Gott vergleichen. Also Energie hier, Energie da ist nicht esoterisch. Energie hat eine klare Bedeutung. Verstehst du? Aber also inwiefern widersprichst du dir dann damit mit dem Koran? Also ich finde nicht, also wo im Koran steht, glaubt nicht daran, dass das alles Energie ist. Das ist ja einfach nur Wissenschaft, aber Wissenschaft bitte. Also Wissenschaft muss nicht zwangsläufig immer gegen die Religion sein, finde ich. Also alles ist Materie und nicht Energie. Das ist auch so was Wichtiges. Das ist Materie. Und die kann man ja auch messen. Und wenn man eben tot ist, dann verschwindet die Energie, sag ich jetzt mal. Unser Körper wird kalt, alles, das ist weich, das ist weg, du bist tot. Nach dem Tod, du zersetzt dich, die Leiche von dir, die ist weg, die zersetzt sich halt. Und wie soll ein Leben nach dem Tod existieren, wenn du keine Augen mehr hast, wenn du keinen Mund mehr hast, keine Ohren? Da ist ja nichts. Wie willst du sehen? Wie willst du riechen? Wie willst du hören? Das ist ja gar nicht möglich. Also jedenfalls nicht erklärbar möglich. Und deswegen kann ich halt auch nicht an Gott glauben, weil das kann man nicht, also es geht ja nicht. Wo sind dann deine Augen? Ich glaube, der Körper zerfällt zu 100 Prozent. Also da bin ich bei dir. Weil wir auch quasi nach dem Koran oder nach dem Islam halt aus Erde erschaffen worden sind, glaube ich schon, dass der Körper auf jeden Fall nur etwas ist, was wir auf dieser Welt haben werden. Und das zerfällt dann und wird einfach wieder zur Erde. Das ist so die biologische Seite. Und dann denke ich aber, die Seele wird nicht zerfallen. Also so, wie ich mir das vorstelle, ist es einfach die Seele, die nicht irgendwie zerfallen wird. Das glaubt ja jeder. Also jeder, der glaubt, das glaubt ja eigentlich daran an die Seele. Aber die Seele, die hatte ja gar nicht. Die hatte ja gar nicht. Die hatte keine Augen oder so. Die Sache ist halt... Weißt du auch, Tanja, die Seele, jede Religion, keiner kann dir erklären, was die Seele ist. Das weißt du ja. Keiner kann dir sagen, was die Seele ist, weil die nicht gibt. Und Wissenschaftler haben versucht zu beweisen, dass die Seele Gewicht hat. Das Mensch wurde eben hingestellt. Es wurde alles genau bemessen von ihm. Wie viel Wasser er intus hat, wie viel Blut, dies, das, ananas. Wie viel genau alles in seinem Körper wiegt. Also die haben das komplett in Tabellen aufgeteilt und so. Und dann kam zwar ein Restwert raus, tatsächlich. Und dann kamen direkt große Schlagzeile. Boah, die Seele kann gemessen werden, dass sie Gewicht hat und so. Am Ende des Tages kam er raus. Wenn du morgens aufstehst, dann bist du größer als am Abend, wenn du wieder nach Hause kommst. Von der Arbeit zum Beispiel. Dein Körper, ich glaube, der macht so einen 1 bis 2 cm Unterschied von der Größe her. Und das geht dann eben auch da rauf. Also auf die Messungen. Das haben die nicht berechnet. Ich weiß nicht, ob du es schon wusstest, aber das ist so. Ja, ja, das mit dem 2 Gramm, die haben das gefeiert. Die haben es gewogen, bevor der gestorben ist und nach der gestorben ist. Und haben gesagt, das ist die Seele, 2 Gramm. Im höheren Sinn, warum versuchen wir quasi etwas zu verstehen? Guck mal, wir forschen. Menschen sind nur gerissen und wir forschen. Aber wer an einen Koran glaubt, der unantastbar ist, dass er perfekt ist und alles drin ist, Wissenschaft und so, der entwickelt sich nicht weiter. Wir haben jetzt 1400 Jahre später, haben uns weiterentwickelt. Aber derjenige, der in diesen Koran glaubt, der ist stehen geblieben 1400 Jahre zurück. Verstehst du? Allein die Religion, so einfach so Medikus. Die Religionen haben dann halt verboten gehabt, dass du Leichen dann halt untersuchst. Und in anderen Religionen war es dann erlaubt. Und so haben die Menschen halt diese Freiheit ausgenutzt und erforscht. Okay, dann sind die halt zu Medikus, also Medizin gekommen, also wie der Körper dann halt gebaut ist. So, stell mal vor, diese Religion. Alle Religionen würden verbieten, dass du dann halt irgendwie so Untersuchungen durchführst. Zeugen Jehovas, du hast irgendwie Ordnung und Fall, du darfst kein Blut dir annehmen. Also du musst auch nicht sterben. Weil dann Jehova sagt, ja, das ist deine Lebensgeschichte und hier endet es. Du darfst ja nicht einschreiten. Oder halt irgendwie so Blutskuchen. Und du sagst ja Adam und Eva. Ja, guck mal, wenn du dann untersuchst, du musst dann halt eine ähnliche Blutsgruppe wie deine Mutter und dein Vater haben. Warum gibt es dann so viele verschiedene Blutsgruppen noch? Wenn wir alle von einem Mensch entstanden sind. Ja, weil es musste sich verändern, damit diese quasi, diese Verwandtschaft nicht bleibt. Es macht schon Sinn, dass wir nicht alle die gleiche haben oder nur zwei haben. Es musste sich verändern, damit diese Vielfalt quasi entsteht, damit diese Verwandtschaft ausmacht. Wie ist das halt, diese Veränderung vorgekommen? Da bin ich jetzt kein Biologe, um das zu erklären. Aber ich denke, also Sinn macht es. Mir geht es immer darum, ob es einen Sinn machen. Sinn macht es schon, dass quasi wir so stark uns verändert haben, damit wir auch wieder, quasi uns wieder zusammen, also Paaren kommen. Ja, also ich verstehe schon, was du meinst. Aber wenn wir jetzt wirklich von einem Mensch, also von einem Frau und einem Mann entstanden sind, dann müsste es theoretisch keine Veränderung geben. Weißt du, was ich meine? Gut, aber es gibt die Veränderung, das ist eine Tatsache, weil du musst gar nicht zu Adam und Eva zurückgehen, sondern wenn du jetzt zu deinen Ururgroßeltern gehst, wirst du das auch, also die Veränderung wird auch so stark sein, dass du dir denkst, warum ist es nicht gleich? Weißt du, was ich meine? Ja, aber das sind halt verschiedene Menschen gewesen, aber wenn wir, guck mal, wenn wir von Stammzelt, also von erster Schritt zurückgehen, ne? Also ich entstehe dann halt meine Ur-Eltern, sind dann vielleicht keine Ahnung aus diesem Land und das, 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 verschiedene Blutsgruppen. Das kann man verstehen, ja. Das sind halt unterschiedliche Blutsgruppen gegeben. Aber wenn du von erster Schritt gehst, dann darf es ja theoretisch keine Veränderung geben, weil es keine anderen Menschen dort waren, die dann halt sich vermischt haben, dass es dann andere Blutsgruppen geben sollte. Ich denke, diese Blutgruppen haben sich halt nicht durch Menschen dann, sondern die haben sich verändert, in sich verändert. Weißt du, nein? Also ich weiß, was du meinst, es gab zwei, also dürfte es keine anderen geben, aber ich glaube, die sind irgendwie entstanden durch diese Vermischung. Da hat sich etwas verändert währenddessen. Es ist Evolution, da hat sich irgendwas mit verändert. Und so verstehe ich das. Darf ich auf eine Frage im Chat eingehen? Ja klar. Ja klar. Der Riesenherr hat geschrieben, was sind dann Nahtoderfahrungen, wo Menschen 15 Minuten tot waren und von Erfahrungen erzählt haben. Erstens, ich habe noch nie von jemandem gehört, der 15 Minuten tot war. Also noch nie gehört. Und wenn die eben also fünf Minuten weg waren oder drei Minuten. Wenn früher jemand, ich sage jetzt hingerichtet wurde mit der Guillotine, der Kopf ab war, hat das Gehirn weitergearbeitet für mehrere Sekunden sogar. Zwei, fünf Minuten, das kommt eher vor, wenn ein Herzinfarkt da ist. Aber wenn zum Beispiel jemand einen Herzinfarkt hat und das Gehirn noch weitergearbeitet hat, währenddessen der Guillotine wurde, hat er sich das vorgestellt, woran er glaubt hat. Also du kannst jetzt, wenn ein Autounfall war und es so plötzlich passiert ist, dann ist es selten, dass man Nahtoderfahrungen hat. Oder halt, ja. Aber wenn man jetzt so schon weiß, okay, es geht am Ende zu, dann meilt man sich schon aus. Oh, wie wird das sein? Und wenn dann das aufhört zu stellen, dann stellt man sich das vor. Also so konnte es bewiesen werden. Das Gehirn arbeitet noch lange weiter. Auch wenn sogar der Kopf vom Körper getrennt ist, arbeitet es. Genau. Die Guillotine, wenn die den Kopf abhaben, die heben es hoch und zeigen die Menge. Und der sieht noch, der hat noch ein paar Sekunden, weil der Blut ist noch immer noch im Kopf, im Gehirn. Aber danach ist er aus. Und wenn einer stirbt, spricht man wirklich vom Sterben, kommt keiner zurück. Es gibt keiner, der zurückkommt vom Sterben. Wenn er einen schwachen Puls hatte, okay, der könnte vielleicht zurückkommen. Aber wenn einer stirbt, ist es endgültig. Verstehst du? Der Puls wird ja vom Herz geleitet, aber das Gehirn ja nicht. Also das Gehirn tut ja nicht deinem Puls dingsen. Deswegen, also das mit der Wiedererlebung, das haben wir jetzt direkt. Das ist auch wissenschaftlich gewesen. Jetzt nochmal zu meiner Frage von vorhin zurück. Habt ihr euch auch mit anderen Religionen befasst? Also was hält ihr zum Beispiel vom Christenpunkt? Also ich nicht. Ayatollah, ja, glaube ich. Genau. Ayatollah, ja, ich nicht. Also ich habe mich damit beschäftigt, aber bin da auch noch nicht am Ziel angelangt, meines Wissens. Hast du dafür, also hast du bislang da mehr Weisheit gefunden als im Koran? Für dich? Ich finde den beiden keine Weisheit, weil für mich beides, es hört sich jetzt blöd an, aber Lügen sind. Also was ist Lügen? Für mich, die Bibel, der Koran wurde von Menschen geschrieben, um damals der Welt einen Gefallen zu tun, sage ich mal. Und da kamen dann die ersten Gesetze raus. Bevor diese Bibel oder der Koran da war, da war das immer crazy auf der Welt. Die Menschen haben gemacht, was sie wollten. Die haben schon die Hölle geglaubt, also ich will jetzt nicht hier nennen, was die Menschen davor alles Schlimmes getan haben, weil sonst wird er live gesperrt. Aber nachdem eben die Bibel da war oder eben der Koran, haben die Leute weniger Verbrechen verbracht. Also weniger Verbrechen durchgeführt oder Morde und so. Und deswegen finde ich, war damals Gott und Bibel eine gute Sache, aber heutzutage, da bringt es nichts mehr. Wir haben Gesetze und alles, das brauchen wir nicht mehr. Damals super Idee gewesen, also die ersten Gesetze so rauszubringen, damit eben das Morden aufhört und so. Und damit Leute auch Angst haben, dass sie später, wenn sie tot sind, also allein wenn sie im Knast kommen und danach dann tot sind, dass sie dann in der Hölle noch schmoren. Das hat natürlich die Leute noch mehr davon überzeugt, keine Verbrechen mehr zu begehen. Deswegen, damals super Sache, heutzutage leider sogar eher negativ, wenn man gläubig ist, finde ich. Jetzt noch eine Frage. Glaubt ihr, dass der Mensch von Natur aus gut oder schlecht ist? Wow. In der Natur gibt es kein gut oder schlecht. Es ist so, du akzeptierst, es ist fertig. Ich frage dich. Tina, ich frage dich nur eine Frage. Sagen wir, du glaubst ja, Gott ist alles warmherzig, ne? Ja. Warum, warum, also warum nur Menschen denken an sich? Also ich denke an die Tiere, die leiden darunter. Guck mal, siehst du, siehst du, wenn die Kuh oder die ganzen Tiere, die werden geschlachtet, die leiden genauso wie Menschen. Oder siehst du das anders? Siehst du das anders? Ich sehe, die leiden darunter. Es gibt Tiere, ne? Manche Menschen, die werden nicht heiraten, die holen sich einen Hund, die lieben das Hund sogar mehr als alles andere, ne? Wo gehen die hin? Das ist auch gotisch als Erschöpfer. Lass mal, lass mal die Tiere, die wir schlachten, andere Tiere, Haustiere zum Beispiel. Wo gehen die hin? Die leiden auch, die leiden auch. Warum, 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 warum kommen wir uns nur um uns? Warum, also ich sehe, das ist, wie soll ich das sehen? Das ist, keine Ahnung. Du hast recht, aber ist es nicht so, zum Beispiel nach dem Koran, dass du auch gut mit Tieren umgehen musst? Nein. Also ich weiß nur, ich weiß nicht, was... Im Koran steht, im Koran steht, der Jesus kommt, Ende der Ende, und da wird es, also ja, okay, laut Sünder, da wird es nur die Schweine töten. Ich weiß nicht, warum hat er gegen Schweine was? Ich verstehe nicht. Verstehst du? Warum unbedingt müssen immer die Tiere darunter leiden? Nur weil der Esel, stell dir vor, in Islam, nur weil der Esel steht in einem Hadith, ne? Und ohne Esel gibt es keine Zivilisationen, ne? Und ohne Esel gibt es keine Zivilisationen, ne? Dank der Esel gibt es keine Zivilisationen. Aber ich will nochmal auf die Frage zurückkommen am Anfang. Ich glaube, der Mensch kommt tatsächlich gut auf die Welt. Weil, wenn man sich jetzt die Statistiken anschaut, so gut wie jeder Serienmörder oder jeder schlimme Mensch, der was getan hat, hat Missbrauch in der Kindheit erfahren. Also so gut, ich kenne keinen Fall, wo das nicht der Fall war, dass die nicht in der Kindheit missbraucht wurden, weswegen sie dann so wurden. Mensch ist von Natur aus auch egoistisch. Das ist halt Tatsache. Ich habe es nicht verstanden, kannst du es wiederholen? Mensch ist von Natur aus egoistisch. Ja, auf jeden Fall. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Nur an sich denkt. Ich denke nur an mich. Ich finde, derjenige, der Gott sucht, er denkt nur an sich. Was an andere Menschen oder an andere Tiere oder irgendwas, denkt er nicht. Er denkt nur an sich. Ich finde das auch. Wenn ich hier, wenn ich hier einen Gott suche jetzt oder so, ich denke nur an mich, weil ich irgendwo sage, ja, was ist Angst, Angst, diese Angst, wenn ich sterbe. Wenn ich sterbe, ist egal, bin ich gestorben. Ich habe mein Leben gelebt hier und ich war zufrieden, habe ich niemandem wehgetan und das war's. Das ist der Sinn des Lebens. Meine Kinder, das Welt. Die Welt einfach. Ganz einfach. Aber der Infismus ist ja eine andere Eigenschaft. Ja, ja. Mit euch zu reden darüber, das ist mein Sinn des Lebens. Und immer sagen die, was ist das Leben? Das ist mein Sinn des Lebens. Meine Kinder, einfach. Meine Frau. Hier, meine Frau. Ja, bitte aufbauen und dann. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist ja nicht, ja. Ich finde das, das ist das Leben. Es gibt Leute, es gibt Leute, die, ne, da sagt, die haben gesagt, ich heirate nicht. Irgendwann wird er alt und er sagt, das sind alle große Fehler, die ich gemacht habe. Ich habe keine Familie. Wenn jemand keine Familie hat, dann ist das, das Leben hat gar keinen Sinn. Und ich finde das genauso. Hat gar keinen Sinn. Warum lebst du? Wenn du kein Kind hast, wenn du keine Familie gründest. Ich sag mal, das ist ja, muss das Leben Sinn geben. Und nicht später, nach dem Tod. Was soll ich nach dem Tod? Guck mal, es gibt ja so eine Kurzgeschichte, äh, die, äh, das Lebensgeschichte von Menschen erzählt. Da fragt einer, ja, erzähl mal in Kurzversion, was ist die Geschichte von Menschen? Dann sagt er, ja, Menschen sind, äh, geboren, haben gelitten, sind gestorben. Dann fragt er, ja, was soll ich denn machen, damit ich nicht leide? Dann sagt er, ja, schau dir die Welt einfach mit neugierigen Augen eines Kindes. Dann leidest du nicht. Oder hier bin ich auf die Erde. Auf die Erde. Ja. Oder bin ich hier. Ich vermisse Koran. Oder ich, äh, ich bin auf der Erde, ne, werde ich hier, das ist ja die Hölle, ja. Das ist ja, weil ich nicht im Paradies bin. Nur weil Adam die Apfel gegessen hat und da muss ich hier, muss ich hier leiden und so weiter. Verstehst du? Äh, ich finde das auch sinnlos. Warum soll ich da, äh, warum werde ich immer noch bestraft, weil Adam damals die Apfel gegessen hatte? Das, für mich ergibt ja keinen Sinn da dran. Und warum muss ich leiden darunter, weil er, weil er die Apfel gegessen hat? Warum muss ich darunter leiden? Wir sagen ja, Paradies, wir haben dich als Bestrafung auf die Erde geschickt, ne? Und dein Paradies ist die, das im Paradies, wenn du im Paradies landest, das ist ja dein Lohn. Verstehst du? Also ich bin hier auf der Hölle. In der Hölle. Und, äh, ich finde das ergibt keinen Sinn. Warum, warum soll mein, warum soll ich so was machen und meine Kinder müssen dafür leiden? Verstehst du? Für mich ergibt keinen Sinn. Deswegen, ich lese ja nicht Gott aus. Aber wenn es Gott gibt, dann bestimmt nicht, um mich hier zu prüfen oder sonst was. Warum soll er mich prüfen, was ich hier mache? Warum? Die, also so wie ich das verstanden habe, ist halt die Idee dahinter, dass wir quasi erstens, wir haben, bevor wir auf die Welt gekommen sind, selber entschieden auf die Welt zu kommen. Und zweitens ist es so, dass quasi wir alle Gott an Gott geglaubt haben. Also wir haben quasi Gott gedient. Und sind dann auf die Welt gekommen und haben sozusagen gesagt, ja, es wird nichts daran, also nichts wird etwas daran ändern können, dass wir an Gott glauben. Und aber auf der Welt haben wir uns so sehr blenden lassen, dass wir das jetzt nicht tun. Also versteht das jemand? Wir haben quasi selber dafür gesorgt, dass wir nicht mehr Gott folgen, sozusagen. Weil wir uns zu sehr blenden lassen vom Teufel so. Hört mich jemand? Ja, ja, ich kann dich hören, ich kann dich hören. Ja, also so habe ich das halt im, quasi, also die islamische Lehre hat mir das halt so erklärt, dass ich quasi davor das hundert Prozent wusste, dass es nur einen Gott gibt. Und ich habe ihm gedient, dann hat Gott gesagt, okay, quasi die Prüfung ist auf dieser Welt, ob ich mich durch den Satan ab quasi blenden lassen. Wo hat er das, dein islamischer Lehrer, wo hat er das aus dem Koran alles? Da bin ich mir jetzt nicht sicher, weil ich muss sagen, ich... Ja, siehst du, das ist das ja, das ist das, wo keinen Sinn gibt, wo keiner Sinn gibt. Aber du sagst, ja, ich nehme nur das Koran, ja, aber du sagst, ich nehme nur das Koran und dann hast du einen Lehrer. Für was Lehrer? Für was? Um dir zu erklären, was im Koran steht. Da braucht keine Erklärung. Es gibt andere Erklärungen, wo die vor 1500 Jahren, die ganzen Gelehrten haben das Koran studiert. Warum glaubst du nicht an die? Und glaubst du an einen Gelehrter, der heute nach seiner Meinung sagt, ja, nein, nein, damals waren die Menschen zurückgeblieben, die haben keine Ahnung, ich bin Besserwisser. Verstehst du, was ich meine? Also keinen Sinn. Ich weiß, aber ich glaube halt, dass alle Menschen auch mit mir in Begriffen fehlerhaft sind. Deshalb vertraue ich nie 100 Prozent. Ich vertraue Menschen nicht 100 Prozent. Niemals. Das ist der Grund, weil mir denkt man, sogar damals kann eine Fehlinterpretation oder eine eigene Interpretation für sich so gewesen sein. Weißt du, ich meine? Deshalb bin ich da so, dass ich sie sehen kann. Nein, das waren Geschichten. Die meisten Interfassieren, nein, nein, da bist du falsch. Die meisten Interfassieren unter Koran, was der Vers hier erzählt, das ist ja nicht die Übersetzung. Das ist, warum es geht um diese Verse. Warum es geht. Und das ist die Geschichten, warum dieser Vers kam. Warum steht ein Vers, zum Beispiel, von ihrer Adoptivsohn. Und da ist die Tafassi, gehst du so runter und da steht, warum kam dieser Vers. Und da, mir ergibt, ergibt einen Sinn, warum dieser Vers, ich will wissen, warum dieser Vers ist da. Ich wollte noch eine Sache sagen. Ich habe letztens von einem Islamkritiker gehört, dass er quasi den Islam gelobt hat dafür, dass der Islam das Ego zerstört. Und jetzt nochmal zu dem Thema vorhin, weil ich gesagt habe, alle Menschen sind von Natur aus egoistisch. Ich glaube halt auch, dass, also ich glaube, dass der Koran quasi zum Zerfall vom Ego führt, weil man, das ist so schwierig zu erklären, aber der Koran schafft es, dass die Menschen diesen Egoismus ablegen müssen. Aber es ist doch nicht gut. Man sollte doch in manchen Fällen egoistisch sein. Ich weiß aber, was würde, was denkst du, würde auf der Welt passieren, wenn niemand Angst hat und nur dadurch nur an seinen Egoismus denkt? Meinst du nicht, dass die Menschen dann nicht mehr fähr sind, dass die Armen wieder, dass sie dann, dass sie, dass die Welt dann noch schlimmer aussehen würde? Darf ich dir widersprechen? Ja. Guck mal, wenn du jetzt fasten würdest, wofür machst du das? Für Gott. Nicht für dich, damit du Paradies landest? Ist das nicht egoistisch? Wenn du anfängst zu beten, wofür machst du das? Für Gott oder für dich, damit du auch im Paradies landest? Also ich würde sagen für beides, aber ich merke die Veränderung, die es auch mit mir macht. Zum Beispiel dieses Fasten, ich weiß nicht, sobald man fasst, also ich habe fast quasi beobachtet und auch mich, es verändert einfach den Menschen meiner Meinung nach. Wenn du nichts im Magen hast, fängst du an, Dinge anders zu betrachten, du veränderst dich. Ich glaube, es ist auch etwas, was mit der Psyche einfach sich verändert und ich finde, alles tut halt darauf hinarbeiten, dass wir dieses Ego, dieses Ego brechen. Aber guck mal, du machst es ja am Ende, egal, auch wenn du Hatsch machen würdest, ne? Am Ende machst du es ja für dich selber, damit du einen besseren Platz nachher, wenn du gestorben bist, dass du einen besseren Platz bekommst. Ist das nicht Egoismus? Ja, aber ich glaube, guck mal, man kann das auch anders empfinden. Ich glaube, dass es auf jeden Fall Menschen gibt, die das auch für Gott machen. Also natürlich will man ins Paradies, aber wenn du eine Beziehung zu Gott hast und Gott liebst und seine Gebote liebst, dann machst du es auch für Gott. Also ich glaube, wenn du Muslim sagst, mach es für Gott, auch wenn es dir nichts bringt, gibt es sehr, sehr viele, die das machen würden so. Was hat Gott davon, wenn du jetzt Hatsch machen würdest oder wenn du jetzt fasten würdest oder wenn du jetzt Gott beten würdest, ne? Also fünfmal am Tag betest du. Was hatte Gott davon, wenn du dich jetzt fünfmal aufstehst und bückst und aufstehst und bückst? Was hatte Gott davon? Was für Vorteil hatte? Also das finde ich halt auch interessant im Islam. Ich glaube nicht, dass Gott das braucht. Ich glaube, wir brauchen das. Und ich bin schon sehr überzeugt davon, dass wir das brauchen. Warum? Weil es den Menschen verändert, weil es uns verändert. Erstens, es gibt uns irgendwo Sicherheit. Zweitens, wir werden andauernd von diesem Weltlichen getrennt. Also wir werden davon abgetrennt und wir haben einen Zufluchtsort, schon auf dieser Welt. Dieses Beten ist nämlich ein Zufluchtsort. Etwas, an das ich halten kann. Ich glaube, diese ganzen Sachen sind, wir sagen zwar für Gott, aber ich glaube, sie sind für uns sehr gut. Weil nichts ist, also ich habe bis jetzt nichts gefunden, wo ich sage, es ist für den Menschen schlecht. Wenn ich viele Muslime beobachte, wenn ich sehr viele Muslime beobachte, auch Kämpfer, Boxer, was auch immer. Statt dass sie schwach werden in dieser Demut, werden sie stark. Sie haben plötzlich keine Furcht vor nichts mehr auf dieser Welt. Und das muss man schon sagen, ist schon so ein sehr, sehr, sehr starker Rang, den man bekommt. Man wird sehr... Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal beobachtet habt, Mohamed Ali. Aber glaubst du an Placeboeffekt? Ich weiß noch, was du hinaus willst, dass es quasi einfach ein Effekt ist. Ja gut, guck mal, man kann alles irgendwie zweideutig und dreideutig interpretieren. Du kannst bei allem sagen, ja, das und das und das und das und das. Aber im Endeffekt zählt, ist diese Person stark oder nicht. Und viele Muslime, obwohl sie jeden Tag Demut zeigen gegenüber Gott, sind unglaublich stark auf dieser Welt. Aber guck mal, nach deinem, also was du alles jetzt gesagt hast, dann bist du auch selber dazu gekommen, dass du es am Ende für dich machst. Also wenn du jetzt dreimal dich auf irgendwie halt, ne, büxt und aufschließt, büxt und aufschließt, du sagst jetzt, du machst es zwar für Gott, aber wir merken, okay, Gott braucht es nicht, dann machst du es doch für dich selber. Dann ist ja dieser Ego da, dass du es für dich selber machst. Also jetzt eine kurze Frage wegen Ego. Also wenn du jetzt dir Essen machst, also nach deinem Prinzip, was du sagst, wenn du dir ein Essen machst, bist du egoistisch. Nach dem, was du jetzt sagst, also ich rede jetzt mit dem Typen oben, nach deiner Erklärung, egal was du machst, es hat immer mit Ego zu tun, aber das stimmt ja nicht. Wenn du das schon so vergleichst, dann macht es ja gar keinen Sinn, dann ist ja alles, was du in deinem Leben machst, ob du atmest oder was auch immer, ist ja immer Egoismus. Natürlich ist das Egoismus. Also dass du atmet, also dass du jetzt geatmet hast, ist egoistisch. Natürlich, weil das mache ich damit, ich selber überlebe. Guck mal, ich atme ja nicht für irgendwie meine Partnerin oder für meine Kinder, ich atme für mich selber. Also natürlich ist das Egoismus. Also erstens, du atmest nicht, sondern es macht deinen Körper von alleine, weil das Gott so will. Weil wenn du das selbst entscheiden könntest, würdest du es gar nicht hinbringen. Und noch schnell wegen vorhin, was sie gesagt hat, wir machen alles, alles. Im Koran sagt man, dass das Gebet und alles für uns ist, bis auf Ramadan. Ramadan ist für Gott, ist für Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Warum ist das so? Der Grund ist, dass alle, ob du betest oder spendest, das sind alles Gottesdienste, die andere Leute sehen können. Ich könnte jetzt meinen Bruder sehen, wie er betet oder meine Schwester oder einen Kollegen von mir. Aber wenn es um Fasten geht, das sieht man nicht. Er könnte heimlich im Zimmer was essen, trinken. Das sieht nur Gott. Und deswegen ist diese Tat nur für Gott. Und alle anderen machen wir, wie wir uns befohlen haben, damit wir ins Paradies kommen. Das sind die Bedingungen, die er gesagt hat, ey, wenn ihr das macht, kommt ihr ins Paradies. Das ist wie wenn dein Chef sagt, du musst Arbeit machen, damit du Lohn bekommst. Gleiches Prinzip. Kann ich was hinzufügen. Also ich glaube, der Grund ist, warum das jetzt so schwer vielleicht zu verstehen ist, dass man davon ausgeht, dass Egoismus immer nur schlecht ist. Aber Egoismus ist quasi natürlich. Also Egoismus hört sich so schlecht an, aber es ist natürlich, dass wir etwas für uns tun. Und Gott hat uns auch quasi alles so auferlegt, dass wir es für uns tun, weil es natürlich ist, nicht weil es nur schlecht ist. Viele erklären das halt so, ja, es ist egoistisch und dadurch erscheint es so, als wären wir einfach nur egoistisch und wir würden es nur deshalb tun. Aber ich finde, da ist ein tieferer Sinn. Unsere Natur ist schon so. Deshalb, Gott hat uns einfach anhand unserer Natur auch dann diese Befehle und alles gegeben. Das ist extrem schwer zu erklären. Wirklich. Also ich werde versuchen, irgendwann mal vielleicht was zusammenzustellen, um das so ein bisschen zu erklären. Aber ja, verstehst du? Tina, kann ich dir mal ein paar Fragen stellen, weil ich habe dir jetzt schon so seit einer halben Stunde zugehört, wo die Kollegen hier versucht haben, dir gute Argumente zu bringen bezüglich, warum es keinen Gott gibt. Und was mir bei dir aufgefallen ist, also erstmal, Entschuldigung, dass ich reingrätsche, guten Abend. Aber was mir bei dir halt aufgefallen ist, und das sollst du nicht persönlich nehmen, ist, dass du alles, was du nicht weißt oder was der Koran nicht erklären kann, dass du dich dagegen rauswindest. Also die geben dir wirklich feste Fakten und du versuchst, die mit Esoterik auszuweichen. Also sprich, ja, das weiß ich nicht, aber ich glaube an Wellen und Frequenzen und Energie oder das weiß ich nicht, aber ich versuche mich da zu informieren und so weiter. Es gibt da keine Antwort drauf, weil das einfach, zum Beispiel die Geschichte mit DNA, mit Genetik, mit unserer Herkunft, das ist ein Fakt und den kannst du einfach nicht widerlegen. Du versuchst ihn aber mit irgendwelchen Schwingungen, Energien und was weiß ich was zu widerlegen oder also einfach, was man aber als Außenstehender hört, ist, dass du einfach an Gott festhalten willst, weil du nicht davon loskommst. Du hast Angst, du hast einfach Angst, dass du irgendwie deine Konstante verlierst. Aber diese Konstante basiert leider auf einer Lüge. Und Angst vor dem Tod zu haben und so und dass danach nichts ist, die habe ich auch. Ich habe da auch keinen Bock drauf, glaubt mir, aber es ist für mich trotzdem das Realistische. Aber ich will mich verabschieden. Ich danke dir, Tina, für die Unterhaltung. Ich fand es wirklich gut. Also hat mir sehr Spaß gemacht auch und ich habe viel gelernt wieder. Und ja, ich wünsche dir noch einen guten Abend. Ich höre euch. Ciao, ciao. Danke, danke. Du bist immer willkommen. Danke. Frieden alle miteinander. Hi Melanie, wie geht's dir? Hallo. Dank Gott, gut. Und wir? Auch gut, danke. Ich esse ein bisschen. Tulla ist auch da, ja? Danke. Ich esse ein bisschen. Alles klar, danke fürs Beschäftigen. Roboter brauchen doch kein Essen, Carlo. Roboter brauchen kein Essen. Ich würde auch gerne was dazu sagen, wenn ich darf. Und zwar, dass Adam und Eva die ersten Menschen waren. Das können wir aus allen Schriften entnehmen. Und wenn Gott das sagt, dann brauche ich nicht... Ich meine, für mich ist es Quatsch, dass wir vom Homo sapiens, von Affen... Wenn im Koran steht, dass Gott Adam alle Namen beigebracht hat und Adam sie den Engeln gesagt hat und deswegen wissen wir ja alle Namen, dann ist es doch klar. Da muss ich nicht zurück und dann ist auch klar, dass es keine Höhlenmenschen gab, die irgendwie nur über Geräusche kommunizierten. Aber wir haben Fakten. Wir haben Fakten dafür. Ganz einfach. Warst du Zeitzeuge? Du hast nur dein Buch... Warst du Zeitzeuge? Ähm, du hast... Welche Fakten hast du denn? Dein Buch ist kein Zeitzeuge. Mein Buch ist erstens, äh, nicht mein Buch, das ist für alle Menschen. Ja, von mir aus ist das für alle Menschen. Und das sind Gottes Worte. Und wenn Gott das so sagt, dann ist das Fakt. Und der ist mit einem 19. Code, ähm, also kodiert worden. Und somit wissen wir, dass das ganz sicher die Worte unseres Herren sind. Und wenn wir uns die Erde anschauen, dann sehen wir zum Beispiel, der Mond hat seine Umlaufbahn, die Sonne. Wäre die Sonne einen Millimeter näher, würden wir verbrennen. Wäre der Mond einen Millimeter näher, würden wir erfrieren. Also wir sehen, dass alles exakt berechnet ist. Und das war ein Höhlemensch? Exakt, es ist alles in seiner Umlaufbahn. Aber jetzt bitte, bitte, äh, Thron, so. Wenn du jetzt sagst, Zufall oder was auch immer... Gibt es nicht. Gibt es nicht, sorry. Also, das Zufall ist, kannst du theoretisch sagen, ich schmeiße jetzt ein Radiergummi hin und das wird zu meinem Telefon irgendwann, nach, nach zehn Milliarden Jahren oder so. Und das stimmt einfach nicht, das ist und bleibt... Und ganz Zufall sogar mathematisch berechnen, natürlich gibt das Zufall. Ja, ja, aber ein Zufall, dass ein perfektes System da ist, ist null. Wir existieren ja nur, weil dieser Zufall entstanden ist, sonst würden wir ja gar nicht hier stehen. Das ist kein Zufall. Das ist kein Zufall. Du rätst vom Urknall richtig und den hat Gott herbeigerufen. Genau, und im Koran wird sogar erklärt, wird ja sogar erklärt, du kennst ja die Big Bang Theorie, ne? Dass das Universum so lange weiter wächst bis zu einem Punkt und sich dann wieder zusammenzieht. Kennst du die Theorie, oder? Ja, natürlich kann ich die. Genau, und die wurde schon im Koran vor 1400 Jahren erwähnt. Es wurde erwähnt, wie ein Embryo aussieht. Es wurde erwähnt... Wurde denn da Schnee und Eis erwähnt, zum Beispiel? Es muss ja nicht alles erwähnt worden sein. Ach so, es muss nicht. Und was mit einem Känguru? Aber da steht doch, betrachte die Erde. Da siehst du es doch. Kannst du... Weißt du, das ist ja das Paradoxe von dir gerade. Das ist ja ein klarer Beweis. Wie kann jemand von 1400 Jahren wissen, wie das Universum aufgebaut ist, wie sich das erweitert, wie die Erde geformt ist und, und, und. Kannst du mir das erklären? Ja, es gab es schon damals Philosophen und was weiß ich was. Ich bin wieder da. Und die haben auch richtige Theorien aufgestellt, die plausibel waren. Also, auch ein blindes Huhn kriegt auch mal ein Korn. So, darf ich ganz kurz? Darf ich ganz kurz? Ja klar, mach mal. So, okay. Erstmal, liebe Melanie, ich habe rausgehört, du bist ein Koraniten. Okay. Nein, ich bin ein Muslimer. Nein, ich bin ein Muslimer. Nein, ich bin ein Muslimer. Du hast doch mit dem 19er Code jetzt gesagt. Ja, aber ich bin trotzdem eine Muslimer. Also, normalerweise kenne ich das von Koraniten, das mit dem 19er Code. Ich weiß nicht, wo das herkommt, dass es wieder Spaltung und im Koran steht, dass wir uns nicht spalten. Ich halte mich an den Koranen alleine. Keine Hadithen, keine Sunnah, keine Transzere, weil Gott es verboten hat. Das sind doch Koraniten, oder nicht? Ja. Ja, wollte ich auch Gott sagen. Nein, ich bin eine Muslimer. Okay. Also, du kannst dich nennen, wie du willst. Also, heutzutage kann ich mich auch irgendwie Einhorn nennen. Und ihr müsst mich nicht als Einhorn erkennen. Ich meine, Gott weiß ja darum. Genau. Ich muss ja keinem was beweisen. Gott weiß nur mich und das reicht. Alles gut. Alles gut. So, Aleflamim. Rechne mal bitte die Wurzel, dass 19 rauskommt. Bitte. Und erklär es mir, was es zu bedeuten hat. Aleflamim. Also, nur Melanie ganz kurz. Nein, ich habe Melanie gefragt. Ich habe erst mal Melanie gefragt. Lass mal, weil Melanie kennt sich bitte damit aus anscheinend. So, Feuer. Lieber Feuer. Lass mal bitte Melanie. Danke dir. Also, Alflamin, das hat mit dem 19er-Code zu tun. Das heißt, in dieser Syre, Alflamin, diese Buchstaben gehen alle durch 19 auf. Also, sie sind durch 19 teilbar. Also, eine Buchstabe ist durch 19 teilbar. Also, L ist durch 19 teilbar. Alef ist durch 19 teilbar. Und Mim ist durch 19 teilbar. Genau. Es ist ein Vielfaches von 19. Richtig. Und was erkenne ich daraus? Salam. Salam. Frieden. Man erkennt daraus, beziehungsweise das ist für uns die Sicherheit, dass der Koran auch nicht angetastet ist. Das heißt, dass da die, ja, rein Wörter unseres Herren drinstehen. Zum Beispiel diese zwei Verse. Wahrscheinlich willst du darauf hinaus. Okay. Okay. Also, glaubst du auch dann an die Theorie, wenn jemand, ich hab das glaube ich heute dreimal live jetzt erzählt, wenn jemand ermordet ist, dass du einen Kuh bringen sollst und ihn schlachten solltest. Und wenn du die Teile von dem Kuh neben diesem Ermordeten auflegst, dann steht der Ermordete auf und erzählt dir, wer der Mörder war. Okay. Er geht jetzt mit der Geschichte von Israel. Das ist keine Geschichte. Das ist, da steht im Koran, bitte. Und du brauchst keine Tafsir. Wir haben sogar Computer, Flugzeuge, Bahnen und Busse. Stell dir das mal vor. Guck mal. Du hast ja gesagt, du glaubst nicht an die Tafsire, du glaubst nicht an die Geschichten, was erzählt. Du glaubst nur an Koran. So. Du liest dann, du liest diese Eier dir vor und klärst mir bitte. Okay, damals war Mohammed auch im Krieg mit einem Schwert. Das gibt es heute so Tage auch nicht. Also das liest du im Koran? Entschuldigung. Das liest du aus Koran heraus, dass Mohammed dann im Zentrum war? Steht das im Koran drin? Das Kapitel mit der Kriegsbeute. Da können wir sehen, dass es ein Krieg war. Und wir wissen, dass es damals noch keine Pistolen gab. Also ich bitte. Aber erklär mir das mit dem Ermordeten. Weil er ermordet ist, dann sollst du einen Kuh dahin bringen, dass er aufsteht. Das war schon damals. Das war schon damals. Also damals hat es funktioniert und heute funktioniert das nicht. Aber ich habe gehört, dass Koran für die Ewigkeit gilt. Gott von Leben und Tod. Gott von Leben und Tod. Gott von Leben und Tod. Das, was im Koran steht, ist für die Vergangenheit. Nein, auch für die Zukunft. Und für die Zukunft. Also das, was da drin steht. Also muss es auch jetzt gelten? Oder nicht? Na ja, da steht auch drin, dass Jesus gelebt hatte. Er lebt ja jetzt auch nicht mehr. Es ist für jedes Zeitalter. Aber da steht doch, du sollst das so machen. Da steht nicht, du sollst das in der Vergangenheit so machen. Da steht es, ja. Das war damals, weil sie einfach einen, das war damals. Verstehst du das? Damals. Und es ging darum, um etwas zu entlarven, was in ihnen war. Sie sagten ja, welche Verse, welche Farbe, wie groß, wie klein. Es ging darum, ob sie Gottgehorsam sind. Wir sind hier in einer Prüfung. Okay. Und wissenschaftlich heraus. Also jetzt, Heuer nehme ich dann mit dazu. So. Also glaubst du daran, dass die Berge von Himmel gefallen sind und auf dem Boden festgenagelt sind? So wie es im Koran steht. Im Koran steht, dass Stabilisatoren aus der Erde kamen. Ja, wenn Gott das sagt, natürlich glaub ich das. Also dann glaubst du nicht, dass sie dann halt durch die Bewegung von Erdplatten, dass sich dann Berge bilden, sondern glaubst du eher von Himmel? Meinst du, das kontrolliert Gott nicht auch? Meinst du, das steuert Gott nicht auch? Guck mal, da steht ja, dass die Berge von Himmel gefallen sind und auf dem Boden für Stabilität. Nein, die sind aus der Erde, Stabilisatoren sind rausgekommen. Ich müsste es nochmal nachlesen. Aber nein, das ist nichts vom Himmel gefallen. Das steht da nicht. Ich weiß nicht, wo das her. Ich glaube, du kannst das Arabische für dich vorlesen. Kannst du Melanie Arabisch? Nee, das muss ich auch nicht, weil ich kann Koranisch. Koranisch ist keine Sprache. Arabisch ist die Sprache. Es gibt kein Koranisch. Entschuldigung Ayatollah, ich möchte was fragen kurz. Sogar kleine Kinder. Melanie. Melanie. Warum kommen alle Koraniten her? Nee, ich verstehe das nicht. Wir wollen mit Sunniten reden. Warum kommen Koraniten? Ich bin keine Koraniten. Ich weiß auch nicht. Du tust die Haditen nicht anerkennen. Weil Gott das nicht anerkennt. Es steht doch im Koran. Ja, dann bist du Koraniten. Wenn Gott mir das befiehlt, warum sage ich dann, das ist ja wieder dieses Ego. Da sind wir wieder bei Ego. Dann geh zu Sunniten live, wir wollen aber mit Sunniten reden. Aber wer weiß es denn besser, Gott oder ich? Nee, wir wollen nur mit Sunniten reden. Wo steht das hier? Und Carlo hat mich eingeladen. Ich meine, das ist Carlos Stream und er hat mich eingeladen. Aber Carlo weiß es nicht, dass du Koraniten bist. Carlo und wir kennen uns doch. Carlo weiß, dass ich eine Muslimin bin. Aber Melanie, darf ich kurz was sagen? Sehr gerne. Also vorhin hast du gesagt, dass Jesus tot ist. Das stimmt nicht. Jesus wurde nicht getötet. Das steht ja selbst im Koran. Warum sagst du dann was, was nicht stimmt? Die Seele wurde empor gehoben. Der Körper wurde getötet. Nee, falsch, falsch, falsch. Das steht im Koran. Die Seele wurde vor der Verhaftung empor. Im Koran steht, dass er, er, er selbst erhoben wurde und durch jemand anderen, der seine Gestalt hatte und der wurde gekreuzigt. Mein Internet war gerade schwarz. Ich habe den Satz nicht verstanden. Mag sie noch mal wiederholen? Also jemand anderen, jemand anderes wurde gekreuzigt, der die Gestalt von Isa Alias Salam hatte. Und Isa Alias Salam wurde hochgenommen. Das steht ja so. Wo steht das im Koran? Im Koran steht was anderes. Da steht, die Seele wurde vor der Verhaftung empor gehoben. Was heißt Seele auf Arabisch? Das heißt, Gott soll den Körper samt Seele hochgezogen haben. Nach deiner Erzählung gerade. Das geht ja nicht. Wie heißt Seele auf Arabisch? Das weiß ich jetzt nicht. Darum geht es auch nicht. Ruach. Ruach. Und im Koran wurde es nicht gesagt worden, dass er Ruach... Es wurde ein Körper in den Himmel gezogen, laut deiner Auffassung. Da ist er. Ja, liebe Tina. Ich muss noch mal schnell rausrufen. Was ich so interessant finde, also da bin ich wieder vorhin bei den Themen, dass im Koran auch steht, dass es Menschen geben wird, die den Koran lesen und die Wahrheit nach der Wahrheit suchen werden. Also an das, die Punkte finden werden, die quasi sie überzeugen. Und dann wird es andere geben, die quasi Gründe finden werden, es nicht zu glauben. Mhm. Und ich finde das so interessant, weil jetzt noch mal zu dem, warum ich glaube, dass Gott die Menschen so gut kennt, wenn man das mal durch den Kopf gehen lässt. Es ist wirklich so. Also es ist wirklich so. Es gibt hier die Muslima, die finden immer Gründe, warum der Koran wahr ist. Und dann gibt es Menschen, die finden Gründe im Koran, warum der Koran nicht wahr ist. Und das hat Gott auch schon gewusst. Und die Tatsache, dass er schon gewusst hat, spricht halt auch von viel Weisheit. Deshalb sage ich, entweder, ich bin jetzt ein bisschen dreist, bitte Gott vergib mir so, entweder war derjenige, der den Koran geschrieben hat, extremst intelligent oder es war von Gott. Alter, wo ist die Weisheit in Kinderehr? Wo ist die Weisheit in Sklaverei zu besitzen? Nein, doch, da steht es nicht. Ich glaube, aber du bist es ja. Guck mal, du musst ja eine Sache akzeptieren. Es gibt Menschen, die suchen die Weisheit daran. Das siehst du ja, sonst würde es uns nicht geben. Das ist ja eine Tatsache, dass du siehst, dass es Menschen gibt. Also Melanie. Ja, lieber Carlo. Ja, hi Melanie, hi Tiana. Die Tiana, wenn ich jetzt auf einen Settel schreibe, wird eine eigentliche Straße einen Unfall geben. Irgendwann wird der Unfall geben. Heißt das, bin ich Gott? Nein. Das ist ein Kratz. Guck mal, wo sollten damals jemand gewusst hat, dass wir heute hier stehen und es gibt einige, die die Wahrheit in dem Koran sehen und andere nicht. Woher sollten die das damals gewusst haben, dass es dieses Verhalten der Menschen geben wird? Verstehst du? Es ist schon eine gewisse Wahrheit. Versteht das. Wo ist die Wahrheit da drin? Wo ist die Wahrheit da drin? Ja, aber guck mal, eine Sache. Wir sagen jetzt nicht, wo ist die Wahrheit da drin, sondern wie kann es sein, dass es genau das gibt, was da drin steht? Es gibt Menschen und ich sehe ja auch Wahrheit da drin. Ich lüge ja niemanden an. Ich weiß, es gibt auch Dinge, ich verstehe auch deine Sichtweise, aber ich tendiere dazu, die Wahrheit da drin zu sehen und zu finden. Und für mich tun diese Sachen, die ich als wahr empfinde, mich komplett umhauen. Und dann gibt es andere Menschen, also wir bleiben bei der Tatsache und dann gibt es andere Menschen, die lesen Dinge und für die, in denen passiert was anderes. Aber Tina... Wir sind beide nicht böswillig, aber verstehst du, die Tatsache stimmt, was da drin steht, dass dieser Aspekt stimmt. Aber guck mal, wenn es, denkst du nicht, dass es damals, also es gibt ja auch so viele Hadithe, so viele Sachen, also wo die Menschen damals auch das hinterfragt haben. Wenn es damals schon gegeben hat, denkst du nicht, dass es auch in Zukunft solche Menschen geben würde? Meinst du, damals schon so schlau? Damals natürlich. Warum, guck mal, 13 Jahre lang, nachdem Mohammed zum Prophet ernannt wurde, warum hat er nur 11 bis 13 Follower gehabt? Warum nicht mehr? Weil viele das nicht geglaubt haben. Sogar seine eigene Familie hat das nicht geglaubt. Heuer bist du Muslim? Ich bin Muslim. Sunni. 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 Kümmer dich bitte um die Zeit, Damen bitte. Ja, ich wollte wegen Melanie jetzt kurz sagen. Gott hat sich um mich gekümmert, aber vielen lieben Dank. Ganz kurz, da Sura 4 Vers 157 bis 158 steht und wir haben ihn zu... Oh, äh, warte, ich muss schnell wieder nachlesen, ich hab den Satz vergessen. Okay. So. Melanie. Melanie. Sie töten ihn viel mehr, erhoben Gott zu sich und Gott ist allmächtig, allweilsam. Warte, Gott bitte. Melanie, du musst dich ja nicht, äh, eigentlich mein Livestream ist nicht so normalerweise, aber jetzt haben wir drei verschiedene. Eine, eine nach 19 Grad, eine Koraniter, nach Koran nur geht, also du bist auch Muslim, ihr seid alle drei Muslime. Ne, eine Sunni, eine nur Koran und du glaubst Raschid, Khalifa Raschid oder wie der heißt. Und Melanie, ich mach gar keine Unterschiede. Ja, ja, ich weiß, aber... Zwischen irgendeinen Gesandten. Aber Melanie, das ist... Ich hab's reingeschickt für dich. Aber früher, in Sunnitenwelt, sind es noch Muslime, die zwei? Ja. Ach komm, erzähl nichts. Was, was, ich hab nichts gehört, sag noch mal. In den Sunnitenwelt, ja? Ja. Sind die, sind die zwei Muslime? Weil die erkennen nicht den Ahadith, Tafasir, Tabari, Ibn Kathir, die erkennen nicht Abukhari, Muslim. Es geht ja nicht, also es geht am Schluss ja... Die Hadith gehen ja am Schluss, trotzdem, ganz am Schluss wohin, zum Propheten Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, oder? Und es ist unsere Vorbildung, wir sollten so leben, wie er gelebt hat. Ja, aber das tun die nicht anerkennen. Nein. Weil das auch Quatsch ist. Wann macht man Kuffer? Ich muss nicht mit dem linken Fuß aufstehen. Hast du gehört? Die sagen, das ist Quatsch. Ja, aber wann begeht sie Kuffer? Wenn sie sagt, das, was der Prophet Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt hat, nicht er gesagt hat, oder wenn sie sagt, das Gottes Wort, wie sie gesagt hat, Sallallahu Alaihi Wasallam ist gestorben, das ist Kuffer, dann ist sie aus dem Glauben ausgetreten. Aber gut, dass der Prophet nicht sagt, das sagt nicht... Nein, nein, das sagt nicht... Wer sagt das? Roya, sagt der Prophet nicht, derjenige, der über mich lügt, hat seinen Platz in Jahannam reserviert. Wir lügen ja auch nicht. Ja, aber Melanie hat ja zum Beispiel gesagt, dass Isa Alayhi Wasallam gestorben ist. Ja, er ist ja gestorben. Ist er hier? Hä, aber hast du nicht den Vers gelesen, den ich dir geschickt habe? Sie töteten ihn gewiss nicht, vielmehr erhob Gott ihn zu sich, und Gott ist allmächtig, allweise. Wo steht hier... Hier auf der Erde, hast du mir zugehört, sein Körper hier auf der Erde, er ist tot, er kann auch nicht zurück. Hä? Er kann auch nicht zurück, er ist hier tot, du kannst nicht zu ihm und deine Stimme gegenüber erheben. Er hat Gott, Allah subhanahu wa ta'ala, hat ihn, ihn mit Körper und Seele... Genau, der Körper ist im Himmel empor gehoben, der ist im Himmel geflogen, der Körper. Also Allah ist ja allmächtig, du glaubst, dass Allah allmächtig ist, oder? Ja, aber du glaubst doch nicht, dass das so passiert ist. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala im Koran... Wo steht das im Koran, dass sein Körper empor gehoben wurde? Wo steht das? Also, sie tötet ihn gewiss nicht. Ich setze nochmal, vielmehr erhob Gott ihn, ihn, nicht seine Seele, oder was auch immer zu ziehen. Das ist denn die wahre Person, wer ist denn er? Der Körper? Der Körper ist doch nur eine Materie dieser Erde. Nein, der Körper ist eine Emel. Ihr habt schon diskutiert, ihr wiederholt euch gerade wieder. Ja, subhanallah. Egal, es ist eigentlich, guck, ich weiß, dass ich recht habe, alhamdulillah. Ich bin Araber, ich verstehe den Koran. Ich kann es nicht, ich habe es ja auf Deutsch versucht. Der Koran ist nur für die Araber? Nein, gar nicht, gar nicht. Aber das stellst du gerade so dar. Nein, warum ist der Koran auf Arabisch? Warum? Weil Gott es so entschieden hat. Aber alle Sprachen gehören doch Gott. Alle Sprachen hat Gott erschaffen. Weil Arabisch die mächtigste Sprache ist. Sie hat die beste Eigenschaft Sachen zu beschreiben. Vielfältig. Genau, und deswegen ist es auch Arabisch. Deswegen hat Gott das so entschieden, richtig. Genau, und wenn du nicht die arabische Sprache beherrschst, wie kannst du sagen, ich verstehe den Koran gut? Es gibt Menschen, die können den ganzen Koran auswendig und verstehen nicht einen Teil des Inhalts des Korans. Und das ist ein Schade. Und dafür muss ich jetzt Arabisch können, damit ich das genauso mache. Einfach auswendig lernen und nichts verstehen. Aber wer macht das? Es ist vielleicht ein ganz minimaler Teil. Also ich zum Beispiel, Alhamdulillah, ich verstehe das, was ich sage. Viele Freunde von mir... Melanie, Melanie. Ja, lieber Carlo. Melanie, ist das okay? Ist das okay, wenn wir darüber nicht reden? Ja, ja, komm. Ja, bitte. Er hat ja gefragt. Ich bin ja nur darauf eingegangen. Nein, nein, alles gut. Alles gut. Alles gut. Du weißt, ich bin friedlich. Ich weiß, ich weiß. Deswegen komme ich gerne in euren Livestreams. Wie hättest du ganz unten? Mach schön. Koho... Kohoja? Kohoja? Ja, ja, hallo. Hallo. Wie hättest du nochmal? Ahmad. Ahmet. Okay, Ahmad. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 24. Okay. Wir haben welche Mal mit anderen gesprochen, oder? Ja, wir haben schon mal miteinander geredet. Achso. Okay. Ja, gut. Okay, Braco. Ich höre dich so. Ja, wenn du willst, frag ihn was. Ich bin da. Nee, der hat sich um die Dame gekümmert. Der hat mir wirklich viel Kraft erspart, weil... Ich fand's gut, dass die in Ansicht von von den Zündern hören, verstehst du? Weil normalerweise, was die da hier erzählen, normalerweise sollten sie zum Live von Zündern hingehen und sagen, dass der Hadid Quatsch sind. Und jetzt sind die konfrontiert mit dem echten Zündern. Okay, wir können den eigenen Mund hören. Bis dann. Frieden. Okay, Melanie. Tschö. Danke, Melanie. Tschö, Carlo. Danke, dass ich da sein durfte. Tschö, Carlo. Tschö zusammen. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Assalamu alaikum, Khoya, mein Bruder. Assalamu alaikum. An die anderen. Assalamu alaikum, salam. Muslim. Bitte? Bist du Muslim? Alhamdulillah. 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 Sunni? Ja, ja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, danke. Carlo auch, ne? Ist das Adem Yashori auf deinem Bild? Richtig, Adem Yashori ist das. Bist du Albaner? Ja, ja. Ich bin Albaner. Shib Taurim. Cheikh al-Albani. Das war ihm gelesen. So, darf ich kurz fragen, was genau so das Thema war? Weil ich habe gehört, also in den Kommentaren. Guck mal, ich möchte nur eine Sache sagen. Lass uns bitte alle mit Respekt reden. Okay, ich habe keinen Bock auf Beef und die Brüllen und so beleidigen. Ich habe keinen Bock da drauf. Lass uns alle nochmal reden, weil hier im TikTok sieht man oft die Leute. Beleidigung. Wer, ich meine nur. Oder hier, wer beleidigt. Ja, ja. Wer beleidigt, kicke ich ihm einfach runter. Sehr gut. Sehr gut. Dankeschön. Sehr gut. Ich bleibe mich auch nicht lang. 10, 15 Minuten, inshallah. Und dann, wir können ja ganz normal fragen. Irgendwas können wir ja fragen. Zum Beispiel, ihr könnt ja Kritik.damistam haben. Wenn wir das wissen, antworten wir darauf. Wenn nicht, dann muss ich weiterleiten an andere. Okay, gut. Okay, gut. Pauco, willst du fragen oder soll ich fragen? Ja, mach durchfach, kurz Pause. Okay. Sofian heißt du? Ja, genau. Darf ich dich nur kurz unterbrechen, Carlo? Darf ich nur wissen, bist du Agnostiker oder Atheist? Nur, dass ich das verstehe. Agnostiker. Agnostiker, okay. Du kannst mich gerne was fragen. Aber ich war mit Muslim. Ja, ich war Muslim. Also, ich war sunnitischer Muslim. Okay. Wir waren ja. Und Pauco war auch sunnitischer Muslim. Ayatollah auch. Wir sehen. Also. Okay. Sag mal. Was hat euch angeblich so, dass sie gesagt hat, sorry, ich hatte den Schluck auf, dass sie gesagt, dass sie sagt, angeblich der Islam ist nicht die wahre Religion etc. Das wäre sehr interessant. Sollen wir mit Koran? Sollen wir mit Koran reden oder mit Hadith? Erkennst du die ganze Hadithe? Ja, ja. Erkennst du die ganze Hadithe? Bro, ich weiß schon ein paar Sachen über den Islam. Ein Muslim. Du wirst nie ein Muslim hören, dass er sagt, ich weiß vieles. Das wirst du nie hören. Du wirst nie ein Muslim hören. Ja, ich weiß. Aber die authentisch sind. Die authentisch sind. Ja, soweit. Ich habe mir Bukhari Muslim durchgelesen. Viele von den sechs Büchern, also von den 600 Büchern habe ich mir alles schon durchgelesen. Ja. Natürlich habe ich mir jetzt nicht alle gemerkt. Das ist ja wohl logisch. Ja gut. Okay. Es gibt einen Hadith im Sunnah, der sagt, Also derjenige, der aus dem Islam trete, tötet ihn. Darf ich darauf antworten? Ist authentisch. Genau, sehr schön. Aber schau mal. Hallöchen. Schau mal. Guck mal. Der ist authentisch, richtig. Der ist Sahih. Und guck mal. Aber diese Sache, ihr dürft das nicht so verstehen. Also schon so verstehen. Aber es bedeutet jetzt nicht, dass ich jetzt hier rumrennen könnte. Weil es gibt Selbstjustiz im Islam, das ist strengstens verboten. Diese, wenn eine Scharia herrschen würde. Verstehst du? Erstens das. Zweitens. Es ist nicht nur dieselbe. Es ist nicht nur diese Methode. Es gibt, dass es keine andere Methode gibt. Sondern das bedeutet, wenn du dich an Regeln, zum Beispiel etc. nicht hältst, dann kannst du auch verbannt werden. Du kannst auch von dieses Land verbannt werden. Ist ja auch kein Problem in Deutschland, wenn du dich an Gesetze nicht hältst. Zum Beispiel kannst, musst du Deutschland verlassen. Wenn du als Ausländer hier reinkommst und denkst, du kannst hier machen, was du willst, kannst du entweder, du bleibst hier, hältst nicht an die Regeln oder du gehst nach Hause. Du gehst da in, wo du herkommst. Was ist jetzt genau der Kritikpunkt? Okay, gut. Also ich sag mal so. Ja, ja. Aber der Kritikpunkt ist, dass dieser Gesetz geht, wenn es Scharia gibt. Ist das richtig so? Es muss aber ein Kadhi, guck mal. Ja, genau. Aber Carlo, das entscheidet nicht ich und nicht du und jeder Muslim, sondern das entscheidet ein Kadhi. Verstehst du? Es entscheidet sozusagen der Richter über diese Sachen. Und es gibt mehrere Möglichkeiten. Das bedeutet nicht gleich direkt Tod. Weil zum Beispiel, ich gebe dir ein Beispiel, Omar Imal Khattab, Radiallahu Anu. Da waren auch so Leute und er hat sie auch nicht getötet direkt. Verstehst du? Drei Tage. Ja, genau. Man hat drei Tage und dazu muss ich leider ein Beispiel immer mit aus dem Christentum nehmen. Ich weiß, dass ihr jetzt keine Christen seid. Aber wir reden ja nicht über Christentum. Genau, genau, genau. Ja, aber ich möchte nur sagen, ich weiß, warum ich manchmal das Christentum mit reinziehe, Carlo. Und das ist wirklich nicht böse gemeint. Weil ich denke mir dann, warum greift ihr den Islam an, obwohl sowas dasselbe in der Bibel steht. Und obwohl das mit den drei Tagen, richtig, man kann drei Tage, da kann jemand zu dir kommen, der kann Dauer machen, der kann mit dir reden, der kann dich erklären, aufklären, der kann dir sagen, was hat dich zum Zweifeln gebracht etc. Das bedeutet, du hast sogar drei Tage Zeit, dich richtig auseinanderzusetzen, aber im Christentum ist das nicht der Fall, in dem du sofort getötet wirst. Weil zum Beispiel Abtrünnige werden in Deuteronium 17 Vers 1 bis 6, 5 kann man lesen und auch andere Verse, dass du ohne, ohne dass jemand mit dir überhaupt redet, sofort getötet werden darfst. Verstehst du? Ja, das interessiert mich nicht, aber da. Ich war Muslim. Ja, aber guck mal ganz kurz. Aber ja, ich verstehe schon, dass du, also dass die Ex-Muslime warst. Ja, wenn das bei Christentum zum Beispiel steht, dann werde ich zum Beispiel die Gelehrten fragen, wann das stimmt. Und irgendwann, vielleicht will ich eine neue Religion suchen, bestimmt, wenn das steht. Und genau das, was du gesagt hast, dann werde ich bestimmt das nicht annehmen, das Religion. Ja, also ich kann dir gleich bestätigen, sorry, dass ich schon unterbrochen habe. Ich kann dir gleich sagen, natürlich, weil guck mal zum Beispiel auch allgemein im Islam, okay, ja, es stimmt, genau, wir schämen uns nicht dafür, warum, weil durch die Weisheit von Allah. Und diese Sache bezieht sich auch darauf, dass viele damals, weil viele geheuchelt haben. Ich gebe dir ein Beispiel. Guck mal, wenn einer Jude oder Christ ist oder einen islamischen Kalifat zum Beispiel, richtige, saubere, rechtgeleitete Scharia lebt, dann haben sie ganz normal ihre Rechte. Unser Prophet, Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, hat ganz klar und deutlich gesagt, diese Hadithe sind authentisch, wo er ganz klar und deutlich sagt, dass man jemanden, mit dem man zum Beispiel, der bei dir in Frieden lebt, dass du ihn nicht einfach, zum Beispiel, du darfst ihn nicht schlecht behandeln, du darfst ihn nicht einfach töten, du darfst ihre Synagogen, ihre Kirchen nicht kaputt machen. Diese Sache, das mit Abtrünnig, ich bin gleich fertig versprochen, diese mit Abtrünnig, das gab Leute, die haben die Muslime probiert auch zu hintergehen und zu verarschen, indem sie gesagt haben, guck mal, ich bin jetzt angeblich Christ, jetzt bin ich Muslim, jetzt bin ich wieder Christ und da gab es diese strengen Strafen. Diese Strafen gibt es heute auch zum Beispiel, okay, nicht, weil einer seine Religion verlässt, aber diese Strafen gibt es auch in Amerika, wenn einer ein Gesetz übertreten tut, was einfach gegen die, was wirklich schlimm ist, dann gibt es auch eine Todesstrafe zum Beispiel in anderen Ländern, verstehst du, wo ist das Problem, wieso wird das nur im Islam? Ja, aber warum machst du, warum, warum, warum vergleichst du deine Religion jetzt mit Christentum oder mit ÖSA? Verstehe ich nicht. Ich habe nur eine Frage gestellt. Ja, und ich habe die Antwort, es gibt Bedingungen. Ja, aber deine Antwort, ja, ja, aber deine Antwort war, deine Antwort war, ja, die anderen sind ja nicht besser, also das ist deine Bestätigung, dass man, dass man, dass man einjenige, der aus dem Islam tritt, tut es ihm. Nein, und das habe ich dir gerade erklärt, es bedeutet nicht, okay, dann erkläre ich dir, okay, dann erkläre ich dir, was macht man mit einer, wie ich, ich kritisiere jetzt, ich bin aus, ich war Muslim und jetzt, ich bin Ex-Muslim, ich kritisiere das Islam, ich erkenne deinen Koran nicht, ich erkenne deinen Versen nicht im Koran. Was macht man mit mir, mit einem Mensch wie ich? Ja, habe ich dir schon vorhin gesagt, es gibt einen Kali, es gibt einen Richter, der über solche Sachen entscheidet, das entscheidet nicht dich, und ganz kurz bitte. Ja, ich weiß, ich weiß, was er, okay. Ganz kurz bitte, genau, schau mal, erstens, guck mal, diese Sachen, guck mal, diese Sachen habe ich dir jetzt erklärt, das entscheidet im Islam, im Islam gibt es keine Selbstjustiz, du darfst nicht einfach rumlaufen, weil du jetzt sagst, Carlo, ich bin Ex-Muslim, das bedeutet nicht, dass ich jetzt rausrennen darf und dich suchen darf und dich töten muss, oder irgendetwas, das gibt sich, es ist verboten im Islam, und das ist Ijma, das ist Konsens, du darfst keine Selbstjustiz ausüben, wo du willst, steht das, ganz kurz bitte, das gibt es nicht, es gibt keine Selbstjustiz im Islam, im Islam, ja, 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 gib mir Quelle. Und dass es keine Selbstjustiz im Islam gibt? Ja, ja. Okay, warum sagt unser Prophet, dass wir den Anführern gehorchen müssen, etc., dass der Richter, warum gibt es ein Kadhi, zum Beispiel in der Scharia, ein Kadhi, der extra für das zuständig ist, warum gibt es das im Islam? Ja. Warum gibt es sowas? Gibt es, weil er Gesetz nach, Gesetz, das Allah macht. Du kommst hin, ja, richtig, er ist ein Richter, und der entscheidet sowas, ich und du. Ja, 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 nein, nein, der entscheidet nicht, der entscheidet nicht. Natürlich, der entscheidet Allah, der kann ja nicht entscheiden. Was ist er, ist er größer als Allah? Nein, das ist, es gibt ein Kita-Beschein, aber ein bisschen. Bro, ich rede mit ihm, bitte, ich rede mit ihm, keiner, keiner, keiner hat ihm auch unterbrochen. Okay, okay, rede erst mal zu Ende. Also unterbreche ich nicht. Sorry. Also, ist der Kadhi, ist der Kadhi, kann er von seinem eigenen Kopf, von seinem eigenen Kopf, einfach sagen, naja, ich lasse ihn nicht. Ich lasse ihn nicht töten, nein. Der ist, der ist Ex-Muslim, aber ich lasse ihn. Nein, ich mache dieses Gesetz auf, nehme ihn nicht. Kann er das machen? Laut Scharia. Ne, und da ist Kadhi. Ja, Kadhi, genau, aber er ist trotzdem ein Buch. Ja, ja, da hat ein Buch, da hat ein Buch, genau wie ein Gesetzbuch hier, wir haben hier zum Beispiel ein Gericht, und die gehen nach Gerichtbuch, ne, und der Kadhi, ne, laut Scharia, hat auch dieser Buch, und wir haben diese Büsche. Der Scharia, Kitab al-Sharia, und wir haben diese Büsche, und die Gesetze stehen alles da dran. Also, was muss er machen, wenn er einen Ex-Muslim sieht, was ich mache, was muss er mit mir machen? Ja, die Gesetze von Gott natürlich um das, was Allah subhanahu wa ta'ala himm befohlen hat, ja. Aber ich meinte, Selbstsustiz bedeutet mit dieser Sache, dass ich nicht rausrennen darf und einfach jeden Ex-Muslim töten darf. Verstehst du das? Ja, ja, ja. Das ist ja logisch, das geht nicht, das ist verboten in Islam. Ja, aber ich lebe, aber ich lebe, 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 dieser Kadhi entscheidet dann, du hast drei Tage Zeit, alles schön und gut, wir wollen den Islam nicht schöner reden, wie alt er ist, der Islam ist so oder so schön. Deswegen habe ich dir ein Beispiel aus der Bibel gegeben, die haben gar keine, die haben nicht mal drei Tage Zeit zu bedenken, dass jemand mit den Dauern macht und sagt, was hat dich zum Zweifeln gebracht, etc. Und ganz klar und deutlich, dann dieser Kadhi, wenn dann er entscheidet, du kannst verbannt werden, du kannst verbannt werden, musst nicht direkt der Tod sein oder du wirst getötet, das ist kein Problem damit. Das sind die Gesetze von Gott. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, es mag sein, dass euch etwas schlecht erscheint, doch es ist gut für euch. Es mag sein, dass euch etwas gut erscheint, doch es ist schlecht für euch. Ihr wisst nicht, aber Allah subhanahu wa ta'ala weiß, das sind die Gesetze von Gott, wir muslimen, schämen uns nicht. Also nach drei Tage. Ich möchte nur kurz zu Ende reden, danach darfst du wieder reingehen. Die Gesetze, für die Gesetze von Gott müssen wir muslimen uns nicht schämen, warum nicht? Weil ganz klar und deutlich im Alten Testament dieselben Gesetze gegeben worden sind. Und Jesus ist selber dieselben Gesetze gehalten. Er kennt die Gesetze von Gott. Ja, aber für dich sind sowieso gefälscht jetzt, was sie haben. Alles, was sie haben, sind die Gefälscht. Darf ich antworten, bitte? Ja, darf ich also, schau mal. Ja, richtig. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran ganz klar und deutlich, dass die Bücher, die vorher herabgesandt sind, sind, dass sie verändert worden sind. Das ist kein Problem. Wir Muslime, der Koran wird auch Furkan genannt, Unterscheidung zwischen Wahrheit und Falschheit. Hacken batel, verstehst du? Das bedeutet, der Koran ist der Wächter über die vorherigen Bücher, ganz klar und deutlich. Wir glauben, dass es Wahrheit noch drin gibt, zum Beispiel in der Bibel, wo Jesus sagt, er ist ein Gesandter, ein Prophet Gottes. Wir glauben daran, richtig. Wir glauben auch an die Gesetze, die Moses offenbart worden sind, zum Beispiel, wie du jetzt sagst, mit Abtrünnige, bla bla bla. Wir glauben daran, kein Problem, weil das sind die Gesetze von Gott. Aber wir glauben fest daran, dass diese Bücher verändert worden sind, weil Allah uns das im Koran sagt. Und wir Muslime glauben ganz klar und deutlich an das Originale. Das hat uns Allah verpflichtet, an diese Bücher zu glauben. Bruder, du redest hier mit Respekt, bei allem Respekt. Aber du gehst auf meine Frage nicht ein. Du hast gerade gesagt, mit Veränderung. Ich habe gesagt, ja, kein Problem. Wir glauben, dass die Bücher verändert worden sind. Weil du immer auf das Alte Testament und das Neue Testament gehst. Ich rede hier vom Islam. Ja, und ich habe dir gesagt, ja, mich interessieren diese anderen Bücher nicht. Ja, aber ich, genau, und ich sage dir das ehrlich, guck mal, Carlo, wir schämen uns, das sind die Gesetze von Gott. Und wir, Alhamdulillah, dass die Muslimen uns an diese Gesetze halten wollen. Okay, dann frage ich dich, immer noch. Okay, dann frage ich dich, laut Gesetz der Scharia, ich habe drei Tage Zeit. Dann kommen Imame, kommen Imame, reden mit mir schön, kommen zum Islam zurück, kommen zum Islam zurück, drei Tage lang. Und am Ende sage ich, nein, nein. Was müssen die machen? Ja, habe ich dir ja gerade gesagt. Kann sein, der Kader entscheidet, entweder du wirst verbannt, oder du bekommst die Todesstrafe. Kein Problem, das sind die Gesetze von Gott. Also das mit dem Verband will ich sehen, bitte. Ja, das ist, ich bin in meinem eigenen Land, wo soll ich verbannt werden. Ja, aber ich bin in meinem eigenen Land. Nein, weil wenn du unter der Scharia herrst, bist du nicht in deinem eigenen Land, du herrst unter muslimischer Herrschaft. Du bist nicht in deinem Land. Und ich bin Muslim, ich bin doch Muslim. Ja, aber ich denke, du bist ex-Muslim. Du hast doch vorhin gesagt, du bist ex-Muslim. Ich sag doch, ich bin, ich, bitte, Bruder, ich lebe in meinem Land und ich bin Muslim. Und ich bin aus dem Islam getreten und jetzt bin ich bei Qazi. Und hatte ich drei Tage hinter mir, die Imame haben mit mir geredet. Und immer noch, immer noch, ich bin fest daran, dass dein Allah nicht mein Gott ist. Ich glaube an ihn nicht. Was müssen die mit mir machen? Ja, wie gesagt, du kannst, das habe ich dir doch vorhin schon gesagt. Wie im Alten Testament, wie auch in der Bibel. Normalerweise, deswegen sage ich dir nochmal, wir Muslime, alhamdulillah, wir schämen uns nicht für die Gesetze. Warum? Ich habe dir darauf geantwortet. Entweder, es entscheidet nicht, es gibt keine Selbstjustiz, dass irgendein Muslim jetzt auf die Straße geht und irgendetwas tut. Sowas ist im Islam verboten. Das entscheidet ein Richter. Und dieser Richter entscheidet, ganz kurz bitte Klartext, und dieser Richter entscheidet dann ganz klar und deutlich, was mit dir passiert. Kann sein natürlich, dass du dann sozusagen bestraft wird, dass du die Strafe bekommst, dass er die Strafe vollzieht, oder dass du verbannt wirst. Und du kannst nicht einfach sagen, das ist mein Land. Nein, weil du bist, wenn eine Scharia herrscht, dann bist du unter, ganz kurz, wenn eine Scharia herrscht, dann bist du unter islamische Herrschaft. Und da hast du dich an die Regeln zu halten, mit allem. Es hat nicht damit zu tun. Büro, Büro, Verband, wo soll ich verbannt werden in mein Land? Nein, nein, was lang ist nicht unter islamische Herrschaft. Dass du nicht unter Scharia herrscht, nicht unter uns. Was weiß ich nur, nach Indien zum Beispiel. Ja, aber ihr habt mich, ihr habt mich, ne? Er hat mich, der Qazi, der Qazi, ich bin im Knast und der Qazi kam und die Imame kamen und haben die mit mir drei Tage, drei Tage, ne? Also sag mir bitte, wo soll ich verbannt werden? Oder sag mir, sag mir, eine Zehnjährige, warte bitte, ein Zehnjähriger oder Elfjähriger, ja? Wo soll er hin? Wenn er sagt, nein, ich glaube an den Koran nicht, ein Elfjähriger, wo soll er verbannt werden? Erstens darf ich darauf antworten, erstens ganz kurz, ein Klick, das zeigt, aber bitte, bitte, nein, lass mich ausreden, aber zehnjähriger ist die Pflicht in Islam, ne? Sogar du darfst deinen eigenen Sohn schlagen, wenn er nicht betet. Das ist die Pflicht. Dann ist er elf geworden, hat er ein Jahr gebetet und danach sagt er, ne, ich finde das alles Quatsch, ja? Ne? Dann, der Vater hat gesagt, ja, du bist Ex-Muslim, ja? Ja, und wie, keine Ahnung, kam dazu, haben die gehört, dann haben die ihm, haben die, haben die erwischt, ne? Und sie ist quasi wiedergegangen. Da ist ein Elfjähriger jetzt. Ich bin Erwachsener, nach laut deiner Aussage kann ich verbannt werden. Aber dieser Elfjährige, wo soll er verbannt werden? Der ist Elfjähriger. Darf ich antworten? Okay, sehr schön. Guck mal, gute Frage, sehr schöne Frage. Und diese Sache, guck mal, du darfst eine Sache verstehen, guck mal, du musst ein paar Sachen verstehen vom Islam. Das zeigt mir, dass die wirklich, und das ist wirklich kein Angriff, nicht böse gemeint, ihr kennt die Grundlagen nicht, was solche Sachen sind, verstehst du? Aber guck mal, wenn einer zum Beispiel Elfjährige ist, ganz kurz, ich kenne mich sehr gut, ich kann mich sehr gut ausreden. Wenn einer zum Beispiel ein Elfjähriger, zehnjähriger, darf ich jetzt bitte kurz ausreden? Weil ich bleib nicht lange, wirklich fünf Minuten, ich möchte später da nochmal reinkommen, kann ich gerne. Weil ihr habt wirklich mit Respekt geredet, das gefällt mir. Wir benehmen uns hier, wir haben die Liga. Ja, richtig, aber du, aber du bist nicht so respektvoll. Wieso? Du weißt immer der Frage aus. Ich warte seit zwei Stunden, bis endlich mal diese Frage beantwortet ist. Okay, darf ich schon beantworten? Ganz kurz, stumm dich bitte, Eddie. Ich weiß nicht, was passiert mit einem, der die Religion verlässt? Habe ich doch schon geantwortet. Nein, hast du nicht? Ich habe gesagt, entweder er wird beantwortet. Ja, er hat geantwortet. Ich habe doch geantwortet. Hört ihr mit Augen zu oder mit Ohren? Mit was hört ihr zu? Ich habe das nicht mitbekommen. Ich habe geantwortet. Ja, du kannst nicht einfach hochkommen und sagen, ich antworte nicht. Ich habe euch schon ein paar Mal geantwortet. Also, Kopf ab also. Ja, okay. Bitte, stumm dich, weil ich möchte den Carlo ganz kurz antworten, weil ich bleibe nicht lang. Also, noch einmal. Unter der Scharia, und wir schämen uns nicht, Alhamdulillahi, Rabbillalimin, die Gesetze von Gott sind klar und deutlich. Das bedeutet, wenn er etwas befohlen hat, wir schämen uns nicht dafür, wie im Alten Testament und im Neuen Testament, dass man die Gesetze von Gott einhält. Wir Muslime sind keine Heuchler, dass wenn Gott etwas befohlen hat und unter gewissen Umständen, dass eine Strafe vollzogen wird, dass wenn einer seine Religion verlässt, bestraft wird, kein Problem. Es kann sein, dass die Todesstrafe kommt. Es kann sein, dass er verbannt wird. Das entscheidet nicht ich, nicht ihr und nicht irgendein Muslim, Hans und Peter. Das entscheidet ein Richter. Und deswegen habe ich das gesagt. Ganz kurz, bitte. Ganz kurz. Weil der hat voll viele Sachen vorhin reingebracht. Und das entscheidet ein Richter. Und dann sagt er gerade, was ist, wenn ein Zehnjähriger, Neunjähriger, Elfjähriger, wo soll er hinflüchten? Ich als Erwachsener, das könnte ich ja flüchten, aber nicht ein Elf- und Zehnjähriger. Hört zu. Und das zeigt mir, dass er keine Ahnung von den Grundlagen des Islams hat. Weil ein Zehn-, Neun-, Elfjähriger, er muss erst mal in die Pubertät kommen. Verstehst du? Nummer eins. Nummer zwei. Es gibt ein Hadith, wo unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagt, dass sozusagen drei Leute nicht zur Verantwortung gezogen werden. Welche drei Leute sind das? Auch einer, der noch nicht die Pubertät erreicht hat. Verstehst du? Auch jemand, der noch ein Kind ist, der nicht die Pubertät erreicht hat. Dann sagen wir zwölf. Dann sagen wir zwölf. Dann sagen wir dreißen. Zusammenfassung, zur Beantwortung gezogen. Sofjan, Sofjan, es gibt auch andere Beweise, die sagen, dass man auch... Sofjan, bitte, bitte, wir wissen genau, was laut Scharia mit mir passiert. Das wissen wir alle. Also bitte. Mit mir. Ich als Ex-Muslim. Darf ich fragen, aus welchem Land kommst du denn, Sofjan? Ist egal, woher ich jetzt komme. Ich bin Muslim. Nein, 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 nein. Wieso, aus welchem Land kommst du denn Klartext? Er ist albaner. Ich bin Deutscher. Schwierbelewetschbak. Aber woher kommst du denn Klartext? Ich bin, ich bin Deutscher. Echt? Aber du hörst dich gar nicht so deutsch an. Ich glaube dir das nicht. Ist doch egal. Ich habe mich hier integriert und ich habe einiges hinter mir gelassen. Woher, woher, siehst du, du bist typisch, du bist ein richtiger, typischer Muslim. Nein, warum denn? Ich mache doch Spaß. Wieso seid du so hart? Nein, nein, nein. Ich verstehe, ich verstehe. Wieso seid du so hart dafür? Ich mache doch Spaß. Lass mich nochmal kurz. Lass mich nochmal kurz. Nein, ich verstehe daran kein Spaß. Okay. Ich verstehe absolut daran kein Spaß. Okay. Wenn irgendwas scheiße ist, ist einfach scheiße. Und man kann scheiße nicht schön reden. Okay. Und seid einfach mal einmal zu euch mal echt. Ich sage mal einmal zu euch selbst mal offen und sagt, ja, das ist schlecht. Sag nicht, ja, die Richter haben das zu entscheiden. Keiner Mensch hat über andere Menschen zu entscheiden und zu richten. Noch nicht mal deine Religion. Okay. Aber du lebst ja in einem Land, wo du, wenn du geanzeigt wirst, du so einen Anteil bekommst. Das ist das Gesetz und das ist kein Mensch. Ach, das richtet nicht dein Mensch. Das ist das Gesetz. Das ist nicht der Richter, der richtet. Warte ganz kurz. Also, wie gesagt, noch einmal. Ich weiß nicht, wie. Sifian, 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 Tlatex, bitte. Sifian, bleib mit mir. Bruder, kannst du gleich eine Frage anfragen? Ich bin in fünf Minuten. Aber wenn du da dazwischenredest, das ist respektlos, wenn du dazwischenredest. Und deswegen. Also, Sifian, weg dich zum letztes Mal. Zum letztes Mal. Laut dein Scharia. Ich bin im Gericht. Der Qadi hat gesagt, er hat drei Tage Zeit. Und wenn er nicht zum Islam kehrt, dann kauft ihn. Ist das richtig oder nicht richtig? Ich habe dir vorhin geantwortet. Ich weiß nicht, wie oft ich das nochmal hinterholen soll. Wir reden seit 20 Minuten. Ich habe dir vorhin geantwortet. Das entscheide nicht ich, nicht ihr. Das sind die Gesetze von Gott. Kein Problem. Wir haben damit kein Problem. Wenn es euch nicht passt, ganz kurz bitte. Wenn unter Islam, ja, ihr fragt was und da möchte ich auch antworten. Unter eine islamische Herrschaft, dann habt ihr euch an die Gesetze zu halten. Wer sich nicht an die Gesetze von Gott hält, kann von einem Kadhi, von einem Richter, entweder verbannt werden oder er vollzieht diese Strafe. Aber ich habe dir euch ja gesagt, es kommen Leute, die können drei Tage Dauer machen mit euch, können mit euch überreden, können sagen, schau mal, was hat dich zum Zweifeln gebracht, etc. Es hat viele Bedingungen. Das ist ganz kurz. Motrayam, Motrayam, Motrayam. Wettspark. Nur ganz kurz. Und ich bin sofort fertig. Es hat so viele Sachen noch dabei zu hängen. Das Problem ist, ihr tut so, dass wenn einer sagt, ich habe den Islam verlassen, sofort getötet wird. Das ist nicht der Fall unter einer richtigen islamischen Herrschaft. Verstehst du das? Ja, weil... Was gegen die menschliche Moral ist, was gegen die menschliche Moral ist? Findet ihr das gut oder schlecht? Du kannst nicht Pädokriminalität mit Meinungsfreiheit oder Glaubensfreiheit vergleichen. Verstehst du? Im Koran heißt es, ihr habt eure Glauben, ich habe auch meine Glauben, ja? Sehr schön. Das soll ja Freiheit sein, ja? Okay, ich... Aber weißt du, den Anlass... Der Prophet nicht als Prophet, warum soll ich gekauft werden? Und das mit Verband, das stimmt nicht, das hast du gelogen, na? Doch, nein, das stimmt genauso. Nein, nein, das stimmt nicht. Das ist tipp und klar, geschrieben, Baddelladine Hof Achtelur, wer seine Religion wechselt, tötet ihn. Das ist tipp und klar. Und jetzt frage ich dich, jetzt, wenn die mich jetzt zum Beispiel schlappen in dein Scharia-Allander... Das habe ich schon vorhin geantwortet, wie oft noch... Ich warte, ich sage... Nein, lass mich reden kurz. Du hast jetzt die ganze Zeit geredet. Jetzt hat die mich erwischt und haben die mich im Knass gesteckt, ja? Drei Tage kommt einer zu mir und probiert mich zu überzeugen und sie, wie die Sache ernst wird, dass die mich köpfen wollen, weil die... Ich habe Angst um mein Leben, ne? Sag ich, okay, ich gehe wieder, ich werde wieder Moslem, kein Problem. Ich bin wieder Moslem. Und dann lassen die mich frei, ja? Ich bin als Heuchler für Gott akzeptiert, also angenommen als Heuchler, um weiterzumachen, als einer, der wirklich freiwillig sagt, nee, ich will diese Religion jetzt folgen. Also lieber als Heuchler akzeptiert, als Ungläubiger tot. Ich gebe euch ein, ich will euch etwas erklären, ihr habt immer noch nicht verstanden. Warte, 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 bevor du jetzt redest, bevor du jetzt hier weiter quasi ziehst. Ja, bringt jetzt Sie mal. Das Problem ist, Paco, ihr müsstest tatsächlich mit Leuten sprechen, die aus diesen islamischen Ländern kommen, die auch tatsächlich dieses islamisches Gesetz auch eingesetzt oder beziehungsweise umgesetzt werden. Der, der aus Europa oder der jetzt wie er aus Kosovo kommt, der fast die ganze Bevölkerung ohne Hijab rumläuft, ja, wo Alkohol erlaubt ist, wo Diskotheken erlaubt sind, wo am Strand Mann, Mann, Mann neben der Frau im Bikini rumläuft, der kann für mich nicht das Islam präsentieren und sagen, Alhamdulillah, ich bin ein Muslim. Der kann das nicht beantworten. Der muss tatsächlich jemand aus Saudi-Arabien hier sein, er muss jemand aus Afghanistan hier sein, jemand aus Iran, jemand aus Qatar oder sonst wo aus der Nahosten sein, der tatsächlich diese Umlegung von Islam, die er auch antworten kann. Er möchte das immer wieder weiterhin schönreden und dir sagen, hey, es ist nicht so, du könntest verbannt werden, als wäre es hier im Bundesliga oder irgendwo ein Sportverein, dass du dann hier suspendierst wirst. Darf ich jetzt antworten, du predigst? Nein, du darfst nicht, ich bin noch nicht fertig. Lernst erst mal, dass du nicht dazwischenquasselst. Ja, du redest, du machst gerne, du hältst. Ja, ich rede, ich rede so lange, wie ich reden möchte. Ja, aber du erzählst viel Blödsinn. Ja, dann kannst du hier rausgehen, wenn es für dich blödsinn ist. Ich gehe jetzt auch gleich raus, kein Problem. Da müsste man mit Leuten reden, die tatsächlich auch diese Gesetze, Carlo, ehrlich, tut mir leid, dass ich das sage. Ja, immer diese Schönreden, ja, es ist nicht so, er könnte nur verbannt werden, er könnte drei Tage schön geredet werden, im Gefängnis, im Gefängnis schön geredet werden, hey, komm doch wieder zurück. Okay, darf ich jetzt sagen, da sind diese scheinheiligen Muslimen, die sagen, okay, jetzt bin ich zurückgetreten, ich bin wieder Muslim, aber dann hau ich ab und danach drehe ich euch den Arsch. Richtig, also noch einmal, ganz kurz, ihr habt eine Sache nicht verstanden, das ist das Problem. Die Gesetze von Gott und die Muslime, wie gesagt, noch einmal, wir stehen zu den Gesetzen von Gott, weil, wer, weißt du, das Problem ist, ihr kommt immer nur zum Islam, hättet ihr wirklich wahrhaftige gläubige Christen und gläubige Juden, würden sie genau das gleiche antworten, was ich euch antworte, genau das gleiche. Warum? Die haben dir doch gesagt, dass die nicht interessiert. Aber, Schösser, du unterprichst mich jetzt, warte doch mal, bitte. Die unterprichst mich. Blödsinn. Wieso werde ich immer unterbrochen? Natürlich, weil die Gesetze... Wir lernen von dir. Neue Testament wird die Hose. Wir lernen von dir. Und ich habe euch gesagt. Du kommst schon wieder mit deinem Neuen Testament, die keinem Alten, nicht in dem Alten und Neuen Testament ist... Nein, 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 bleib bei deiner Religion, bleib bei deiner Religion, bleib bei deiner Religion, komm nicht mit dem Alten Testament und Neuen Testament. Ja, ich bin ein Satanist. Du kommst immer mit dem Testament, bleib bei deiner Religion. Sag mal, lass mich bitte ausreden, ich habe mich schon ziemlich geantwortet. Noch einmal. Sag mal bitte, Sufjan, ich will hier nicht über Christentum reden. Ich habe nicht über Christentum geredet, ich will euch eine Doppelmorale aufzeigen. Ja, aber ich kann... Aber ich kann... Aber ich kann... Ich kann wirklich, guck mal. Ich kann wirklich, guck mal. Ja, Sufjan, guck mal, siehst du, das ist solche Menschen, du machst hier Hass, weil ich rede über Islam, du kommst zu Christentum oder Juden. Nein, ich zeige euch auch, das ist kein Problem. Ich zeige euch auch, dass du die Sätze von Gott schieben kannst. Ich habe aber kein Interesse an Christentum oder Judentum nicht. Okay, warum kritisierst du dann nicht? Da ist das Unterschied. Da ist genau dieselben Gesetze, warum kritisierst du nicht zu den Juden? Ja, aber ich bin kein Ex-Christ auch. Ich bin nicht aus dem Christentum getreten. Okay, du bist auch kein Ex-Muslim. Ich bin auch kein... Ja, will ich kein Ex-Muslim jetzt. Ja, will ich kein Ex-Muslim jetzt. Genau, aber wenn es dir doch um die Moral geht für die Menschen, ganz kurz, Carlo, und hört zu, bitte lasst mich rausreden, wenn es euch doch angeblich um diese Moral geht und wie kann das denn nur im Islam so sein, ihr habt so eine Doppelmoral, ich habe zu euch gesagt, würdet ihr Wahrhaftige, geht doch mal, schaut doch mal die richtigen Christen an, in ihren Ländern an, was die machen. Ja, nee, die schämen sich nicht für diese Gesetze. Sofian, 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 die Christen, die töten keinen Ex, aber die Muslime, die tun es in Somalia, die tun es überall, in Syrien, in Irak, das wird immer noch bis jetzt. Eine Frage, eine Frage, eine Frage habe ich gefragt, eine Frage habe ich gefragt, nee, dann hat er Christentum kritisiert, hat er Judentum kritisiert, in den USA kritisiert, nur auf eine Frage, ja, und hier steht auf seinen Namen, ist Imam, Imam, angeblicher Imam, ja, auf eine Frage hast du mir nicht einmal geantwortet, und da hast du mit einer Lügen da reingezerrt, also angeblich wird verbannt, ja, welche Leute sind in Afghanistan oder in Iran, nee, die zum Beispiel seit den letzten drei Monaten sind fünf Leute oder sechs Leute, nee, haben die diese Gesetze auf deren Kopfe gemacht, warum sind die nicht verbannt, und wo soll ich verbannt werden, wenn ich in meinem eigenen Land bin, wo soll ich verbannt werden? Carlo, Carlo, Entschuldigung, grüß dich, Entschuldigung, ja, Tina. Muss man schreien, damit man gehört wird, oder wie ist das? Ja, aber Tina, du hast es selber gehört, ich habe ihn nur gefragt, und da hast du es selber gesehen, verstehst du? Ich verstehe dich, Carlo, er hat halt die ganze Zeit verglichen mit dem Christentum, und ihr seid ja keine Christen, deshalb war das einfach unnötig, das habe ich versucht, ihm auch zu sagen, aber man hat mich nicht gehört, aber ich wollte ihn noch eine Sache fragen, ich finde es jetzt schade, dass er weg ist, weil ich frage mich, wie es sein kann, also ich bin selber Muslimin, aber dieses Thema interessiert mich auch, und ich bin auch sehr kritisch da, weil ich einfach ehrlich sein möchte, wie man Glaubensfreiheit haben kann, und gleichzeitig, wenn man das nicht glaubt, mit dem Tod bestraft wird, also wie können die uns erklären, dass es eine Glaubensfreiheit gibt in dieser Religion, ich verstehe das selber nicht. Ja, und Tina, deswegen sagen die, nein, Islam ist ja nicht Zwang in Islam, es gibt keinen Zwang in Islam, warum gibt es keinen Zwang in Islam? Carlo, Carlo, entschuldige, Maite, grüß dich, grüß dich, es tut mir leid an die Runde, es tut mir leid an alle 80, 85 oder 90 Leute, die hier zuhören, es tut mir wahnsinnig leid für meine Lautstärke, aber wenn ich so eine Person hier höre, der von europäischem Islam, ihr müsst es bitte auseinandernehmen, ihr müsst es bitte unterscheiden zwischen europäischen Muslims und Nahosten-Muslims, da wo das Islam tatsächlich herkommt. Carlo, das muss man tatsächlich unterscheiden zu können. Jemand, der aus Türkei oder aus Albanien sagt, ich bin jetzt kein Moslem mehr, das Gesetz von Türkei oder Albanien wird diesen Typ jetzt nicht verhaften, nicht haftieren oder auch nicht umbringen. Ja, aber wenn du jetzt in Irak oder in Syrien, sag ich mal, in, keine Ahnung, in arabischen Ländern, in Iran, Afghanistan, sagst, hier, leck mich doch am Arsch, ich will eure Religion nicht. Du wirst nicht nur haftiert, du wirst erhängt. Du wirst einfach bei uns, bei Iran, in Iran, du wirst in Afghanistan geköpft, das ist wahr und da könnt ihr das nicht abstreiten. Derjenige, der in Europa sitzt, der kann schön reden, das ist ja, ich kann austreten. Diese Gesetze gehen in Somal, in Somal, Libyen, Syrien teilweise, Syrien teilweise, wo jetzt teilweise Sunniten da sind, Rechtsextremisten in Irak, das haben wir Maschallah viel, ne, in Iran, in Afghanistan, viele Länder und da, Malaysia und solche Länder, ne, die kann ich da ganz weit weg, da sind noch strenger, noch strenger, wirklich, da sind richtig streng. Carlo, ich wollte ehrlich gesagt nicht nach oben kommen, deswegen bin ich auch runter, weil ich extrem Kopfschmerzen bekommen habe, aber guck mal, hast du die Möglichkeit, Sura, warte ganz kurz, ich glaube, Tahrim muss es sein, sieben. Die sagen ja, also du hast irgendwie drei Tage Zeit, um Reue zu zeigen. In Tahrim steht aber was anderes. Da steht, oh ihr Ungläubigen, ihr sollt, also ihr könnt nicht, also wenn ihr auch Dinge macht, ihr könnt nicht zurückkehren. Also da wird das gesagt, also du kannst auch Reue zeigen, du darfst es gar nicht euch zeigen, weil es wird gar nicht akzeptiert. Also in Tahrim 7 könnt ihr selber nachschlagen. Ja, ja, solche Leute wie mich, steht auch im Koran, die sollen meine Beine, ne, meine Beine, meine Hände abgehackt werden und mich begräußigen sogar. Was sagt er da? Ich habe nur über Scharia geredet, das war's, nur über Scharia geredet. Carlo, Jakob möchte hoch. Also darf ich was sagen? Ich habe viele Fragen. Ja, klar. Also ich muss Klartext da schon recht geben und ich muss euch allen damit recht geben, weil ich möchte ehrlich sein, es ist einfach darüber zu reden, wenn man in einem freien Land lebt und keiner also nie die Erfahrung gemacht hat, zu sehen, wie diese Umsetzung gewiss ist. Ihr habt da schon recht. Ich mag das auch nicht an vielen Muslimen, dass sie da so ein bisschen das auf die leichte Schulter nehmen, nur weil sie nicht so leben müssen. Also das wollte ich auf jeden Fall sagen, weil eine Todesstrafe ist nicht so klein. Ich verstehe auch selber. Das tut innerlich weh, weißt du, grüß dich. Das tut innerlich weh, sowas zu hören aus Münden, aus Leuten, Personen, die in einem Land leben, die Diskotheken, Alkohol, Strand, alles erlaubt ist, aber dann vom Islam predigen. Und es geht mir gegen den Strich. Ihr müsst die Länder in Betracht sehen, die tatsächlich Islam praktizieren. Das ist der Unterschied und das müssen die Leute merken. Meine Frage ist ganz kurz mal, Toni und alle. Hallo noch einmal, Carlo und Co. Eine Frage. Die Muslime meinen ja, bzw. Sofia meinte ja, auswandern. Was ist, wenn die Scharia zum Beispiel die ganze Welt beherrscht, sprich der Islam? Wo sollen wir dann auswandern? Jetzt ist der einzigste, der ist der Muslim weg. Jetzt ist der einzigste, der ist der Muslim weg. Magde, weil ganz gut. Das hat ja nur keinen Fall, Wahl als nur den Tod zu kosten. Also richtig gesagt. Wir haben hier sechs, sieben Leute. Dr. Murta ist da, PiS ist unten. Da sind wir zehn Leute. Also wir können ein eigenes Flugzeug machen. Der Mond ist bald bewohnbar, Carlo. Der Mond ist bald bewohnbar, Carlo. Ja, eine Frage. Der Planet? Ja, genau, wir gründen einen neuen Planet. Genau, wir gründen einen neuen Planet. Genau, da heißt es Planet Murta. Weißt du, was er dann sagt auf der Erde? Dann sagt er, guck mal da oben, da leben die Murta, da leben die Kofar. Auf dem Mond siehst du das? Verwandt worden alle. Mit Apollo 17 hochgeschossen alle. Ich möchte ungern... Guck mal, ganz kurz, im Koran... Toni, 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 ich bin beim Autofahren. Ja, ja, ich komme auch beim Autofahren. Ich würde ungern euer wirklich, diese Lachen, diese Freude, würde ich euch ungern wirklich wegnehmen. Aber es ist Tatsache. Es ist Tatsache. Wir haben jetzt... Ihr habt bestimmt den Begriff oder den Namen Massa Amini gehört in den letzten zwei Jahren. Was wir für einen Aufruf im Iran haben, bezüglich auch dieser Religionsgeschichte. Die Frau, das Mädchen wurde mehr oder weniger ermordet wegen ihrem Kopftuch. Und darauf dessen, hinterher wurden viele, viele, viele Jugendliche einfach erhängt, aus Gründen von Religion verstoßen. Und das geht mir echt gegen den Strich. Ich habe echt Schmerzen innerlich, ja, um Leute hier zu sitzen zu hören. Ja, ein Richter darf richten, wenn das Gesetz von Islam das erlaubt, denn jemanden zu köpfen oder zu erhängen. Wo sieht man denn gelandet, Mensch? Wo sieht man denn? Wo ist diese Freiheit von den Menschen? Wo ist diese Redenfreiheit? Wo ist diese Glaubenfreiheit von den Menschen? Also echt, ich weiß es nicht, in welchen Welten diese Leute leben oder träumen. Verstehe ich echt nicht. Tut mir leid, dass ich jetzt kurz dazwischen wiedergefunden habe. Ich möchte dazu was kurz sagen. Erstmal danke ich schon, Karl, dass ich jetzt mal hochkommen durfte, oder? Achso, der Kroos, du wolltest reden, oder? Ja, richtig. Ja, danke. Ja. Danke erstmal, Karl, dass ich jetzt mal hochkommen durfte. Da, was der Sofjan, ich wollte eigentlich nur auf die Frage von Sofjan eigentlich spezifisch draufgehen, aber der ist ja jetzt nicht runtergegangen, ich wollte schon die ganze Zeit hochkommen. Aber ich kann das auch jetzt erzählen, ob er hier ist oder nicht, das ist mir auch egal. Nur halt, was er da erzählt hat, das ist alles nur Lügen. Ist Sofjan höher als Bukhari, als Moslem oder als der Kalif, Umar ibn Khattab? Wir können die Geschichten der Muslime so in der Bücher lesen, von den arabischen Erzählungen, als natürlich die Muslime Syrien, Israel und Judalien, teils Irak erobert haben, haben die uns, die Christen, die Juden, gezwungen, unsere Religion quasi nicht raus zu präsentieren. Wir durften gar keine Kirchen mehr bauen. Wir durften uns nicht mehr auf der Straße aufhalten. Wir mussten halt bestimmte Überdeckungen anziehen, ob das jetzt der blaue Band war oder ob das ein gelber Band war oder ein grünes Band. Das wurde natürlich nach Konfessionen immer halt sortieren. Und wir kennen natürlich Leute, lest mal den Romarpakt. Der Romarpakt hat uns alles, alles verboten, was zu machen konnte. Und ich sage nur eins, wegen dieser Abtrünnung, was er da sagte, es ist drei Tage Zeit und da wird ein Haken geben und sowas, das stimmt nicht. Weil Al-Bukhari sagt, Bukhari 6484 und Muslim 1676 sagt, überliefert von Abdullah Mas'ud, dass der Gesandte Allah sagte, Friede sei mit ihm und so weiter. Das Blut eines Moslems, der Bezug, dass es keinen Gott außer Allah gibt und der Gesandte Allahs bin. Ich erlaube denjenigen drei Sachen, selbst, was er da sagt, es gibt drei Tage Sachen, die drei Sachen sind halt, wenn du die Religion aufgibst, wenn du ein kriegerisches Befehl ablehnst und wenn du dich als Moslem verweigerst. Ibn Taymiyyah sagt, ich lese das kurz vor, was Ibn Taymiyyah sagt, Ibn Taymiyyah, Leute, das ist nicht Sofiane, das ist nicht Hamdi, das ist Ibn Taymiyyah, der Gelehrte, der Gelehrten. Es gibt zwei Arten der Kriegsführung, des Kampfes, mit der Hand und mit dem Kampf und mit der Zunge. Und das Kampf mit der Zunge ist eine Sache der Religion. Das kann sehr schwer sein. Also wenn man sagt, so wie die Brüder hier, die sind halt aus dem Islam ausgetreten, das heißt, sie sind nicht kämpferisch in den Islam gegangen, sondern halt nur mündlich. Und weißt du, was er sagt, während er ein, während er ein von denen, die mit dem Hand kämpfen, zurückgehen, besonders wenn er der Prophet aufgibt, derjenige, der den Islam verrät, ist sofort getötet, der muss sofort getötet. Das sagt, er bin Taymiyyah, das sagt nicht, irgendeiner wird gesagt, es gibt gar keinen Widerruf, es gibt sofort den Kopf ab. Also da gibt es keinen Haken oder drei Tage Möglichkeit, das ist, es gibt ja zwei Takten, wenn du Mohammed beleidest, wirst du sofort getötet und wenn du den Islam quasi ablädst, wirst du sofort getötet. Das sagt, er bin Taymiyyah, Leute. Shalom, shalom zusammen. Ich wollte mal kurz nur was sagen, also gibt es hier drin auch Christen? Jakobus, du bist Christ, ne? Nein, Jakobus, ja. Okay, okay. Ja, Jakobus und dieser Tony, nein, Bro, Jakobus und dieser Tony Montana ist auch ein Christ geworden. Okay, okay. Halleluja. Du bist ein Fehler. Erwischt. Ich bin nur auf die Frage von Sofjan aufgegangen, dass ich in diese Hadithe und das von dem Taymiyyah, das ist auch ein Fatwa, Leute. Die Fatwa ist die 5208. Da könnt ihr selber lesen. Gott, du bist voller Verlöter. Ich habe nur kurz eine kleine Befugung. Ja, denkst ihr, mir gesagt, hier drin ist kein Sunnite. Ich weiß nicht, das bringt ja sowieso nichts, weil du diese ganzen Fatwas erzählst. Das bringt ja nichts gerade. Musst du warten, bis die Sunnite kommt und so. Kein Problem. Aber wie gesagt, kein Problem. Ich bin wie die albanische Schwester da unten. Ich bin auch auf Suche. Aber ich habe gedacht, dass ich Gott gefunden habe im Buch. Aber dann habe ich wiederum gemerkt, okay gut, da geht es überall um Macht und Geld. Und wo Macht und Geld ist, ist Gott nicht da. Ich wollte eigentlich nur kurz was sagen. Guck mal, das ist, ich, 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 ich antworte durch. Alle drei. Guck mal, Lieben, und dann, dann mache ich die Stimme. Bei dieser Annunaki-Geschichte geht es um Geld. Ja. Um Gold. Ja, ja. Verstehst du? Egal, wo du suchst, es geht um Macht und Geld. Toni, Toni, wir haben hier ein neuer Gast, da will was sagen. Ach so, ja, sorry, sorry. Ich habe aber auch kein Wort gesagt, aber egal. Toni, mein Lieber, guck mal, das muss nicht ein Fatwa sein. Guck mal, das ist Sünder. Die Sünder hat festgelegt, dass die Strafe für den Abtrünnigen in vielerlei Hingesicht, es ist alles die Abtrünnigen in jedem Fall, die Abtrünnige wird in jedem Fall getötet. Ich weiß, ich weiß, die haben drei Tage Zeit, die das erklärt hat. Guck mal, was er noch sagt. Er unterliegt wieder noch die Jazzia und die Dummer, andersfalls die Ungerechtigten. Also er wird sofort enthauptet. Er gibt kein Jazzia oder sowas, mein Lieber. Ja gut, du kannst ja, wenn du dich nicht über den Islam lästerst, kannst du ja Jazzia bezahlen. Noch extra und dann darfst du am Leben bleiben. Du musst nur ein bisschen Frisur verändern. Aber du darfst doch am Leben bleiben. Zum Beispiel Carlo wird direkt zersägt. Oder er muss verschwinden. Da gibt es viele Auslegungen. Aber ich wollte nur kurz was sagen. So, ich kam nur rein, habe ein bisschen zugehört. Keine Ahnung. Und ich wollte nur kurz sagen, so, was macht den Menschen aus, ne? Den Mensch. Die Liebe. Die Liebe macht den Menschen zu einem Menschen. So. Und wir lesen einzig und allein in der Bibel, dass Gott Liebe ist. Versteht ihr? Es geht nur um Riechen. Ich gehe gleich raus. Wenn jetzt wieder dieser Konvertierungszeugter wieder kommt von anderer Seite, dann gehe ich raus hier. Nein, nein, nein. Hör auf damit, bitte. Hör auf damit. Hör auf damit, bitte. Hör auf damit, Bruder. Indoktrinierung von jeder Seite, wiss ihr indoktriniert, Bruder. Hier, ich bin nur bei Carlo hochgekommen, weil er keine christliche Indoktrination ist oder muslimisch. Ich will Wahrheit und nicht irgendwelche Geschichten erzählen. Guck mal, ich sage dir ganz kurz eine Geschichte. Ganz kurz, ganz kurz, lass mich kurz ausreden. Nein, 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 nein. Carlo, Carlo, guck mal, die Mutter von meinem Kind, ja? Die Mutter von meinem Kind, ich habe sie versucht, ja, ich habe sie mit allen Mitteln versucht zu konvertieren, die Mutter von meinem Kind, ist Deutsche. Die sagt, nee, lass mich in Ruhe mit diesem Quatsch, ich glaube nicht an Gott, dies, dass sie näher, aber sie liebt ihr Kind über alles, sie tut nur gute Sachen, ja? Sie ist ein sehr guter Mensch, ja? Ja, und das heißt nicht, dass du ein Buch gelesen hast und dann ein guter Mensch wirst oder so, das ist alles in uns drin. Dieses Buch hat schon, das ist schon alles in uns drin. Genau, genau. Dann sag jetzt nicht, dass, soll mir keiner kommen und sagen, hier, jemand, der kein Buch gelesen hat, das ist ein böser Mensch oder ein schlechter Mensch. Nein, nein, schau mal, tu nicht. Also, verstehst du, wir haben alle Bücher in uns drin, das ist schon von Gott gegeben. Warte. Ja, von dem, ich glaube 100 Prozent, guck mal, ich glaube nicht an Gott, ich weiß, dass es Gott gibt. Aber an die Bücher glaube ich nicht. Aber du hast Sehnsucht in deinem Herzen nach Gott, ne? Nein, habe ich nicht mehr, ich weiß doch, ich kann doch ohne Buch zu Gott beten. Ich kann doch ein Gespräch mit Gott führen, ich brauche doch kein Buch dafür. Ich will jedem hier drin sagen, liest alle Bücher, liest, habt keine Angst vor Gott, weil es gibt ihn. Liest alle Bücher, prüft alle. Ich muss doch nicht Gizia bezahlen, ich muss doch nicht Steuern bezahlen. Messianisch, Messianisch, schau mal, bitte respektiert das. Darf ich noch kurz kurz sprechen? Warte, warte, ganz kurz bitte, das ist sehr, sehr wichtig. Nein, 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 ich will das kurz sprechen, weil ich muss, ich muss gleich drauf, ne? Schau mal, bitte nicht missionieren, du kannst gerne deine Meinung sagen, Carlo, das ist sein Stream, hier ist Thema Islam, den Islam zu kritisieren, bitte nicht missionieren. Ich zum Beispiel, ich bin ungläubig, ich bin ungläubig, ich bin glücklich so, und wenn du jetzt behauptest, jeder, der gottlos ist, unglücklich zu sein und bla bla bla, diese Geschichte, bitte versuchst du, ja? Mann, so was, ich würde niemals missionieren, wir haben nur zwei Punkte, ich bin ja zugekommen wegen zwei Punkte, weil das Thema war, die Abtrünnung deswegen, aber ich würde niemals sagen, Jesus oder irgendeiner... Ich kenne dich, ich kenne dich, deswegen, deine Einstellung, du als Christ, ich bin total in Ordnung und, wie gesagt, ich akzeptiere deine Einstellung. Gegen dich habe ich absolut gar nichts. Genau, was für ein Thema wir haben, da komme ich hoch, da wird immer ein paar Punkte gesprochen, das war's. Andere Sachen muss man nicht viel reden. Das ist ja nur noch. Also, wir wollen dir jetzt schon wieder aus der Bibel erzählen. Und das habe ich bei dir, Jakobus, das war ich bei dir. Weißt du, Bibel, alles, das kennen wir schon alles. Guck mal, du musst doch am Anfang anfangen, Alte Testament, da ist ja Gottes im Endeffekt, ist ja der Rassist. Der will ein Volk aus und der Rest kann spazieren gehen. Verstehst du das, ich meine? Warte, warte, warte. Und dann kannst du nicht mal konvertieren noch zu denen, noch dazu kannst du nicht mal zu denen konvertieren. Nee, bitte, bitte, warte, lass mich doch nicht ausdrücken, ich gehe gleich raus. Ich gehe gleich raus. Aber Toni, du wirst niemals hören, dass es irgendeiner leugnet und sagt, es ist falsch übersetzt, es ist anders. Ja, das ist kein Problem, das sage ich auch nicht. Sage ich nicht. Alles gut, dann bleib bei diesem Glauben. Leider bleib dabei, aber hört auf, dann die Leute noch nicht zu nerven. Leute, Leute, ich will hier keine Debatte zwischen Ungläubiger und Christen, bitte. Nein, nein, alles gut, ist doch keine Debatte. Aber wenn du Christen hochholst, die dann von der Bibel erzählen, dann bleibt ja nichts anderes übrig. Ich nehme dich. Tonni, ich nehme jeder hoch, wirklich, ich nehme jeder hoch. Ja, ja, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Respekt nehme ich dir hoch, wirklich. Wirklich, ich nehme jeder hoch. Alles gut, alles gut. Aber ich will auch, ja, ich räume auch gleich wieder auf, ne, auf zwei, dann kommt der eine und kommen die alle wieder hoch. Kannst du, kannst du auch aufs christliche Stream, dann höre ich mir die Bibel an und alles ist in Ordnung. Aber das ist ein anderer Stream jetzt gerade hier. Majnun, Majnun, Majnun ist alles deine Schuld. Majnun, ist alles deine Schuld. Majnun, guck mal, du. Ost, Ost, darf ich nur kurz was sagen, Ost? Bitte. Ja, klar, ja, klar, gerne. Danke schön. Ich wollte nur sagen, liest alle Bücher, lass mal, und dann lasst die Bücher beiseite, ne? Und einfach von Herzen ein Gebet zu Gott. Versteht ihr? Weil, wenn es Gott gibt, wenn es ihn wirklich gibt. Gott gibt es, mein Freund. Und er Liebe ist. Und er gibt kein Gott. Nicht bei mir. Dann wird er dich Tag für Tag. Es gibt kein Gott, mein Lieber, aber okay. Ja, das behauptest du. Doch, gibt es. Doch, ich bin überzeugt. Okay, dann sind wir doch eine Meinung. Ihr glaubt an Gott, du kannst dein Glauben behalten. Ich glaube nicht an Gott. Und die Bücher haben wir gelesen. Sprich, ich habe die Bücher gelesen. Für mich sind das nur Märchen. Aber ich respektiere es. Ganz einfach. Also, ne? Und ich finde es auch okay, wenn du zum Beispiel auch unsere Ansicht respektierst. So wie Jakobus zum Beispiel. Ich denke, man muss zuerst zuerst zu Gott gehen. Ne, man muss gar nicht. Von Herzen. Von Herzen. Wirklich von Herzen. Und danach kannst du es suchen. Aber Messianisch ist doch jedem selber überlassen. Jedem Einzelnen selber überlassen. Genau. Aber es wird viel über Islam gehört. Die Chance zu predigen. Merkst du das? Der hört nicht auf. Der hört nicht auf. Der ist wie ein Trance. Der ist wie ein Trance. Der hört nicht auf. Der Buddhist sagt auch, sein Gott ist richtig. Der Hinduist sagt, sein Gott ist richtig. Der Sunni sagt, sein Gott ist richtig. Jeder sagt doch von sich. Ja, und ich sage, such. Ja, und du sagst, dass du auf der richtigen Spur bist. Alle sind falsch. Nein, ich sage, such. Such. Probier es aus. Gott sagt, probiert mich aus. Es gibt ja nur einen Kopf. Bro, Gott hat dir schon dieses alles in dir gegeben. Du brauchst da gar nichts zu suchen. Aber Toni, das ist doch jetzt eine sinnlose Diskussion. Ja, aber der hört ja nicht auf. Was soll ich sagen? Wenn der Zuhörer jetzt nicht schweigt, dann geht das. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Stammisch. Hallo, Bruder. Ich bin sehr selten bei dir und komme gar nicht zu Worte. Du bist Doktor. Du hast den Doktor genommen vom Murtat. Und ich mag es nicht, wenn einer hochkommt und eine Light-Version erzählt, egal von welchem Glauben. Wenn die erzählen, dann sollen sie die Wahrheit erzählen und Punkt aus Ende. Und so ist das. Richtig und wichtig. Jeder will irgendwelchen Menschen die Religion versüßen, irgendwas erzählen, wo nicht der Wahrheit entspricht. Hauptsache, die schwätzen da jetzt irgendein Glaubensbekenntnis aus. Und die Leute kommen nach drei Jahren dann auf die Idee und sagen, was steht denn da alles drin? Und dann geht es im Imam. Das ist nicht so gemeint. Das ist falsch übersetzt. Wir haben einen Kadhi, wir haben einen Richter, wir haben das. Das ist nicht so einfach. Wir haben es doch gesehen, was die IA gemacht hat. Wir haben Menschen geschlachtet und gekocht. Tiktok-sportlich. Gekocht. Wir haben auf hier den Islam so hinzumachen, Mann. Ich bin Realist. Wenn das Alte Testament solche Schriften hat, ich habe noch keinen Christen gesehen, der das leugnet. Die sagen, ja, das war damals so, das ist die Geschichte, aber ist aber kein Rezept dafür. Aber in anderen Büchern ist eine Handhabung, eine Betriebsanleitung für den Mensch. Und da ist ganz klar befohlen, das musst du machen. Ja, jetzt gingst du es reingekommen. Der Stärkste von denen ist reingekommen. Der hat es vorbei. Wer ist denn da? Jakobus oder was? Du, nicht? Die anderen können alle gar nicht babbeln. Die anderen können alle gar nicht babbeln. Die anderen können alle schwer mit denen. Die anderen haben 72 Stunden nicht geschlafen. Die anderen, keine Ahnung, Alter. Philosophieren. Tolle, ich liebe dich. Das ist das Einzige, du bist, mit Beweisen kommst du. Guck mal, ich will niemanden angreifen. Weißt du, jeder soll er glauben. Wie der Dings sagt, wenn jemand an eine Zigaretten-Schachtel glauben will, dann glaubt auch da dran. Wie gesagt, soll jeder glauben, was er will. Ich sage, ich habe für mich selber gesucht, gemacht, getan. Und ich habe überall geguckt. Ich bin ein kritischer Mensch. Und wenn ich sehe, dass du Geld bezahlen musst. Geld bezahlen musst, um in einer Religion zu bleiben. Oder jemandem Macht geben muss. Ein Menschen über dich. Es kommt das nicht von Gott. Tony, Tony, alles gut. Dann kommt das nicht von Gott. Hier gibt es Leute, die werden den ganzen Tag als Lügner betitelt, obwohl sie sich damit beschäftigt haben. Ich glaube nicht, dass ein Paco, ein Sicario, eine ohne Gott oder Carlo freiwillig in die Hölle gehen, weil sie in TikTok Lügen verbreiten. Ja, gut, die Hölle. Guck mal, wenn du das Buch nicht aufschlägst, wenn du das Buch nicht aufschlägst, gibt es keine Hölle. Gibt es auch keine Sünde. Gibt es auch, wenn du mit der Frau was hast, dann ist es auch keine Sünde, wenn du, solange das Buch, egal welches Buch, du nicht aufschlägst. Eine Jardia, eine Jardia, eine Sklavin im Islam. Ja, jetzt kommen wir mit, ist doch kein Sunni oben. Warte doch, bis einer kommt und dann fangen wir diese Jardia-Maria-Geschichten an. Ich glaube ja sowieso nicht daran. Keiner hier oben glaubt daran. Ich sage, du verschwendest Sauerstoff, mein Freund, gerade unnötig. Tony, mal lieber, ich sage, jeder soll glauben wirklich an was er glaubt. Ja, ja, ja. Solange du niemandem was tust, solange du niemandem wehtus mit deinem Glauben oder auf die Eier gehst, glaub an was du willst. Du brauchst dich einfach. Belaub an was du willst, so lange du mich nicht wehtus und ich dich auch nicht. Ja, wir können es mal noch verhalten und wichtig ist, wenn man redet, oder, dann sollte man immer Fakten zeigen. Ich mag es, wie der Bruder, Radio, die München, der Hadith, ob das jetzt Fakt ist, oder ob da vom Bibel oder vom Koran. Das ist das Thema, 100% mit Spanien. Nicht einfach gehen, das ist ja, oder das mag ich nicht, weil ich mag immer Beweise. Beweis, da kannst du dich sprechen, einfach so bereit zu sprechen. Tony, da sind wir schon raus. Und ich habe eine andere Frage. Wenn du weißt, mir ist es verboten, dich als Freund zu nehmen, ja, du weißt, ich darf dich nicht als Freund nehmen, aus irgendwelchen Gründen, religiösen Eltern, keine Ahnung. Ich darf dich als Freund nehmen und ich mag die Spaltung, ich darf es nicht. Und dann komme ich hinter der Rücken und will dir irgendwas vorspielen, dass ich dein Freund bin, aber im tiefsten Inneren weißt du, dass du nicht mein Freund bist. Würdest du mich als Freund akzeptieren? 100%! Aber das steht in allen Büchern drin. Nein, das steht nicht in allen Büchern drin. Ja, aber du sollst dir natürlich nicht die Andersgläubigen zu Freund nehmen. Du sollst sie nicht bekämpfen bei den anderen Büchern, aber du sollst sie nicht zu Freund nehmen. Das liest du überall raus. Bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Im neuen Bund ist die Nächstenliebe für alle. Ja, aber der neue Bund hat doch das alte Bund nicht aufgehoben. Aber der alte Bund kommt auch überall raus. Bro, guck mal, das Problem ist, sorry, guck mal, guck mal, weißt du, das ist dann Doppelmoral, wenn ich dann irgendwo wieder Verse rausgreife, wenn ich sie brauche. Und wenn ich sie brauche, sage ich, ich nehme nur den neuen Bund. Nein, wir haben ja einen Vers, das steht... Ich will jetzt nicht kritisieren, das geht ja auch nicht gerade um Bibel. Ich lege es doch zur Schrift, da steht, wir haben einen Vers, da steht, liebe eure Feinde, bitte für sie, die euch vertrieben haben. Es ist mir egal, es ist mir egal, es ist mir egal, welcher Paradies es gibt, ich gehe Kacar da rein. Ich gehe Kacar da rein. Warte mal. Ey, Toni, jetzt mach mal, hey, Galo, jetzt mach ich einen Winst. Nein, guck mal, guck mal, ganz kurz, weißt du, was mich... Jetzt war ja ein Witz, das hat mir halt so ein Typ gesagt. Der hat gesagt, ich gehe freiwillig in die Hölle, dort sind die schönsten Frauen. Wenn die Theologen reinkommen, dann kommst du nicht zu Wort, keine Chance. Dr. Murtad, bist du Abol-Putin? Ja, ja, das ist auch kein... Das war von Alimor. Der ist zum Abol-Putin zum Doktor geworden, Dr. Murtad geworden. Ich habe studiert, ich habe den Doktor-Titel bekommen. Entschuldigung kurz, das ist der Kusik von Alimor, ist das. Carlo, mach dich mal größer, damit die Leute dich auch besser da liken können, auf deinem kleinen Fleck hier. Ja, wie denn hier, wenn hier neun Leute, welcher Mann traut sich hier hoch zu gehen? Nein, mach dich doch mal größer, damit die dich besser liken können von da unten. Ja, wenn er nur sagt hallo, wenn er nur sagt hallo, der ist pleite. Wer traut sich, ich soll sogar nicht mal ein Handicap drauf sein. Guck mal, mach dich mal groß. Hier, Carlo, Carlo, Carlo. Wir waren schon alle als Teenager und alles immer noch Schwimmbad und so hin. Ich habe da noch keine Frau vergewaltigt im Schwimmbad, TikTok-sportlich. Verstehe ich? Nein, nein. Servus aber auch. Noch nicht. Also noch nicht. Also noch nicht. Tony. Tony. Moment kurz. Tony, komm mit Quelle. Habt ihr das jetzt aufgezeichnet? Oh je. Ich komme mit Quelle, Tony. Schau mal, ich habe bis jetzt noch nie irgendwas sexuelles im Schwimmbad. Ich wollte nur schwimmen gehen, Sonnen gehen, das war es aber auch. Warte. Entschuldigung. Also ich habe gehört. Entschuldigung. Noch eine. Sogar eine Sauna. Hallo, alle kommen runter, Carlo, bitte. Lasst doch mal die Männer von mir gehen. Dass ich jetzt Sünde begehe, wenn ich ins Schwimmbad gehe. Was machst du da? Weißt du, dass ich jetzt Sünde begehe, wenn ich ins Schwimmbad gehe oder in die Sauna gehe, das ist schon sehr fraglich, ne? Warte, Carlo, wollen wir was sagen? Ja, Carlo, bitte schön. Du darfst. Bei allem Respekt, ne? Ich mache Obsti am besten. Obsti? So geil, wie du seinen Namen aussprichst, Obsti. Ich will nicht wissen, was diese ganzen Prediger auf TikTok privat für Filmchen gucken auf ihren Handys. Das will ich gar nicht wissen. Was nicht, aber ehrlich, ich habe das letzte, ich weiß nicht, ob Eddie im Live ist. Eddie, ich stelle gerne diese Frau, diese Kopftuch mit der Lederhose. Ich weiß nicht, Carlo, hast du dieses Bild auch? Ich weiß nicht. Da kommen die halt Moslems hoch und reden darüber, dass es schlecht ist, so ein Bild dahin zu stellen. Da frage ich mich aber dann, wo gehen die Augen dann tatsächlich hin? Ich denke, ein richtiger Muslim müsste eigentlich nur nach Boden gucken, beziehungsweise gar nicht mal Frauen an die Klamotten oder an die Haaren oder sonst was, sondern einfach mal runter gucken. Die kommen alle stolz hoch. Das ist scheiße, was ihr dahin gestellt habt. Die Frau ist einfach unpassend angezogen. Ich verstehe es nicht. Wir haben Jahr 2024. Warum könnt ihr einfach nicht leben, leben lassen? Und hört auf, Leute an irgendwas zu richten oder zu belehren. Die arbeiten immer mit Angst. Alle Seiten arbeiten mit Angst. Du verbrennst der Hölle, du kriegst das ewige Leben nicht, der andere kriegt mit allem ins Gesicht. Ich habe einfach mal die Frage gestellt. Wie soll ich meine Tochter das lesen lassen? Oh, Hölle. Ich will doch gar nicht, dass ihr Angst habt. Vielleicht kann es ja. Vielleicht kann es ja irgendjemand erklären. Ja, falls ein Moslem hier drin ist. Ja, wir sind ja alles, wir werden ja immer geprüft, immer geprüft und geprüft und geprüft und geprüft. Sag mir eins, egal, egal jetzt in welcher Religion, egal in welcher Religionsrichtung, wenn ein 40-Jährige, eine 9-Jährige vergewaltigt. Ja, gut. Wer, wer, wer... Jetzt fängst du wieder mit Sonnen an. Warte. Nein, nein, nein. Ich glaube nicht mal, dass Aisha Aisha war. Nein, nein. Ich habe euch doch gesagt, egal welche Religion, ich wollte gerade, guck mal, ich will hinaus. Wer wird hier dann geprüft? Wird dieses 9-jähriges Mädchen geprüft oder wird dieser 40-jährige Mann geprüft? Nein, 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 nein. Vergiss das, vergiss das. Was hat denn Adam gemacht? Der hat nur rumgestanden mit Händen in der Tasche. Der Shetan hat doch mit Gott kommuniziert. Der hat doch gar nichts gemacht, der Arme. Wieso hat er Prüfung gekriegt? Wegen Shetan. Das ist doch dann, wenn du so siehst, ist das doch die Prüfung von Shetan. Der hat doch gar nichts gemacht, der Arme. Der wurde in eine Falle reingeloggt. Der wurde in eine Falle reingeloggt, verschiss das mal. Ja. Tony, der hat dann ab und zinkredig gegessen. Ja. Zinkredig war das. Nein, der ist doch sowieso schon Schwacherschaften. Der Schwacherschaften wurde in eine Falle reingeloggt und hat Fehler gemacht. Tony, wenn jemand eine plausibel Antwort geben kann, ich würde anfangen, jeden Tag wieder fünfmal zu beten. Bitteschön. Natürlich. Wird doch jeder. Majnun. Majnun. Ich stelle mir so ein Bild vor. Wir alle, es fehlt nur Eddie und noch zwei Leute, die ich kenne, die aus dem Islam treten oder was wir gegen Islam machen. Und wir machen so eine Grill-Party und dann warte, warte, dann machen wir eine Grill-Party und dann kommen Leute vom Handy und machen die einfach alle unsere Nackentherapie. Ja, aber guck mal, ey. Dann haben die uns alle los, wirklich, warte, 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 dann haben die uns alle los, wirklich, wirklich, dann siehst du drei Monate später, TikTok ist alles Muslim. sûr, kein Moslem mehr zu gravitieren. Kalo, Kalo. Kalo, 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 Kalo. Kann kein Moslem mit Transport und über verstärken uns? Kalo, Kalo, wenn wir alle Nackentherapiert worden sind, dann jagen die alle erstmal erstmal... Dann jagen die alle, dann jagen die Menschen, die, dann jagen die, Ahmadiyya, das wird doch niemand aufhören. G spool, langsam, kommentiert zu, wie es zu ihr ist. Habt ihr dieses Bild gesehen? Toni, kannst du dieses Bild? Der letzte Muslim? Habt ihr dieses Bild von dem letzten Muslim gesehen? Habt ihr das Bild von dem letzten Muslim gesehen? Der hat so ein Schwert in seinem Fuß und ein Schwert in seiner Hand. Also der letzte Muslim auf der Erde. Der hat alle getötet. Er hat keinen, niemanden. Er bekämpft sich gegen sich selber. Bruder, danach kommen die vier Rechtsschulen. Wenn alles weg ist, danach kommen die vier Rechtsschulen. Dann wird es erst mal gesucht. Jungs, eine Frage. Eine Frage. Wenn jetzt hier in Deutschland langsam und langsam Scharia eingeführt wird und Deutschland wird dann sich ändern müssen, der Name muss sich geändert werden. Das heißt, nicht mehr Bundesrepublik Deutschland, sondern Islamische Republik Deutschland. Kalle, wo müssen wir dann verbannt werden? Es gibt einen Ausweg. Es gibt nur einen Ausweg. Das ist dann Murafep. Leute, ich empfehle euch eine Empfehlung von mir. Wir treffen uns alle, machen wir so schönes Worte und schreiben hier oben, Hezbel Murtadim. Ich sage, ey, wenn die sagen, warum bist du so, sage ich, Alimo hat mich so gemacht. Ich schicke die Zahl, Imo. Männer, ich verabschiede mich. Du musst euch doch auch neuen Namen aussehen. Irgendwie Obstdäck gibt es gar nicht mehr. Der Obstdäck. Tschüss. Ja, guck mal, wo ist es, was ich umbenenne? Ey, die Dings. Lara, gibts nicht mehr. Also musst du dann halt irgendwie Fatima heißen. Kallo, ganz kurz, ganz kurz. Warte mal, ganz kurz. Leute, warte mal. Carlo, wie werde ich denn enden, Carlo? Wir teilen dich durch die Mitte. Guck mal, eine Frage. Wie viele Muslime gibt es weltweit? Ich kann mir nochmal jetzt genaue Zahl sagen. Ich glaube zwei. Ach, nicht mal. Das ist alles eine Anregel. 1,5, höchstens. Höchstens 1,5. 1,5. Wie viele Einwohner hat Indien? Genau so viel. Wie 1,4, glaube ich. 1,4 Milliarden? Oder wie viele Einwohner? Ich glaube, die haben... Ja, 1,2, 4, 5, irgendwas. Nein, nein, die haben jetzt aktuell sogar China überholt. Ja, ja. Die haben aktuell China überholt. Warum ich das jetzt anspreche, ist einfach, lern mal von dem Inder. Lern mal von dem Inder. 1,5 Milliarden Menschen. Jede Einzelne an dem kann an irgendwas glauben, was er möchte. Ohne in sogar eigene Familie. Guck mal, eine 5-köpfige Familie. Sofort eine 5-köpfige Familie. Der eine darf an Affe glauben, der andere darf an Kuh glauben. Es ist kein Scherz. Es ist nicht witzig. Ja, 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 aber bro, bro. Die werden genauso verarscht mit diesem Kastensystem. Da ist nur Macht und Geld. Da ist nur Macht und Geld dahinter. Überall. Ich habe sie alle untersucht. Ich habe sie alle untersucht. Ich habe es die ganze Religion untersucht. Da geht es um Gold, Macht, Geld. Entweder musst du ein Fünftel vom Kriegsbeutel abgeben. 20% was wir haben, 20% oder der Prophet. Es ging jetzt darum, es ging um ein Prinzip, dass die Leute einfach miteinander leben, ohne irgendjemand anderen drohen zu müssen. Ja, natürlich, natürlich. Aber du bist trotzdem, du bist vom Staat, du bist dann, du bist doch, du bist schon immer, schon immer wirst du von den Priestern, hast du diese Repressalien. Nein, 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 ich wollte das ansprechen, apropos Macht und Geld. So, der Saatik will, möchte nach oben. So, verkaufen einfach unseren Platz. Wir machen Geschäfte. Hallo, ich geh gleich runter, ich geh gleich runter, aber ich würde nur eins sagen, guck mal, der Schöpfer, ja, ich glaube 100% an einen Schöpfer, der alles erschaffen hat, kann jeder denken, wie er will, weißt du, an Gott glaube ich, ja, aber die Bücher glaube ich nicht, glaube ich nicht mehr, viel zu viele Fehler gefunden, das kann nicht sein. Und dieser, dieser Schöpfer, der alles erschaffen hat, für den sind wir nicht mal eine Ameise, sind wir nicht mal ein Atom, wir sind kleiner als ein Atom und der kommt dann und schreibt dann, ja, gib dem Kaiser, was das Kaiser ist, gib dem anderen 20% der Beute, ich bitte dich also, verstehst du, das passt nicht in ein normales Gehirn, passt das nicht rein. Tony, ganz einfache Geschichte, der liebe Gott, ich habe die Menschen und verlangt von nennen, dass er verkürtet wird und das ist schon einfach wieder unlogisch. Er ist so unabhängig von allem, ich wünsche euch alle ein friedliches Leben, bis zum nächsten Live, vielleicht richtig kann er wieder, Jungs, Leute, ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr, Er ist so unabhängig von allem, was braucht unser Gebet tägliche, egal welche Religion. Wartet Leute, Leute, wartet. Sadiq, du musst diese bezahlen, bitte. Erst bezahlen. Ja, wo kann ich überweisen? Überall. Bei mir, bei mir, ich bin die Vertrauenswürdige. Geht das auch in TikTok-Coins? Bei mir alles in meine Tasche geht. Guck mal, guck mal. Geht das auch mit TikTok-Coins oder mit Rosen? Die einzige Rolle hier, alles bei mir. Hier, dieser 2,5% Sekad ist sowieso gelogen. Du musst den Überschuss abgeben. Das heißt, egal was du über hast, musst du abgeben. Das heißt, Abul Barra ist Milliardär. Die sind alle Milliardäre. Toni, du hast es gerade eben zu ernst genommen. Warte mal, Sadiq. Also bei mir, nebenbei so. Alles klar. Also ich schicke das dann einfach im anderen live, weil ich habe jetzt gerade keine Coins übrig. Ach so, okay, alles klar. Mach mal so. Was, was, was? Wenn du nicht bezahlen kannst, musst du halt nur runter machen. Das musst du in Nackentherapie. Oh mein Gott, ey. Der hat doch 3 Tage Zeit zu bezahlen, oder nicht? Ach so, na perfekt. Dann habe ich ja ein bisschen. Ja, richtig, richtig. Eben, 3 Tage. Ja, also ich höre euch ein bisschen zu. Natürlich halt, ne. So eine typische Einleitung. Womum redet ihr eigentlich hier? Und was, was macht ihr eigentlich? Einen Scherz. Ich habe ihr auch ein bisschen zugehört. Klar, ich, also, guck mal, ich sage euch so, ne. Ich habe teilweise sehr, sehr gute Gespräche geführt mit Menschen, die ja agnostisch sind, oder an Gott, irgendwie nicht an Gott glauben, aus welchen Gründen auch immer. Eure Gründe, die ihr nennt. Oh, ich hoffe, man hört mich noch gut. Eure Gründe, die ihr nennt. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, laut diesem Verständnis kann ich A, erstens verstehen, warum bestimmte Menschen nicht an Gott glauben. Und B, an so einen Gott würde ich selbstverständlich auch nicht glauben. Deswegen, diese Argumente sind teilweise gar nicht so schlecht. Und ich finde, die Religionen, vor allen Dingen das Christentum und der Islam, bieten wenig plausible Antworten. Ja. Deswegen war das für mich auch nie eine Option gewesen, mir den Islam näher anzuschauen. Oder das Christentum näher anzuschauen. Weil ich finde, sie sind so optionslos und bieten unbefriedigte Antworten auf essentielle religiöse Fragen. Wie du zum Beispiel gestellt hast am Anfang, ich weiß nicht, wer das gefragt hat, völlig, also eine völlig berechtigte Frage, die bei uns sehr viel diskutiert wird und wo es wirklich sehr, sehr gute Antworten, interessante Antworten gibt, ist die Frage halt, ihr hattet von Adam gesprochen, ja, der dann irgendwie mit der Attel-Geschichte... Ich hab's gesagt. Ja, ja, genau. Ist auch eine völlig berechtigte Kritik, ja, dass ein Gott, der angeblich perfekt ist, erschafft irgendwie einen Menschen mit einem anderen Menschen und dann passiert irgendwas Schlimmes, wo eine Schlange kommt, etc., pipapo. Und ich finde, wie gesagt, die Antworten, erstens meiner Meinung, das ist nur meine Meinung, ich bin kein Islamkritiker. Ich sage nur, meiner Meinung nach, der Koran hat es ziemlich schlecht wiedergegeben, also der hat das ja aus dem Judentum genommen. Aber dieser Glaube, das war gestern bei euch, ich weiß nicht, ob bei euch im Stream war oder woanders, diese Vergötterung beziehungsweise, dass die Schlange in sehr vielen Kulturen eine besondere Rolle spielt, in der indischen Kultur, bei den Azteken und bei den Mayas war die Schlange eine besondere Rolle, bei, also in der griechischen Mythologie, bei Apollo spielt die Schlange eine besondere Rolle und auch im Judentum spielt die Schlange auch eine besondere Rolle. Darauf kann ich bei einem nochmal separat vielleicht ein bisschen näher drauf eingehen. Und wie gesagt, die ganze... Bei Islam auch? Ja, ist das so? Ehrlich? Ja, ist das so? Das wusste ich gar nicht. Nein. Was für eine Rolle spielt die Schlange im Islam? Die Schlange hat den Namen von Allah? Nein. Das stimmt. Man muss auch bei der Wahrheit bleiben, also man darf auch nicht übertreiben, also wirklich schätzen. Das stimmt gar nicht. Ein Apparat, der kommt... Ja, nur weil die Form so aussieht, muss man jetzt nicht interpretieren, also man muss auch bei der Wahrheit bleiben. Die machen das gleich... Guck mal... Ah, ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, was du meinst. Ja, die Form, wie es geschrieben wird, sieht aus wie eine Schlange, aber das hat nichts... Das kann man interpretieren, wenn man Lust hat, irgendetwas zu finden, also das... Man muss bei der Wahrheit auch bleiben. Was ist Wahrheit? Die Frage, was ist Wahrheit? Ja gut, wie gesagt, das wissen wir alle nicht, unser Denken reicht dafür gar nicht aus. So einfach, ganz ehrlich. Was soll ich mir den ganzen Tag den Kopf zerbrechen, wenn mein Denken dafür nicht ausreicht? Sicher, aber ich meine, wir zerbrechen uns ja den Kopf auch über viele andere Dinge, wie über das Universum, über die Sterne, über Wissenschaft. Ich meine, ist ja okay, über diese Dinge darf man ja durchaus nachdenken. Wo ich das so sehe, du hast tatsächlich recht, darüber habe ich... Ich habe es schon mal gehört, aber bei dem Bild sehe ich das wirklich nochmal sehr, sehr explizit. Sehr interessant. Wie dem auch sei, auch zu dem Thema Hölle. Ich habe eine Frage bezüglich der Schöpfungsgeschichte, darf ich? Äh, ja. Das musst du mich mal fragen. Das ist noch kurz... Glaubst du, also wie sieht die Schöpfungsgeschichte bei euch aus? Bei euch gibt es auch Adam und Eva. Das ist auch noch so ähnlich wie beim Christentum. Fast dasselbe. Ja. Nein, überhaupt nicht dasselbe. Das Ding ist jetzt auch... Selbst... 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 Also... Entschuldigung, ich wollte mich... Entschuldigung, ich wollte mich kurz verabschieden. Danke Carlo, ich gehe kurz was essen. Jetzt ist ich da, ich muss meinen Fassen brechen. Paco! Paco! Bevor du gehst! Du lachst, aber ich... 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 Drei Lautsprecher, ja. Niemals! Paco! 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 Ich brauche die Unterhause von meinem Freund hier! Bis später dann Paco! Bye-bye! Tschüss! 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 Ich konnte mich nicht unterdrücken. Das ist krass. Also bezüglich Schöpfungsgeschichte im Jugendturm. Rambam hat gesagt, wer... Ich sage euch nur... Aber wir haben erstmal ein riesengroßes... Eine riesengroße Sammlung von Überlieferungen, von mündlichen Überlieferungen. Äh... Viele wissen nicht, dass die Tora selber eine mündliche Überlieferung... Die selber, die schriftliche Tora, auf die sich Christen beziehen und die mündliche Überlieferung der Juden verwerfen halt, ja. Auch die Tora ist eine mündliche Überlieferung, die erst... Die erst 40 Jahre später... Äh... Nach... 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 Nach Matan-Torah... Also nach dem Empfang der Tora am Bexinai niedergeschrieben wurde. Alles ist eine mündliche Überlieferung halt, ja. Und wir haben wesentlich mehr als nur... Als nur die Tora... Als... Als... Als das, was... Äh... Was wir... Was wir von der Welt verstehen, was wir... Was wir von den Persönlichkeiten verstehen, die... Die in der Tora erwähnt haben. Aber bezüglich der Schöpfungsgeschichte... Guck mal, ich kann... Ich... Ich kann darüber... Ich kann das nicht in einem Satz erklären. Das ist ein Thema, wirklich für stundenlange erzählen und Aspekte zeigen. Was ist hier gemeint? Was ist das hebräische Wort da gemeint? Wenn du gestern kurz in meinem Live gewesen wärst, wo ich drin war, habe ich über die ersten drei Worte gesprochen in der Tora. Also Bereshit Baralokim. Und selbst darüber habe ich wirklich, ich glaube, 20 Minuten geredet. Und darüber habe ich wirklich noch stundenlang reden können. Weil es da sehr viel Interessantes zu sagen gibt. Aber ich sage euch eine Sache so. Ich erzähle es so kurz. Dass... Ich zitiere Rambam, der sagt, wer eins der Worte verleugnet... Also der ist... Ich zitiere ihn, ja. Der ist ein Heretiker. Aber wer eins dieser Worte wörtlich nimmt, der ist ein Idiot. Ja? Das heißt... Und das ist das Problem, dass viele Leute lesen es. Lesen es in der deutschen Fassung. Ich kann euch einfach nur sagen, du kannst... Das Deutsche ist tatsächlich... Und ich kann euch auch Beispiele machen... Immer eine Interpretation. Nimm allein die Wörter, wenn du sagst... ...sachar venekeva. Es geht nicht um männlich und weiblich. Sondern hier geht es um etwas Erinnerndes. Sehr interessant. Und etwas, was eine Einhöhlung hat. Was natürlich auch irgendwo... Die gerade bei der Einhöhlung so ein bisschen auch die Frau beschreibt. Ja. Das war nur... Ganz kurz, ganz kurz. Lass mal raten. Hebräisch kann man nicht übersetzen, ne? Das kennen wir schon. Nein. Das kennen wir von woanders. Soll ich denn andere... Soll ich denn andere... Soll ich denn andere Beispiel... Ich... Ich könnte ein Beispiel machen. Das Wort... Das Hebräische Wort... Das Hebräische Wort... Das haben wir von Menschen gemacht, Bro. Es gab kein... Es gab kein... Es gab kein Moses, der das Meer gespalten hat. Der hat ein Volk gespalten. Die haben mit... Auf Nacken von... Von Gott haben sie einfach Gesetze gemacht. Fertig aus. Und Menschen gespalten, um zu regieren. Wenn du Menschen gespaltenst, kannst du nicht regieren. Das ist mir auch schon klar. Das waren intelligente Menschen, die das gemacht haben. Ja. Schon seit tausenden Jahren. Vorm Judentum wurde das schon gemacht. Da waren es diese Voodoo-Priester. Die haben ihre Opfergaben genommen, Gold genommen, dies, das. Die haben schon immer die Leute abgezockt. Toni, das ist deine Meinung, die darfst du gerne haben. Ich vertrete diese Meinung nicht. Natürlich. Ich vertrete diese Meinung. Das Konflikt in Israel wird es gar nicht geben, wenn es nicht Juden werden und Muslime werden. Ja. Das wird es diesen Konflikt gar nicht geben. Nein, ich sehe das völlig anders. Ich denke, wenn es den Konflikt in Israel und Israelis und Palästensern nicht geben würde, würde es einen anderen Konflikt geben. Weil Konflikte sind menschheitsbedingt. Menschen machen Konflikte. Ob es religiöse Konflikte oder andere Konflikte sind, wir sind dazu irgendwie so prädestiniert Konflikte zu erzeugen. Weil der Mensch, wie du schon richtig gesagt hast, es gibt Menschen, die regieren und es gibt Menschen, die regiert werden wollen. Und das siehst du allein. Guck dir allein Deutschland an. Alle suchen, guck mal, wer ist der deutsche Messias? Der deutsche Messias hat früher die AfD. Die werden doch erzogen. Die werden doch erzogen von diesen Menschen. Genau. Die Deutschen erwarten ihren Messias bei der AfD halt. Das heißt, die Menschen suchen einen Regierenden und wollen regiert werden. Da gebe ich dir... Ja, weil du so erzogen wirst vom Kleinhauf. Das ist doch eine andere Taktik. Anders? Anders? Du bist doch so erzogen, dass du jemanden brauchst, der dich führt. Einen Schäfer. Das, was die Religionen dir geben. Einen Schäfer und du bist ein Schaf. Aber weißt du... Du sollst seine eigene Familie spalten. Ja? Wie Noah hat seinen Sohn zurückgelassen. Er gehört nicht zu deiner Familie, weil er nicht an diese Gesetze glaubt. Ich bitte dich... Noah hat seinen Sohn gespalten? Was meinst du? Ja, er wollte zurückbleiben. Der Sohn wollte zurückbleiben, weil er nicht an diese Gesetze geglaubt hat. Welcher Story und welche Gesetze meinst du? Ja, mit Noah, mit der Arsche. Er ist doch sein Sohn zurückgeblieben. Laut welchem Glauben denn? Bei euch Juden ist das nicht so. Gibt es nicht Noah und so? Weiß schon nicht. Es gibt Noah, aber ich kenne nichts davon, dass er sein Sohn zurückgelassen hat. Ja, hat er seine Familie... Okay, bei euch ist der Sohn nicht zurückgeblieben. Nein, natürlich nicht. Die ganze Familie ist mitgekommen. Ja. Ja, warum steht diese ganze Geschichte bei Gilgamesch vor dem Judentum genau eins zu eins? Gar kein Problem, weil wir, weil wir, wie ich dir schon anfangs erwähnt habe, sind wir oder glauben wir daran, dass die Tora schon immer eine mündliche Überlieferung war und schon älter war, als nur 2600, 3600 Jahre, als sie empfangen wurde, sondern sie wurde... Wie im Islam. Wie im Islam. Ja. Ich weiß nicht, ob das wie im Islam ist, sondern nicht mehr wie im Islam. Okay, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Nur weil, nur weil jetzt hast du rausgefunden, dass dein Koran so voller Schwachsinn ist und jetzt, dass du sein Tor hattest du nicht in Frage oder was? Lass doch. Wenn es ist ja... Shalom, Shalom. Herzschuld. Guck mal, ich kann Religionskritik absolut nachvollziehen und ich kritisiere das selber. Auch wenn es bei mir Aspekte gibt, die ich nicht gut finde, kritisiere ich die auch. Guck mal, ich sag dir so und ich bin auch der Meinung von euch. Nimmst du Talmud an? 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 Selbstverständlich, glaube ich. Du bist vom auserwählten Volk, denkst du, du bist ein Auserwählter. Was heißt denn ein Auserwählter? Was heißt denn ein Auserwählter? Also wird von Gott auserwählt. Auserwählt für was? Ja, du stehst über den anderen Menschen. Nein. Bei Gott. Nein. Nichtだけ machen, bitte. Hallo, hallo. Was meinst du mit... Also das... Ja, das tut das so was besseres als andere Menschen. Dass die anderen Goyim sind. Absolut nicht. Ja, natürlich. Ja, da steht ja auch Goyim drin, dass andere Goyim sind. Die Ungläubigen. Goyim? Nein, aber Goy sind doch keine Ungläubigen, Mann. Selbst in unserem Gebet werden wir Goy Kadosh genannt. Die heiligen Goyim. Also die abgesonderten Goyim. Also das Goy ist keine Beleidigung. Es sei denn, jemand nimmt es als Beleidigung, klar. Goy ist keine Beleidigung. Aber Goy ist keine Beleidigung. Als Vieh bezeichnet zu werden, wenn das keine Beleidigung ist, dann... Schau mal. Ich habe gerade die Stelle, von der du sprichst, in meinem Talmud, wo Goyim als Vieh bezeichnet werden. Ich habe das tatsächlich gerade, also vor einer halben Stunde, mich darin nochmal belesen. Und das Problem ist, dass die Menschen überhaupt nicht verstehen, was der Talmud ist. Das hörst du ab und zu in diesem Stream. Da ist irgendein Christ und der redet über sein Neues Testament und der Talmud ist doof und die Juden schreiben nur Scheiße. Und dann geht es manchmal, gehst du ein islamisches Stream, weil sie halt ständig gemobbt werden von euch, über wegen den Hadithen. Und dann suchen sie sich Talmud-Zitate raus und sagen, ja, guck mal, die Juden sind auch nicht besser. Aber die meisten verstehen überhaupt gar nicht, was der Talmud überhaupt ist. Der Talmud ist kein... Was ist der Talmud? Also der Talmud ist kein Regelwerk. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt null. Lass ihn doch mal bitte erklären. Sag mal bitte, wie viele Talmud gibt es denn? Lass ihn doch mal ausprechen. Lass ihn doch mal ausprechen. Wie viele Talmud gibt es? Sag mal mal, was man geschrieben wird. Es gibt im Grunde... Wer das geschrieben hat. Genau, also der Talmud ist circa vor 1800, 1800 jahre beendet worden. Es war davor mündlich weitergegeben worden. Der Talmud ist auch im Grunde genommen kein Buch, sondern es ist eine mündliche... Ich würde sagen, überliefert es sich mal ein bisschen so Mystery an. Es ist eine mündliche Weitergabe von bestimmten Ideen und Diskussionen. Es war gar nicht das Ziel, es niederzuschreiben. Aber die Juden sahen sich gezwungen, nachdem sie ins Exil gegangen sind, diese Dinge aufzuschreiben, damit sie nicht in Vergessenheit geraten. Der Talmud ist auch kein Regelwerk, der bestimmt, wie wir leben sollen. Sondern der Talmud beinhaltet Ideen. Ideen über... Tatsächlich... Der Talmud enthält Witze. Der Talmud enthält Rezepte. Es ist eine philosophische Sache. Es ist eine philosophische Sache, oder? Was ist Philosophie? Okay, guck mal. Ich kenne den Talmud aus dem babylonischen Talmud, den Jerusalemer Talmud, oder? Gibt es zwei... Genau, es gibt Talmud Bavli, es gibt Talmud... Aber, nee, kurz, aber bitte beantworte meine Frage. Es hat nichts mit dem Horror zu tun. Es hat nichts mit dem Horror. Doch, hat es sehr. Du kannst dir auf Sefaria... Gibt es ein Diagramm... Schau, aber es ist nicht ein Teil der Tora. Aber Opus, du musst mich doch antworten lassen. Lass mich doch mal ganz gut. Du sagst mal einfach... Guck mal. So funktioniert doch kein Dialog. Du hast mich gefragt, ich antworte dir. Ja, warte. Ansonsten kann ich doch in einen anderen Streaming gehen und mich irgendwie über den Mund fahren lassen. Ich mag sowas nicht. Entweder wir reden gemeinsam, oder wir... Aber ich hab doch gar nicht ausgeredet. Obus, ich hab doch gar nicht ausgesprochen. Ja, ich lass... Toni hört auf, du fängst an. Ja, das ist... Ja, gut, aber er führt lange aus. Er führt lange aus. Aber was erwartest... Aber das ist... Leute, 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 das ist seine Religion. Er kann das erklären. Ich verstehe auch nicht diese Kritik lange auszuführen. Wo ist das Problem dann mal ausführen? Erwartest du auf eine tiefgreifende Frage in unserer Historie eine einfache Antwort? Ich meine, das ist doch nicht Sinn der Sache auf... Weißt du, Leute erwarten immer auf wirklich komplexe Themen eine einfache, direkte... Am besten noch auf eine Suggestivfrage noch eine einfache Antwort. So funktioniert das nicht, mein Freund. Es ist eine Frage, die eine etwas längere Ausführung bedarf. Weil da kam Jakobus etwas gefragt, dann kam Opus Dei etwas gefragt. Und natürlich versuche ich natürlich jedem gerecht zu werden und die Fragen entsprechend zu beantworten. Aber ich fasse es kurz. Natürlich gibt es... Natürlich ist der Talmud mit der Tora eng verknüpft. Du findest auf sefaria.com oder .de findest du ein Diagramm, das erstellt wurde über die Verknüpfungen zwischen dem Talmud und der Tora oder dem Tanach. Und das ist eine richtig... Das sieht aus wie ein Kunstwerk, weil man dort wirklich... Das sind Millionen von Verbindungen, weil der Talmud Bezug nimmt auf die Tora und versucht bestimmte Sachen zu erklären. Für Jakobus die Antwort kurz. Es gibt bestimmte Sachen in der Tora, die du ohne den Talmud nicht verstehen kannst. Es ist ausgeschlossen. Es ist geschrieben... Du müsstest vielleicht... Du kannst Aramäisch, falls du es verstanden hast. Dieses Gebot kannst du nicht verstehen, wenn du die Überlieferung ablehnst. Und dann feiert jeder Christ gegen die Wand, weil es keine Antwort dafür in der Tora selber gibt. Die Tora erklärt sich leider nicht selber, was oft behauptet wird. Zu der Frage, was der Talmud ist. Es gibt den Talmud Bavli, du hast recht, und es gibt den Talmud Jerusalmi. Was ist der Unterschied? Der Talmud Bavli wurde von Juden zusammengefasst, die in Babylon gelebt haben. Juden, die ins Babylon Exil vertrieben wurden und dort leben mussten, weggeführt wurden. Und dort gab es viele, viele Synagogen und Schulen, wo Juden gelernt haben. Und die Gesetze im Talmud Bavli sind die Gesetze, die primär das Leben von Juden im Exil beschreiben. Und dort, sagen wir, Juden im Exil gelebt haben. Deswegen findest du manchmal im Talmud Bavli kontroverse Verständnisse über das, was in Jerusalem passiert ist zu seiner Zeit. Und im Talmud Jerusalmi, über den es nicht so viele Manuskripte gibt, was auch nicht so dramatisch ist, sind eher Gesetze bzw. Geschichten, Gesetze, Erklärungen, Anekdoten, Midrashim. Also das heißt sowas wie Volksloren, die sich in Israel, also in Jerusalem selber abgespielt haben und das Leben innerhalb Jerusalems beschrieben haben. Also jetzt ganz, ganz grob zusammengefasst, was das ist. Der Talmud ist kein Regelwerk, der unser Leben bestimmt, sondern der Talmud ist ein, wenn du so möchtest, ein riesengroßes Lexikon, wo du alles Mögliche findest, von kuriosen Spinnereien zu interessanten Ideen, bis hin zu Witzen, bis hin zu Rezepten, bis hin zu Ideen über eine Thorastelle, bis hin zu... Also du findest dort alles Mögliche. Und er fängt manchmal auf einer Seite an, spricht ein Thema an, um die Meinung von jemandem zu zitieren, um auf der anderen Seite die Meinung wieder zu widerlegen. Warum wurde das gemacht? Weil es war eine mögliche Überlieferung und man hatte auch die nicht zu klugen Antworten oder die etwas kuriosen Antworten hatte man mit aufgenommen, weil man es auswendig gelernt hatte. Man hat Dialoge auswendig gelernt. Die Leute hatten heute, heute haben wir Entertainment. Wir gehen TikTok, wir gehen Netflix und entertainen uns. Für die Leute damals, für die Juden damals war der Talmud Entertainment. Die haben die Sache auswendig gelernt, haben es sich erzählt, haben darüber gelacht, haben darüber nachgedacht, etc. Pipapo, genau. Darf ich dich schon was fragen? Wer ist für dich Jesus? Wer Jesus für mich ist? Für mich ein missverstandener Jude, der vor 2000 Jahren höchstwahrscheinlich von den Römern gekreuzigt wurde. Und wie viele, also wie viele, laut Josephus Flavius, eine Viertelmillion Juden gekreuzigt wurden. Das heißt, es wäre gar kein so großes Tralala, wenn er auch gekreuzigt worden sei. Wie gesagt, das war eine gängige Praxis in Judäa, was man mit Juden gemacht hatte. Und er wurde gekreuzigt. Bitte? Irgendein Jude, der aus Versehen gekreuzigt wurde. Genau, der als Volksaufständler gekreuzigt wurde. Ja, genau. Später wurde es den Juden in die Schuhe geschoben, weil natürlich die erste Kirche die katholische Kirche war. Und es wäre ja ziemlich unklever, wenn die katholische Kirche sich selber in ein schlechtes Licht rücken würde und sich selber als quasi die Juden, also den Christusmörder bezeichnet hätten. Deswegen hat man dann quasi die Juden in die Schuhe geschoben und sich in den 60er Jahren hat sich die katholische Kirche offiziell davon distanziert und sich dafür entschuldigt, die Juden über knapp 2000 Jahre... Alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut, alles gut, Bro. Kennst du schon mal, ganz kurz, ganz kurz, letzte Frage, letzte Frage, letzte Frage bitte. Kennst du, hast du schon mal was von Romulus und seinem Bruder gehört? Remus und Romulus? Das ist doch die... Der hat Rom gegründet. Der hat Rom gegründet. Seine Mutter hat ihn wegen Verfolgung, hat ihn und seinem Bruder in einen Korb gelegt, ins Wasser, dann ist er weiter geschwommen und dann hat ihn ein Wolf rausgezogen und hat ihm dann Milch gegeben, bis er groß wurde und dann hat er Rom gegründet. Glaubst du daran? Also das ist ja offen, also ich glaube, die Römer sagen, das ist eine Mythologie ist halt, ne? Ja, aber glaubst du an diese Mythologie? Das ist so wahr? Keine Ahnung, ich glaube nicht, glaube ich nicht, ne, denke nicht. Ja, wieso glaubst du dann an Moses, dass er in den Korb gelegt worden ist, durch Wasser geschwommen ist und dann von den Ägyptern, Dings von dem Pharao, seiner Tochter oder was er sich aufgenommen wurde? Guck mal, ist das eine Suggestivfrage? Aber nein, an diese Mythologie glaubst du nicht, aber an diese Mythologie glaubst du? Genau, ganz genau. Ich habe mich für diese, weil ich mich dafür entschieden habe, wie ich selber Jude bin. Ich glaube an die Überlieferung meiner... Was hier passt? Aber das versteht sich, ich habe kein Problem. Gibt es einen Beweis, warte mal ganz kurz, gibt es einen Beweis, dass überhaupt Moses existiert hat überhaupt? Ja, für uns. Weil eigentlich normalerweise, wenn du sagst, okay, wenn du sagst, zum Beispiel ein Mensch existiert, der muss doch irgendwo nachwurschen. Also wenn die sagen, zum Beispiel Jesus existiert hat, dann haben wir auch gesehen, dass es nicht nur von den Christen da vorgesagt wurde. Da wurden auch griechische Gelehrten, die damals geschrieben haben, dass irgendein Jesus da existiert hat, weißt du? Ja, aber das war der jüdische Jesus. Der Jesus von der Bibel, den kannst du nur in den christlichen Büchern nachweisen. Ja, warte doch mal ganz kurz. Ja, ja, aber warte noch mal ganz kurz. Aber die Frage, die zweite Frage ist, wie kann diese normale Jude, der gekreuzigt ist, wie alle Juden, die da gekreuzigt sind damals, so eine große Populität hinter ihnen haben, dass sie so viele Juden den Judentum verlassen haben und ihn verfolgt haben, verstehst du? Und dass es so dermaßen expandiert, überall die ganze Welt. Obwohl, guck mal, wenn du jetzt zum Beispiel als Menschen vergleichst, zum Beispiel zu Jesus, zu Mohammed, also vergleichbarweise, Mohammed hat die Religion gezwungen, zum Beispiel mit Schwert hin und hier. Jesus und seine Anhänger, die wurden damals getötet, die wurden damals verfolgt. Also was hatten sie für einen Grund, sich an diese Religion zu hängen, wenn es das für sie nicht so wichtig wäre oder wenn die das nicht mitbekommen haben, dass irgendwas was da drin haben. Verstehst du? Also sie haben von dieser Religion nichts... Das waren viele Fragen in einem. Ja, ich meine, guck mal, die haben ja von dieser Religion nichts profitiert. Und trotz dessen sind viele Juden, viele Juden, haben ihn gefolgt. Verstehst du? Obwohl sie eigentlich verstoßen waren und hin und hier. Verstehst du? Also wie konnte denn das verbreiten, wenn das alles so falsch war? Wieso konnten die zum Beispiel, wieso konnten die Juden damals dann zulassen? Das ist die Frage. Darf ich kurz... Du bist also... Du identifierst dich als Christ richtig? Verstehst du das falsch oder richtig? Nein, ich bin Agnostiker. Ich bin Muslim eigentlich. Okay. Wesen. Okay. Guck mal, dieselbe Frage kannst du ja natürlich auch an den Islam stellen. Wie kann das sein, dass ein Mensch so eine große Religion erschaffen hat? Ja, ich habe dir doch gerade geantwortet, aber du hast ja fast... Ich habe dir geantwortet, aber du hast ja nicht zugehört. Ich habe dir gesagt, wenn du den vergleichst mit Mohammed... Mohammed hat seine Religion verbreitet mit Schwert. Verstehst du? Also der hat die Leute gezwungen zum Religion damals. Deswegen ist sie doch weitergekommen. Weil die Leute haben sich Angst, dass sie zurücktreten. Aber der andere, der wurde selber verfolgt und seine... Also seine Folger wurden selber verfolgt und selber umgebracht. Trotzdem haben sie sich an dieser Religion festgelegt. Obwohl sie jetzt nichts von dieser Religion... Guck mal. Ich erkläre dir anders. Guck mal. Die Muslime damals haben von Mohammed profitiert. Die waren überall Razwa. Die haben Geld bekommen. Die haben alles bekommen. Also es war für ihre Günsten. Auch wenn du kein Muslim warst, aber du wolltest zum Beispiel als Islam eintreten, da hast du einen Vorteil davon. Du hast viele Frauen. Du hattest Geld. Du hattest Gold. Du hattest alles gehabt. Der andere da, der von euch da gekommen ist. Der Jude zum Beispiel. Der hat den gar nicht gebeten. Also der hatte nichts Erdliches gebeten. Verstehst du? Im Gegenteil. Der ist da gekommen und die waren hinter ihnen hier. Obwohl sie wussten, sie profitieren nichts von ihnen. Trotzdem haben sie ihnen gefolgt. Obwohl sie alle umgebracht wurden zum Beispiel. den Löwen vorgeworfen sind. Und so trotzdem haben sie ihn verfolgt. Also da muss doch irgendwas sein dabei. Aber wieso haben sie ihn dann? Ja, ich kann dir antworten gerne. Die wurden den Löwen nicht vorgewerfen von Juden. Das musst du natürlich sehr schnell auch erwähnen. Nein, ich sage nicht von den Juden. Ich meine, du verstehst immer noch nicht die Frage. Also du musst deine Frage etwas kürzer formulieren. Irgendwann verliere ich den Faden. Du musst versuchen, das ein bisschen kürzer zu verpacken. Ja, weil du hast gesagt, der Islam ist auch so. Ich habe dir erklärt. Der Islam wurde mit ein... Du hast auch irgendwas, du redest hinter denen. Du hast was davon. Der andere, du hast ja nichts davon. Trotzdem haben sie die Leute hinter ihnen gefolgt. Wie geht denn das? Das Christentum jetzt meinst du? Die Christen haben nichts von... Ja, genau. Die Christentum genommen zum Beispiel. Und da sind auch nicht irgendwelche Leute, die ihnen gefolgt haben, sind Juden. Von seinem Volk. Schau mal. Erstmal, ich weiß inwiefern du vertraut bist mit der christlichen Geschichte. Aber du weißt, nach der Tempelzerstörung war die jüdische, christliche, die jüdischen ersten Christen so gut wie völlig ausgerottet. Und viele sind vertrieben worden. Also keiner hielt sich mehr in Jerusalem auf, sondern die meisten, wie gesagt, die Religion, wenn du so möchtest, hat sich viele oder viele, viele Jahre lang eher zurückgezogen. Und erst durch Paulus hat sich die Religion wieder extrem expandiert halt, ja. Und Paulus hatte dann natürlich in allererster Linie, sind die meisten Gläubigen dann keine Juden mehr gewesen, sondern tatsächlich nicht Juden halt, ja. Und das war halt eher, das ist eher die Story dahinter. Warum Juden? Natürlich, warum einige Juden? Und natürlich das Neue Testament glorifiziert das so, als wenn alle Juden an Jesus geglaubt. Und das war natürlich nicht der Fall. Der hatte wahrscheinlich seine kleine Anhängerschaft. Aber du musst wissen, damals in Judäa haben viele Menschen von sich behauptet, sie seien der Messias. Ba-Kochba zum Beispiel, also Shimon Ba-Kochba, der letzte jüdische Widerstand, der hat selbst ein gelehrter Rabbi Akiva, also ein hoher, ein sehr bekannter Rabbiner aus dem Talmud, hatte geglaubt, dass Shimon Ba-Kochba der Messias gewesen sei. Warum? Weil die Idee von Messias ist nicht jemand, der kommt und stirbt und dann wiederkommt irgendwann, sondern die Idee von Maschiach ist ein König nach dem Bild von König David. Nach David, genau. Genau, der das Recht wieder aufstellt, der ein gerechtes Reich hat, der den Tempeldienst wieder einführt, der Juden wieder zusammenführt, der ein Tora-Gelehrter ist, der... Mein Großer, ich weiß schon was du meinst, ich weiß schon die Ideologie dahinter, weil die haben jetzt damals Jesus nicht geglaubt, nur weil er, wie du gesagt hast, dass er nicht gesagt hat, komm ich nehme euch wie früher, also wie ein Krieger, ich erobere überall und wie wie David zum Beispiel, ne? Das ist ja natürlich... Genau, das ist nicht nur, also du sagst nicht nur, es ist ja gerade das Bild von dem Messias, was seit immer schon im Judentum herrschte. Das ist ja quasi diese Idee, wenn du meisten Christen fragst, was Messias ist, die können selbst mit dem Wort nichts anfangen, Messias halt, ja? Und das ist halt die Problematik, dieser Messias-Glaube wird komplett abgekoppelt vom Judentum und daraus eine eigene Religion gemacht. Du hast, guck mal, die Messias-Figur hast du ja auch im Islam. Für mich ergibt die Messias-Figur im Islam überhaupt gar keinen Sinn, weil es eine abgekoppelte Sache ist vom Judentum und implementiert wurde in eine andere Religion. Also das ist genau wie zum Beispiel Leute wie Madonna, ja, die jetzt eine große Kabbalah glaubt, Kabbalah, und die koppeln eine Sache vom Judentum ab, machen daraus eine eigenständige Religion und dann kommt ein riesengroßes Chaos, weil man nicht mehr weiß, wo ist die Connection hierzu was? Und da sehe ich halt das große Problem bei der ganzen Sache. Und ob jetzt jemand an den Islam glaubt? Ganz kurz, Bro, Bro. Guck mal, ihr wollt ja das Land Kanan, was euch versprochen wurde von Gott, wollt ihr ja wieder zurück haben. Wie geht ihr nach euren Religionen? Das war doch Jerusalem, die haben doch jetzt Israel. Ja, nicht nur, da gehört auch Syrien dazu, da gehören Teile von Irak dazu, Teile von Türkei. Die Große meinst du da, das ist der Große, aber die haben, das Wichtigste ist für die zum Beispiel, das ist der Heilige Land zum Beispiel in eigentlich Israel, weißt du, das ist das Wichtigste. Gut, euer Messias, sagen wir mal, euer Messias ist der echte Messias, der andere ist Fake, Jesus ist der falsche Messias, euer echter Messias, kommt zurück. Fake wie sie. Na ja, gut, so sagen die doch. Ist doch nichts anderes. Ja, ja. Ich lüge doch nicht. Ich lüge doch nicht. Wir wollen bei der Wahrheit bleiben. Wenn der kommt, ja zum Beispiel, ja, der kommt ja, der Messias, der echte, euer Messias, Messias. Und dann steht aber bei euch in den Büchern, dass ihr dann die restlichen, die Goyims, Sklaven für euch sind. Ja, wo steht das denn? Oder stimmt das nicht? Wo steht das denn? Ja, in Talmud. Ich hab das von Rabinam gehört. Rabinam gesagt, dass jeder Juni 30.000 Goyims haben wird dann. Oder über 30.000 sogar. Sag mal, hast du, hast du vorhin meine Einführung in die Erklärung des Talmuds gehört oder nicht? Ja, gut, dann ist das ja wie bei Hadith mit Tafsile. Dann kann man sagen, so hier, da muss man nicht glauben. So mäßig. Guck mal, das ist das Problem. Ich hab ja eine lange Ausführung gemacht, was ganz lustig ist. Ja, gut, aber es gibt dann bestimmt Ultradodoxe, die daran auch glauben. Verstehst du? Es ist schön, dass jemand, es ist wunderschön, dass jemand daran glaubt. Wo es gibt doch dann bestimmt Ultradodoxe, die immer sehr dynamisch. Guck mal, ich kann niemanden, ich kann dir nicht verbieten. Und dann auch die nicht gebieten. Und dann auch die nicht gebieten. Und dann auch die nicht gebieten. Guck mal, wenn es Juden gibt. Aber es gibt überall diese Verrückten, die das Wort wörtlich nehmen. Und dann wirklich auch sich das Recht rausnehmen. Verstehst du, was von ihm, was Gott für sie versprochen hat? Die gibt es ja überall. Guck mal, ich bin gegen Extremismus. Ja, aber die gibt es. Die gibt es. Die gibt es. Die gibt es. Genau, das kannst du nicht. Die Frauen müssen noch bei euch hinten im Bus sitzen. Ich bin selber dagegen. Ja, aber die müssen. Das gibt es einige Autodruck. Bitte. Ich bin selber auf. Und dann sind wir hier alle, benannt nach Allas Wunsch, Islam. Was ist jetzt deine, deine, deine Aussage, die du hier seit zehn Minuten rüberbringst. auf uns, was ist dort zwischen dir und deiner Auslegung und Mohammed? Was ist der Unterschied zwischen meiner und es ist fast dasselbe, es ist fast dasselbe Akhida. Er hat alles geklaut, er hat eure Tora genommen, hat die so ein bisschen manipuliert und hat sie in den Koran reingesetzt. Du hast so viele Talmud Abschriften im Koran drin und die sind genauso, die Moschen sind genauso arrogant zu uns rüber, zu uns Christen, genau wie du jetzt eben gerade über den Christen zu geredet hast, beziehungsweise über Jesus über einen, der gekreuzigt worden ist und richtig arrogant rübergekommen ist und das sollen wir dir irgendwie Verständnis zeigen, ganz ehrlich Nein, ich brauche null Verständnis Also ich habe weder Verständnis von dir erbeten Ja, das ist schön für dich Ich habe von dir Verständnis nie erbeten Ich verlange von dir kein Verständnis und ich bitte von dir auch kein Verständnis Halt doch bitte deine Schandtaten für dich und du tust dir gerade ziemlich leute weh Welche Schandtaten? Was denn genau? Ganz ehrlich, wie du hier redest Also ich habe keine Ahnung, dass der Tony mit dir überhaupt redet Also du fühlst dich wahrscheinlich schriftgetreten Ich bin kein Christ Ich bin kein Christ hier So viel dazu Ich sag nur, guck mal siehst du Merkst du, dass die Religion Guck mal ganz kurz Ja, das ist dieses ganze TikTok ist ein soziales Experiment für mich Ich merke, dass sie alle Religionen nur ausgelegt sind, damit die Leute in Streit kommen Nein, ich streite nicht Überhaupt nicht Ich weiß Guck mal Was hast du gesagt? Womit denn? Womit du redest? Du weißt nicht selbst, was du von dir gibst, Freund Dann wiederholen Das sind große Gesprächsrunden Das sind das Problem in großen Gesprächsrunden Ich habe gesagt, dass ein Aufständler war Aber ich habe es niemals in einem negativen Kontext erwähnt Aufständler im Römischen Reich waren gerne gesehen Und das war auch mein Argument, warum er auch eine Anhängerschaft um sich sammeln konnte Ich glaube, ich weiß nicht, was Opus da jetzt, wo er sich hier auf den Schlips getreten fühlt Wahrscheinlich fühlt er sich durch meine Intelligenz bedroht Ich habe keine Ahnung Aber auf jeden Fall Aber auf jeden Fall Oh, Kollege, bitte nicht so, komm Komm mir nicht so rüber mit deinem IQ Ich erwarte Guck mal, ich erwarte Ich erwarte kein Verständnis und kein Respekt vor dir Guck mal, ich Dann mach Nase zu Dann mach Nase zu Ich erwarte kein Guck mal, ich erwarte von dir Nein, nein, Jungs, 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 Jungs Lass mich mal ganz kurz Jungs, Jungs, Jungs Die Meinung jetzt Guck mal, Diskussion Diskussion heißt, jeder hat eine andere Meinung zu sagen Weißt du, das ist Diskussion Das ist ja nicht Ja, aber du brauchst dich persönlich werden Sicario, sobald jemand persönlich wird Hat sich dieser Mensch der Diskussionspartner von mir sowieso erledigt, weißt du Deswegen sage ich hier Deswegen habe ich es anfangs gesagt Ich unterhalte mich lieber sehr oft mit Atheisten oder mit Agnostikern Als mit irgendwelchen extremistischen Christen Die sich sofort auf den Schlips getreten Naja, gut So kann man nicht kommen So kann man auch nicht sagen Du hast ja, du erzählst die ganze Zeit schöne Sachen sage ich nur, bevor wirst, dass die Juden Das und das und das gemacht haben Erzählst du uns Mal lieber, weißt du, was ich glaube von euch Das interessiert mich auch ein ziemlich wenig Wenn ich Ich weiß, was ich von euch denke jetzt Oder glaube von euch Juden Dass ihr euer Gott schon verpasst habt Euer Gott kam Hat euch euch gezeigt Und das ist eure christliche überheblichkeit Das ist eure christliche überheblichkeit Guck mal, wenn ich dir zum Beispiel Und das ist genau das Und das ist warum ich die ganzen Komma Und das ist der Grund Warum ich Bevorzuge mit Atheisten Guck mal, das ist der Grund Warum ich bevorzuge mit Atheisten Weil die sind nicht so überheblich Und beleidigen gleich jemanden Nach dem Motto Nein, das Ich habe sogar nicht Beleidig Wesentlich entspannter in der Diskussion Das sind wir doch Ich habe mit Machiavelli Sehr interessante Gespräche geführt Mit Carlo Sehr interessante Gespräche geführt Aber kaum sind Extremisten hier drinnen Die fühlen sich sofort aus dem Motto Weil die nicht ihre Meinung zu deinem Gott Sagen Ich sage dir zu deinem Gott Dein Gott kam Hat sich gezeigt Und ihr habt ihr nicht angenommen Der muss Du bist ein Paradebeispiel Du bist ein Paradebeispiel Lass mich doch ausreden Warum gehst du mir Warum fällt es mir ein Wort Du bist doch Die ganze Zeit Langweilten Aber das ist langweilig Du langweilst nicht Ruhig 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 Nein, aber extremisten Langweilen mich Sagen Du kannst nicht zu sagen Sagen Das warst du mal ganz gut Das ist von dir von Talmud Dein Talmud Du kannst nicht sagen So alle extremisten Ist nicht schön Weißt du Die sind nicht extremisten Wenn es so kommt Sofern Sicario Sobald mich jemand persönlich Angreift Wegen meiner Meinung Du sagst ja für mich An extremist Weil er nicht in der Lage ist Weil er nicht in der Lage ist Und Leute Das war ein Jode Der wurde einfach hingekreutet Kannst du sowas nicht sagen Jetzt Kannst du sowas nicht sagen Das war ja Ist ja auch so Du kannst nicht sowas sagen Das ist der Abspann Du hast doch gesehen Das ich das kann Ich hab's doch gerade gemacht Aber ich hab's doch gerade gemacht Da musst du auch akzeptieren Wenn die Leute auch so zu dir So hat sie verpasst Du bist quasi zwischen Elton und Hülle Mehr nicht Ich guck mal Du hast doch gesehen Du hast gesagt Ich kann es nicht machen Ich hab's doch gesagt Und weil es tatsächlich so ist Das ist nicht Es gab Du bist ein Lügner Du bist ein Abspann Du bist ein Räumer Mann Du bist ein Kiffer Und ein Räumer Du bist ein Räumer Du bist ein Räumer Du hast alles verpasst Alles klar Also ich beleidige dich nicht Ich sage nur meine Meinung Und das ist hier meine Vergestellung Das geht ja Ich sag nur Warum gehen alle raus Ich glaube es fliegen alle runter Ich will Leute Ich beleidige meine Religion Und ihr beleidigt seine Religion Und die Muslime beleidigen eure Religion Und was los Ja Ja danke Carlo Für dein Verständnis Deswegen ich hab das anfangs gesagt Sadeg Sadeg Ich schwör ich bin eingeschlafen Ich schwör ich bin eingeschlafen jetzt Ob du glaubst oder nicht Ich bin eingeschlafen Ich bin wach geworden Hab ich die alle runtergeschmissen Aber jetzt machst du dir riesengroße Feinde Du hast die Christen runtergeschmissen Den Juden oben gelassen Ja ist egal Vor Muslimen auch Das ist ja nicht Du bist ja nicht nur bei Christen Und du bist bei allem unbeliebt Ja das ist so Guck mal das Ding ist Ich weiß nicht Ich weiß nicht Die fühlen sich auf den Schlips getreten Weil ich Guck mal Ich sag dir Das Verständnis ist leider folgendes Und das hat sich über 2000 Jahre durchgezogen Ja Und das siehst du ja auch in den christlichen Streams Juden wird vorgeworfen Die Wahrheit bewusst zu unterdrücken Damit die Mehrzahl der Juden nicht an Jesus glaubt Das ist durch Guck mal bei denen ist ja das Das ist Leon Ein sehr sehr rhetorisch guter Mann Hallo ich werde gleich rot Hallo Ich grüße dich Von seinem messia oder dass wir unseren verpasst Dann ja wenn es sein glauben ist Meine güte Was juckt mich das so Was sollte euch jucken Was er über Jesus denkt Kommt doch einfach runter Weil wisst ihr es gibt genug andere Probleme So finde ich auch Ja ganz friedlich und zivilisiert darüber heben Ich sag das ist aber Leon Das ist meistens so Wenn sich Extremisten auf dem Schlips getreten fühlen Weil jemand ihren Glauben nicht anerkennt Weißt du Das ist halt sehr sehr oft Das ist meine Erfahrung hier auf TikTok schon seit Jahren Sobald du als Jude dann kommst Und irgendwas nicht unterschreibst So wie sie es gerne sehen werden Ich habe das schon in christlichen Und auch in islamischen Streams gesehen Sobald du etwas sagst Was deren nicht in den Kram passt Dann wirst du sofort direkt angefeindet Ihr habt den Messias verpasst Ihr habt dies und jenes gemacht Ihr 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 So und Meinungsfreiheit ist ja nur dann was wert Wenn ich auch in der Lage bin Die Meinung von Menschen zu hören Die nicht dieselbe Meinung vertreten wie ich selber Ja Weil sonst ist Meinungsfreiheit völlig irrelevant Wenn ihr alle dieselbe haben Genau Deshalb Einfach auf friedliches Zusammenleben Ja Unter den Glaubensrichtungen Leute Behaltet einfach einen coolen Kopf Selbst wenn ihr mal eine Meinung hört Wie von Sadiq Die euch vielleicht nicht passt Ja Es ist einfach eine Meinung Eine religiöse Meinung von ihm Fühlt euch doch nicht gleich angegriffen Deswegen Okay Dankeschön Carlo Das war eigentlich alles Was ich sagen wollte Ich küsse dein Herz Dankeschön Wieder immer willkommen Für mich Für mich ist alle gleich Ehrlich Für mich Ist alles gleich Ihr habt alles verpasst Ihr habt Islam verpasst Ihr habt auch Christen verpasst Das ist Du musst dir an Islam sogar glauben Ja und das ist halt auch so Naja Egal Gott deswegen Ich hab mich wiederholt es gerne noch einmal Deswegen sage ich dir Mit Menschen zu sprechen Die gar kein Glauben haben Oder die einfach sagen Hey Ich bin Agnostiker Und glaube irgendwie Vielleicht dass es irgendetwas gibt Aber ich weiß nicht genau was es gibt Macht manchmal mehr Sinn zu sprechen Weil du das Glaubens Das Gottesbild korrigieren Beziehungsweise andere Aspekte bringen kannst Wie ich ja anfangs gesagt hatte Ich finde Gerade im Islam und Christen Gibt es sehr viel Unbefriedigende Antworten Auf tiefgreifende Fragen Und 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 deswegen Und Aber sie überheben sich dann halt Werden beleidigt Und heulen dann gleich rum Finde ich schade sowas Aber Ich denke Letzten Endes Dass bestimmte Stereotype In den Herzen der Menschen geblieben sind Und dann wenn ein Jude kommt und sagt Dann hey Das sieht doch nicht so aus wie du Das siehst Ich sehe das ein bisschen anders Dann fühlen sie sich sofort angegriffen Weil wie ja die Jesusmörder sind Weißt du Ja Naja Glaubst du mir Ich kenne die Geschichte nicht Wirklich Ich kenne die Geschichte nicht Ich habe nur einen Film darüber gesehen Und das war es Deswegen Ich weiß nicht warum 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 fühlen sie sich angegriffen Aber das ist dein Glaube Du musst du doch genau sagen Das ist dein Glaube Und ja okay Musst du akzeptieren Ja genau Also Ich suche ja überhaupt noch nicht mal Diskussion Wenn ich hier reinkomme Dann Beantworte ich gerne Fragen Aber ich führe jetzt keine Hallo Hallo Da fühlt man sich viel wohler Sorry Okay jetzt Schau mal Interreligiöse Diskussionen machen auf TikTok sowieso keinen Sinn Es ist eher besser Wenn du sagst Hey Frage und Antwort Q&A Hast du eine Frage Ich beantworte die Frage Gefällt dir die Frage nicht gut Gefällt dir die Frage auch gut Noch besser Aber hier zu diskutieren Mein Glaube ist cooler Ne Mein Glaube ist cooler Ne Mein Gott ist besser als deiner Ne aber mein Koran Und meine Bibel Weißt du Das ergibt überhaupt null Sinn Weil Leute Wir sind alle teilweise ideologisch eingestellt Außer jemand hat eher einen freien Kopf Ich würde von mir behaupten Ohne jetzt überheblich zu kriegen Wie mir das vorgeworfen würde Dass ich immer versuche Einen freien Kopf zu behalten Und mich in allen Bereichen versuche Zu bereichern Von verschiedenen Meinungen Aber diese Überheblichkeit Die ich halt Du hast ja Ich weiß nicht Also bewerte es selber Ich habe Ich versuche Ich reflektiere mich ja auch selbst Ich habe nicht das Gefühl gehabt Ich war sie zu erheben Ich war oft Bruder Ich war oft in deinem Livestream Ich höre dich gerne Ganz ehrlich Ich weiß nicht Was Aber die Geschichte Zwischen Christen und Juden Was da abgeht Weiß ich nicht Wirklich Aber ich höre dich gerne Und deswegen Ich fand das unfair Gerade Weil ich bin Wirklich eingeschlafen Ne Und dann Wache ich auf Wache ich auf Dann höre ich Du lügst Du lügst Nicht in mein Life Leute bitte Ich mag euch alle Ihr seid alle wie Bruder Aber nicht in mein Life Dieser Ich mache das gleiche Nicht in mein Life Ich nehme euch aus Respekt Ich habe schon gewusst Du bist eingeschlafen Ich habe es auch geschrieben Ich finde es toll Du kannst es vereinbaren Sozusagen gläubig zu sein Gottgläubig Du bist Jude Du kannst dir aber auch leisten Frei zu denken Du kannst dir auch leisten Du erlaubst dir auch selber Zu philosophieren Ich finde es toll Was ich meine So hast du auch Deine eigene Meinung Und du weißt Wie du das mit Deiner Religion vereinbaren kannst Und da hat sich keiner Einzumischen Und wer sind die anderen Oder wer sind wir Damit wir dir oder anderen sagen Nein deine Meinung ist falsch Es gibt keine Wahrheit Jeder folgt für sich Deiner Wahrheit Und wenn du meinst So ist deine Religion Auszuleben Wie du dich wohlfühlst Okay Ist in Ordnung Hauptsache Du respektierst andere Menschen Andere Ansichten Und gut ist es Ganz genau Komma sofern Komm mal Ich sag dir das Ich sag dir das Ich würde das noch mal Noch mal untermauern Was du sagst Ich wenn du mich fragen würdest Du zahlst Was ist für dich Das Wort Gottes Würde ich das Verständlich sagen Die Tora Ich glaube an die Tora Für mich ist das Das Wort Gottes Und ich glaube daran Wenn das ein anderer Nicht so sieht Bitteschön Ich habe kein Problem Damit Einer da musste ich dran Glauben Ich habe damit auch kein Problem Was ich nicht mag Und ich habe einmal Ein stream aufgemacht Mit einem Freund von mir Und 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 das war Sollte eher so ein Q&A Stream sein Jemand stellt Fragen Ich versuche die Fragen Sofern es meine Kompetenz zulässt Die Fragen auch zu beantworten Und dann kam so ein Ich will seinen Namen nicht nennen Es räumt sich auf Schmelia Satan Und kam dann direkt rein Und hat mich dann beleidigt Als Lügner Und ich sage Und ich lüge Und dies und jenes Und ich finde das Weißt du Das ist Wenn du jemand schon direkt Als Lügner bezeichnet Nur weil er deine Meinung Nicht vertritt Digga Was redest du man Eine Lüge ist doch Also die kennen die Definition Von Lüge nicht Lüge würde doch bedeuten Dass ich bewusst Eine Unwahrheit sage Ja Und da würde mir ja wirklich vor Das ist ja dieser typische Jüdische Stereotyp Die Juden lesen Jesaja 53 Nicht weil sie die Wahrheit Nicht erkennen wollen Weißt du Das ist alles Das ist alles Dieser Tonjit Montaner Schuld Alles dieser Dieser Muslim Nur Hat nur Ein Einfach geworfen Und Abgehauen Du weißt Er Nee Aber Der Der Sadiq Ist ja auch damit Gut umgegangen Weißt du Also So habe ich das Verstanden Er akzeptiert Ja auch Kritik Und er Das ist ja auch Kritik zu Ist ja alles In Ordnung Aber dann Auf einmal Die Christen Die haben ihn Angegriffen Und das fand ich Schon Immer so Das ist Immer so Ich sage Ich sage Das ist wirklich Meine Meine Erfahrungen Hier auf Tiktok Das ist Immer Ich sage Ja sogar Ganz ehrlich Bei muslimen Ist es meistens So Ich sage Die ganz Wie es ist Die kommen rein Stellen Eine frage Manchmal Sind es So Die frage Manchmal So Das wirklich Neugierende Menschen Die Aber Fragen Haben Sie Keine Anfragen Haben Die Beantworte Ich Die sind Dankbar Und Cool Danke Für Die Antwort Finde Total Toll Und Dann Emotional Ich bin Ja Keine Roboter Dann Werde Ich Auch Emotional Irgendwo Und Versuche Mich Dann Zu Verteidigen Als Menschlich Würde Ich Behaupten Und Natürlich Werd Euch Dann So Ein Bisschen Haarig Halt Ich Versuche Es Zu Vermeiden Aber Es Passieren Hallo Hallo Wie geht es euch Ganz gut Wie geht es dir Danke dir Ein bisschen Sehr gut Danke Auch gute Besserung Vielen Dank Dank So Zadig Hörst du mich Wenn ich nicht spreche Mache ich es stumm Weil ich höre dann zu Und mache nebenbei noch was Achso Okay Du Habt ihr Fragen Gewäßt Habt ihr Fragen Gewäßt Nein Ich habe keine Fragen Ich habe keine Fragen Ich habe keine Fragen Ich bitte euch von tiefsten Ernst Bitte 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 Mit aller Liebe und voll Respekt Ja Hörst du auf damit Und du Kahlo Komma Wir haben letztens eine Ausländer Sitzung Gehabt Ich bin Stammet 811 Komma Habibi Hörst du dich Hörst du dich Hörst du dich Wieder hoch Wie ein Jinn Und hast du mich beleidigt Weißt du Subhanallah Ja ich erinnere mich sehr gut Was du da gemacht hast Und am Ende hast du mich beleidigt Und jetzt kommst du hier Ich meiste wieder in den Raum Und gehst du wieder runter Ich kenne dich Ihr seid die Schlimmste Du bist das Schlimmste Okay Und dann noch als Schuite Und dann noch als Schuite Achso der ist Schuite Schuite Angeblich Schuite Ja Schuite glaube ich Aber auf jeden Fall Letztes Mal hat er mich auch Ich kam er hoch Was hat er zu dir gesagt Was möchtest du dir sagen Ja Was hat er in meinem Stream Hat er geredet Geredet Normal geredet 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 Und danach Und danach habe ich gesagt Okay Kannst du runtergehen Er ist runtergegangen Ich sehe ihn nicht Und dann redet er weiter Ich sehe ihn Ich sehe ihn aber In meinem Livestream Dann sage ich Bitte geh runter Dann nehme ich Leute hoch Ne Nimm ich Leute hoch Und rede ich mit dir Und er redet Immer noch Ich sage Alter Geh mal runter Er sagt nein Ich habe gesagt Geh mal runter Und dann fängt Er sagt Was machst du Ich habe gesagt Lass mich nicht beleidigen Und dann fängt er an zu beleidigen Aber bist du sicher Dass er das war Weil er sagt Er ist kein Ich weiß es nicht Aber weiß ich nicht Ob er das ist Aber dass er mit mir geredet Und jetzt Sofort hat er gesagt Du bist kein Ex-Muslim Du bist kein Muslim Du warst kein Muslim Also ich erkenne Dann erkenne ich ihn nicht Aber vielleicht hast du ihn verwechselt Kann das sein? Ja kann sein Weil kein Omer Kein Shiite Nehmt sich Omer Hier ganz ehrlich Deswegen gründe ich mich Deswegen gründe ich mich Deswegen vielleicht noch mal Druck holen Wenn du magst Du das Ich weiß nicht Nein Nein Aber Nein Aber sofort Er hat An welchem Recht Sagt er mir Was ich machen soll Was ich nicht machen soll Wer ist er? Wer ist er? Das sind typisch Muslime Die möchten immer dominieren Ja Ja Er ist gerade wach geworden Und will er mir lief Und mir sagen Was ich machen soll Ja Ja Das ist immer das selbe Immer das selbe Mälo Nicht rauchen Das heran Ich bin wach geworden Ich übräge dir Ja Sadeb Ich höre ich zu Sobald dann was Gesamtes kommt Dann schreite ich ein Alles gut Achso genau Bezüglich vorhin Ich hatte glaube ich Keine richtige Antwort bekommen Also glaubst du jetzt An Adam und Eva Also die existieren ja Die sind ja die ersten Menschen Sadeb Ja oder nein Ich schau mal Ich weiß für euch Klingt das Klingt das natürlich So alles mystisch Und unrealistisch Ich verstehe das ja auch Weißt du nur Ich möchte wissen Wie du so denkst Guck mal Laut unserer Überlieferung Also Guck mal Das Dings Ist meistens Also ich kenne die Geschichte Von meiner Seite Wenn du von deiner Seite Sagst Das ist ja immer noch Okay Immer noch Okay Aber wie du das erzählst Das finde ich schon Auch nicht wie Guck mal da Guck mal wie schön Guck mal bei uns Ich kann das Guck mal hier Guck mal da Guck mal Adam Guck mal als Adam Sorge bei uns Das ist ein Prophet Was hat er da gemacht Als der Prophet Und das ist das Geile Was hat er gemacht Und dann ist der Prophet Und deswegen Ja schau mal Ich frage den Sadeb so Weil ich habe ja auch gesehen Er kann sich auch sozusagen Seine eigene Meinung Erlauben Das kannst du ja mit Deiner Religion vereinbaren So habe ich dich Verstanden Auf jeden Fall Und deswegen frage ich Ja ihn persönlich Weil was die Religion Besagt Ja natürlich Die Religion Bedeutet Adam und Hefa Hat existiert Aber wie ihr persönlich Jetzt darüber denkt Guck mal Das kam dazu Das kam dazu Guck mal Das kam dazu Da kam eine Eine richtige Imam Oben Ich habe gesagt Was machen die mit mir Wenn ich aus dem Islam trete Dann kam er zu Ja guck mal Das alte Testament Auch Wann du nicht glaubst Und dann machen die Das genau auch so Nackentherapie Und dann bei Christentum Genau so Und dann USA Genau so Beschehst du was ich meine Dann kamen die Christen Warum sagt er so Ich habe gesagt Ja ich habe mir geht es hier Um Scharia Was die Muslime sagen Mich interessiert nicht Was die Juden Oder Christen Das ist nicht mein Glaube Das war nicht mein Glaube Ich bin kein Ex-Christin Oder Ex-Jude Hier Ich bin Ex-Muslim Hier Was macht ihr mit einem Ex-Muslim Beschehst du Und dann kam dieser Wollte er seine Religion Beschützen Während Judentum Und Christentum So schlecht darzustellen Deswegen kamen die Christen Und dann warst du auch Da ich habe gesagt Okay Aber wenn ich das gewusst hatte Dass sie auch so mit dir machen Wie bei Suneten Wirklich hatte ich dich gar nicht rausgeholt Hallo ich habe dir das immer gesagt Carlo ich habe dir das immer gesagt Also es ist wieder da genau Vielleicht wenn du machst Ne jetzt bist du wieder weg Aber ich arbeite nebenbei Deswegen dieses T-Fox sein Das manchmal das Ich höre es mir immer Manchmal so nebenbei Bist du dann Machen wir auch Behält mich auch so ein bisschen wach Weil es ist halt so Interaktion Das ist halt nicht wie Radio hören So kannst du auch mitmachen Okay antworte mal bitte Und dann reden wir weiter Guck mal ich kann das Ich kann das nicht In kurzen Sätzen Wiedergeben Aber ich sage Ich versuche es dir grob zu sagen Ja Unsere Überlieferung gab es Bevor Adam und Chava entstanden sind Selbst die Namen von Adam und Chava sind interessant Aber darüber machen sich die Menschen Auch da Wie verstehst du auch da Die Tora Komm mal es gibt vier Arten von Tora lernen Dieses Wort Es gibt ein Akronym Das ist Pardes Pshad, Remes, Drush und Sod Das sind vier Phasen von Tora lernen Pshad ist so das ganz einfache Und Sod Das kommt von dem Wort Geheimnis Das ist die tiefe Leere Die man nach der man graben muss Nach der man verstehen muss Also ein gewisses Ein gewisses Verständnis schon haben muss Und das kannst du natürlich auch nur Wenn du die hebräische Sprache kannst Du kannst auch kannst du es auf Deutsch Aber vergessen Alle haben vorn wurde gelacht Weil man das hebräische angeblich Übersetzen kann Du kannst es Du kannst es natürlich übersetzen Aber jeder Übersetzer macht seine Ideen Mit hinein Ja Das heißt weil du kannst bestimmte Sachen Unterschiedlich versetzen Ich sage nicht dass es nicht übersetzbar ist Aber ich sage Dass es immer eigene Ideen Mit hineinfließen In eine Übersetzung Dazu kann ich verschiedene Beispiele Bei Wenn ich meine Notizen raushole Machen Aber lass es allein der Anfang sein Ja Z.B. Bereshit Barat Mich gestern kurz was darüber erzählt In meinem Stream Wo gesagt wird Das ist Also am Anfang Aber es bedeutet auch Laut unserer Überlegung An einem Anfang Weil wir glauben Das vor Adam und Travá Haben 974 andere Generationen Andere Welten existiert Okay Wir glauben nicht Dass es nur diese Welt gab Wir glauben es gab viele Welten Die existiert haben Ja Und wir sind in einer davon Die Welt vor Noah Z.B. war eine andere Welt Als wir heute haben Deswegen sind auch die Zeitabschnitte Dort Der wurde 1000 Jahre alt Der 500 Der 6 Redet ihr Bekloppt Und denkt man so Dass das verzahlen Aber wir glauben daran Dass das eine andere Welt war Die dort existiert hatte Genau wie Gan Eden Also der sogenannte Garten Eden Wie man auf Deutsch sagt Halt ja Auch das Wort Eden Was heißt Eden überhaupt Ja Das hat eine ganz besondere Besondere Bedeutung Die man wie gesagt auch nur dann weiß Wenn man hebräisch kann Und dieser Garten Eden Wie man ihn so nett Das war eine andere Welt Das hat mit dieser Welt Nichts mehr zu tun Ja Das ist das jude Verständnis davon Es gab deswegen Deswegen auch Dass es menschenähnliche Wesen existiert haben Wie man ja Funde gemacht hat Oder erfunde Ausgrabungen gemacht hat Ja Von dem Ötzi hier Der Ötzi da und da So ein Mensch Und hier ist so ein Mensch Wir glauben Also ich weiß auch alle daran glauben Aber das ist meine Meinung Und auch die Meinung von vielen Anderen Das ist auch das Schöne Weißt du Es gibt nicht Das Juni sehr dynamisch Du kannst diese Meinung haben Du kannst auch diese Meinung haben Dass ich jetzt so glaube Das bringt mich nicht in die Hölle Weißt du Zumal ich sowas wie eine An der Hölle In klassischer Sicht Wie Christen und Muslime Das machen überhaupt Nimmt man nicht mal nicht Und nicht mal dran glaube Weil für mich Das ist nichts anderes Als die Menschen Angst machen Und ich will Gott nicht Ich möchte an Gott nicht glauben Weil ich Angst habe Sondern ich möchte an Gott glauben Weil ich auch noch ein Glaube Ja Ich möchte diese Jemand aus Angst zu glauben Das siehst du nur in imperialen Religionen Ja und wo ist jetzt Adam und Eva Welche Welt Also wo sind wir Adam und Eva Adam und Eva Also Adam sind in uns Wir sind ein Teil von Adam und Chava Also das heißt Das sind dann quasi unsere Eltern sozusagen Ob es unsere Eltern sind Ob es nur die beiden waren Wie die Welt entstanden ist Im Detail Ich habe nicht die Antwort auf alles Ich bin kein allwissender Rabbiner Das weißt du nicht Ich kann dir nicht Nein natürlich Also ich will mich nicht überheben Ich will sich ja alle Weisheit Ich kann dir nur sagen Dass wie gesagt Wir glauben daran Dass es Dass in dieser Welt Die vor dieser Welt entstand Bei Adam und Chava Also vor Auch vor der Sogenannten Sinnflut Ja Die Inzucht und sowas Aber in dieser Welt War es wohl anscheinend so Dass das passieren konnte Dass es auch ganz andere Verständnisse gab Sodass das praktiziert werden konnte Ohne dadurch Behinderte Menschen Auf die Welt zu bringen Offensichtlich Irgendwie war es Ich habe keine Ahnung Im Detail wie es wirklich war Ich war nicht dabei Ich habe mich auch nicht so In vollster Tiefe Weil es ist zu viel Ich würde mein ganzes Leben Wahrscheinlich studieren Wenn ich mich nur mit diesem Thema Auseinandersetzen würde Aber wie gesagt Es gab viele andere Generationen Das erklärt für mich auch Wieso es solche Menschen Wie diese Meandertaler Und etc. weiter gab Und Adam und Chava Waren am Ende Diese Menschen Diese beiden Wesen Menschen Die Die dann Den Menschen In seiner In seiner heutigen Uns bekannten Form Den Homo Sapiens Darstellen So Ungefähr So Also da gibt es wie gesagt Auch verschiedene unterschiedliche Meinungen Ich lese hier unten Ich f*** in Allah Ich f*** in Allah Ich f*** in Muhammad War so ein schönes Gespräch Da kommst du rein Erzähl so ein Bullshit Warum die Leute provozieren Verstehe ich sowas nicht Alter ehrlich Vielleicht hat er einen Vieltüche Meine Güte Ehrlich Also Hier wird die Frage Kurz gestellt Kannst du mir sagen Welche Religion gab es Vor Adam Ich glaube erstmal Gar nicht an Religion Ich lehne auch Religion ab Ich mag Religion nicht Weil ich denke Religion versuchen Ein bestimmtes Muster An den Hirn zu setzen Und überhaupt nicht Flexibel zu denken Weißt du Wenn mir einer sagt Es gibt den Gilgamesch Epos Dann kann ich das nicht ablehnen Dann gibt es diesen Gilgamesch Epos Und das widerlegt Mein Verständnis Überhaupt nicht Weil ich ja anfangs gesagt hatte Bis ich unterbrochen wurde Alles die Sachen Waren Überlieferung Okay Gilgamesch Epos Das ging dann ins Judentum über Wahrscheinlich gab es Vor dem Gilgamesch Und noch einen anderen Epos Der uns um bekannt ist Und das wurde weitergegeben Und vorher wahrscheinlich auch noch Ein anderer Und irgendwo muss die Wahrheit Da gewesen sein Dass es irgendwie sowas gegeben haben muss Ja Ich bin natürlich der Überzeugung Dass unsere Version die richtige Version ist Dass es eine Entscheidung hat Die ich getroffen habe Für mich Weil ich dran glaube Weil auch die Tora Meine Identität Mein Glauben Mein Stammbaum Die Tora ist ja nicht nur irgendein Regelwerk Es ist auch mein Stammbaum Ich glaube daran Dass es meine Identität definiert Deswegen ist es für mich was anderes Als der Koran Oder als das Neue Testament Es definiert meine Identität Und ich sehe da ein bisschen was anderes Oder komplett was anderes drin Genau Und der Talmud Ich war doch für meine Auslegung Oder meine kurze Einführung Darin gehört hast Die Leute wissen nicht Worüber sie reden Wir können genauso gut Einen Stream aufmachen Und über Herztransplantation sprechen Und surprise Ich war bei einer Herz-OP schon dabei Ich habe auch viele Operationen gesehen Weil ich selber an diesem Beruf gearbeitet habe Ihr werdet nicht weit kommen Und ich bin kein Fachmann darin Aber das ist einfach totaler Schwachsinn Sich über Sachen hier zu diskutieren Über die man einfach keine Ahnung hat Ja Also das heißt dann quasi Bezüglich Adam und Eva Wie ich dich verstanden habe Sagst du einfach Ich weiß es nicht richtig Genauso Ich sag dir also meine Wie gesagt Meine Ich gucke mal Ich könnte tiefer in das Thema hineingehen Aber ich denke das würde einfach Wie gesagt Erst mal den Rahmen sprengen Und zweitens Ich denke das würde für euch Vielleicht ein bisschen langweilig sein Weil ihr einfach nicht dran glaubt Warum soll ich mich mit diesem Thema langweilen Ich glaube natürlich Es gab eine Art Adam Es gab Adam und Chava Aber sie haben eine andere Bedeutung Als sie verstanden wurden Die Schlange die im Garten war Das war nicht ein Fehler von Gott Sondern es war alles ein Plan Die Chava hat Im Grunde genommen Was ihr Name auch sagt Der Name kommt von dem Wort Chai Was auf Deutsch übersetzt wird Leben wird Und was Chava gemacht hat War nicht Dass sie etwas Schlechtes gemacht hat Dass die Schlange etwas Schlechtes Beziehungsweise Sie hat etwas Positives In die Welt gebracht Im Gegensatz zu dem Was Christen Nicht und Muslime auch zu glauben Erst durch die Schlange Durch das was passiert ist Durch diese Erzählung Ist ja erst Leben entstanden Das heißt erst dadurch Hätten wir überhaupt entstehen können Weil erst dadurch Kam ja die Geburt in die Welt Ja aber da gibt es Wie gesagt Gibt es ganz ganz viel zu sagen halt Man muss Man muss Man muss da Man muss da sein Kopf Frei halten Und 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 tiefer reingehen Um essentielle Fragen Beantworten zu können Und darüber Aber wie du das erzählst Sorry So wie du das erzählst Das klingt schon recht kompliziert Und Also für mich Ist es auch Ist es auch kompliziert Und wie man da die Wahrheit Trotzdem sehen kann Oder Gott erkennen kann Ist nämlich Ein rätsel gut Das musst du jetzt Für selber verstehen Ja ist in ordnung Aber klingt auf jeden fall Sehr kompliziert Gott ist es auch kompliziert In der tat Ich könnte auch auf Zahlenlehre eingehen Und dir wirklich Krasse Sachen sehen Das würde auch dich Als Ungläubige Vom Hocker hauen Weil ich habe Ich habe das Und ich habe das Menschen erzählt Die 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 Also Agnostiker sind Oder 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 Atheisten Und als ich Bestimmte Sachen erzählt habe Bezüglich Über Bestimmte Mechanismen Die vor allen Dingen In der Schöpfungsgeschichte An Zahlen Vorzufinden sind Die sind so deep Und so heftig Dass du Natürlich kannst du sagen Irgendwie wurde das Von Menschen geschrieben Es wurde verschlüsselt Irgendwie Keine Ahnung Weiß ich nicht Ich glaube das halt nicht Ich glaube dass es etwas Etwas ist Was göttlich Ich sage nicht Gott Es ist göttlich Es ist etwas Divine Also etwas Etwas Prophetisches Etwas geistliches Und ich Wie gesagt Ich glaube nicht daran Weil ich einfach nur So dran glaube Ich glaube daran Weil ich Darüber kann man auch Sehr sehr tief In die Materie gehen Aber interessant Für dich vielleicht Das Wort Elohim Auf hebräisch Also es ist eine Bezeichnung für Gott Hat denselben Zahlenwert Ich glaube das war 81 Oder 87 Wie das Wort Hatteva Und hatteva Auf hebräisch ist Natur Und wir glauben daran Ach krass Dass ich Genau Und wir glauben daran Dass Ich habe es mal Ich habe sogar hier Tatsächlich Also Ja Also Elohim Wird geschrieben Jetzt höre ich dir nicht Die 1 Lament ist die 30 Hey ist die 5 Hörst du mich Ja jetzt schon Darf ich mich hören Ja jetzt ja Ah ok Also Alex 1 Der Name ist 30 Hey ist 5 Jut ist 10 Und Mem ist 40 Ich habe euch die hebräischen Buchstabenrat genannt Die haben alle Zahlenwerte Ja Kannst du mir Ich folge dir Schickst du mir das bitte dann Privat Also ich weiß nicht wie ich dir schicken kann Weil ich habe es Per P1 Vielleicht wenn ich mal Vielleicht kann ich mal ein Video dazu machen Und das posten Dann kannst du das Dann hast du es besser vor Augen Ok dann folge ich Okay alles klar Und das Wort Und das Wort Hatteva Also Natur Wird geschrieben mit Hetz Entschuldigung Hey Also das ist immer so Der Objektmarker Ich glaube ich heißt das auf Deutsch Weiß ich nicht genau Dann kommt das Tet Das Bett Und das Hey Und dieses insgesamt ergibt auch den Wert 86 Das heißt sowohl Elohim als auch auch Hatteva also Natur haben denselben Zahlenwert Und wir ich glaube und wir glauben daran dass es keine Zufälle sind dass das dieselben Zahlenwerte haben wir glauben daran dass Gott in der Natur Deswegen deswegen siehst du auch dass viele viele rabbiner vor allen Dingen auch heute noch viele rabbiner sind wissenschaftler Also Naturwissenschaftler gewesen haben sich mit astronomie zwischen Rambam wie gesagt oder Oder Ibn Ezra Das waren alles große Astronomen Ja die ihrer Zeit Die ihrer Zeit Natürlich an das geglaubt haben was aktuell wissenschaftlich belegt war Die haben sich nichts ausgedacht Das war Also ich habe ein Buch Sefer Hamada Das erklärt Das Judentum Also erklärt ein Rabbiner aus dem Mittelalter Seiner Zeit Die Wie Woran die Wissenschaft damals oder die Astronomie geglaubt hat Ja das heißt warum haben die das gemacht der sagt pass auf die Astronomie interessiert uns nicht wissenschaftlich Philosophie auch interessant nein ganz im gegenteil Die haben die dinge gelernt weil sie verstanden haben weil sie verstanden haben dass durch diese dinge das sind alles für unsere werkzeuge Das verständnis gott besser zu verstehen Aber das ist eine entscheidung die du triffst weißt du kannst natürlich als erster ich glaube an gar nichts davon und ich bin dir ganz ehrlich Laut eurem verständnis ich würde selber nicht an gott glauben weil das sehr sehr Logisch ist ja wie auch vorhin erzählt hat ja dafür Ich bin ein mensch ich bin ein mensch ich höre mir viele meinungen gerne an mir ist auch wichtig die persönliche meinung der menschen zu Zu erfahren sage ich jetzt mal Natürlich bin ich fest daran überzeugt dass für mich kein gott existiert weil ich habe ich brauche auch kein gott Na ich habe es auch nicht nötig sage ich jetzt mal so gruppe ausgedrückt Alles in ordnung aber wie gesagt ich bin immer neugierig auf andere meinungen anderen ansichten also da bin ich recht offen tatsächlich Ja ich habe meinen kopf da auch relativ frei und höre mir andere meinungen an selbstverständlich Also zwischen mein bruder ist auch nicht religiös und ich glaube noch nicht mal dass er wirklich an gott glaubt Aber wir haben trotzdem sehr diepe und interessante gespräche und und können uns gut austauschen und ich wie gesagt ich habe mit Mit ihm besseren gespräche als ich mit manchen menschen hier wenn ich die radikalus habe halt ja weil Ich denke mal hier sind wir auch alle drei oder auch im chat auch eine meinung Für mich ist zum beispiel keine meinung wenn eine religion erlaubt kinder zu heiraten und frauen zu schlagen und diese sagen das ist das hat mit meinungen nichts mehr zu tun Sondern das ist ekelhaft widerlich und da muss man dann quasi so zusammenhalten und gegen solche dinge auch ankämpfen sage ich jetzt mal Also das ist sehr sehr wichtig auch solche dinge anzusprechen weil die religionen wenn religion und sowas gebieten wie zum beispiel der islam oder das christentum und so Also ich weiß nicht ich weiß nicht ich muss ganz ehrlich sagen ich bin kein islam kritiker ich weiß nicht ob das muslime heute noch feiern Das gibt doch zig beweise ich natürlich klar im koran das steht doch eindeutig dass man die frau schlagen darf Also das kann wenn es sowas gibt wie gesagt ich kenne mich damit nicht aus dann ist es meiner 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 verständnis natürlich nach auch selbstverständlich verwerflich hat ja Vor allem wenn man eigene kinder und vor allem die töchter hat dann 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 Definitiv bin ich selbst also das gibt ja keine frage jemand einen vater ist und seine kinder liebt und töchter hat der der Ich bin heute einem schild vorbeigegangen hat ja ich erzähle ich bin am schild vor bei einer uni und da stand drauf männer verdienen durchschnittlich rente 1100 euro und frauen sieben euro und ich dachte erst mal so ein cool nämlich auch gut dran aber ich habe ich meine tüchter gedacht Aber du hast du mal wie unfair das eigentlich ist warum wird da so ein unterschied gemacht natürlich gibt es unterschiedliche faktoren die einspielen warum Dem so ist keine ahnung da kannst du jetzt irgendwie keine ahnung jemand der sich mit wirtschaft gut auskennt der kann das besser erklären aber Es ist selbstverständlich habe ich da ein negatives gefühl empfanden weil ich selber kinder habe die meisten leute die auf tippen rumtummeln Also ich möchte mal zu nah treten entschuldigung aber ich sage ich rede von jugendlichen ja ich bin mir sicher dass ältere menschen die vielleicht keine kinder haben Trotzdem einfach anders denken können weil sie im kognitiv weiterentwickelter sind halt ja aber Erstens an gerechtigkeit glaube ich sowieso nicht auf diese welt Vergiss es auf gar keine welt nix null also ich glaube das dann aber nicht weil die menschen allgemein ich finde die sowieso ungerecht sei es jetzt gläubig Alleine die regierung politiker und hast du nicht gesehen da muss man jetzt nicht so viel reden finde ich ungerechtigkeit Aber was der unterschied ist zum beispiel unter religion weil die meinen ja einen wesen wie ein gott einen fehlerlosen gott zu haben Und so weiter der ist perfekt er hat jeden und alles erschaffen deswegen gibt es halt dann menschen die glauben blind an solche ideologien Und dass dann solche menschen sind dann quasi in der lage viele übel taten so durch also du dings zu machen und das ist halt nicht so schön hallo karlow bist du da Hört man mich? Hört man mich? Hört man mich? Hört man mich? Ja ich bin da ich höre dich Achso Ja ok Ja ich höre dich auch er arbeitet aber hör dich auch ja Ja ok Ja ok Ne ich dachte gerade vielleicht mein internet oder so Ja genau Ja Karlo das jetzt rede mal bis zum müde willst du auch was sagen Nein nein es reicht es reicht es ist nur wegen Sadeb also ich mache Schluss und das reicht heute Also das ist ja auf jeden Fall Ok dann Alles klar Karlo dann ja leg dich schlafen Danke dass du da warst Ja danke dass du heute Auch den ganzen Tag da war Du bist wieder immer willkommen Dankeschön Danke Saluto noch Immer willkommen aber nie wieder Nie wieder wenn Christen da sind und nehme ich dich auch nie wieder Das ist ja alleine alleine dieser Frage nein nein alleine dieser Frage verstehst du ich wusste wohin das kommt verstehst du wirklich Ja ich habe es auch geahnt deswegen wie gesagt ich unterhalte mich ungern mit Christen die mich als Lügner bezeichnen Das macht mein Kopf dann zu und dann werde ich natürlich auch weißt du dann schalte ich ab Alles klar Leute dann gute Nacht euch Ok Dankeschön Gute Nacht Vielleicht sieht man sich nochmal nochmal oder so Danke euch alle Ja alles geht Ciao Auf jeden Fall Ciao Ciao Danke Leute Gute Nacht Happy Gute Nacht Du kommst zu spät